so läuft das jetzt oder was ist hier los hier ist doch okay werbung auf meinem auf youtube-kanal so noch steht da die 1 und wenn ich mich jetzt auch wirklich ich bin da okay dann machen wir mal hier start es läuft wir machen das wirklich ich weiß nicht ich weiß nicht ob wir das schaffen werden ich weiß nicht ob das eine geile sache bestimmt wird das eine geile sache aber ich habe ein bisschen angst ich bin ein bisschen aufgeregt 24 stunden nils live und das obwohl ich jetzt schon 14 stunden natürlich auch schon wach bin habe vorhin noch versucht nicker kind zu machen irgendwie 90 minuten mich hingelegt ja mich hingelegt augen waren zu der kopf hat gearbeitet der kopf hat sich überlegt was ich alles noch machen muss und noch machen kann und ich fuchtel hier schon wild rum ihr seht hier läuft der counter und 23 stunden 59 minuten und 20 sekunden noch leute das schaffen wir doch irgendwo tust du mir leid schreibt sabi ja nö ja im endeffekt habe ich mich für euch alle geopfert denn da sind wir gleich beim anfang für die die sich fragen warum machst du da 24 stunden live du hast doch ein sohn hast du so viel langweile ja ja aber ich habe eine wette verloren und da piki ist auch da piki hat schon geschrieben hier we go ja er hat mich ende januar selbst war in dem 24 stunden live stream dabei war vom manu thiele der wird heute einer der gäste sein heute nacht um vier der ist auch verrückt da war ich bei seinen 24 stunden live stream danach hat mich piki eben auf twitter gefragt so nils wenn real die champions league gewinnt machst du auch ein 24 und ich habe mir gedacht geil real gewinnt die champions league dann mache ich doch mit habe damals natürlich noch nicht so recht daran geglaubt ende januar da war noch nicht mal das psg ins spiel gelaufen ja und das ist so gesehen der preis la decimo quarta dafür opfer ich mich gerne und ihr euch doch irgendwie auch und ja sergio schreibt auch die schaffen des halle madrid ja das wird nicht einfach also ich bin aufgeregt ich freue mich drauf aber ich habe viele planen viele gäste und es wird zwischendurch ein bisschen gaming es wird viele quizzes geben und rankings und sogar noch ein kleines gewinnspiel zwischendurch und wie gesagt der erste gast kommt ja auch schon in einer halben stunde um 23 uhr schalte ich den ein wann bist du aufgestanden clever um 22.30 ne ne johnny heute morgen um halb neun aufgestanden vorhin noch mal ein nickerchen versucht hat nicht geklappt hat nicht geklappt und jetzt läuft die uhr gnadenlos es wird zwei teile geben ihr seht ihr hier in dem video schon das ist halbzeit eins ist oder so um 10 45 beginnt die zweite halbzeit warum ist das so man kann zwar mit youtube ewig streamen wochen lang aber die speichern nur bis zu zwölf stunden also sprich ich will ja dass das video danach auch verfügbar sein wird damit leute in die live anschauen können deswegen macht man jetzt elf stunden 50 minuten bis irgendwie 10 uhr 20 oder so und dann geht's danach weiter nach einer kurzen Halbzeitpause gegen 10.45 Uhr, aber jetzt erstmal die erste Halbzeit schaffen, ne? Vielen Dank nochmal an Real Madrid und vor allem Karim Benzema und Thibaut Courtois. Ja, Figi, ich bedanke mich da auch, weil das ist der Preis, das machen wir dann gerne. Für was einen niedrigeren Preis hätte ich es nicht gemacht, da muss dann auch nur ein Champions League-Titel her, aber ich wüsste nicht, ob ich nochmal drauf einschlagen würde, wenn du mich nochmal fragen würdest. Ihr hört es, es läuft ein bisschen Musik, ich hänge jetzt erstmal den Countdown hinten hin auf meine neue schicke Whiteboard, wo vielleicht auch, vielleicht könnt ihr ein paar Notizen erkennen und hier läuft ein bisschen Musik. Ich hoffe, es passt erstmal vom Ton her, hier ist mein neues Mikro, ich habe eine neue Kamera, vielleicht ist das Bild auch ganz okay, es ist jetzt ohnehin auch mit dem LAN-Kabel dran, da hat mich der David die letzten Tage, Wochen fast schon gut unterstützt, der Euphi hier in dem In-Chat dabei, also da nochmal Danke an David. Hallo an alle, viel Spaß Nils und nicht nervös sein, hast nur coole Leute um dich rum. Ja, Genie, das auf jeden Fall, das ist das Gute, warum ich da auch viel Vorfreude habe, weil ich auch mich freue, dass wieder so viele dabei sind, ob das Serkan und Hassan sind, vorhin hat Sabi im Discord geschrieben, dass sie auch dabei ist, also sehr geile Sache, stabile Grüße aus Dresden von Patte, oh, auch schön, also das wird heute eine besondere einmalige Sache, deswegen ist das auch auf meinem eigenen Nils Kern YouTube-Kanal und wie gesagt, ich habe ja auch ein bisschen was investiert in Mikro und Kamera, da hinten das Whiteboard, gibt noch ein paar andere Sachen, wenn mich da wer unterstützen will, steht in der Description via Paypal oder so, dort ist auch der Link zu meinem Discord-Kanal, da schaue ich jetzt auch mal kurz vorbei, was da so los ist, hier Arthur hat schon beschrieben, Hi Nils, grüße dich und alle Matelistas, sehr schön, ach ach so, dort gibt es später auch natürlich dann, ich habe Talks, Talkrunden mit der Tiki-Taka-Community, mit der Real-Total-Redaktion, auch mit zwei Mitgliedern von den Grada-Fans RNCF, dort werde ich den Talk machen, ansonsten später die Gäste sind auch teilweise bei Zoom und wir können dann auch, also ihr und ich, können dann auch wir Discord ein bisschen labern, also kann ich euch auch einen Sprachkanal hinzufügen, auch wenn das primär während den WM-Spielen sein wird, also da geht es ja morgen in zwölf Stunden, nicht nur ein bisschen mehr, geht es ja dann los mit den vier WM-Spielen, dort können wir dann währenddessen auf jeden Fall viel machen, jetzt habe ich sehr viel geplant mit eben Gästen, gleich kommen dann auch um Mitternacht noch drei Kumpels, unter anderem der Alex, wo wir dann ein bisschen quiz, da gehe ich dann auch ins Wohnzimmer rüber und da wird viel passieren, Grada-Fans, ach der Kevin ist da, siehst du, YouTube geht bei dir schon mal, Kollege, Discord aber scheinbar auch, habe ich schon gesehen, sehr gut. Warum normaler Raumklang, wieso normaler Raumklang, ist doch, das Mikro ist aktiviert, hier, deswegen leuchtet es auch, sonst würde es nicht leuchten, und so hört ihr mich jetzt wieder, also deswegen, das Mikrofon funktioniert eigentlich schon mit normalem guten Klang, aber ob das dann Raumklang ist, keine Ahnung, ja, viel Spaß, Nils, Hola, todos, ach Olivier ist auch da, aus Straßburg, Mon Amour, schön dich auch hier zu sehen, ich hoffe, du verstehst doch alles, also wir haben hier auch internationales Publikum dabei, Kevin aus Luxemburg, Olivier aus Straßburg, Hector hat vorhin noch geschrieben, der ist gerade in London beim Musical, hat er auf unserem Discord-Kanal, Mikro muss näher, Mikro ist Baba, ja, was auch immer, der eine schreibt so, ja, viel näher geht es dann auch nicht, sonst hänge ich ja immer noch hier so dran, aber ich kann es auch nicht noch höher drehen, naja, was habe ich noch so zum Anfang, was ich alles sagen wollte, wie gesagt, Gäste, Gaming, vieles mehr, Chris' Rankings, und es wird auch ein kleines Gewinnspiel geben, ich habe nochmal in meiner Schublade geschaut, was es so gibt, was ich so haben kann, womit ich auch dann die Leute belohnen kann, die wirklich fast durchweg hier zuschauen, es wird ein Gewinnspiel geben, wo man aufpassen muss, es sind bestimmte Zeiten, wo ich dann zum Beispiel eine Zahl hochhalte, und da müsste mir danach die Antwort, wenn ihr es zusammenzählt, mir die via E-Mail schreiben an die kern.real.total.de, bis morgen früh, um, wie war das, nee, bis morgen Abend um 20 Uhr, dann kann ich das um 22.30 Uhr gleich die Preisverleihung machen, und der Preis ist eben nicht nur ein Trikot, sondern ein unterschriebenes Trikot, mit Unterschriften von der Mannschaft, ihr kennt das von meinem Trikot, das hängt da, und ich habe eben so ein zweites bekommen, das hat jetzt jahrelang in der Schublade gelegen, und jetzt habe ich mal einen guten Zweck, das Ding zu verlosen, wie gesagt, da wird es während des Streams, ab und zu werde ich so eine Nummer hochhalten, die müsst ihr euch notieren, oder macht einen Screenshot, und dann am Ende kommt eine Zahl bei raus, die müsst ihr mir per E-Mail schicken, so könnt ihr mitmachen, per E-Mail an die kern.real.total.de, bis Sonntag 20 Uhr, oh Gott, das ist noch so lang hin, und da werde ich dann eben um 22.30 Uhr rum, und wenn Ende ist, da die Verlosung machen, den Gewinn, den Sieger festlegen, also hier das Auswärtstrikot der Saison 16, 17, das mag ich sehr, mit eben Unterschriften von der Mannschaft, ich glaube, das lohnt sich für den einen oder anderen, geil, will ich haben, haben will, ja, jetzt zurecht, aber wie gesagt, da werden dann auch die Leute, ach, Serkan ist auch da, sehr schön, freut mich, werden eben auch die Leute belohnt, die wirklich auch quasi durchweg zugeschaut haben, aber ich verrate euch zumindest mal die Zeiten, wo ihr auf jeden Fall aufmerksam sein solltet, das ist jetzt, gleich wird eine Zahl hochgehalten, 2 Uhr, 4 Uhr, 10 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr, 20 Uhr, ja, und dann eben bis, jetzt habe ich gesagt, bis 20 Uhr müsst ihr es, dann bis 21 Uhr müsst ihr mir die Antwort schicken, und eben jetzt gleich kommt die erste Zahl, damit ihr schon mal drauf vorbereitet seid, wie das Ganze aussieht, das ist die erste Zahl, Screenshot machen, euch notieren, und dann eben morgen Abend bis 21 Uhr mir die exakte Summe zusammen addieren, das sind jetzt keine Punkt-vor-Strich-Rechnung, keine Sorge, das sind einfache Zahlen, die ihr addieren müsst, damit fängt es schon mal an, das zerknülle ich jetzt, dann weiß ich, ich habe es hinter mich gebracht, und dann um 2 Uhr kommt die nächste, dann um 4 Uhr, um 10 Uhr, um 13 Uhr, um 16 Uhr, um 20 Uhr, soweit zum Thema Gewinnspiel, ja, freue ich mich, wenn dieses wirklich tolle Stück einen neuen Besitzer bekommt, einen würdigen Besitzer, und nicht nur bei mir in der Schublade rumliegt, und jetzt auf dem Boden, naja, naja, Jungekrank hätte guten Platz dafür, das glaube ich, dass da viele guten Platz haben, naja, Prost erstmal, erstmal nur Cola, ihr könnt gerne loslegen, mit was auch immer ihr gerne so trinkt, aber hier, ich sehe auch, bei Discord ist einiges los, Pascal schreibt sehr gut, Kevin, ich lege noch einen Schal von Primavera Fans, Benelux als Geschenk drauf, oh Kevin, da machen wir gerne mit, also, zusätzlich zu den Trikots, gibt es einen Schal von den Primavera Fans, Benelux, ich habe hier ein bisschen auch neu dekoriert, das muss ich euch auch noch zeigen, ich drehe das jetzt mal um, hier seht ihr, oh, das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus, das ist eigentlich nur ein bisschen Quatsch, weil ich werde ab und zu mal das Trikot wechseln, und da oben ist auch ein Schal von den Primavera Fans, allerdings in Alemannia, ausbliert, die werden später auch zu sehen, zu hören sein, durch Ankel Dabaka, auch Kevin wird dabei sein, und die Sektion aus Luxemburg vertreten, und Kevin legt eben noch einen Schal drauf, sehr gut, ja, ne, noch kein Rum Christian, der wird schon noch früher oder später kommen, aber, ich muss ja, das ist ein Marathon, ich bin schon 14 Stunden wach, da muss man mit Köpfchen, mit Taktik vorgehen, deswegen nicht gleich Cuba Libre ohne Ende, sonst werde ich noch müder, nach zumindest dann 6 Stunden, deswegen Calma Calma, erstmal nur Cola, und ich habe auch von jeder, fast jeder Energy Drink Hersteller, drei, ein Döschen dabei, aber ich sehe schon, wenn später Alex, Max und Philipp vorbeischauen, um Mitternacht, ja, vielleicht gönne ich mir dann auch mal einen, aber ich, wie gesagt, ich muss hier, ihr dürft gerne trinken, essen, was ihr wollt, ich muss ja ein bisschen schauen, ja, dass ich fit bleibe und wach bleibe und klar bleibe auch mit meinen Gedanken, also ich habe mir auch viel notiert, an Fragen für meine Interviewgäste, das ist ja nicht nur eine Quatscherei, was wir später gerne machen können, einfach nur quatschen und labern, aber wenn meine Gäste hier dazu kommen, unter anderem gleich, eben um 23 Uhr, Ralf Gunisch, Personenexperte, ehemaliger Profifußballer, und mittlerweile auch Übergangstrainer bei Eintracht Frankfurt, wird um 23 Uhr mir via Zoom zugeschaltet sein, da freue ich mich sehr drauf, da muss ich ein bisschen klar sein, muss ich ein bisschen, ja, klar sein halt, deswegen erstmal noch nichts, ja, wenn du müde bist, rufe ich dich an, ach, ja, David, ja, ist besser so, ich habe aber allerdings auch, wenn wir mal hier schauen, ich habe ja gesagt, ich werde die Fanartikel ab und zu mal wechseln, oder Trikot, Polo, was auch immer, das sind meine Wecker, stündlich, wird hier das Handy klingeln, ja, stündlich, dann kommt also, ich versuche halt stündlich irgendwie was Neues anzuziehen, weil ich habe ja auch jede Menge, und heute kann das mal seinen großen Aufgriff haben, jedes Polo, normales T-Shirt und Trikot, dann kann ich das mal, kam die erste Zahl schon? und ja, die kam schon, das sei schon mal so viel verraten, das war, entknülle sie nochmal, ups, oh ne, das ist nur der Rest, ist er weg, mal ne, hier, da werden bestimmt noch mehr Zählknüllchen später liegen, also, ihr habt es schon gesehen, und dann eben per E-Mail bis 21 Uhr an die Kern-App, realtotal.de, Treffer ans Alugebäck, ja, würde gerne den ganzen Stream anschauen, beim Gewinnspiel mitmachen, aber mussten morgen für die Schule lernen, Luis, ja, ich wünsche euch allen trotzdem OFC an einen geilen Stream, ja, Luis, deswegen habe ich die Zeiten gesagt, man kann ja auch im Real Life da notfalls nochmal zurückspulen, muss man halt natürlich schnell sein, dann am nächsten Tag oder so, also, 2 Uhr, 4 Uhr, 10 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr und 20 Uhr geht es rund, das sind die Uhrzeiten, ihr seht auch unten in der Description die Uhrzeiten, also, das sind nicht die, wie sagt man, die Timesteps von dem Video, sondern die Uhrzeiten, wo ihr dann da euch nochmal ein bisschen orientieren könnt, und da notfalls hin und her schalten, viel Glück, aber es soll ja auch eine Belohnung sein für die, die hier wirklich das durchziehen, hin jetzt an welche Mail sollen wir die Zahlen schicken, an die Kern, wie mein Nachname, at realtotal.de, kann ich es dir auch auf Insta schreiben, ah, Marco, ich glaube, das würde untergehen, lieber gesammelt an die, an meine E-Mail-Adresse, an die Kern at realtotal.de, ich glaube, das ist eine einfache Adresse, das kriegt ihr hin, ähm, lieber da, ja, was haben wir nur, äh, Berlin, nur Hertha, okay, äh, wer kommt von Eintracht Frankfurt, Nils, damit bindest du mich, du weißt, ach, wie, von Eintracht Frankfurt kommt Ralf Gunnisch, der ist ja Übergangstrainer bei euch, also aktuell so zwischen dem Nachwuchsleistungszentrum und den Profis, um die, äh, Jugendspieler ein bisschen an das Profi-Dasein, äh, ranzugewöhnen, das wird er gleich alles selbst erzählen, also geht ja schon gleich um 23 Juli los. Was macht eigentlich der Kerry Hau? Von denen hat man ja lange nichts mehr gehört. Uh, dann hast du wohl, folgst ihn wohl nicht auf Instagram oder auf Twitter, der ist gerade in Katar, der ist, ähm, uh, jetzt hoffe ich, ich verwechsel es nicht, Sport1 oder Spock, Sport1, Chefreporter für den FC Bayern und für die Nationalmannschaft, das ist ein Riesenjob, der hat den Megastress, ich hab ihn auch angefragt, ob er vielleicht Lust und Zeit hat, bei mir noch mitzumachen, aber heute war die Flick-PK, morgen ist Spieltag, der wird leider keine, keine Zeit haben, ähm, dort nochmal kurz Hallo zu sagen, hier im Stream, vielleicht ja doch, vielleicht geschieht das kleine Wunder, aber, äh, es ist Spieltag morgen für ihn und da hat er sehr viel zu tun, aber folgt ihm auf Instagram, Kerry Hau, äh, oder auch auf Twitter, dort gibt's immer, nicht nur coole Impressionen, wo er gerade ist, in welchen Stadien, aktuell Katar, ähm, sondern auch, ja, Infos rund um Nationalmannschaft oder was weiß ich, Bayern-Gerüchte, dass die Bayern sich nicht um Cristiano Ronaldo bemühen werden und so weiter. Toni Kroos dann um 0 über, nein, 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 ich hab, ähm, tolle Gäste, aber es sind eher persönliche Gäste, wobei, könnte man Toni auch mittlerweile dazu zählen, aber, äh, ich will's, nein, es gibt tolle Gäste, könnt ihr euch drauf freuen und es geht ja auch ein bisschen darum, äh, über die Sportjournalismusbranche zu reden, vielleicht sind ja unter euch auch ein paar Interessierte von wegen, äh, wie kann man Sportreporter werden, Kommentator, Moderator, Experte, was auch immer und da will ich ein bisschen, ähm, die Erfahrung. Omar schreibt, hast du auch Omar Ali als Gast dabei? Omar, bist du's? Da gibst du. Äh, ja, der große Omar Ali, Don Omar Ali, äh, ist auch dabei, wird heute um 2 Uhr bei einem Real Total Talk dabei sein. Da haben wir kleine Redaktionssitzung, Omar ist dabei, Janine ist dabei und Philipp ist dabei und ich, ich hoffe, ich hab jetzt keinen vergessen, ähm, das wird um 2 Uhr sein, also wenn man mal ein bisschen, kann ich mal meinen, auf meinen Whiteboard zeigen, ähm, 22.30 Uhr geht los, 23 Uhr kommt der erste Gast, reist bühnisch, 0 Uhr kommen dann Gäste hier vor Ort, dann geh ich auch ins Wohnzimmer rüber, dann werden auch ab und zu mal, die werde ich euch durch die Brunnen kurz führen, äh, 4 Uhr ist der Gast Manu Thiele, das ist der Kollege, wo ich im Januar den 24 Stunden Livestream hatte, ähm, dazwischen wird viel gezockt, ich hab viele Rankings mir überlegt, über Spiele, Spiele, Tore, Clubs, Stadien, jede Menge Rankings, was wir nach und nach machen können, zwischendurch wird gegen gezockt, wie gesagt, dann 10.20 Uhr ist Pause, ist, äh, die erste Halbzeit vorbei, 10.45 Uhr beginnt dann die zweite Halbzeit, damit die dann bis 22.35 Uhr, wie gesagt, das ist auf YouTube, da kann man ewig streamen, aber nur bis 12 Stunden wird's gespeichert, und deswegen muss ich nach 11 Stunden 50, äh, mach ich dann Schluss, 13.00 Uhr kommt ein Gast, das ist Uli Hebel, Kommentator von The Zone, und dann um 16.00 Uhr kommt noch Andres Salazar, der ist, ähm, Redakteur und Field Reporter, auch bei The Zone, wird auch spannend, was die auch dann zum Spiel, ähm, Spanien gegen Deutschland sagen, und morgen ohnehin haben wir vier Spiele vor uns, auch deswegen ist es ganz gut für mich, dass ich da schon mal diese 8 Stunden rumkriege, da können wir dann auch noch mehr forken und quatschen über meinen Discord-Server, Link ist in der Description, und dann 22.35 Uhr, oh Gott, in 24 Stunden nichts, guck nochmal hier auf den, auf den Countdown, das dauert noch, ha, 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 komm, komm, geh, naja, was ist da worden, das müssen wir selbst zum Kriegen, und wie gesagt, viel geplant, Real Total Talk, äh, ah, Trikot League, genau, ich hab in Erfahrung bringen können, mir wurde es sogar gezeigt, wie die ersten beiden Trikots von Real Madrid aussehen, für die neue Saison, es gab jetzt schon im Umlauf des World Wide Web ein paar, äh, Gerüchte, nicht alle haben gestimmt, an manche waren nah dran, ähm, ich hab, mir wurde es, wie gesagt, schon gezeigt, und das werde ich um 13.40 Uhr machen, den Trikot League, äh, wie die neuen Trikots von Real Madrid aussehen werden, es wird ein bisschen Gaming geben, Q&A natürlich viel, ob ihr hier die Fragen stellt, und dann im Discord und klar, die Wünsche, wir haben jetzt gemacht, Tiki-Taka-Talk, die Gerada-Fans werden zum, ähm, zu Wort kommen, das wird sein um, äh, äh, morgens um, was haben wir gesagt, 9 Uhr haben wir das ausgemacht, ähm, dann könnt ihr auch mal erfahren, wie ihr da vielleicht beitreten könnt, um dann bei zukünftigen Spielen in Deutschland oder Österreich, Schweiz, dort an Tickets zu kommen, aber es geht natürlich nicht nur darum, sondern um jetzt sofort, äh, Ranking-Züle machen, und ja, wir machen dann später, morgen, später, äh, Tipps natürlich auch noch, und ja, äh, was macht, Anne-Carrie-Haw hat man schon, oh je, der hat der Chat hängen geblieben, ähm, Earl auch anderen, weiß und gold, Serkan Jein, es ist, ähm, das wäre zu einfach, gesagt, weiß und gold, wie gesagt, ist nicht mega weit weg, aber es ist nicht richtig, darfst du nur, nein, die Bilder darf ich nicht zeigen, aber, ähm, ich kann es euch detailliert beschreiben, das ist auch schon der Artikel vorbereitet, auf Real Total, der dann parallel online geht, und, ähm, bla. Nils, äh, warum fängst du eigentlich erst um 22.30 Uhr an? Ja, das ist auch Taktik, Strategie, ähm, damit ich die Nacht schon mal rumhabe, sprich, ich will lieber den schwierigen Part, der ist ja die Nacht, wo es dunkel ist, und es sind vielleicht weniger Leute online, den will ich schon mal erstmal hinkriegen, wenn ich noch wach bin, und während ich dann immer müder werde, dann soll es lieber Tag sein, wo dann mehr Leute dazukommen, man, es ist hell dann, und bla, ähm, ich finde es schwieriger, wenn ich, ähm, fit den Tag begonnen hätte, und dann immer müder werde, und es wird immer dunkler, ich glaube, das wäre schwieriger geworden, und deswegen lieber jetzt anfangen, zumal ich dann auch ein bisschen in meinem Rhythmus bleibe, sprich, morgen 22.35 Uhr ist die Schicht, 22.45 Uhr falle ich ins Bett, und werde erstmal 10, 12 Stunden durchschlafen, Mittags kommt dann Montag, Mittag kommen dann Stefanie und Louis zurück nach Hause, die habe ich heute Mittag, äh, zu, zu Stefanie das Eltern geschickt, ich liebe euch, ähm, dann kommt ihr zurück, aber jetzt kann ich erstmal mich hier austoben, meinen Quatsch machen, ja. Äh, Ola Nils im Chat, jo, Abra ist auch da, sehr schön, sehr schön, Leute, vergisst nicht zu liken, ein Abo, ja, Zerkan, guter Mann, so ist es, und wer mich noch mehr unterstützen will, in der Description ist ein Link, zwecks Paypal, da, wie gesagt, ich habe auch ein bisschen was investiert, mit Kamera und Mikro, das mega teure Whiteboard, und hier hat der Mikroambla, äh, würde ich mich auch freuen, wenn der eine oder andere mitmacht, aber gar kein Zwang, hey, das hier ist alles Lockere, es gibt keine Werbung hier, deswegen habe ich jetzt auch noch keine Aufkleber gemacht, auch die Döschen, die es vielleicht zu sehen geben wird, hier ist nichts gesponsert, es wird keine Werbepausen geben, außer das, was er am Anfang gesehen hat, damit ich wenigstens ein paar Euro über Google mache, äh, hast du Messi's Tor gesehen? Leider nein, ich bin gerade aufgewacht, ähm, ich habe mir den Wecker gestellt auf einen, aufge, ich habe ja gar nicht geschlafen, mein Wecker hat geklingelt um 21.30 Uhr, und ich glaube, um die Minute rum ist es auch passiert, 63. Minute, was auch immer, also ich habe kurz danach eingeschalten, ähm, beim Argentinien-Spiel, heute leider sonst nichts gesehen, aber gut, äh, ich hatte auch getippt, dass sie gewinnen, ähm, bin jetzt in meiner Tipprunde, muss ich nochmal kurz reingucken, bevor es jetzt hier auch bald losgeht mit Ralf Gunisch, der wartet bestimmt schon, schaltet, ist bestimmt auch schon live drauf, hier, wow, hier in unserer Tippgruppe, das ist nur unter ein paar Kumpels, Grüße an den Wu, an den Josef, bin ich Zweiter, hatte auch hier heute, dreimal richtig gelegen, boah, Platz zwei, ich vermisse die Tiki-Taka-Tippgruppe, dort ist ein bisschen mehr, Wettbewerb ein bisschen mehr, Herausforderung, wo ich irgendwie 15. da bin, aber von 100 Leuten, das ist auch noch okay, und hier eben von, von 32 Zweiter Seiten, ist nicht so schlecht, passt schon, ein Gulasso, war nichts Besonderes, das war, naja, da seid ihr euch aber, nicht ganz so, ich hab dann noch Enzo Fernandes gesehen, das war nicht schlimm, warum bist du nicht im Vollbild, weil die Kamera 4.3 macht, und, ja, es ist ja jetzt quasi Vollbild, also nur das 16 zu 9, das geht nicht, aber, es wird gleich eh anders, dann kommt die Zoom-Ansicht, ich hab hier auch da viel vorbereitet, also, es wird, es gebe theoretisch hier noch mal eine Bildschirmansicht, die kennt ihr ja teilweise schon, da hinten läuft schon der Zoom, das ist mein Browser, hier läuft ein bisschen Musik im Hintergrund, hat mir auch der David, der Eufy, ist sein Name auf YouTube empfohlen, ich hoffe, das nervt keinen, und ist nicht zu laut bisher, es gibt eine Szene für Playstation Streaming, das hab ich auch schon ein bisschen getestet, über Remote Control, also, dass wir da später ein bisschen zocken können, gerne auch gegeneinander, FIFA, außer, ihr wollt lieber Singleplayer sehen, wenn ich Stray oder God of War spiele, was auch immer, deswegen ist das noch schwarz, es gibt die Discord-Szene, da kann ich dann den Browser hier auch anzeigen, und dann eben auch dort im Discord quatschen mit euch, oder dann später auch mit die Tiki-Taka-Runde, Real Total, die Grada-Fans-Runde wird im Discord sein, mit Kamera, Bild natürlich im Idealfall, und hier die Zoom-Szene, da geht's dann gleich los, wenn Ralf kommt, ich muss das nur ein bisschen im Auge behalten, weil Ralf, wenn er zutritt, zutritt, dann tut's weh schon mal, aber wenn er eintreten sollte, dann muss ich den noch freigeben, warum eigentlich YouTube und nicht Twitch? Ja, Piki, die Frage berechtigt, weil mir Twitch zu anfällig war, also ich hab das, wir haben jetzt die letzten 6, 12 Monate viel getestet, bei Real Total eben, und ich wurde nie richtig zufrieden mit Twitch, weil es doch so oft abgebrochen ist, also das heißt nicht, dass YouTube perfekt ist, aber der große Unterschied, meiner Meinung nach, zwischen YouTube und Twitch ist, wenn's mal hapert, wenn's mal kurze Verbindungsprobleme gibt, und so weiter, dann bricht Twitch sofort ab, und man muss komplett neu starten, YouTube läuft irgendwie noch weiter, und bleibt im gleichen Stream, im gleichen Video, ich muss nicht komplett neu anfangen, und hab dann irgendwie 2 Videos, deswegen war für mich früh klar, es bei YouTube zu machen, ich dachte aber auch, ich könnte bei YouTube schon diese super Chats, und bla, dass man dort Spenden machen kann, aber irgendwie geht das doch wiederum, um erst, also ich bin bei der Monetarisierung drin, deswegen habt ihr eine Werbeanzeige, beim Reinkommen gesehen, aber, ja, Twitch wäre ich jetzt mit meinem privaten Profil, ich wollte es eben auch privat machen, weil ich auch, ja, es war nicht so die große Bereitschaft da, hier groß Investitionen zu tätigen, in Kamera und Mikro und bla, deswegen wollte ich es lieber alleine machen, dachte aber auch, bei YouTube hätte ich schon diese Stufe erreicht, um irgendwie super Chats zu kriegen, aber gut, deswegen gäbe es noch die Option, Paypal in der Description ist da der Link, Musik ist top, ja, wunderbar, David, das freut mich, ähm, nächsten Sommer 200 Angebot für MBP, er ist halt einfach zu gut und nichts für, ja, Hassan, das ewige Thema, wir wissen alle, wie gut er ist, es ist nichts Überraschendes, was bisher geschehen ist, was noch passieren wird, heute wieder zwei Tore, ich habe sie nicht gesehen, aber es ist ganz normal, er ist der geilste Kicker des Planeten, rein vom Sportlichen, alles andere ist was anderes und ich sage auch, nein, so einer darf nicht mehr für Real Madrid spielen, er hatte dreimal die Chance und dann, wie gesagt, die Art und Weise, im letzten Moment noch abzusagen, kurz vor Champions League Finale, nachdem alles schon klar war, er schon das Wort gegeben hatte, Mbappé, alles war vorbereitet im Klub und so weiter, das ist jetzt wieder das ewige Thema, das ist nur die Kurzzusammenfassung, darf das eigentlich nicht passieren, Real Madrid steht für was Größeres, mittlerweile für eine Einheit, wo viel Demokratie herrscht, wo es keine besonderen Mega-Egos mehr gibt, wie damals vielleicht nur mit Ramos und Christian, die für die maximalen Erfolge standen, aber nichts ist unmöglich im Fußball, bei Florentino Perez ist nichts unmöglich, trotzdem, der soll ruhig da bleiben und erkennen, was für einen Fehler gemacht hat, wenn er dann irgendwann mal auf Knien angekrochen kommt und wirklich nur seine 10.000 Netto im Monat will und sagt, okay, steinigt mich, er hört erst auf, mich zu steinigen oder auszubuhnen, wenn ich 100 Tore erzielt habe und wenn das nicht in den ersten 2 Jahren passiert ist, dann könnt ihr mich weiter ausbuhnen, also da muss schon sehr, 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 sehr viel passieren, dass ich damit warm werden würde, aber über dem Sportlichen, wenn wir rein auf Sportliche schauen, ist er der geilste Kicker des Planeten, das wird auch so bleiben, Arland dahinter, Vinicius ist auch nicht so weit weg, naja, Al-Kalerifi würde lieber sein linkes Ei opfern, anstatt zu Real zu verkaufen, ja, ganz, ganz bestimmt, also ganz bestimmt, ja, er kommt, macht den Doppelpacken, jeder vergisst alles, ja, so schnell das auch nicht, Hassan ganz realistisch gesagt, so schnell geht es dann auch nicht, aber, ja, im Fußball ist alles, ist nichts unmöglich und ja, jetzt gucke ich mal parallel, nicht, dass mir irgendwie Ralf geschrieben hat, ob irgendwie Probleme gibt, das sind ja noch 3, 4 Minuten, dann wird er sich einloggen, ne, ist das, es scheint alles gut zu sein, keine Nachricht, ja, WM in Katar, 4G8-Final raus und im Sommer kommt er dann, hm, mal schauen, mal schauen, wir brauchen in der Valencia bei Real als Backup für Karim, oh, äh, wenn es im A-Backup ist natürlich auch nochmal ein ganz großes Thema, das kriegen wir jetzt niemals mit rein, oder was wir sonst so an coolen neuen Namen, ähm, bei der WM hätten, ein Kackpro war mir vorher noch nicht so der große Begriff, der ist ziemlich geil, und ja, Valencia natürlich auch, aber kann vielleicht auch nur der WM-Bonus sein, oder der WM-Effekt, also da Kalmer-Kalmer, aber, ja, es gibt, Bellingham ist auch trotzdem immer noch ganz gut, und er schreibt schon, Martich, im Sommer Schuh holen und Feder auf rechts außen aufbauen, damit Schuh, Armenien und Kamavinga ein neues Mittelfeld im Stehen lassen, jo, ne, mal schauen, Gasser Krieger, was ist mit Nils Kern, ah, ah, kein Lippo, du hast mich gesehen, du warst live dabei auf dem Spielfeld, ja, meine Schaufel, meine Lupfer-Technik, die hat auch ein Mbappé nicht, von dem her, Florentino, da ist noch nichts verloren, bei mir mit jetzt 33 Jahren oder bald 34, ich würde die Schaufel nochmal auspacken, äh, wenn du mich bittest, Florentino, naja, als Benzema-Backup würde ich mir dann trotzdem nicht zutrauen, ich war eher der Pepe mit einer feinen, feinen Lupfer-Technik, abgeguckt von Raoul damals, aber naja, das war es auch nur, vielleicht sind auch einfach meine, meine Füße krumm wie bei Aladin, naja, wann kommt der Interferd denn jetzt, ah, Dreton, wird das jetzt 24 Stunden hier so ein Running Gag oder was, bitte nicht, ähm, ja, meldet, mir, Meeting-ID, fehlerhaft, oh, okay, dann, mom, dann schicke ich dem Ralf nochmal eine neue, äh, logge mich parallel noch im Twitter ein, dann kann der Ralf hier rein, äh, Teilnehmer 1, Einladungslink kopieren, dann kommt jetzt die Nachricht, da sind die Nachrichten, da ist der Ralf, Copy-Paste, so, und dann haben wir gleich unseren ersten Gast, äh, ich mach die Kamera ein bisschen höher hier auf Zoom, ähm, dann geht's hier gleich los mit eben Ralf Gunisch, Bellingham oder Musiala, uh, schwierig, aber Bellingham eher, aber wie gesagt, auch Musiala ist sensationell, ich glaube aber, Bellingham ist realistischer, weil er eben nicht mal in Bayern spielt, und, ähm, ja, Bellingham, welcher Alex Gunung ist, ja, Alex Röker kommt um 12, ähm, der ist dann dabei, ich muss jetzt nur nebenbei gucken, dass das bei Ralf alles klappt, dann sind wir hier auch, ähm, Oh ja, oh, ich glaube, da kommt jemand, da kommt jemand, da ist jemand, warte, ich schalte direkt mal um auf Zoom, jetzt seht ihr auch Ralf Gunisch, meine Damen und Herren, Mohoin, Mohoin, ja, das sagst du so einfach, ich müsste dich ja eigentlich mittlerweile mit, äh, Konnichiwa ansprechen, du kommst ja frisch aus Japan, hast wahrscheinlich noch ein Mega-Jetlag, und jetzt irgendwie bist du schon hier bei mir beim Livestream, ist, äh, also, ja, ganz so frisch nicht, bin jetzt zwei Tage wieder in Deutschland, ähm, und mit dem Jetlag zurück ging's tatsächlich, echt? Hinten war, Hinten war deutlich schwieriger, ja, und, ähm, irgendwie nur vier, fünf Stunden die Nacht geschlafen, jeweils in Japan, aber, der Körper war so durcheinander, das hat schon irgendwie funktioniert. Das hat schon irgendwie funktioniert. Ja, aber trotzdem, großes Grasias, dass du trotzdem dann hier dabei bist, bis jetzt auch frisch erst bei deiner Familie zurück, nicht selbstverständlich, und, äh, du hast dich ja auch noch, ähm, selbst gemeldet, also, bei mir irgendeinen Tweet gesehen, von wegen, ich mach ja so ein komisches Marathon-Ding, live, online, und dann hast du dich ja selbst gemeldet, wenn du mir ein paar Minuten abnehmen kannst, bist du gerne dabei, also, sehr coole Sache, vielen, vielen Dank dafür auch. Ja, es ist auch ein kleines bisschen ein, wie soll ich sagen, ähm, ich nutze ja immer, muss ich gestehen, äh, deine Tweets, deine Texte, eure Texte, eure Homepage, euer Forum, ähm, im Blick auf Vorbereitung Real Madrid-Spiele. Es ist nun mal so, dass es im deutschsprachigen Raum tatsächlich, ja, für mich irgendwie so die, die erste Anlaufstelle, wenn es um, um Real Madrid geht, zusätzlich zu meinen, Kontakten, die ich halt noch in Spanien habe, aber ansonsten jetzt, rein in, in Deutschland, äh, bist du das oder seid ihr das, insofern, äh, kann man da ja auch mal was zurückgeben. Das ist ein großes Lob, vielen, vielen Dank. Glaubt, da bist du bestimmt auch nicht der Einzige, der ab und zu mal bei der, der ja total vorbeischaut bei der Sonne. Das ist ja ganz normal, dafür sind wir ja da, nicht nur für Fans, sondern auch für dann Experten und Kommentatoren und so weiter, äh, die Anlaufstelle für Real Madrid im deutschsprachigen Raum. Ja, schön, ähm, für diejenigen, die wenigen, wenigen, die ihn noch nicht kennen, jetzt nochmal die Vorstellung. Ich habe jetzt Ralf auch noch ein bisschen lauter gedreht, mittlerweile dürfte er jetzt da auch, dürfte es da auch tontechnisch passen. wir haben hier Ralf Gunisch, er ist ja nicht nur The Zone-Expert, er warst auch früher bei den Rocket Beans, glaube ich, erinnere mich noch, ehemaliger Fußballprofi, gespielt in Aachen, Ingolstadt, St. Pauli große Zeit gehabt, aufgestiegen auch mit Ingolstadt, glaube ich, ähm, dann mittlerweile aber, bist du jetzt auch, und das war für mich dann auch noch neu, ähm, Übergangstrainer bei Eintracht Frankfurt, also du bist nicht bei der ersten Mannschaft, aber auch nicht, klar, bei einer Jugendmannschaft dabei. Was genau machst du dann? Äh, ja, letztendlich hänge ich, hänge ich irgendwo dazwischen, also Übergangstrainer, also wir haben halt irgendeinen Namen gebraucht. Letztendlich verantworte ich so diesen Bereich, also das ist, nee, ich fange anders an, das ist korrekt, ich habe keine Mannschaftsverantwortung, sondern ich verantworte im Prinzip diesen Bereich, den Altersbereich, wo wir potenziell drüber nachdenken können, Jungs so langsam ranzuführen an den Profibereich, sprich, es geht so mit 15, 16 Jahren los, ähm, bis hoch 19, 20, 21, inklusive U21, ähm, eine sehr, sehr enge Bindung, äh, zum Profibereich, zum Profitrainerteam, und, äh, es ist eine Mischung aus Manager und Trainer, sprich, ich begleite die Spieler auf dem Platz, ich begleite die Spieler neben dem Platz, und wenn ich sage, die Spieler, geht es um die Spieler, bei denen wir, ähm, eben das, das Potenzial sehen, dass sie vielleicht für den Profibereich, ähm, naja, dass sie sich dahingehend entwickeln können, es ist ja so, dass diese Lücke zwischen Jugend- und Erwachsenenfußball sehr, sehr groß ist, vor allem auch Richtung Profifußball, und, ähm, ein Mannschaftstrainer, U19, U17, U21, naja, der hat halt 20, 22, 25 Jungs, um die er sich kümmern muss, und bei den, nennen wir es mal, Top-Talenten, komme ich dann ins Spiel, ähm, wie zusätzliche individuelle Videoanalyse, ähm, Einzeltraining, ähm, auch ein bisschen aus meiner, aus meiner eigenen Erfahrung versuchen, weiterzugeben, nicht so, Opa erzählt vom Krieg, aber schon so ein bisschen, pass auf, darauf kommt es an, das wird dich erwartet, oder das, ja, einfach sie auf das vorbereiten, was, was sie erwartet, denn letztendlich, ähm, Profifußball ist dann doch so ein bisschen ganz eiskaltes Wasser mit vielen Haifischen. Hm, was du ja auch selbst, äh, erlebt hast, erfahren hast, jahrelang als Profi, äh, du nennst das Ganze ja auch Mentorenprogramm, und hast gesagt, du arbeitest sowohl auf dem Platz mit den Spielern, dann auch Video, ist da auch viel dann noch Mentales dabei, über den öffentlichen Druck, wie man mit Medien umgeht, Social Media, Berater, was da so Trainingsmäßig? Ja, also, also auf der Ebene, also da gibt es zwei Ebenen, zum einen haben wir einen Mentaltrainer, beziehungsweise in unserem Fall eine Mentaltrainerin, die, die, die mit den Jungs da arbeitet, aber, die arbeitet halt mit dem kompletten NLZ, so, und da kommen wir dann wieder, dazu, die Jungs bekommen wirklich eine sehr, sehr individuelle Betreuung, das heißt, heißt, ja, es wird auch, oder es ist auch schon gewesen, dass ich, dass ich versuche, sie auch das, auf das vorzubereiten, da hatten wir jetzt zum Beispiel in Japan, eine super Geschichte, ich meine, die Jungs sind, wir waren mit neun, Entschuldigung, mit neun Nachwuchsspielern, waren, waren bei den Profis mit dabei in Japan, und das Maximum, was sie bis jetzt erlebt haben, waren so 1500 Zuschauer in der Youth League, so, und auf einmal laufen sie dann in Tokio, in ein Stadion ein, bei dem 2002 das Halbfinale Brasilien gegen, weiß ich nicht, wen gespielt wurde, habe ich tatsächlich vergessen, müsstest du jetzt nachschauen, parallel, war es nicht Südkorea? Südkorea, einer von denen, das war es glaube ich, auf jeden Fall, genau, und dann waren es halt 25.000 Zuschauer, und das war für die halt einfach nicht zu greifen, dass da jetzt auf einmal 25.000 Zuschauer sind, und man muss sagen, die japanischen Zuschauer, die haben das, also das ganze Spiel, oder die ganze Veranstaltung, war sehr, sehr ernst, und folglich war das nicht einfach nur, ich meine, diese klassischen Freundschaftsspiele gibt es eh nicht mehr, aber die aktive Fanszene in Japan war vor Ort, also die Kurve, der Block war, ja, ich würde sagen, so halb, drei Viertel gefüllt, und das sind schon erstmal Sachen, weil wir hatten zum Teil Jungs, die sind noch 15, 16, also die musst du auch kurz mal so, pass auf, spiel einfach Fußball, mach dir keinen Kopf, spiel einfach nur Fußball, und genieß es, genau, genieß es einfach, genieß es einfach, also es war ja auch keine feindselige Stimmung, ganz im Gegenteil, also das war, war ein super herzlicher Empfang, aber trotzdem spielst du erstmal vor 25.000 Zuschauern, so, und alle träumen davon, bei uns im Waldstadion halt vor 55.000, 60.000 aufzulaufen, aber glaub mir, wenn du erstmal da unten stehst, ja, das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ist was anderes, das glaube ich, ja, die Videos habe ich auf Twitter gesehen, das war schon beeindruckend, für nur ein Jugend- und Freundschaftsspiel, starke Sache, schön, dass da dann auch, dass es da so weit gehen kann, die Erfahrung, ich finde auch, die Juve League ist ein ganz guter Wettbewerb, für dann eben junge Spieler, um sich da auch mal international zu messen, nämlich freut es immer dann irgendwie, die von Real Madrid dabei zu sehen, aber es geht ja auch, ist ja bei jedem Verein so, dass sich da, glaube ich, Jugendspieler sehr freuen, wenn sie auch mal mit anderen Vereinen in Berührung bekommen, nicht nur national spielen. Du hast eine ziemlich bunte, beeindruckende Karriere hinter dir, eben nicht nur auf dem Platz, sondern auch noch Experte hier und mittlerweile jetzt Übergangstrainer. Wenn wir so ein bisschen auf deine Spielerkarriere zurückblicken, um vielleicht ein paar Anekdoten aus dir rauszukitzeln, was waren denn so die beeindruckendsten Stadien, wo du gespielt hast oder wo du dich jetzt immer noch gerne zurückerinnerst? Klar, du hast dann Pauli gespielt in Aachen, bestimmt auch noch mit Willi Landgraf, das ist schon legendär, aber wo erinnerst du dich? Ja, es gibt ganz verschiedenste Ebenen. Wenn du jetzt sagst, Willi Landgraf, vielleicht deine Zuschauer und Zuschauerinnen, vielleicht werden sie ihn kennen. Ein paar schon, den Rekordspieler der 2. Liga. Genau. Sollte immer noch Rekordnationalspieler, Rekordspieler der 2. Liga sein. Es war ja, wenn wir von damals sprechen, Nils, dann sprechen wir ja von 2001, bin ich hochgekommen zu den Profis mit 17 Jahren. Also jetzt vor über 20 Jahren. Und damals war es halt noch so, als junger Spieler war halt, komm nicht auf die Idee, sich nicht auf die Massagebank zu legen. Also es war wirklich erste Profi-Vorbereitung. Ich war noch A-Juglicher. Und es war anstrengend. Und das meine ich eben, diese Anforderungen zwischen Jugend- und Erwachsenenfußball. Das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Und irgendwann kam der Physiotherapeut nach zwei, drei Wochen zu mir und sagte, Ralf, mach mal heute ein bisschen langsamer. Wenn alle weg sind, legst du dich mal auf die Massagebank, knete ich dich mal durch. Also total nett. Und naja, ich halt schön langsam gemacht, langsam geduscht und dann so ein bisschen ein Müdungsbecken und so. Das hatten wir tatsächlich damals auch schon. Und dann lag ich auf der Massagebank und dann geht die Tür auf einmal auf. Und dann kommt Willi Landgraf rein, weil er hatte irgendwas in der Kabine vergessen. Und dann sieht er mich nur auf der Bank liegen und schreit mich an, sag mal, ey, du bist noch keine 18, du hast mich auf der Massagebank zu lieben, runter mit dir. Dann sagt der Physi so, nee, nee, Willi, das ist schon okay. Ich habe ihn gebeten. Nein, mit 18 liegt man nicht auf der Massagebank. Ich musste wirklich runter. Ich habe runtergeschmissen. Ja, nein, also, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann war er dann wieder weg und dann habe ich mich wieder ausgezogen und habe mich wieder auf die Bank gelegt. Aber, das war halt so. Ja, Stadien, ja, ich habe ja leider niemals, ich habe ja leider nicht international spielen dürfen. meine fußballischen Skills haben halt nur für erste, zweite Liga Deutschland gereicht. Insofern, ja, insofern die Klassiker in Deutschland halt, klar, Millantor natürlich, das gute alte Millantor. Was haben wir noch? Der Tivoli, da muss ich schon sagen, also für alle, die mal da waren, so klassische alte Fußballstadien, das war schon ganz cool. Und ansonsten, das war die großen Arenen in Deutschland. Klar, allen voran natürlich, natürlich der BVB, wo ich leider, leider ein Tor erzielt habe für den BVB im Trikot des FC St. Pauli. Aber, aber es ist schon, wenn du, wenn du vor der Süd spielst, das ist schon, ja, das spürst du schon. Später, du hast es ja angesprochen, mit The Zone, aber auch privat, war ich dann viel in internationalen Stadien unterwegs und, wie soll ich sagen, Nils, jetzt nicht nur, weil ich, genau, nicht nur, weil es dein Verein ist, aber, das ist schon, diese Kathedrale, das ist schon das ganz Besondere. Also, da muss ich sagen, ich habe meine ersten beiden, du bist einfach wunderschön. Ja, das ist Bernadio natürlich. Auch, 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 nein, also, nee, das, ich muss sagen, ich war 2014 im Oktober beim Klassiko und 2015 beim Klassiko und, ich kannte es natürlich nur von Bildern, nur von Videos aus dem Fernsehen, aber wenn, wenn, wenn so kurz vorm Spiel, ja, ja, wenn, wenn so kurz vorm Spiel noch diese, ja, jeder Realfan wird jetzt beschimpfen, aber dieses Opernmäßige, wie auch immer das heißt, das ist so ein bisschen, ja, das ist schon, sorgt schon für Gänsehaut. Das war schon, war schon mega interessant, ich war danach noch mal, boah, gegen Bayern als Ulreich, glaube ich, im Torstand, was war das, Halbfinale oder so, genau, Viertelfinale. 16, 17, oder 17, 18. Und im selben, ja, im selben Jahr und das war bis jetzt meine intensivste Erfahrung, also jetzt neben, ähm, Toni Kroos das eine oder andere Mal getroffen, ähm, aber das intensivste, ich war bei beiden Halbfinalspielen Real gegen Atletico. Hm. Und sowohl beim Hin- wie auch beim Rückspiel. CR7, Hedgewick und dann im Calderon. Genau. Das Hinspiel, das Hinspiel, das war auch, muss ich auch erzählen, ich hatte, ähm, ich war mit Marco Hagemann da und ich hatte die Tickets über Toni bekommen und hatte gar nicht geguckt, was das für, 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 für Tickets sind, sondern, ja, okay, pass auf, ich hinterlege die, ihr holt sie ab, okay, also, wie, wie es halt so läuft, Normal. und auf dem Weg dahin sage ich zu Marco, ey, wir sind in einem spanischen, ähm, äh, in einem spanischen Stadion, ich muss mir Sonnenblumenkerne holen. Oh nein, die Pipas, oh nein. Ja, genau, ich mag, ich mag Sonnenblumenkerne. und dann hol ich mir Sonnenblumenkerne und dann holen wir die Tickets ab, das war in so einem Schalter und, ähm, auch da wieder einfach nur, okay, welcher Eingang, gut, gehst du hin? Auf einmal stehe ich vor so einem, vor so einem großen Glaskasten, ist so, Marco, wir müssen anscheinend hier rein. Mhm. Und dann guckt der Typ mich an und sagt, ja, also jetzt so, bei Englisch, ja, aber die bleiben draußen. Die Pipas? Das waren halt, ja, genau, das waren die Spieler, Whip-Tickets, die haben irgendwie, die haben, also jetzt nach dem Umbau ist das sicherlich anders, aber damals hatten die hier diese Glaskästen in der, in der Ecke, in der Ecke drin. Wo die Familien drin waren. Genau, genau das, genau das. Ja. So, und, ähm, das wusste ich aber vorher nicht. Ja gut, die durfte ich nicht mit reinnehmen. Gut, es gab da halt anderen Kram zu maschen und, ähm, warte mal, wer war das? Ich glaube, Bale saß auf einmal neben mir, weil, wie du sagst, Familien-Ding. Oh. Was ist Bale? Was ist Bale? Könnte da gefehlt haben, ja. Irgendeiner saß auf einmal neben mir und dann, aber da muss ich dann auch wieder sagen, so hinter, hinterm Glaskasten Fußball gucken ist halt auch nichts für mit, Ja, irgendwie. Aber gut, und, ich weiß, ähm, auch, auch wenn ihr das vielleicht nicht gerne hört, aber das Calderon habe ich schon sehr gemocht. Mhm. Ähm, und beim Rückspiel dann, ich habe lange oder selten so eine Stimmung, weil ich war halt, es war halt das letzte internationale Spiel in diesem Stadion, ne? Es hat geregnet, ich war auch da. Fünf Minuten Verschluss hat es, ne? Fünf Minuten Verschluss hat es geschüttet wie Sau, das war, und das Spiel war interessant, sind wir mal ehrlich, Nils, wenn, Atlético geht früh in Führung, wenn da, wenn Semar sich nicht auf außen durchsetzt, da, dann, aber gut, da war, es war halt diese Maschine Real Madrid, das war zu dem Zeitpunkt der, der völlige Wahnsinn. Ähm, was habe ich noch beeindruckt, darf ich erzählen, dass ich auch bei Barcelona was Tolles erlebt habe? Darfst du, bist ja hier auch als Experte, von dem her gehört das dazu. Ich war bei, ähm, ich war gegen PSG im Finale, im, im Stadion. 1 zu 7, oder 1 zu 6? 1 zu 6, 1 zu 6, 1 zu 6, ja, ich war, ich war am Tag vorher, ich habe ja gesagt, ähm, privat gerne rumgereist, und war am Tag vorher, war ich bei Arsenal gegen Bayern, so Bowling 5-1 oder 5-0 oder so, also dieses klassische Arsenal kommt weiter, spiele im Viertelfinale gegen Bayern und fliegt raus. Das war ja mal eine Zeit lang ziemlich en vogue. Jedes Jahr. Genau, und, und habe so überlegt, okay, was machst du morgen? Und habe, habe mir den Spielplan angeguckt und habe gedacht, hm, wenn es einer packt, dann Barcelona. So, und dann, okay, wo kriegst du Tickets her? So überlegt, wen kennst du? Hm, warte mal ganz kurz, Kevin Trapp im Tor bei PSG, Kevin Trapp hat bei Frankfurt gespielt, dort hat Bastian Utschipka gespielt, und mit Bastian Utschipka habe ich zusammen gespielt. So läuft das also. Ich so kurz, ich sag du, sag mal Basti, meinst du, da geht noch was? Ne, auch da wieder, äh, kurzfristig, von Kevin dann das Ticket bekommen, im PSG-Blog im Übrigen, ähm, und man mag es kaum glauben, also oben im Gäste-Blog? Oben im Gäste-Blog. der ist grässlich. Ja, schön, mit Scheibe und wenn es regnet und so. Genau, genau, ja, ja, aber man mag es kaum glauben, auch dieses Stadion kann explodieren. Und an dem Tag, an dem Abend ist es, an dem Abend ist es explodiert. Und ansonsten, du, einfach diese, diese Klassiker, ähm, es war in Liverpool, zwei, drei geile Spiele gesehen, als Liverpool gegen City, das war halt Rollercoaster pur, da wird dir auf der Gebühne schlecht, weil es einfach viel zu schnell geht. Echt? Ähm, ja, das ist, es ist, es ist brutal. Und, ähm, klar, Glasgow, das ist halt irgendwie so, Fußball-Technisch ist das schon. Ich war nur bei Celtic, also, ich war Celtic und ich war im Hemdenpark bei der Nationalmannschaft. Oh, okay. Schottland-Deutschland. Ist noch, ist ja nochmal ein ganz eigenes Publikum, also weder die einen noch die anderen, aber ein sehr, sehr interessantes, ähm, Publikum, ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, ja, ein sehr interessantes Erlebnis, weil halt, in der Halbzeit wird nicht gewonnen, worgen fürs Autohaus um die Ecke, sondern da wird halt gesungen. Okay, auch nicht. Ja. Das ist eine Ansage. Toni Kroos war ja auch, Entschuldige. Toni Kroos sagte ja auch, von wegen, das, was er im Celtic-Park erlebt hat, hat er noch nie irgendwo erlebt, also das war, ist wahrscheinlich seine Nummer eins an Stimmung und Umhau, Umhau-Atmosphäre. Toni hat ja auch das eine oder andere Stadion gesehen. In der Tat, in der Tat. Ja. Ja, okay, man merkt, du bist auch ein fleißiger Ground-Topper dann offensichtlich. Das kenne ich. Ja, ich habe ja tatsächlich, du besitzt ja sicherlich auch die App, die mittlerweile Footballogy heißt. Ich habe sogar lange Diskussionen gehabt mit dem einen oder anderen, ob ich meine Spieler als Spieler nachtragen darf. Was sagst du denn? Schon, schon, Also, das gehört dazu. Egal, ob du auf der Bank warst, ob du gespielt hast, würde ich auch so machen, weil es ist, es ist ein Stück deiner Geschichte und du siehst dann, vor 20 Jahren, heute vor 20 Jahren warst du hier, du warst schon 20 Mal im Westfalenstein, ist doch egal, ob du da unten oder als Fotograf, als Mediziner, ich ja auch als Reporter, also, auf jeden Fall, habe ich gar keine Zweifel. gut. Gut. Aber es ist viel Arbeit, das alles nachzutragen. Ja, das stimmt, vor allem Anfang 2000er, da musste ich in die Tiefen irgendwelcher Fanseiten von Alemannia Aachen und sowas, aber, ja. Aber es ist, haben wir glücklicherweise alles hingekriegt. Ja, irgendwie eine coole Sache, dann kriegt man immer die Benachricht, die Erinnerung, so, schöne Erinnerung, einfach, eine meiner Lieblings-Apps irgendwie. Hast du denn auch Lust, ein bisschen über das Thema Weltmeisterschaft zu reden? Vielleicht, jetzt ist es schwer natürlich Nein zu sagen, ich kann dir sagen, was das Problem daran ist. Und ohne jetzt zu sehr auszuarten, auf irgendwelche Boykott-Diskussionen, aber ich habe tatsächlich, bis auf ein einziges Spiel, was ich beruflich mir angeschaut habe, weil ich Marco Hagemann als Kommentator, als Assistent unterstützt habe, habe ich noch nichts gesehen. Chapeau schon mal. Nein, ich bin jetzt nicht der Typ, der da groß bei Twitter losrennt und hier ich boykottiere und sonst irgendwas. Es hat wirklich ganz, das heißt banale Gründe. Die Gründe sind uns allen bekannt, denke ich. Es ist bei mir wirklich in den letzten Tagen und Wochen, ich habe natürlich überlegt, und das WM, sind wir mal ehrlich, das sind eigentlich Feiertage. Und ich bin halt auch stinksauer. Ich bin sauer, dass sie, ich formuliere es ganz bewusst jetzt mal, dass es geschafft wurde, dass es mir egal ist, diese vier Wochen. Was für ein Jahrgang bist du? 89. 89, okay. Sechs Jahre jünger, also kommt das ungefähr hin. Ich kenne halt noch die Zeit, Papa bringt zwei Wochen vor der WM so die Faltpläne mit, die Spielpläne, die man so auseinanderfalten kann oder holst du aus irgendwelchen Zeitschriften raus und füllst das aus und rechnet selbst die Tabellen aus. Wochenlang. Genau, genau. Und diese kindliche Vorfreude auf, keine Ahnung, Togo gegen Fidschi-Inseln oder sowas und was einfach alles als Feiertag eingesehen wird, wurde. Jetzt ist es bei dieser WM aber tatsächlich, für mich persönlich, nochmal, das ist nicht allgemeingültig, das ist keine Vorgabe an den Rest dieses Planeten, ist es so, dass ich komplett die Lust und den Spaß auf diese WM, nee, nicht verloren, sondern gar nicht entwickelt habe. Und deswegen ist das auch so, wo ich sage, gibt, also, ich meine, ich habe tagsüber sowieso noch genug zu tun, jetzt bei der Eintracht, ich gucke den ganzen Tag Fußball und habe jetzt zum Beispiel irgendwann die Tage, ich weiß gar nicht, was lief und ich habe parallel New England Revolution gegen Philadelphia Union geguckt, weil wir ja einen neuen Spieler aus Philadelphia verpflichtet haben mit Paxton Aronson, kann ich mir schon mal, weil er auch 19 Jahre alt ist und so ein bisschen auch ich mit ihm arbeiten werde, ja, habe ich mir den halt angeschaut, um schon mal einen ersten Einblick oder einen Eindruck von ihm zu bekommen und ja, ich gucke dann halt über Twitter, werde ich dann so, okay, wer hat denn jetzt wie gespielt? Habe mitbekommen, dass die Argentinier heute Probleme hatten, aber dann irgendwie nach hinten raus noch, nach hinten raus gewonnen haben, aber dieses Feuer, dieses, ich richte meinen Tag und meine Wochenplanung darauf aus, wann die Samoa-Inseln gegen Kap Verden spielen, ist halt... Das gibt es erst bei der nächsten WM, wenn es 48 Teilnehmer geben wird, statt wie bisher zwei und drei. Ja? Ja, also, nee, das ist, wir können gerne, wie schon gesagt, ich habe in einem Spiel, habe ich Marco Hagemann unterstützt, das war Schweiz gegen Iran, nee, Schweiz gegen, ähm, bin ich auch schon wieder vergessen, äh, gegen Kamerun, Schweiz gegen Kamerun, ähm, aber ansonsten, ich werde dir jetzt nicht viel erzählen, also von mir bekommst du in dem Fall jetzt keine hilfreiche Expertise, äh, wie es, wie es weitergeht, ja. Mir reicht das ja auch schon, ich rede ja auch gerne über das, dieses schwierige Thema, aber speziell eben in der Sportbranche, glaube ich, ist der prozentuale Anteil eher gering an, äh, in der Sportbranche Arbeitenden, die darauf verzichten können, weil irgendwo, du als Experte müsstest ja vielleicht auch dann den Eindruck haben, wie dann Jules Kondé, äh, gespielt hat mal, wenn du beim nächsten Barca-Spiel als Experte tätig bist, oder zumindest um da eine Anekdote mit reinwerfen zu können, aber ist vielleicht doch eher für Kommentatoren, als dann für die Experten selbst. So, wie, wie schon gesagt, ich will da auch niemandem irgendeine Vorschrift machen, weil ich natürlich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen, ähm, 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 wie soll ich sagen, damit, ihre Brötchen verdienen, damit ihr Geld verdienen, damit, ähm, so, aber, äh, deswegen, ich möchte es überhaupt niemandem, wie soll ich sagen, ich will es ihm niemandem aufzwingen, sondern bei mir war es einfach wirklich so, die letzten Tage und Wochen, dass ich überhaupt kein, kein, kein Spaß und Vorfreude entwickeln konnte, und es halt auch so ist, dass ich tagsüber wirklich mehr als genug zu tun habe. So, du weißt auch, wie das ist, also, zu meiner Familie ist in Hamburg, ich arbeite, lebe in Frankfurt, und, ähm, wenn ich dann mal hier in Hamburg bin, wie dieses Wochenende, ja, ich bin dir ein paar Monate voraus, was den Nachwuchs angeht, ähm, insofern, aber weißt du ja auch, was, was dann alles so los ist. Ja, 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 meiner, Louis krabbelt jetzt immer mehr und wird immer launischer und merkt auch, er kann auch mal meckern, aber es ist immer noch eine schöne Zeit, ja. Ja, dann warte mal ab, wie hat einer meiner besten Freunde so schön gesagt, in dem Moment, in dem sie anfangen zu laufen, versuchen sie jeden Tag sich umzubringen. Ja. Okay. Ich wünsche dir, ich wünsche dir viel Spaß, ähm, die Kleine hält uns auf Krab, aber, aber, sind wir mal ehrlich, es ist, es ist das Schönste, was es gibt. Es ist eine sehr schöne Zeit, ja. Ja. Nächstes auch, er lacht, es ist wunderbar. Ähm, ja, nochmal kurz zu dem Thema zurück, man kennt dich als Mann der klaren Kante, da war für mich auch, ähm, also das ist ja, du bist ja prädestiniert, für den Club gespielt zu haben, wie St. Pauli, passt da ja auch, hast da auch ganz gut hingepasst und speziell bei mir ist in Erinnerung geblieben, das letzte Derby Madrileño, das hattest du ja mit David Ploch, glaube ich, begleitet und hab dir ja auch klare Kante gezeigt, von wegen, das, was man dort im Metropolitano gesehen hat, geht nicht, äh, verpisst euch aus diesem Sport, ihr habt hier nichts zu suchen und so weiter, dass das teilweise aussah wie beim Klug-Klux-Clan, wie da, ähm, gegen Vinicius und Co. äh, gefeindet wurde, also, da, ähm, Chapeau, dass du da immer ein Typ bist, mit Haltung, mit einer, mit einem klaren Standpunkt und das, glaube ich, und so weiter, die da eben auch sagen, ähm, klare Kante, sehr gut. Ja, vielen Dank, nur kurz zu der Geschichte, das, ähm, ich hatte das, diese, diese Tanzgeschichte dann natürlich im, im Laufe der Vorbereitung so ein bisschen mitbekommen und, äh, ich fand das halt völlig so, Leute, jetzt mal ehrlich, also, worüber, worüber regen wir uns auf, nur die Aus-, also, worüber regen wir uns auf, wenn da einer tanzt, so, wenn man sich ein bisschen mit der brasilianischen Kultur und Fußballgeschichte und Fußballkultur und Verknüpfung von Kultur und Fußball in Brasilien auseinandersetzt, kriegt man relativ schnell, raus, warum, A, warum, B, warum die Jungs koordinativ so gut sind, aber das geht jetzt sehr in die Trainingsphilosophie, in die, ähm, und, und das hat dann aber, äh, wirklich hatte dann, ähm, oder anders, so ein Stadtderby, dass, dass du nicht unbedingt mit Rosen empfangen wirst, ja, kenne ich selber, hier in Hamburg, wüsste auch nicht, mit der rote Tabi auch nicht ausgerollt, wenn der, wenn der gegnerische Mannschaftsbrust ankommt, ähm, aber das sollte halt so gewisse sportliche Ebenen einfach nicht verlassen und dann waren wir ja sehr schnell auf einer Ebene, die halt, die einfach mal gar nichts, weder im Fußball noch in der Gesellschaft irgendwie zu suchen hat und, ähm, ich finde schon, dass man dann auch ein Stück weit in der Pflicht ist, das anzusprechen und da entsprechend, ähm, das zu kommentieren und, äh, ja, so habe ich das bis jetzt immer gehandhabt und werde das sicherlich auch weiterhin tun. Moebien, weiter so. Wie ist denn bei dir so, ähm, sehen die nächsten Monate aus, bist du, wie oft bist du noch bei DAZN oder wie ist jetzt 90% Eintracht Frankfurt? Nimmt natürlich einen großen Teil ein. Ja, ich würde eher sagen 95% bis, oder eher 98% Eintracht, also das ist halt ein ganz normaler Vollzeitjob. Ich habe meine, meine ganz normale, es ist halt so, dass ich mit DAZN die Abmachung habe oder anders mit, mit der Eintracht habe ich die Abmachung, wenn es zeitlich möglich ist und es halt meinen Job bei der Eintracht nicht beeinträchtigt, habe ich die Möglichkeit, weiterhin bei DAZN was zu machen, mit den Einschränkungen, klar, keine Bundesliga, weil, wenn ich jetzt Dortmund gegen Köln kommentiere, dann kannst du sicher sein, am nächsten Morgen rufen mich, rufen mich Edin und Steffen an und sagen, sag mal, Junge, was quatscht denn du da, was soll das? Insofern natürlich keine Bundesliga, nichts, nichts, was die Eintracht in irgendeiner Form betrifft und, ja, ich hatte in dieser Saison, ich glaube einmal Barca, zweimal Real, bis jetzt, habe ein Champions League Spiel gemacht, Salzburg gegen Chelsea oder andersrum Chelsea gegen Salzburg, das Hinspiel und jetzt vor kurzem nochmal englischer Liga Pokal, United gegen Villa und es kann gut sein, dass ich zum Beispiel, die Spanier spielen ja zwischen Weihnachten und Silvester nochmal einen Spiel, da kann das sein. Es ist am 21. Dezember das Pokal und dann 29.30. 31. Liga wieder. Genau so, dass ich da nochmal, weil wir eben mit der Eintracht bis zum 3. Januar eben nichts haben, kann es halt gut sein, dass ich da nochmal ein Spiel mache zwischen Weihnachten und Silvester. Und ansonsten haben wir jetzt erstmal noch, wir haben noch ein bisschen was mit der Eintracht. Also die Profis spielen jetzt noch bis zum 9. Echt? Ja, ja, also Training, jetzt kein Pflichtspiel. Ja, aber auch jetzt noch. Weil in Deutschland geht es doch dann am 20. Januar erst weiter, oder? Du kannst jetzt aber auch nicht irgendwie 5 Wochen Pause machen, das funktioniert nicht. Deswegen wird jetzt die Woche normal trainiert, die Profis spielen am 2. gegen Sandhausen und am 9. bei Atalanta Bergamo. Die U21 hat noch 3 Spiele, die U19 hat noch 1 und die U17 noch 3. Also es geht so bis Mitte Dezember geht es weiter. Dann ist mal so 2,5, 3 Wochen Urlaub oder frei. Und dann geht es am 3. Januar geht es dann quasi los. Profi-Vorbereitung am 3. U19, U21 starte glaube ich am 6., am 7., sowas. Dann bist du als Übergangstrainer ja echt überall dabei, musst du dir jedes Spiel anschauen. Ja, ja, es ist tatsächlich, also ich kann mir natürlich nicht jedes Spiel anschauen, aber ich versuche schon ein, zwei Spiele am Wochenende mitzunehmen und alles andere hole ich mir dann quasi über Video, was dann so, damit ich immer weiß, wie die Jungs so performt haben am Wochenende, was wir trainieren werden, was wir uns anschauen werden. Ja, das ist, auch da wird selten langweilig. Okay, stark, stark, das ist beeindruckend. Ja, dann hätte ich eigentlich abschließend nur noch eine, außer vielleicht die Zuschauer haben noch die eine oder andere Frage. Ich hätte auf jeden Fall noch eine Frage für mögliche zukünftige Fußballprofis, die auch noch diesen Traum haben, die vielleicht hier zufällig gerade zuschauen. Tipps, was würdest du auf jeden Fall mitgeben, was jetzt vielleicht nicht unbedingt sportlich ist, aber was muss ein Fußballprofi mittlerweile deiner Meinung nach haben, mitbringen, was kannst du an Tipps geben? Ach, wie viele Kalendersprüche soll ich jetzt raushauen? Ich dachte, es gibt die eine Weisheit, dass es vielleicht bei mir auch noch was wird, aber gut. Ja, 89er Jahrgang, ich befürchte nicht. Wenn wir ganz hart arbeiten, nein. Also diesen einen Weg, diesen einen Tipp gibt es nicht. Es ist letztendlich, wie so häufig im Leben, das ist so ein Mix aus Talent, Glück, Können, Arbeit. Wobei dieser Punkt mit der Arbeit finde ich oder glaube ich den größten Anteil hat. Bedeutet, nimm es ganz banal. Ich versuche das den Jungs immer anschaulich, oder ich versuche es ihnen zu erklären. Pass auf, wie viele Leute sind bei uns im Kader? 22. Ich sage mal 22 oder 25. Dann gibt es einen Jahrgang unter uns, dann gibt es einen Jahrgang über uns, in unserem Fall. Dann gibt es eine Liga, dann gibt es Deutschland, dann gibt es Europa. Das heißt, pro Jahrgang haben es keine Ahnung, wie viele Hunderttausend Jungs haben diesen Traum. Und wenn du jetzt nur das tust, was alle anderen tun, mit welcher Berechtigung wird es ausgerechnet dich erwischen? Gibt es keine. Genau, es gibt keine. Es sei denn, du bist ein von Gott gesegnetes Talent, aber gerade diese Jungs sind wiederum die, die halt einfach am meisten arbeiten, am meisten tun. Heutzutage haben die Jungs, und ich beneide sie wirklich nicht. Die haben ein Pensum. Ich bin froh, dass es das zu meiner Zeit nicht gab. Mit Schule bis 14, 15, 16 Uhr. Dann haben sie vielleicht eine halbe Stunde, Stunde Zeit, was zu essen. Und dann geht es schon wieder zum Training. Und dann Abendessen und dann ins Bett, weil am nächsten Morgen ist wieder Schule. Und Privatleben oder sowas wie Leben gibt es halt nicht mehr. Also du musst halt wirklich schon sehr, sehr früh komplett dein Leben danach ausrichten. Und selbst dann, aha, selbst dann sind wir mal ehrlich. Das war der Trikotwechselwecker. Ja, sind wir mal ehrlich, wie viele, also die Quote liegt irgendwo bei 0,1 Prozent. Also es ist unfassbar viel Aufwand, Arbeit, Verzicht und, und, und für möglicherweise nur für so einen ganz kleinen Teil der Jungs, die es schaffen. Und am Ende steht und fällt alles mit der, ja, ein Stück weit Disziplin. Und mit Disziplin meine ich nicht nur pünktlich zum Training zu kommen, sondern Disziplin bedeutet auch, es gibt einen Unterschied zwischen Motivation und Disziplin. Wenn ich motiviert bin, boah, geil, jetzt gehe ich los. Disziplin bedeutet aber auch zu trainieren, wenn du keinen Bock hast. Disziplin ist das zu tun, worauf du keinen Bock hast, so zu tun, als würdest du es lieben. Aber anders geht es nicht. Und wenn du dieses Mindset, dann wird das nicht funktionieren. Und wenn du halt mit 19 damit anfängst, ist es wahrscheinlich auch schon zu spät. Wahrscheinlich, ja. Sondern du brauchst sehr, sehr früh ein Commitment mit deinem Ziel, mit dir selber. Okay, jetzt wird es sehr motivational speech oder so, aber darauf ist egal, du hast gefragt. Letztendlich hilft dir die Fokussierung auf das Ziel nichts, sondern du musst den Weg dahin lieben. Und das ist halt manchmal ungemütlich, gerade jetzt auch in diesen Jahreszeiten. Aber es ist, ja, anders wird es nicht funktionieren. Also von alleine wird es nicht gehen. Und ich habe jetzt gerade im Chat gelesen, und das nur abschließend, warum ist die Erfolgsquote so gering? Lohnt sich der ganze Aufwand dann überhaupt? Das ist mir von Stani hängen geblieben, dieser Satz. Das war die Saisonvorbereitung zur Aufstiegsaison. Holger, Stannis-Laski genau, als er zu uns gesagt hat, weil er hat uns auf eine ziemlich harte Vorbereitung eingeschworen, und sie war auch hart. Gut, am Ende gekrönt mit dem Aufstieg, als er sagte, Leute, ich kann euch nicht versprechen, dass es leicht wird, aber ich kann euch versprechen, dass es sich lohnt. Und das ist etwas, was uns im Prinzip durch viele Scheißphasen aufgetragen hat. Und darum geht es auch, wenn du diesen großen Traum hast. Du musst halt einfach bereit sein, wirklich mehr aufzugeben als alle anderen, mehr zu tun als alle anderen. Du musst bereit sein, ja, vieles auch zu tun, wo sich die Leute manchmal fragen, okay, warum machst du das? Und nach hinten raus werden sie fragen, okay, wie hast du das gemacht? Und das ist, das ist sehr, sehr viel, das ist sehr, sehr groß, aber es ist halt, ja, es wollen zu viele. Und es ist, deswegen ist das, ja. Es gibt 200 Profivereine für im Jahrgang 100.000 Talente, und das in jedem Jahrgang, deswegen ist halt auch wenig Platz in der Spitze, um Profifußballer zu werden. Eben. Und du siehst es ja nur abschließend, ich meine, wir haben auch letztes Jahr einen aus Spanien geholt, es waren ja letztes Jahr sogar zwei Jungs, einer von Real auch bei uns. Ja. Also das ist halt, nicht nur, okay, was ist hier, sondern das Scouting-Netzwerk ist halt überall, und das ist halt, ja, du hast es selbst in der Hand, aber das ist nichts, also du bekommst da wirklich nichts geschenkt. Und das ist ja, das ist ja dann wiederum meine Aufgabe, sie da zu begleiten, und natürlich weiß ich um alles, was sie, was sie aufgeben, ich weiß um alles, was sie, was sie für ein, für anstrengende Tage haben, aber wenn ich darauf Rücksicht nehme, helfe ich ihnen nicht. Sondern ich muss trotzdem das Maximum fordern. Okay. Schön gesagt. Dann zum Abschluss kommt hier noch, war da eine Frage von Butz noch, deine beste Mannschaft aller Zeiten, ich glaube, das so ein bisschen drauf bezogen, war das Kreuz-Barcelona, Ferguson's United, Zidane's Real, oder? Ah, okay. Schätze ich mal. Boah, es gibt, ja, Stanislavski's Ingenstand. Genau, Stanislavski's St. Pauli. Spanien 8 bis 12, oh, also halbwegs in der Neuzeit. Ja. Spanien 8 bis 12, Real, Triple, Champions League, ich sag dir auch gleich, warum. Ja, puh, ja, die United-Zeit, Ferguson, war halt schon auch ziemlich groß. Es gibt, also, die Spanier 8 bis 12 ist natürlich, klar, das Bermuda-Dreiecke Mittelfeld. Wenn du dich als Gegenspieler dort verloren hast, dann warst du, ja, dann warst du lost. Du hast, ich glaube, das war das letzte Mal, dass die Spanier auch einen echten Neuner hatten, der regelmäßig getroffen hat. Ja. Wie schon gesagt, der regelmäßig getroffen hat. Und diese Rolle wird so ein bisschen unterschätzt eben durch die, durch das magische Dreieck, durch das Bermuda-Dreiecke im Mittelfeld. Aber was wir ja damals, das war schon, war schon sensationell. Dann hast du die entsprechenden Abwehrspieler gehabt. Real fand ich als Truppe, also als wirklich als Gruppe einfach unglaublich. Dieser Mix aus diese unglaubliche Erfahrung, diese Spielintelligenz auf allerhöchstem Level und damit meine ich vor allem das Mittelfeld. Und da sind wir wieder, wenn du ein starkes Mittelfeld hast, dann erhöhst du sehr die Wahrscheinlichkeit für Erfolg. Klar, dann hast du mit CR7 den Besessenen gehabt. Du hast hinten drin mit Ramos ein bisschen das, was du bei Puyol 8 bis 12 in beiden den Spaniern hattest. Du hast den Mix im Mittelfeld gehabt zwischen Menschenfresser und Fußballspieler. Du hast die Balljäger, du hast die Zweikämpfer gehabt, du hast die Ballverteiler gehabt und du hast an der Seitenlinie einen Trainer gehabt, der die Jungs entsprechend gar nicht mal trainiert, sondern moderiert hat. Und das hast du in allen großen Mannschaften in den letzten Jahren hast du immer wieder genau diese Zusammensetzung, diesen Mix. Das sind definitiv zwei Mannschaften, die musst du einfach, wenn du die letzten 15, 20 Jahre nimmst, musst du sie definitiv nennen. Sehr schön. Genau, dieses 1 zu 8. Ich weiß nicht, welches Spiel das war, mit wem. Es war mit St. Pauli in der Rückrunde und ich habe in der Rückrunde jedes Spiel gespielt, außer das. Daran lag es also. Da hätte ich auch nicht viel retten können, glaube ich, aber in der Zeit war ich, also wirklich in der Rückrunde jedes Spiel gespielt und vor dem Bayern-Spiel kam Trainer zu mir und sagte, du Ralf, ich lasse dich heute mal draußen. Du bist schon bis zu wichtig für das nächste Spiel. Dann schone ich dich jetzt auch für Frau und Kind. Eine Frage beantworte ich noch. Ist er auch der Meinung, dass Spieler mit weniger Talent durch Unterstützer zur richtigen Zeit teilweise höher spielen als Mentalität schlägt Talent? hat man bei Real gegen City gesehen letztes Jahr. Also nicht, dass Real kein Talent hat, versteht mich nicht falsch. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es war die Mentalität, sehr gut. Ja, das Meeting läuft ja eh in der Minute ab, also nochmal vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst, hat mich sehr gefreut, war ein sehr schöner Auftakt in meinen 24-Stunden-Marathon. Du darfst natürlich gerne noch weiter zuschauen bis morgen um 22.30 Uhr. Und dann freuen wir uns, dich bald wieder mal bei The Zone zu hören, wenn auch ein bisschen seltener. Und wir verfolgen jetzt alle die Eintracht ein bisschen mehr, welche Talente da demnächst von dir pein geschliffen hochkommen. Das freut mich doch. Dir noch viel Spaß. Ich kenne sowas von 24-Stunden-Gaming-Streams. Das ist anstrengend. Wird auch noch ein bisschen gezockt zwischendurch. Aber ja, mal schauen, mal schauen. Das wird anstrengend, ja. Ralf, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bald wieder hoffentlich. Gerne, gerne. Und dann, bis bald. Mach's ja, Neils. Bis dann. Alle Madrid. Gut. Dann kicke ich den Ralf raus. Und, liebe Leute, dann sind wir wieder unter uns. Ich mache hier wieder das Bild ein bisschen. Die nächsten Gäste scharren auch schon. Oh, ich muss ja mal wieder. Hier bin ich. Ah, ein bisschen runter. Das war Ralf Gunisch. Nochmal vielen, vielen Dank an Ralf, falls ihr noch zuschaut. Stimmt. Wer kann jetzt schon schlafen? Hat Spaß gemacht. Und schön auch, dass dann viele Fragen hier kamen. Und einer hatte vorhin, wer war das? Ich dachte, es geht nicht. Aber es geht scheinbar doch. Also, an den SP. Wer ist das SP? Singleplayer. Vielen, vielen Dank für die Spende. Ich dachte, das geht nicht. Weil ich hatte vorhin heute Nachmittag unsere Generalprobe. Da war eben dieses Dollarzeichen nicht. Und jetzt geht's ihm doch. Nehme ich auch. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Das ist eine sehr schöne Sache. Aber auch nochmal großes Danke, Grazias, an Ralf Gunisch. Hatte ich jetzt persönlich auch noch nicht kennenlernen können dürfen. Wusste ich gar nicht, ob ich ihn vielleicht sogar siezen soll. Aber ihr seht ja, Ralf ist ein lockerer, cooler Typ. Und das ist ja auch bei The Zone, glaube ich, immer der Fall, wenn er mal zu Gast ist. Sehe dich bei God of War. Wie, Piki, du gehst schon. Mal gucken, was wir dann genau zocken. Ich habe ja auch FIFA endlich mir mal zugelegt, das erste Mal seit Jahren. Und ich mache dann auch die Musik mal wieder an. FIFA mal wieder zugelegt seit Jahren. Jetzt muss ich die Musik wieder leiser machen. Hier auch mal eine Einstellung für mich. Wie wir mir zugelegt, wir können aber, wie gesagt, auch God of War anfangen. Habe ich noch nicht angefangen. Ist immer noch quasi nur installiert. Stray könnte ich einen, wie sagt man, Tempolauf. Da gibt es so eine Trophäe für, wenn man es in zwei oder drei Stunden macht. Mal schauen, mal schauen. Interessierst du dich eigentlich für Formel 1? Oh, Jairo, ich war früher großer Fan. Hab das auch geliebt. Wenn ein Suzuka-Rennen war, morgens um sechs, mein Papa weckt mich um kurz vor sechs. Ich gehe mit meiner Decke rüber, freue mich, mit Papa Formel 1 zu gucken. Ja, und dann weckt er mich herzend, die letzte Runde war oder so. Ich war großer Formel 1-Fan. Michael Schumacher-Zeiten natürlich gar keine Frage. Aber es ist schon auch sehr verblasst die letzten Jahre, weil ich mich mehr und mehr auf Fußball natürlich fokussiert habe. und ja, jetzt sage ich, die Formel 1 ist irgendwann auch zu übervermarktet und immer mehr fremde Rennen statt, früher gab es Hockenheim-Ring und Nürburgring und irgendwann gab es die nicht mehr. Ja, der Fußball ist auch übervermarktet und eine Blase, aber irgendwie habe ich den, habe ich den, ja, habe ich die Formel 1 verloren. Deswegen, weiß auch nicht. Naja, Hickey immer im Start, egal was Nils Kerr macht. Ja, Michael, der ist ja der Hauptschuldige, weswegen wir überhaupt hier heute quatschen und reden. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Ende Januar, als ich bei einem anderen 24 Stunden Livestream war von Manu Thiele, hatte Piki mich danach gefragt, Nils, wenn Real die Champions League gewinnt, machst du auch eine 24er? Habe ich eingeschlagen. Ja, das war es wert für eben La Decimo Quarta. Alles gut, würde ich glaube ich wieder machen für La Decimo Quarta, aber ob ich es ein zweites Mal mache, weiß ich noch nicht. Ich komme darauf an, wie die weiteren, wie die weiteren, oh, eine Stunde und zehn Minuten haben wir schon rum, wie die weiteren 22 Stunden und 50 Minuten verlaufen. Aber ich denke, es wird weiter lustig, ein sehr schöner Auftakt mit Ralf Gunnisch. Jetzt um 0 Uhr, also in 20 Minuten, kommen meine Kumpels Fipsi, Max und Alex Trojka und dann machen wir, sitzen wir in einem Wohnzimmer und machen ein bisschen Labern und Quiz machen wir. Jeder hat sich fünf Multiple-Choice-Fragen vorbereitet, da könnt ihr dann auch mitmachen. Und ja, vielleicht zocken wir dann auch da schon mal ein bisschen FIFA, aber das habe ich noch nicht getestet. Lokal das ganze Stream, vielleicht klappt es mal gucken. Tim Kamavinga, der dich beim Tippspiel von Platz 20 ausjagt. Oh, ja, es ist eng. Ich habe eben meine WM-Tippspielgruppe angedeutet, die ist ein bisschen lockerer, einfacher, der Tiki-Taka-Tippspiel bringt einen ins Schwitzen. Nils, hattest du bei deinem Tweet über das neue Equipment auch die Amazon-Links reingepackt, das neue Mikro klingt top, ist in meiner Video-Description. Bin ja Profi hier, da ist Link zu dem Mikro auch dabei. Vielleicht hast du noch Black Friday Glück. Also ich habe es mir, glaube ich, für 90 Euro geschossen. Es kann aber auch, glaube ich, mal normal für 180 Euro verkauft werden. Es gibt so eine bunte Variante, es gibt auch eine nicht leuchtende Variante, aber die hat zumindest USB-C und das ist ganz wichtig, dass das Kabel hinten USB-C ist und nicht das andere alte USB-C. Naja, also Links sind in der Description, genauso auch Spendemöglichkeiten Piki immer am Start. Ja, wir haben jetzt noch eine Runde Q&A, bevor ich so in 10 Minuten ein bisschen umbaue und dann rübergehe ins Wohnzimmer. Denkst du, dass Benzema noch ein Spiel spielt diese Sauhulig? Ja, natürlich wird er noch mindestens ein Spiel machen. Es ist, es wirkt sehr verhext. Ja, natürlich. Es ist jetzt auch das, was bei der, vor der WM passiert ist, bei der Nationalmannschaft, ist es auch eine andere Verletzung als das, was er vorher hatte. Also vorher war es nur, an Schlotti und Co. haben ja immer gesagt, es ist nur ein schlechtes Gefühl. Die Ärzte, die Mediziner haben nichts feststellen können an Verletzungen oder dass irgendwo vielleicht eine Muskelfaser anders aussieht. Das heißt nicht, dass er hätte spielen, also er hätte spielen können bestimmt, aber er hatte kein schlecht, kein gutes Gefühl, fährt zur Nationalmannschaft und dann zieht er sich eine andere Verletzung zu. Also er ist da irgendwo gerade ziemlich verhext und der Belastung geschuldet, des Alters geschuldet, ohnehin die letzten Jahre mit wenig Pausen. Er hat ja nicht mal Zeit, sich seinen kleinen Finger operieren zu lassen. Der steht ja hier so ab, hat der kleine Finger, deswegen wird er immer bandagiert und angeklebt, sonst steht er so ab. Sein Körper schreit danach, gib mir mal eine Pause. Du bist jetzt Weltfußballer, jetzt Weltmeister wird halt eben nichts, aber er wird noch spielen, aber wir müssen uns da weiter auf das Schlimmste vorbereiten. Das Schlimmste ist in dem Fall, dass er auch Anfang Januar noch nicht gleich wieder da ist. Also er hat jetzt auch ähnlich Urlaub und ist dann am 1. Dezember, trainiert die Mannschaft wieder. Vielleicht ist er da teilweise schon wieder dabei, aber vielleicht macht er die ersten Spiele des neuen Jahres auch noch nicht. Von dem her mal schauen. Ja, Piki schreibt, am Ende hat er recht. Natürlich, du als Profifußball kennst deinen Körper am besten, egal was der Arzt sagt oder so, wenn dein Körper dir sagt, Digga, heute nicht, morgen glaube ich auch nicht, vielleicht nächstes Jahr, wenn es gut läuft. Da muss er darauf hören. Also es ist ein ganz schwieriges Thema. Er hat sich irgendwo auch ein bisschen Kredit verdient. Er arbeitet, wie gesagt, die letzten Jahre sehr viel geschuftet, auf die OP verzichtet, wo er danach eben zwei Monate ausfallen würde. Deswegen hat er es immer durchgezogen und bandagiert. Er hat uns zum Champions-League-Titel getragen, auch damals die Meisterschaft schon 2020. Er und Ramos, die haben uns die Meisterschaft beschert. Von dem her ist das so irgendwo vertretbar. Andererseits, er ist der Kapitän. Aber auf der ganz anderen Seite, gegen Girona und Rayo musst du auch ohne den Benzema mehr als einen Punkt holen. Das war ja dieser nur eine Unentschieden, eine Niederlage. Das geht auch nicht. Das kann man auch nicht an Benzema festmachen. Von dem her bleibt das ein schwieriges Thema. Wir alle sind, glaube ich, eher pro Benzema auf dessen Seite. Aber es bleibt immer ein bisschen Geschmäckte dabei. Egal. Hoffen wir mal einfach, dass er sich jetzt richtig erholen kann und dann, ja, zumindest Mitte Januar wieder voll angreifen kann. Mal schauen. Sein Körper wäre endlich ein Stürmer-Backup. Ja, wir haben noch Rodrigo und Mariano und Hazard. Ich schenke mir noch mal einen. Ja, da kommt schon das CR7-Thema. Cristiano wäre ja frei und bestimmt nicht abgeneigt. Nein, Cristiano wäre bestimmt nicht abgeneigt. Ich sage, es ist ähnlich wie bei Mbappé. Unmöglich ist nichts. Es müssen schon ganz, 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 ganz bestimmte Konditionen, Bedingungen sein. Rein sportlich gäbe es keinen besseren Backup. Ich fordere ja immer so einen wie ein Cavani, Aguero, Falcao, Cristiano. Sprich, einen alten Hautegen, der genau weiß, wo das Tor steht. Der wird in der 80. Minute beim 0-0 eingewechselt. Macht hier die Kloppe danach wieder Bank, ohne dass er eingeschnappt ist. Wenn du jetzt einen Flau, wieder einen Jovic oder so hättest, die wollen doch spielen, die wollen starten. Dann sind sie wieder angefressen und haben können so einen Kaltstart vielleicht nicht. Rein sportlich, Cristiano, keiner hat einen besseren Riecher im Strafraum. Keiner kann besser lauern. Keiner ist, ja, das ist eben Cristiano. Natürlich ist er nicht mehr der Trippler, nicht mehr der Sprintstärkste, nicht mehr groß Defensivmitarbeit, wenn er das je gewesen ist. Nur einfach nur 80. Minute. Bleib einfach vorne. Es kommen drei Flanken, zwei kommen auf dich und eine wirst du machen. So, da rein sportlich wäre er eigentlich ideal, aber er ist mittlerweile ein bisschen Gift für die Kabine, hat auch bei Manchester United viel geteilt. Man sieht auch mittlerweile bei Portugal, dass ein Bruno, das kann Celo gar nicht so viel Bock auf ihn haben. Es funktioniert, aber jetzt gab es diesen Sieg, klar. er ist einfach auch zu ehrgeizig. Sprich, er will ja trotzdem immer noch spielen und kann nicht mit Bankplatz sich abfinden. Er will spielen, er ist so ehrgeizig, das hat ihn zu den ganzen Titeln und Rekorden geführt. Deswegen ist er so groß, weil er so der ehrgeizigste Spieler der Welt ist und war. Aber, ja, wie gesagt, nur unter ganz bestimmten Konditionen, das wäre eben, er muss, nun wird klar gesagt, hey, nur Bankplatz. Vielleicht ein von zehn Spielen machst du vielleicht von Beginn an. Vielleicht, wenn es gut läuft. Ansonsten immer nur Bank. Bist du damit einverstanden? Ja, okay. Unterschreib das hier, dass du nie meckern wirst, dass du nie einen schlechten Tweet, dass du nie zu früh in die Kabine gehen wirst. Minigal, du kannst dir, er will ja auch immer noch viel verdienen und das hat er sich irgendwo auch verdient, aber hat das wirklich nötig? Nein. Deswegen auch da, wie bei Mbappé hier, 10.000 Netto im Monat ist ein gutes Ding, du hast es sonst nicht nötig. Und auch wirklich in der Rangordnung, du bist nicht mehr die wichtigste Nummer bei uns. Du bist jetzt hinter Benzema und andere sind die Kapitäne, Wir haben jetzt mehr Demokratie bei Real Madrid. Modric, Kroos, Benzema, Alaba, auch letzte Saison, Marcelo von außen war auch sehr wichtig. Die bestimmen, wo es lang geht. Wir haben Demokratie. Früher war sehr viel, nicht Diktatur, aber haben schon auch Cristiano und Ramos eben sehr viel angesagt, wo es lang geht. Und da sich so unterordnen, ich glaube, das kann er einfach nicht und deswegen wäre es schwierig für die Kabine. Aktuell Real Madrid, so eine Einheit, so eine Familie hat man lange nicht mehr gehabt, weil man eben auch viele Egos hatte in der Mannschaft mit Ramos und Cristiano und wie gesagt, das hat zu vielen Titeln geführt. Wunderbar, würde ich nichts ändern an den letzten Jahren, aber er würde da jetzt in diese Einheit, in diese Familie, wo auch die Jungen immer mehr ausbegehren und wachsen, weil wäre das so wichtig und so weiter, wäre Cristiano, glaube ich, nicht optimal. Kann es ja sieben Joker? Nein. Also, will er Joker? Nein. Kann er es bestimmt, weil er diesen Torriecher hat und, aber da, sowas brauchen wir einfach, weil Benzema wird ja in der Regel trotzdem meistens spielen und dann wirst du in der 80. eingewechselt. Also, ganz schwieriges Thema, das kann er nicht. So oft wie Benzema momentan verletzt ist, würde er wahrscheinlich vier von zehn Spielen starten. Ja, Hassan auch wieder war, aber trotzdem, dann kommt Benzema zurück im Februar. Ne, also, wie gesagt, zu ganz bestimmten Konditionen Mini-Gehalt und wirklich, er sagt, ich bin hier nur als Backup und Reservist und ich versuche zu helfen und wenn ich von Beginn an ist cool, wenn Bank ist, ist das auch okay, wenn er da so ein Statement macht, gut, aber ansonsten wäre das zu viel Druck, zu viel Theater. Ich glaube, damit würde man sich keinen gefallen. Wen würdest du denn als Benzema Backup holen, Hassan? Agüero? Ne, Cavani ist durch, Falcao kriegt man auch, glaube ich, nicht weg oder bringt er jetzt vielleicht auch nicht mehr so, es ist schwierig, ich weiß es nicht, einen Jungen nicht, es muss ein alter Erfahrener her, kann man einen Checo im Winter holen, keine Ahnung, ob es irgendwie bei der WM jetzt sich jetzt da noch in Valencia wirklich hervortut. Ich bin da komplett überfragt, also Mittelstürmer Backup, ganz schwierig, weil einfach Benzema nicht nur immer spielt, das ganze System ist ja auf ihn aufgelegt, mit diesem Fallen lassen, prallen lassen nach außen, einfach auch die Abwehr dadurch durcheinander bringen, hinten mit aufbauen, das ist ja Real Madrid, ist Benzema und die Flanken kommen ja dann nur und diese verzweifelten Fernschüsse und Flanken in der Schlussphase, wenn es wirklich heißt, wir brauchen jetzt vorne einen, dann wird auch mal ein Mariano eingewechselt. Könntest du mal die Lage um die Ultra zu erklären? Oh, eben, das können wir bestimmt später noch mal machen, ich baue jetzt gleich mal um, vorhin kam auch eine Frage zwecks Uli Hebel, warum er immer sehr gut fragt, das kannst du später ihn auch selbst noch mal fragen, der wird, oder später, um 13 Uhr wird er kommen. Ich baue jetzt langsam mal um, muss hier dann auch das Mikro abmontieren, auch das kann man machen, dann kann ich, kann man sich das so schick hinstellen, Giroud, ja, wo ist der Milan, ne? Ähm, ja, ich bin eigentlich kein riesen Giroud-Fan, wie kriege ich dich denn hier raus? Ähm, so, da ist die Nadel raus, hoffentlich nicht runtergefallen, ich bin eigentlich kein großer Giroud-Fan, aber an sich, so als Backup, why not, why not, jetzt stelle ich das Mikro hier rein, dann kommt das nämlich da mit ins Zimmer, ähm, dann kommt erst, hier die Nadel rein, das werde ich, glaube ich, ein paar Mal noch machen mit den nächsten 23, 22 Stunden und 40 Minuten, äh, Mococo, hehehe, wo ist mein Cuba Libre? Isidro, Calma, Calma, ich habe erstmal, fange ich langsam an, mit nur Cola, bisschen Koffein, ich glaube, jetzt sind gleich Max, Fizzi und Alex kommen um Mitternacht, können sich das Ende, zumindest einen, aber ich muss mit Taktik vorgehen, Calma, Calma, langsam, damit ich wirklich diese 22 Stunden und 40 Minuten noch durchhalte, gegen Ende wird es bestimmt noch den einen oder anderen geben, aber erstmal langsam anfangen. Das ist auch jetzt eine sehr sehne Story, weil real ist geschrieben, das Kapitel ist beendet, der Yamatrix hat sich weiterentwickelt, er hat irgendwie nicht. So, jetzt kommt der spannende Moment, jetzt werde ich das LAN-Kabel ziehen und die Tests vorhin, hat das, ist das flüssig übergelaufen, also nahtlos fast schon. Punkt 3, 2, 1, raus, nicht ab, aber es sieht gut aus, also zumindest hier bei OBS läuft es noch, das hat ja auch nicht viel mit Internet zu tun, hier nebenbei der YouTube, okay, jetzt habe ich die Kamera, das Mikro habe ich, ich nehme meine beiden Handys, zack, zack, und dann geht es gleich rüber, bis ich bin noch da, Gott sei Dank, Gurkart und Ferrari können nicht zusammen, oh, okay, habe ich rumgeholt, oh, der Andrea, Andy, meine Güte, hier ist ja, hier in Treppen, ab ins Brasas, der Vulcano, bin gespannt, was hier, was mit Kevin und Anker berichten von der 10-Jahres-Feier, und Kevin hat doch auch 6-Jähriges heute, was war da, die Sektion Benelux, Glückwunsch, Stahlen, aber da kommt eben später nochmal mehr zu, zu den Grada-Fan, zu den Sektionen, so, jetzt hebe ich dich mal an, hübsches Ding, Stromkabel muss ich dann noch, ja, mein Mikrokabel hängt hier noch am Tesastreifen fest, komm, okay, nehme ich das Stromkabel jetzt gleich, das habe ich auch noch, muss ich dann nicht nochmal zurückhüpfen, aber ich muss eigentlich auch noch andere Laptop holen, ihr merkt, das ist logistisch hier, höchst, höchst professionell, so, Stromkabel, Laptop, Mikro, alles am Start, ihr seid auch noch da, hier nicht drüberfallen, da hinten ist das schicke, sieht man das noch so, naja, mein schickes Regal, noch läuft es, alles gut, na Gott sei Dank, wann kommt Alex, ja, jetzt um Mitternacht rum, klingelt es dann, jetzt führe ich euch, ach, ich habe ja, wie gesagt, ich muss ja noch meinen Fanartikel wechseln, das mache ich noch schnell, eben ging ja der Wecker, der Wecker während, Reif's Interview, mal schnell nur das anziehen, 24 Stunden, 24 Fanartikel natürlich, jetzt kommt hier mal ein kleines Training, ich weiß schon gar nicht mehr, das müsste von 16, 17 glaube ich sein, aber gut, und hier das Trikot, wird dann der Abschluss sein, in 22 Stunden und 40 Minuten, naja, so, willkommen in meinem Flur, hier auch ein bisschen dekoriert, mit, naja, ist halt nur eine kleine Sache, und wir gehen jetzt ins Wohnzimmer, bin ja auch begeistert, dass hier auch scheinbar die Verbindung hält, jetzt stelle ich den Laptop, wie war das, den Laptop da vorne hin, das ist jetzt ein bisschen Umbauarbeit, Alex und seine Tweets, ja, boah, dieser muskulöse Rücken, ja, Serkan, ne, da werdet ihr neidisch hier, und das als Papa, Hut ab, der Kern, okay, jetzt stelle ich das Mikro hier so hin, ähm, Kabel ist noch dran, wie war das, die Kamera wird dann noch da vorne hingestellt, dann seht ihr noch mehr, äh, was haben wir noch, Nils, kriegen wir morgen im Laufe des Tages Kernkit-Content, ah, leider nein, leider nein, Louis ist heute ausgezogen, also die habe ich eben zu Stephanie's Eltern geschickt, damit ich hier nicht nur meine Ruhe habe, damit ich mich nicht um sie sorgen muss, weil Louis hat doch ab und zu mal, er wird auch launischer, ist trotzdem noch ein sehr liebes, friedliches Kerlchen, aber wird auch manchmal ein bisschen launischer, oder kommen die nächsten 6 Euro von Anselm mit, danke für deine Arbeit, danke an dich, ich bin gespannt, ob jetzt auch so eine Animation kommt, das habe ich nämlich eingestellt, komm, über, wie hieß die Seite, Tipi, mit 3 E, müsste dann auch so eine Animation kommen, vielleicht kam die aber auch schon, naja, naja, ich bin gespannt, wann die Kernschmelze eintritt, also wenn der wegknickt, na, da kommt die Animation, oh, oh, achso, da steht dann auf weiß, sehr cool, also vielen Dank für die Spende, jetzt stelle ich noch die, ähm, die Kamera da hinten hin, hier auf dem Fernseher läuft auch Musik, die kann ich auch wieder raus machen, Achtung, so, habe ich das hier aufgebaut, willkommen in unserem natürlich Wohnzimmer, jetzt mal schauen, ob das so gut ist, ui, da wird so angedeutet von dem, ähm, da muss ich nämlich hier auch, Alter, da läuft hier so ein Musik, 24 Stunden Stream, dass der so wild ist, ich muss noch, jetzt muss ich eh noch hier die Musik ausmachen, zack, die ist erstmal aus, hier läuft eine andere Musik, hier stürze ich, ja gut, das ist ein bisschen Strobopop, aber das stört ja auch keinen, äh, halt gleich wieder diese langhaarige Barstelle, Alex Drücker halt, so, ähm, so sympathisch wie Lost du grad bist, hey, was ist Lost, ich muss das ja nur hier alles nach und nach einstellen, jetzt ist auch Licht da, Mist, jetzt fehlt mir nur mein Getränk, aber gut, da kommt bestimmt gleich jemand und hilft mir, die Kamera müsste noch ein bisschen, den Stuhl sieht man nicht, den Stuhl sieht man sehr, wir sind jetzt gleich zu viert hier, mit eben, äh, Fipsi kommt, Max kommt, meine beiden Kumpus, und Alex Drücker natürlich, wir labern da ein bisschen und machen auch einen, 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 eine Quizrunde, wo jeder fünf Fragen vorbereitet hat, da dürft ihr auch gerne mitmachen, das sind so Multiple-Choice-Fragen, wo ihr dann auch A, B, C, D, ähm, schreiben könnt, bitte vollbediert, aber das geht doch nicht so einfach, also es ist ja eh ein 4 zu 3, und von dem her, da klingelt es an der Tür, da gehe ich mal, bin gleich wieder da, ja, bitte, 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 gleich kommen die Kollegen, ähm, ich wollte die Kamera noch ein bisschen nach, nach da machen, Moment, kriege ich hin, okay, oder, doch bestimmt jetzt schon sehr viel, jetzt sieht man die beiden Stühle, meine sieht mich hier, wunderbar, ich muss auch das Mikro, da kann man nämlich auch einstellen, dass entweder das Mikro geht nur auf mich, oder auf alle, wie war das damit, die zwei Ringe, der eine Zirkel, nur der eine Zirkel, was, ähm, ja, pass auf, dass niemand auf den Tisch klopft, da hört man, ach ja, und ich muss noch das Kabel anstecken, hier ist nämlich auch ein LAN-Kabel, dann ist hier jetzt auch das Kabel drin, gut, und die Sache läuft, okay, ich höre Fuß getrampelt draußen, ich hoffe, jetzt sehen sich alle die Schuhe aus, denn hier läuft ja normal ein Baby rum, und damit ist nicht Luis gemeint, Moment, da läuft sogar der Stream, dieser Tröger ist vorbereitet, die haben schon gelunzt, was hier gemacht wird, ach, der Teicher, der Bächter, der ist vorbereitet, die haben schon gelunzt, was hier gemacht wird, noch nicht, noch nicht, aber ich vertraue gleich, äh, dem Herrn Bächter, diese wichtige Arbeit an, also, würde die Leute vom Barca nicht reinlassen, nicht, dass die noch was mitnehmen, verkaufen wollen, ja, hier sind noch nur, ihr seht ja hier, ein paar Real Madrid-Pan-Sachen, wenn er den Ball haben will, kann er den gerne haben, aber ich glaube, ähm, da gibt es für den Barca nicht viel zu klauen hier, naja, kommt ruhig rein spaziert, oder geht auch erstmal, der Max sieht vorbei, also, wir haben jetzt eine kleine Laberrunde, mit, ihr kennt sie teilweise schon, Alex kennt ihr natürlich, ihr kennt auch Fipsi und Mixel schon, von eben zum Beispiel, dem Tiki-Taka-Video, sie haben ja das letztjährige, Tiki-Taka-Tippspiel gewonnen, Mixel war erster, Fipsi war dritter, das war kurios, aber haben sie sich irgendwie nicht verdient, da gab es ja ein Video zu, und hier und da bestimmt auch schon, aus anderen Videos, will die Leute, das hat man schon, naja, Kreis, ach Kreis, genau, da ist er, ja hab ich, ach siehste, bin ich doch, ich hoffe, das passt auch so jetzt, gut, ihr könnt es wahrscheinlich erst gleich richtig sehen, wenn, ähm, wenn sie da sind, Athletico, nein, das ist kein Athletico-Schal, das ist der Finalschal von 2016, hm, also, da gehört natürlich auch, dass er das Kalierer-Wappen drauf, aber auch das Sieger-Wappen, das war, nicht wundern, dass ich hier einen Athletico-Schal hab, keine Sorge, so, Hola, Hola todos, Vorsicht da auf jeden Fall, immer bei dem Kabel, Moin, Mixel, Grüße, Servus, äh, Moin, Fipsi, Fipsi, schön, dass ihr da seid, schön, dass wir da sein dürfen, ja, nö, nö, ich weiß noch nicht, wie wir das mit der Sitz reinführen, vielleicht der Alex auf den, ich irgendwo in die Mitte, und ihr könnt euch dann, hier irgendwie ausrufen, mal direkt ein Gruber Libre machen, aber scheinbar muss man das dir erst mal vorstellen, erst mal vorstellen, so, also nochmal Mixel, Moin, manche kennen ihn schon, Hola, äh, du kannst dann hier auf den Studio, Vorsicht da, ist die Barriere, kannst auch da drüber klettern, oder so, und da, Moin, die Kamera ist da, Servus, die Kamera ist da, genau, ach, da ist die, okay, er hat in den Laptop gegrüßt, ach, in den Laptop kann man grüßen, aber die Kamera ist da, Mixel, die steht vor dem Fernseher, was besorgt, es gibt was zu knabbern, ich bin ja einfach kein Medienmensch, es gibt was zu knabbern, wenn du möchtest, Mixel hat viel von mir gelernt, vom Cuba Libre Braun, äh, ich glaube, aber ich nur einen kleinen Schwachen, ich, ich helfe ihm, ja, ich helfe ihm, Alex hilft ihm, gut, 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 und, und, die ersten zwei Stunden, sind schon zwei Stunden rum, da ist ja schon fast alles, ist ja der, der Wock auf Schenkeln drüber, da hier vorne, ja, gut, hängen paar Trigos, das wird, er kann auch ruhig in mein, in mein Büro gehen, ähm, ja, zwei Stunden waren lustig, habt ihr gesehen mit Ralf Gunisch, oder habt ihr, ne, wir haben nur ab und zu reingeguckt, gut, aber, irgendwie, äh, noch macht es Spaß, aber ich, ich habe versucht vorhin zu schlafen, äh, ein Nickerchen zu machen, 90 Minuten, ich lag nur da, hatte die Augen zu, und die ganze Zeit überlegt, ach, was bin ich da noch, und dann muss ich den, und dann könnte ich noch den machen, auch cool, der wird auch dabei sein, und die hat auch schon geschrieben, äh, das hat gearbeitet, das arbeitet immer noch, und ich habe heute den ganzen Tag so viel vorbereitet, kommt Zeit für Louis gehabt, die sind irgendwann abgehauen, also, ja, das ist Fipsi, oder Philipp, wie auch immer du angesprochen werden willst, ach, ich habe ja auch hier mittlerweile eine Bauchbinde, aber wie war das, habe ich die hier, da ist die Tau, oder, Taufe Quiz, genau so, Quiz und mehr mit Fipsi, Max und Alex Tröger, genau, Moin Meister, schau mal, Whatsapp, oh, das ist wahrscheinlich dann das Handy hier, ist das deins, ähm, David hat geschrieben, pass auf, nicht zu nah ans Mikro, du kannst dich zurücklehnen, ansonsten Mikro ein bisschen leiser drehen, ah, okay, dann drehe ich es, stelle ich es erstmal in die Mitte, und mache es auch ein bisschen nur auf die dritte Stufe, dann sollte das jetzt vielleicht besser sein, jetzt steht es so mitten in dem Tisch, äh, wo wart ihr noch? Wanderer, Wanderer, ist da nicht so kalt? ähm, innen oder außen, also es ging, ja, erst außen war noch ein bisschen innen, okay, aber nur Flaschenbier wieder? ne, im Glas, ja, gut, alles gut, ich kenne immer nur Flaschenbier, dann, vor Feuertangbohle, ah, oh, schön, haben wir an dich denken müssen, natürlich, da hättet ihr noch einen mitbringen können, der jetzt mittlerweile schöne 0 Grad hätte, aber, und sehr voll oder nur voll? nur voll, nur voll, Nürnberg hat ja bestimmt die größte Feuertangbohle der Welt, sagen Sie doch immer, wie war das? weiß es zumindest, München ist auch noch eine? ja, bestimmt, unsere ist bestimmt größer, ja, Nürnberg ist ja große, Chris Kindels Marktstadt, das wisst ihr natürlich, gestern war die Eröffnung, da wart ihr auch schon in der Stadt, da aber sehr voll, ja, also da, bürst du durchgeschoben, macht keinen Spaß, das ist ja auch das erste Mal jetzt seit drei Jahren, seit 2019, ja, da war klar, dass da viel Andrang ist, aber da musste ich ein bisschen vorschlafen, noch viel vorbereiten, bla, ja, und dann hätte ich gerne noch einen mitgetrunken, aber gut, ja, so ist besser, wunderbar, Lukas sind Sie jetzt auch da, grüß dich Kollege, grüße aus dem LK Rot, was ist denn LK Rot? Landkreis, achso, ah, Mensch, ist ja gar nicht so weit weg hier, auch cool, von Patrick, die Franken unter uns, der Franken-Dialenkt ist das Beste, ja, da haben wir hier ein paar Kollegen, mal gucken, ob der Alex das auch noch drauf hat, ähm, ihr habt alle Fragen vorbereitet, habt ihr schon geschrieben, ja, es klang nur so nach, haben wir gemacht, nicht, dass ihr euch untereinander abgestimmt habt und die Fragen zusammen entwickelt habt, nein, jeder hat, jeder mit dabei, gut, gut, wird nicht, dass irgendwie nur ich der einzige Ahnungslose bin, es soll ja auch ein bisschen, es geht auch um was, dann später bei den Quizzen, also, ich will euch so viel verraten, das ist ein Megapreis, ähm, dass dann auch, dass ich dann werten werde, wer wie viele Fragen richtig beantwortet hat und klar, dass wir dann einen Sieger kühren können, äh, gibt es am Ende wieder eine kleine Siegerehrung, also, viele sind dabei, sehr cool, buenas noches, hat Todes, wenn ihr zwischendurch Fragen habt, ob jetzt dann Fipzi oder Mixel, Alex, die kommen jetzt auch noch, die sind immer noch am Cuba Libre braun, für mich nur einen kleinen bitte, mein Glas sehen sie bestimmt auch, das ist extra, äh, gebrandet, wie viele hast du denn von der WM gesehen bisher? mh, so einige Spiele so ein bisschen was, also, einige, einige, ähm, bei einigen reingeschaut, mh, aber, ähm, weniger als die Jahre davor, vielleicht, aber ich verfolge es, auch von Kippspielen und so weiter, äh, da ist natürlich schon mit dabei, äh, ja, also, ich schaue schon sehr viel, wie angekündigt, äh, weil es ist natürlich auch sportlich ein bisschen, ich bin ein WM-Süchtling, aber, ähm, offensichtlich dann auch deutlich weniger, weil es auch Winter ist wahrscheinlich, und irgendwie, nicht, irgendwie, irgendwie, irgendwie packt es dann einfach nicht so, es ist, ähm, ich boykottiere es jetzt nicht, aber irgendwie fehlt so ein bisschen, äh, das Gefühl, ja, und deswegen, wenn es läuft, dann läuft, dann schafft man es auch mal, oder dann folgt es über, über Ticker und so weiter, aber jetzt, so wie es bei den WM's davor war, äh, wo man gefühlt jedes Spiel, äh, geguckt hat und reingeschalten hat, so ist es leider auch nicht. Ja, in anderen WM's hatte man ja auch irgendwie noch vier, fünf Wochen Vorbereitung, Vorfreude, konnte man alles, die Teams besser studieren und bla, jetzt ist es irgendwie so, sofort geht's. Ja, und dann auf einmal ist es da, ja, die Filme ich hab, nee, bestimmt nicht, Sabi, zumindest werde ich versuchen, hier nüchtern rauszugehen, ihr seid ja so bis zwei Uhr gebucht, äh, teure Sache, auch da, danke für eure Spenden, ähm, habe fast alle Spiele gesehen, ja, Marco, ich schon auch, fast alle, heute keins, bei Argentinien die letzte halbe Stunde noch eingeschaltet, wer denkt ihr gewinnt die WM? Ja, Frankreich, Brasilien, oder? Brasilien, mhm. Die wollen's am meisten, glaube ich, die haben den Mix im Kader mit Erfahrung und Hunger und Talent, aber, ich dachte auch Argentinien, hatte ich auch schon mal, die ersten beiden Spiele waren natürlich, äh, enttäuschend, ne? Ich glaube, die sind, deren Abwehr ist halt auch zu alt und irgendwie zu, zu eingerostet, ja, der vorne hat halt mega Bock, der mit der 10, aber, ich glaube, da sind eher, ich hoffe auch, dass es vom Turnierbaum geht, Frankreich, Brasilien im Finale, wenn jetzt beide Erster werden, glaube ich, sollte das gehen, aber das muss ich auch nochmal genauer checken, oder schreibt gerne, wenn das eben nicht geht, wenn beide Erster werden, äh, liegt vielleicht auch an der Jahreszeit, ja, absolut, ähm, Winter ist ein komisches Gefühl, aber, bei mir ist dann auch ein bisschen mehr, jetzt bin ich noch mehr da und kann noch mehr den Fernseher nebenbei laufen lassen, ich arbeite ja auch von zu Hause aus, wobei bei euch läuft bestimmt auch im Büro ein bisschen, im Fernseher irgendwo, natürlich nicht, hehehe, oder irgendwo im Livestream, ja, äh, bin von Ecuador und Mexiko überrascht, echt, Mexiko überrascht, oh, von den Fans sehr überrascht, aber das ist ja das gleiche wie immer, dass die mega Stimmung und Atmosphäre machen, Ecuador, ja, dass die jetzt Katar besiegen, war jetzt, glaube ich, keine große Überraschung, aber, sonst die Überraschung, oh, da kommt der Cuba Libre Express, kling, 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 die Eiswürfel kling, ähm, ich nehme mal die beiden, der große ist eine, der große ist eine, nimmst du den, ich nehme, aber nicht, weil am meisten drin ist, sondern, äh, das ist der Hauptdaröfikola, weil man ihn mal die Eiswürfel, einfach, auseinanderhalten kann, das nächste Mal bleibt der Trüger in der Küche, äh, in der Küche liegt der Keimstück, das ist nicht wahr, labert mir, das ist nicht wahr, er macht auch noch alles falsch, das ist nicht wahr, zwei Eiswürfel pro Glas, habe ich, da kommt noch die Kammer, vier, vier, was eine Verschwendung, im Cuba Libre, müssen, müssen Limetten drin sein, und er, bei dem Trinktempo nicht, sagt man ja auch, er kennt sich aus, naja, Sie waren auch, mit der Limetten geschnitten hat, oh, man muss doch nur einmal durch die Mitte durch, ja, aber man kann das auch in Achtung schneiden, und falsch machen, ja, was du falsch machen kannst, ist falsch, das kennt er aus seinen Bars, oh, und der in den Kontrolle hat er auch mitgebracht, ja, vielleicht, wenn wir irgendwie zu Ende gelabert haben, zu Ende gequizzt haben, mal gucken, wie lange das dauert, ähm, können wir auch noch versuchen, eine Runde zur Gruppe, erst mal, danke, dass wir da sind, danke, dass ihr da seid, danke, mich beehrt, mit eurer Anwesenheit, eurem Knopfopf, ich habe jetzt leider nur, bisher mitbekommen, du warst überrascht, dass schon zwei Stunden rum sind, rum, wie geht's dir, aufgeregt ist er, ja, immer noch, ja, es ist so, ich habe immer noch viel im Kopf, ah, ich muss noch an das denken, eigentlich müsste ich noch mal einen anderen Laptop holen, den muss ich wirklich noch, äh, und das noch, und das noch, und dann später, hat jetzt, weil vorhin ging der Zoom-Link beim Ralf nicht, da muss ich dem Uli vielleicht noch einen anderen schicken, bla bla bla, bin um halb neun aufgestanden, heute Morgen, wohin 90 Minuten hingelegt, Augen zu, das war's, dann habe ich auch kein Nägerchen gemacht, aber alles gut, jetzt sind ja viele da, und es läuft gut, und es scheint auch technisch gut zu sein, also da jetzt auch die Frage, ihr versteht alle, nochmal hier, Fipsi, Mixel, und Alex, ihr versteht sie alle, ne, sie ist, salut, gut Jungs, genau, Lukas, der aus Österreich gerade zugeschaltet, sehr gut, dann kann das schon mal ganz gut zupassen, ja, da könnt ihr den Chat mit verfolgen, und so, kannst du das lesen von deiner, ja, da auf der rechten Seite, ich habe Lust auf einen, ja, mach mal, Fipsi hat eine Frage, die ich an seiner Stelle stellen möchte, weil er sie nicht traut, was hat es hier mit dem Bernabeu auf sich, was hat es hier mit auf sich, äh, das ist mein Foto von Bernabeu, ähm, wie mache ich denn das, äh, gibt es irgendwo ein Bild, wo ich nur das habe, das Foto habe ich aufgenommen, ich will es mal ein Bild hängen, ja, ihr wisst, geh mal aufs Klo, da hängt noch ein, äh, Video auf, er meinte, im YouTube Stream, siehst du, ein Viertel oder ein Drittel des Bildes, ach so, ich glaube, der Tagesordnungspunkt ist mit, ach so, ja, ich meinte, einerseits, die Kamera macht nur 4 zu 3 Bilder, und das Stream ist ja 16 zu 9, deswegen passt es vom Format nicht ganz, und ich habe dort, äh, ab und zu werden da noch ein paar Sachen angezeigt, jetzt diese, diese Raupe, sagt man ja, ab und zu wird dort, kommt dort eine Animation, von wegen neuer Follower, neue Spende oder so, und auch, ähm, ist immer ein bisschen was aufgeteilt oder so, wenn ich, wenn ich noch was einanzeigen will, bla, oder so, oh, hinter die Kulissen, hinter den Kulissenfoto, wir sind gleich wieder bei euch, wir sind gleich wieder bei euch, ich kriege mal den Brücker nicht, äh, warte, ja, warte, warte, ah, die Kettling sind da, hey, hey, ah, ah, zu unfähig, komm, muss alles gut schaffen, relaxen jetzt, es funzt ja alles, ja, danke, danke, sag ich, gut, äh, ja, das Bild, das Foto an sich ist natürlich mega geil, weil das hab ich gemacht, und das war vor dem ManCity Rückspiel, 2020, also kurz vor Corona, ne halt, 2019, als wir das hinschmerken, vor Corona, 2020, und hängt eben auch ganz groß in einem besonderen Raum in meiner Wohnung, naja, Stream hängt etwas, aha, bei mir hängt etwas, Stream hängt ein bisschen, äh, was haben wir denn jetzt, das Kabel ist drin, das Kabel hat er auch, ah, okay, ich muss wahrscheinlich noch Strom dran machen, siehste, ähm, das Kabel, das Kabel, wie wir jetzt in zwei Stunden feststellen, hoppla, hoppla, das ist ein fancy Mikro, das ist das fancy Mikro, das sogar leuchtet, ja, geil, oder? Ja, feine Sachen, das Originalpreis, 180, keine 95, kostet Mühen gescheuert, keine kostet Mühen gescheuert, jaja, jetzt müsste es besser laufen, weil jetzt hab ich den Strom auch dran, äh, kann man bald auch Basterstream von Alex erwarten, so als Pendant zu Real Total, mhm, äh, Alex hat auch immer genug zu tun, gibt's da überhaupt nicht mehr, was? Fünf Leute? Fünf Leute, so würden doch schon mal einschalten. Äh, der Alex hat im Gegensatz zum Nils, äh, etwas mehr redaktionell zu tun, redaktionell zu tun. Ähm, ich hab halt die bessere Redaktion, äh, äh, lasse ich mal umkommentiert stehen. Ja, ne, ne, das hängt halt davon ab, was man alles so machen muss, ne? Ja, kann sich nicht jeder erlauben, hier einfach rumzustreamen, manche Leute müssen, äh, Noten, Spielberichte, et cetera, et cetera schreiben. Ja, ich guck nur nebenbei, da unten leuchtet's rot, aber jetzt müsste es ein bisschen besser sein, der Eufy, also David schreibt auch so, ja, Strom dran, aber anscheinend ist es jetzt besser zu sein. Nils sagt, es gibt 200 Profivereine, ist das aktuell? Ja, das war nur eine geschätzte, es sind am Ende vielleicht 500 Profivereine, wo man wirklich, wo alle Spieler dort davon leben können, oder vielleicht sind es auch noch mehr in Europa, aber da ging es vorhin darum, Fußballtalente, die es vielleicht nicht in den Profibereich schaffen, weil es einfach Millionen Talente gibt für eben nur 500 Vereine oder so. Äh, wegen Hängen, meine ich, das habe ich eben gehört, achso, hängt immer noch, ja, besser, jetzt hängt nur das Bild ein bisschen. Hm. Ja, David, jetzt ist er gefragt, was wir da machen können. Alles top, es laggt, schreibt er jetzt. Äh, nicht besser geworden, das kann, das sage ich dir auch so. Ähm, Bild schlecht. Dann wechsle ich nochmal eine Szene, gehe mal hier, bla, und gehe jetzt wieder ins Vollbild rein. Wir können uns auch mal den Stream anschauen, parallel, um es nachvollziehen zu können, wie es da anschaut. gut. Gut. Dass du einen Ladenstecker einsteckst? Hm. Der steckt schon. Der steckt tatsächlich. Ich bin ehrlich, das habe ich eben gehört. Immer noch, ich habe jetzt, jetzt hängt nur das Bild ein bisschen. Äh, hängt ein bisschen, ja, wie ich schon sagte. Jetzt ist er gefragt, was wir da machen können, also top, das ist ja auch mal ein Bild. Ton läuft zumindest optimal, Bill hängt leider an uns. Hast du die Alpnachung gegen PSG eigentlich nur größer als gegen Barca? Definitiv. Kein Verein hatte ich mehr als PSG. Kein Stress, das kriegen wir in den Griff. Das war keine gute Idee, dass du das Bild kurz ausgeblendet hast. Ach so meinst du? Weil ich die Kamera kurz ausgeblendet habe? Hm. Kann aber nicht sein. Ich könnte natürlich nochmal, David, die Frage an dich auch, die Kamera nochmal neu einfügen, aber nur weil ich die ausgeblendet habe, alle WLAN abschalten. Ja, ich glaube, das haben alle... Ich bin im Mobilfunknetz. Ja, ich bin auch hier immer im Mobilfunk. Wobei... Ich auch, ich auch. Ne, Cam leckt. Was machen wir dann, David, wenn die Cam leckt? Nochmal ausstöpseln und wieder rein? Oder... Alex, nimmst du für 5 Euro Spende die Kappe ab? Na, aber Wurthalten. 5 Euro Spende die Kappe ab. Oh, umgezählte Mene. Jetzt sind wir gespannt hier vom Werwolf-Party. Die 5 Euro per Paypal an mich, ja. Schau mal, ich schulde hier eh noch vom letzten Iskander. Den hat Alex... Oh, ich habe vergessen, das zu posten. Wir haben nicht dran gedacht, vor lauter... Oh, jetzt ruft David an. Vor lauter WM. Jo, annehmen. Cuba Libre, jo David. Könnte ich leichter sein. Aber wir fehlen, sind mal wieder Freunde. Okay. Also, richtig das USB-Kabel ziehen. Also, okay. So, kurz in die Webcam vom Laptop. USB-Videogerät und dann ist es die HD-User-Facing. Oh, wow. das ist jetzt die Nahe-Cam. Jetzt zähle ich schnell die Cam. So, du siehst, hier ist das Kabel gezogen und das mache ich jetzt wieder rein von der Kamera und dann stelle ich... Achso, das ist eine Verzögerung, und dann gehe ich wieder auf Eigenschaften schon mal, gehe auf das USB-Videogerät, Kamera an, sagt die Kamera und ja, jetzt, wenn es bei euch angekommen ist in den 20, 30 Sekunden, könnte es dann vielleicht wieder gehen. Du kannst ja parallel schon mal gucken, Max. Genau, dann haben wir das... Ja, ich glaube auch da, wegen Kamera, war bei dritter Halbzeit mal so... Echt? Achso, ja, da bin ich mal auf dem Browser. Oh, Scheint nicht nur im Webcam. Ich gehe auf Eigenschaften schon mal, gehe auf das USB-Videogerät, Kamera an, sagt die Kamera an. So, die Webcam vom Laptop hat auch gelägt. Ja, wie alt ist denn? Ja, was war das denn? Aber wenn der Ton doch normal läuft, wenn der Ton doch normal läuft, überlegt, hast du die Pels sehen können oder den Fernseher? Joa, das ist ja nur ein YouTube-Videospiel. Ich kann sagen, wenn man einen Fernseher hat. Ich mache mich mal Fernseher aus. Das ist mit keine Musik mehr. Jetzt sieht auch noch der Fernseher aus. Trotzdem ist es, weil den Pels ging das noch. Daran kann ich jetzt nicht liegen. Noch mal Neustart. Naja, dann geht der 24 Stunden Countdown von vorne los. Wo bleibt die Spende? Genau, so bleibt die vom Werwolf. Vielleicht macht er ja auch Fakepoint. Bin im Lobby, kann ich leider die Frage nicht hören. Wie? Hier ist aber keine Auflösung. So, jetzt ist es dann schwächere Qualität, aber vielleicht läuft es jetzt flüssiger mit der Kamera. Schauen wir mal. McDonalds WLAN. Diesmal bin ich mit Kabel dran. Das ist ja auch eher eine Seltenheit, dass ich mal hier ein LAN-Kabel habe. Normal nur das WLAN-Kabel. So, jetzt ist der Stream hier. Hat er sich kurz ganz aufgehangen? Oder was? Ich habe extra noch den Router neu gestartet vorhin. Was? 24 Stunden mit dem Leck ausschleer? Kommt 100 A. Die ganze Zeit hin. Kommt, kommen wir. Ähm, mhm. Nee, das haben sie glaube ich vorhin geschrieben. Bitte, was meinst du? Hier ist aber keine Auflösung. das ist doch nicht ein Flächere Qualität, aber vielleicht. Ah, also ich noch mal das LAN-Kabel raus. So, die LAN-Kabel ist raus. Nun, wir hoffen jetzt, dass das WLAN funktioniert. Ähm, schauen wir uns das mal an, ob es da jetzt besser ist. Es ist halt immer blöd, wenn wir hier sehen, dass eigentlich, ähm, dass beim OBS alles zu gut ist. Kein Scherz in Las Rosas. Was? Nee. Nee. Das hat immer noch laufen. Habe ich da schon das Kabel gezogen? Eingehäähä. Ist das aktuell, oder hängt das noch ein 2-Müchen-Zog? Bei vorhin gab es ja den Hänger. Und der hat uns dann mit dem... Hm. Ja, Leute, ihr merkt, das ist live, kein Ton und kein Bild. Alles nochmal neu starten und den Countdown verkringen. Was ist denn diese Countdown? Warte mal. Hallo. Schauen wir uns das mal an, ob es da jetzt besser ist. Geh jetzt auch nochmal rein. Wir haben jetzt schon ihr Show-Vortrag. Ihr Show-Vortrag. Ihr Show. Klick, 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 klick. Das ist kein Scherz. Irgendwas, der Rotzah. Das war eben... Aber der Ton passt. Der Ton passt. Ja, das reicht nicht. Das liegt nicht am Internet, sondern am Laptop. Warum am Laptop? Der ist doch... Der liegt ja vorhin auch gut, schreibt hier einer. Was meinst du, David? Da steht ja auch unten. CPU 31% und da steht... Aber ich gehe nochmal in den Taskmanager. Da sagt er mir, gerade CPU, der sinkt jetzt, ist es bei 60%. Warum das denn? Bei mir ist er nie unter 80%. Für mich ist das positiv. Das kann ich dir nicht ausmachen. Bei Netzwerk... Wo ist es denn? 1% 1% Arbeitsspeicher 50% Netzwerk 1% Ich kann auch nochmal hier auf den Bildschirm gehen, dann siehst du es mit dabei. Und tapps, tapps, tapps Oh, wala, jetzt wird es wieder. Jetzt wird es wieder. So, da siehst du noch den Taskmanager. 24 Stunden Counter. Der Killer war, dass du das Bild kurz ausgeblendet hast. Aber das gibt doch keinen Sinn, Tonno. Was soll denn daran... Ich bin ja vorhin auch die Szenen gewechselt. Lass mal laufen, dein Ding nebenbei. Ah, da kommen die 5 Euro für die Kappe. Kappe ab und ein neues Inder kaufen. Ja, Lukas. Danke. Das heißt, wenn die jetzt jedes Mal die Kappe abnehmen, verdienen wir 5 Euro. Das ist doch, das zweite Mal. Lohnt sich der Auftritt hier doch noch. Aber der Ton läuft dir nur das Bild nicht. Das liegt nicht am Internet, sagt David. Scheinlich lecker, oder? Das wäre wie so eine Leistung zumindest. DPU ist immer noch bei 62%, Arbeitsspanien 40%, Netzwerk 2%. Zurück ins Büro. Alex steht auf dem WLAN-Kabel. Wie der Team in Fluchthaken. Ich habe tatsächlich schon nachgeschaut. Ich habe es zu dir gesagt, du auf dem Kabel sitzt, oder ich? Na? Ich werde am Entwicklern von der WLAN-Kabel. Wohl, es ist hier ein Waren, aber weit weg von heiß. Das ist sein und heiß. Step weg und nachdenken. Und klärt's auch gleich. Das liegt nicht am Ende der Startgabe. Wettschulden sollen noch Ehrenschulden sein. Ja, deswegen sind wir hier überhaupt, Lukas. Ich kann auch die Kamera nochmal neu einrichten. Soll ich jetzt irgendwas sortieren? OBS, ja. Auf die Echse. Also auf die Echse, Priorität festlegen, Echtzeit. Priorität ändern. Okay, jetzt ist die Priorität auf die OBS 64.exe, ist die Priorität auf Echtzeit. Okay, dann warten wir nochmal kurz, gehen wieder aufs Vollbild in der Hoffnung, dass wir da machen, wir sagen, dass David der coolste Typ der Welt ist. Kaum sind Barserreißen. David ist der coolste Typ der Welt. Ja, Laptop-Neustarten ist nicht so einfach aus der Hasen. Dann bricht der Stream ganz auf. Wollen wir ja auch nicht. Ich will ja, dass da irgendwie geht. Zweimal zwölf Stunden. Soll ich jetzt irgendwas sortieren? Vielleicht ist es ja jetzt gleich. Dann seid ihr in 20 Sekunden auch da, wo wir jetzt eben waren. Ja. Der Pass-Effekt, ja. Unten im OBS ist halt auch immer so ein gelb-rotes Zeichen. Aber das siehst du ja auch, in der Desktop-Ansicht siehst du ja auch das gelb-rote Zeichen, was da unten blinkt. Hier. Von wegen Kilobytes, bla, pro Sekunde. Dass er damit irgendwie ein Problem hat, vielleicht. Bis es wieder läuft, zocke ich ein bisschen tiefer rein. Ja. Das ist die Priorität auf die OBS 64.exe, ist die Priorität auf Echtzeit. Okay. Warten wir nochmal kurz, gehen wieder aufs Vollbild in der Hoffnung. Ne. Das ist immer noch Diashow. Immer noch Diashow. Ja, Laptop-Neustart irgendwie so einfach muss da sein. Dann wird ja jetzt viel ganz viel neu sein. Okay. Dann mach ich mal Disco. Ups, oder? So. Was meinst du? David, was meinst du? Was hast du gesagt? Das ist halt auch immer so ein gelb-rotes Zeichen. Aber es siehst du ja auch. Der Desktop waren sie nicht gerade. Ja. Es zumachen, was du nicht brauchst. Joa, das andere wäre jetzt immer meine Option gewesen. Vielmehr ist da nicht mehr übrig hier. Discord machen wir richtig weg. Entfernen. Dropbox können wir auch weg machen. Komm her. Krieg dich. Oh ja. Zoom Meetings. Entfernen. Die sind aber wie ein Fisch. Dropbox da entfernen. Zoom entfernen. Joa, viel mehr. Da sind noch ein paar Sachen aber. Du siehst OBS ist weiter ganz oben. Zoom. The Soft Edge, Alter. Ich habe ihn schon vor drei Wochen. Ja. Zoom öffnet sich wieder. Auch schön. Joa, jetzt sind wir auch bei 75 auf 50 Prozent runter. 40 Prozent, 40 Prozent. Es sinkt fast nahezu 38 Prozent CPU. Hm. I don't think Barca has to do something with that. Hm. Ja. Sehr offensichtlich ist hier Antonio Miguel Mateo Laos. Ist da. Wenn er das sagt. Ist. Ist. Jetzt sind wir bei 38 Prozent. Aber. Hier das. Hm. Ich sehe ja fast den Mauszeiger flüssig. Wobei der Mauszeiger ist flüssig, oder? Der Mauszeiger ist flüssig. Juni. Ja. Aber. Ja. Mach ich gleich. Aber war das jetzt so, dass der Mauszeiger flüssiger lief als das Kamerabild? Hm. Ich bewege den jetzt mal nur rauf und runter, rauf und runter. Wie meinst du hier unten? Die Kamera. Hier in der Übertragung. Der ist nur Kamera. Der ist nur Kamera. Er ist ja nur Kamera vielleicht. Aber du siehst ja auch, dass das. Hm. Na gut. Los bitte. Was? Ah, jetzt geht's wieder. Echt? Na hier siehst du. Das macht's flüssig. Donnerwetter. Ach. So. Was haben wir gesagt? Wer ist der coolste Typ der Welt? David. 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 Und der Eupi hier im Chat. Also vielen Dank. Also vielen Dank David. Hoffentlich hören wir uns nicht mehr wieder. Du bist eine Maschine. Ja. Ja. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Das ist ein Flüssiger aus. Ja. Ja, 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 jaja. Ja, 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 ja. Jetzt muss ich nur noch den Szenenwechsel hinkriegen und … Noch da ... Dauert noch. Dauert noch. Dauert noch. Ach so, ja. Gut, bis wir da sind. aber, ja, das meine ich, der Mauszeiger ist flüssig und scheinbar top fix, mein Gott, wo ist der Marco hin, der jetzt FIFA 23 spielen gegangen ist? Komm zurück, Kollege! Also ich würde sagen, die 5 Euro Spende habe nicht ich mir verdient, sondern niemand anderes. Ach, der David, ja, der kriegt noch schon noch ein Dankeschön. Jetzt läuft das Bild flüssiger, na Gott sei Dank, jetzt traue ich mich fast nicht. Der Matrix. Musik wieder, aber es lag ja am Laptop, deswegen machen wir mal wieder Musik hier zumindest ein bisschen an. Ich kann mal Musik wieder an Firefox öffnen. Genau. Du jubelst im Hintergrund. Ich gucke jetzt auch hier live, das finde ich interessantere. Oh, guck mal da hier, was das für ein cooler 24 Stunden. Also interessant ist ja, wie weit man in einem Livestream wohlgemerkt hinterher ist, gegenüber 30 Sekunden gut. Das ist mehr, oder? So, jetzt sei es umgeschaltet. Das ist schon eine Minute. Das ist viel. Das war eine schwere Geburt, aber Trikotwechselzeit. Mein Decker sagt, dann kann ich gleich meinen Laptop holen. Dann lasse ich euch kurz einen Leinern gleich. Auch anders ist das nur ich einen Nachnamen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie sie stattfinden wollen. Die, 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 wie ist das? Ich sage ja keine Person des Sachlichen. Bei euch Künstlername und bei mir Dörmlich, oder wie? Ja. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ist das jetzt gut für mich, oder? Wenig Platz sind. Oder? Okay, Musik läuft wieder. Ihr seid ja keine Person des öffentlichen Lebens, so wie dieser Star hier. Ja, ja. Also, ich will kurz zu meinem anderen Laptop und Trikot wechseln. Sagt Tschüss zum blauen Trainingsshirt. Ihr könnt bestimmt auch Fragen eingehen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich lese mal Fragen vor. Da ist jetzt noch keine. Doch, eine Frage mal vorhin. Ich bitte. Ich sehe es nicht. Wie du dich hier zwischen den ganzen Real Madrid Utensilien fühlst. Ich trage es mit Fassung. Und du frisst den Frust in dich hinein. Ja. Ich bin ja hier zu Gast. Deswegen muss ich mich hier benehmen. Und kann ja nicht, ne? Ich weiß nicht, ob man das vorhin gesehen hat, aber der ganze Gang hinter ist dekoriert mit einem Trikot Real Madrid rechts und links und rechts und links. Das war schon ein Walk-Up-Shank von allen. Es ist schon schwer, es hier auszuhalten. Man sieht es auch im Hintergrund. Aber ich bin ja nur zu Gast. Und ich weise ja durch meinen Auftritt hier den Respekt gegenüber dem Herr Kern. Und deswegen kann ich mich ja nicht so äußern, wie es ist. Oder mir nicht anmerken lassen, wie unwohl ich mich hier im Beisein als der Trikot-Sontal fühle. Ich dachte trotzdem, du bringst einen kleinen Barca-Wimpel mit. Ja. Zumindest Tiki-Taka-Schärfen. Ach doch, das hat er an. Na gut, Tiki-Taka-Shirt ist da. Das sieht's doch wie. Das habe ich natürlich an. Das hat der Alex halt einen 24-Stunden-Screamer. Hat kurz überlegt, ob ich mein Barca-Shirt anziehe. Aber aus Respekt. Keine Provokation. Keine Provokation aus Respekt. Das ist auch die EM-Pause. Da bin ich ja runtergefahren. Da ist die Rivalität ja auch runtergefahren. Oder? Gut, da warst du ab. Na. Falls sich jemand fragt, ich weiß nicht mehr, woher dieses Training-Shirt ist, aus welcher Saison. Ist es denn gewaschen? Das wäre jetzt meine Frage. Das ist schon oft gewaschen. Ja. So oft. Aber ein geiles Ding war. Ein von meiner ersten Fanartikel. Eine Frage müssen wir doch mal fast mit reinnehmen, oder? Lies vor. Das steht nicht. Frage an Alex. Was denkst du, wie weit Barca diese Saison in der Champions League kommt? Und Grüße an Kalippo. Ähm, ja. Ich dachte, jetzt kommt eine gute Zeit. Es war eine Riga. War schön bei euch. Na, Kalippo. Schön. Ja, schön. Schön. Ja. Hat Alex schon sein Abo für die Europa-League-Spieler? Noch nicht. Noch nicht. Ernste Antwort, noch nicht. Wie ist denn mit der Youth League? Ist da Barca noch dabei? Ja, ja. Ja, aber... Ja, ja. Einstieg, glaube ich. Das ist immer eine einfache Sache. Meistens. Jugend von Bayern und Interven. Ja, es gewinnt auch immer Salzburg. Nein, bitte weiter. Das war das vorletzte Mal, war es der Abo. Ja. Chelsea hat auch schon ein paar Mal Barca... Also auffällig ist ja, dass ich mich hier um Kontenanz bemühe und um Respekt. Aber das irgendwie eine Einbahnstraße ist. Ich habe das Gefühl, aus dem Chat kommen so meine... Ein paar Spitzen. Ich weiß nicht, geht es euch ähnlich? Mettet ihr das auch? Das ist schön, ich fühle mich froh. Oder nehme nur ich das wahr? Das ist halt so, wie es der Nils bei Tiki-Tacke vorlebt, ne? So wird es ja von der Community auch angenommen. Das stimmt, das ist ja wirklich. Das stimmt, das stimmt wirklich. Nee, da hast du recht. So wie du es vorlebst. Miguel Guti... Ach so, ist es der Miguel? Du darfst gerne eine Frage stellen. Natürlich, sehr gerne. Alex hat die Barca Unterhosen an. Besser als die Dortmund-Unterhosen. Vorne gelb, hinten braun. Oh! Mario Wein. Mario Reisen. WM-Tipps. Du musst ja schon so ein Quatsch reden, wie spät ist. WM-Tipps und Favoriten haben Fipsi und ich eben schon gesagt, dass Frankreich und Brasilien wohl Finale... Alex hat ja gemeint Argentinien. Ja, Brasilien. Ja, aber mit Finale wäre für dich eher Brasilien. Wenn es möglich ist vom Baum. Was sagst du? Ich hatte ein Halbfinale Brasilien-Argentinien. Wenn die beide Erster werden, treffen sie im Halbfinale aufeinander. Und da hatte ich natürlich mit ein bisschen Wunschdenken Argentinien ins Finale getippt. Aber wenn ich das Wunschdenken weglasse und nur die Eindrücke, die ich jetzt von der WM-Büste hatte, dann ist Brasilien, glaube ich, die stärkere Fußballmannschaft. Deswegen ist mein Finale Brasilien gegen Frankreich. Und das kann passieren, wenn beide ihre Gruppen gewinnen. Und dann zieht der stark auf. Ich glaube, Frankreich ist sogar... Wir sind schon sicher. Ja, ja, durch, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sicher Erster habe. Ich glaube schon, auch sicher Erster. Und bei Brasilien sieht es dann ja auch nicht so schlecht aus. Also wenn beide Erster werden, ist mein Finale Brasilien-Frankreich. Ich glaube, das sind die besten Fußballmannschaften auch. Aber wie gesagt, wenn Argentinien die Gruppe gewinnt, und das machen sie, wenn sie, glaube ich, abfließend jetzt gegen Polen gewinnen, und Saudi-Arabien nicht gewinnt gegen Mexiko, dann ist Argentinien auch Erster. Dann vermeiden sie zumindest Frankreich im Achtelfinale, die Argentinien, weil dann wird es schwierig. Oh, da oben gibt es, da unten in der Ecke, David, gibt es wieder rote-gelbe Flaggen. Jetzt hoffe ich nicht, dass es wieder leckt, weil jetzt haben wir wirklich nichts gemacht. Das bedeutet eine rote-gelbe Flagge. Ja, das ist so ein bisschen die Warnung, dass gerade die Verbindung... Das ist doch ein Symbol. Aber ich sehe Portugal im Finale. Ach, nee, nee, nee. Die sind irgendwie... Das ist Christiane-Wunschdenken, oder? Ja, wenn, Christiane Ronaldo grüßt dich, aber ich glaube, das wird nicht. Stream wieder tot? Ach, nö. Geht das jetzt, warum? Was haben wir denn jetzt wieder gemacht? Task Manager. Wir sind immer noch bei 60% CPU. Genau, lassen wir wieder laufen. Nils C7-Vertrag für die Rückgründe, um den verletzten Benzema zu vertreten. Hatte ich schon gesagt. Eher, nein, nur zu ganz bestimmten Konditionen wie Mini-Gehalt. Und er muss wirklich unterschreiben, nur Bankspieler zu sein. Ja, aber das jetzt ganz ins Büro verlegen. Weiß nicht, ob das mehr bringt, weil... War ein Büro anders? Eigentlich nicht. Das liegt ja eher am Laptop an der Leiste. Aber... Die Rute ist da vorne. Aber ich kann ja auch an der Kabel dran machen. Das ist ja eher eine Laptop-Sache. Aber er hat jetzt wieder bei 47% Leistung. Von dem her ist das ja eigentlich... Okay, Brasilien gewinnt es. Ja, die wollen es, glaube ich, am meisten. Die sind am meisten reif, von wegen... Haben sowohl Talente, die schon akklimatisiert sind, viele Spiele haben, als auch Erfahrene, die es jetzt wollen. Wenn jetzt Neymar nicht irgendwie mega verletzt ist, natürlich. Aber gibt es da schon News, Neymar? Boah, Runde verpasste. Kommst du rein? Boah, echt? Ja. Boah, krass. Mit seinem dicken Knöchel. Hatte ich auch. Deswegen fühle ich ein bisschen mit. Also, weniger mit ihm persönlich, als so von der Verletzung her. Ich hatte auch einen dicken Knöchel. Und ich bin fünf Wochen ausgefallen. Bei mir war es wirklich ein Traumer, weil das Blut in den Knöchel ging. Was lachst du denn hier? Das interessiert mich. Fünf Wochen, ja. Ja, Miguel Gutiérrez. Fünf Wochen war der blau und dick. Also, wenn man da nicht richtig aufpasst, kann das auch... Bestimmt. Das wäre das WM-Ausdauer, weil die neuen aus... Es gibt ja viele Miguel Gutiérrez, die wir mittlerweile wissen. Aber auch den Reporter, den Mega-Journalisten aus Matriz. Schön, dass du auch dabei bist. Wenn du das hier noch siehst oder hörst... Machen wir die Kamera, das Mikro noch ein bisschen leiser. Da sind wir auch schnell im roten Bereich. Österreicher auch da. Ja, Schweizer, Österreicher. Natürlich sind viele da. Wer von euch vier ist Barster, wenn? Ich habe das noch nicht gecheckt. Schuldig für den da. Meld dich doch mal. Ansonsten ist hier ein bisschen Klucken. Man lässt mich im Stich. Ich habe eigentlich gedacht, du kommst mit deinem Tiki-Taka-Gewinn her. Ja. Was ist da los? Das ist dir nicht wert. Den Pokal hast du auch nicht dabei. Hättest du doch mal hier präsentieren können, hättest du ihn hier. Ne, eigentlich nur ein Barster-Fan hier. Einer Vorbereitung. Mehr als einen Schaffchen. Warte mal auf meine Fragen. Gibt ja später noch den Tiki-Taka-Talk der Tiki-Taka-Patreon. Da wird auch ein Barster-Fan dabei sein. Ansonsten sind es, glaube ich, sechs Real Madrid-Fans. Die anderen sechs. Also, da ist wie immer klare Sache. Ja, läuft es denn jetzt besser? Hier ist immer noch rot. Aber solange jetzt der David auch nicht schreit. Wie gesagt. Hier, Miguel, danke für deine Nachricht. Solange David jetzt auch nicht schreit. Von wegen, es geht nicht. Ist ja nochmal okay. Und wir müssen hier noch die Bier-App anschmeißen. In der Bier-App gibt es auch andere Getränke. Weiter gefasst. Und damit war hier ein guter Mojito. Was ist da dein Wasser? Kuba, liebe den Kuba, liebe dich. Jetzt kriegen alle meine Freunde irgendwie eine Benachrichtigung. Also ihr zwei und das war's. Stream war schon ein, zweimal komplett schwarz sogar. Ja, dann logge ich mich jetzt mit meinen. Vielleicht ist das schlechte Feng Shui hier. Feng Shui nennt man es, oder? So die Wohnzimmer-Einrichtung und so. Vielleicht ist das da. Du fliegt gleich raus mit Feng Shui. Stefanie, lass dir nichts jetzt. Ich kann ja nichts dafür für die Dekoration hier. Da Feng Shui wäre da. Mir geht es um die Dekoration. Geht nichts mehr. Wie das Feng Shui beeinflusst. Bei mir, ich logge mich gerade ein in den Stream. Mit mobilen Daten natürlich nur. Ich sehe, ja, Diacho. Lukas schreibt es auch, Bild hängt. Also wir haben die Kamera immer noch auf niedriger Auflösung. Wir haben kein LAN-Kabel dran. Da mache ich das jetzt nochmal dran. Aber das liegt ja eher am Laptop wie gemacht. Deswegen, coolster Typ der Welt, David. Was können wir noch mit dem Laptop machen? Die Prio ist ja noch da. Die Priorität für OBS. Das hängt ganz schön. Und hier schreiben auch viele. Ich sehe ja das Bild hier. Jetzt geht es wieder. Lag vielleicht an mir. Hab Video nur aufgemacht. Hallo, man redet. Nee, das macht das nicht. Ja, ja. Hier ist es auch. Auf meinem. Ja, wird jetzt bei allem so sein. Jetzt ist es kurz grün. Jetzt wieder rot. Da unten das kleine Symbol. Ah. Wir gucken mal einfach den Fernseher ab. Also weil, so ist er trotzdem nicht. Also keine Ahnung, ob das was ausmacht. Aber vielleicht mal einfach. Ja, wie gesagt, das ist ja eher ein Laptop-Problem. Aber jetzt ist er direkt grün. Wieder und wieder rot. Ich weiß ja nicht, ob dir die Bandbreite nicht einfach fehlt für ein Laptop, dass das hier alles insgesamt zu viel ist. David meint ja eher eine Laptop-Leistungssache. Nils killt wieder ein paar Prozesse im Task Manager. Ja, ich habe ja keine wiederbelebt. Wobei Zoom hat sich wieder hier eingemischt. Die Logi-Options. Dropbox, du sollst weggehen. Mensch. Dropbox. Geh weg. Wo ist er denn? Der Fregger. Hm. So, der Task Manager ist immer noch auf. Hier ist auch Zoom zurück. Die Frechen. Und nochmal Dropbox suchen. Aber jetzt ist eigentlich nicht mehr so viel zu löschen da. Außer OBS könnte ich mal löschen. Nein. Stimmst du mit Variabler oder konstanter Bitrater? Äh, Bitrat. Also meinst du die KBL pro S sind jetzt gerade 4430. Jetzt 3350. 3800. 3500. 3500. Nils will nur Zeit schänden. So kriegt man 24 Stunden auch rum übrigens. 5400. Ah, da wird es wieder grün. 4900. 3200. Also die KBS. Ja, jetzt sind sie nur 900. Oh, das ist zu wenig. 5400. Zoom deinstallieren. 2600. Also die sind scheinbar sehr wackelig. Das ist am Ende doch eine Verbindungssache. Aber Ton ist gut, schreibt Lukas. Da wird das Quiz schon abgeschrieben. Na. Da wird das Quiz schon abgeschrieben. Da wird das Quiz schon abgeschrieben. Nein, nein, Piki. Nein, warum? Das machen wir noch. Da stecken insgesamt wahrscheinlich zwölf Stunden Arbeit drin. Da stecken pro Mann, die hier anwesend sind, zwei Stunden Arbeit drin in diesem Quiz. Oder eineinhalb. Mindestens. Ja. Also ohne Quiz gehe ich hier nicht heim. Wir waren schon auch ein bisschen. Aber ich habe viele schon lange in meinem Kopf gehabt von dem her. Ohne Quiz gehe ich hier nicht heim. Bin ich stimmstauern. Das wird alles zur Nachspielzeit gerechnet. Oh, aber nicht FIFA-like irgendwie 14 Stunden on top dazu. Da kam gerade die Frage wegen der Auflösung. Dann versuche ich da nochmal zu gucken. Es ist schon benutzerdefiniert. Und es ist auch schon das niedrigste. 690 mal. Nee, 640 mal 360 wäre das niedrigste. Das habe ich jetzt eingestellt. Jetzt ist Kamera wieder an. Braunabschliefs und hilft bei mir. Ach, was? Was? Ich habe es hinten noch. Wäre denn? Braunabschliefs läuft noch. Onlyfans. Onlyfans. Das ist die Kamera, die immer da oben hängt. Oder auch nicht. Oh, 5 Sekunden läuft das ganz normal. Dann hängt das Bild für 3 Sekunden. Aber warum? Ich warte noch auf den Anruf von David. Aber ich schätze mal, der ist gerade am googeln und überlegen und hören. Oder er weint auch, wie wir innerlich alle. Wobei, jetzt läuft es gerade wieder. Ah, das war wieder, läuft es flüssig, dann 3 nicht. Aber solange der Ton ja stabil ist, Jungs macht einfach, ja, vielleicht machen wir wirklich einfach und hoffen einfach, dass es besser wird. Ich glaube nicht. Dann eher Raumwechsel. Raumwechsel. Liegt ja nicht am Raum, es liegt am... Ja, es liegt ja eher am Laptop. Ja, aber... Trag mal ein Fernseher da. Die Playtation ist zu viel. Super. Ja, auch witzig, dass die Kamera hier dann... Achso, das ist jetzt die kleinere Auflösung, deswegen ist sie jetzt kleiner. Aber, ne, wieder... Jungs macht einfach... Ähm... Hm. Ja. Aber von David kommt nix. Geht wieder, schreibt Miguel. Er guckt aus Madrid gerade zu. Hast du nichts Besseres zu tun? Sonntagfrühst, naja. Ihr bleibt ja... Ihr müsst ja, wer einmal einschaltet, muss die 24 Stunden mit durchmachen. Wobei, jetzt mit Nachspielzeit noch 14 Stunden on top. Luis fehlt als Gast. Vielleicht auch das, ja. Vielleicht auch das. Haben wir noch irgendein anderes Thema, bevor wir mit Quiz anfangen, um die... Um zu hoffen, dass es in 5 Minuten besser wird. Weil da ist wieder ein grüner Button jetzt gewesen. Ja, aber der Rote kommt immer wieder. Der Rote kommt immer wieder. Das ist wie bei den Barthofanzen. Sie kommen immer durch. Ja, ständig rot. Hm, jetzt wieder grün. Ähm, alle nach 5 Sekunden die Augen für 6 Sekunden zumachen. Genau. 5 Sekunden gucken. Und wieder flüssig. Ähm, naja, was... Grün hält. Ah, äh, äh, äh. Orange, aber nicht rot. Ja, so 24 Stunden auch rum. Ihr müsst ja eh nur bis 2 durchhalten. Und dann kriege ich das schon irgendwie anders hin. Dann wird es aber auch schwierig mit Zocken, wenn ich nicht hier in dem Raum... ...mich aufhalten kann. Mal gucken, mal gucken. Äh, passt alles, läuft gut, außer der Barstofan rechts im Bild. Hehehe. So bin ich nicht schon wieder verbrochen. Es ist nur der Alex Tröger, der tut keinem was, der ist eigentlich ganz nett. Vielleicht ist der Cash voll, kannst du den mal löschen. Oh, 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 wie das denn jetzt? Würde ich mir jetzt den CC-Cleaner runterladen, oder wie meinst du? Den Cash leeren. Geht das irgendwie ohne CC-Cleaner? Ich hoffe, unser Talk um 2 Uhr verschiebt sich nicht. Nein, nein, Oma, keine Sorge, Redaktionssitzung ist fest eingeplant bei RealTotal. Die wird es dann schon noch geben, irgendwie. Ja, Max muss da klettern. Ey, mach den Stall von Louis nicht kaputt. Äh, den, der Spiele-Paradies. Die Cash jetzt leeren ohne CC-Cleaner, geht das? Oder muss ich den CC-Cleaner jetzt runterladen? Weil das wäre ja wieder neue Leistung auf dem Laptop. Der Laptop ist anderthalb Jahre alt. Also, mit dem habe ich noch nicht viel gemacht. Das ist der Neue. Das ist der Neue. Seit anderthalb Jahren, mit dem ich nur streame. Da ist ja nicht mal Photoshop drauf. Ich nutze ja den anderen Laptop. Das ist mein alter Laptop. Das dann eher so überbelastet ist. Immer noch mehr bewegtbild als ein Podcast. Von daher macht den. Ich hoffe, unser Talk, ne. Ja. Ja. Geilstes Spiel der WM bisher? War es Brasilien oder war es Saudi-Arabien? Ich würde fast sagen Saudi-Arabien. Dieses Solo gegen Argentinien. Zwei, drei aussteigen lassen und dann noch schön hinten reingelegt. Aber so ein Seitfallzieher. Also ich glaube, beim Fußballerischen war es schon Brasilien. Aber von der Stimmung, da war es natürlich auch Saudi-Arabien. Der Außenseiter, der den Team von Rieken irgendwo. Das war ja kein geiles Spiel. Ja, das war ja. Die Überraschung war groß. Genau, deswegen Fußballerisch war Brasilien schon das beste Spiel. Aber auch da nur eine Halbzeit. Die erste ist ja auch nicht viel passiert. Serbien halt. Steuerung, Shift, N. Steuerung, Shift, dann beende ich bestimmt alles. Das war doch die Affen, der Affengriff, glaube ich. Macht den Affengriff noch nicht. Ich habe nie gehört. Das ist doch ein Affenblatt, wo man so macht. Nennt man das so. Das ist der Fachbegriff. Ich glaube, das hat den Fachbegriff. Ich google das jetzt. Der Affengriff. Dann was da kommt. Michael schreibt auch Saudi. Ja, irgendwie, das war beeindruckend. Weil die haben alles gegeben, bekämpft ohne Ende. Hätten auch 4-0 zurücklegen können. Meine Frage, wie viele Spiele hast du geschaut? Heute keins. Gestern auch nur irgendwie ein, zwei. Das ist ja gar nicht witzig. Ja. Affengriff. Ja, fast alle. Affengriff PC, das gibt es tatsächlich. Das ist dann irgendwie so eine... Steuerung alt entfernen. Also bei mir auf FIFA steht es 2-0 gegen Barca, 77. Nur der Marco. Immerhin einer hat noch Spaß hier. Iran-Wales war überraschend gut. Echt. Beendet nicht mehr reagierende Programme oder startet abgestürzte Computer neu. Ja, und dann ist hier gleich komplett schwarz. Deine WM-Überraschung bisher? Ich habe noch kein Spiel gesehen. Oh, wow. Ja, ich sehe nur deine Bier-App immer. Ach, du hörst da wieder und da wieder und da wieder. Und wenn der Kleine dann nicht so gut schläft, dann ist Kuspa auch eher das Erste, was ich cancel. Ich glaube, ich habe einmal während einer Behandlung beim Patienten im Zimmer auf der Südkorea gegen... Ja, genau. Das war irgendwie jetzt die Woche. Da habe ich 10 Minuten gesehen. Das war super langweilig. Krass. Also ich habe nur... Ich habe auch den Seinfall-Zier gesehen. Ja, immerhin. Madre mia. Madre mia. Ei, 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 ei. Golaso. Golaso. War nicht so schlecht. Und Vorarbeit Vinicius. Mehr oder weniger. Was war mit Laos? Hat der so schlecht gepfiffen? War doch wie immer. Bisschen keine Show. Schlecht wie immer? Nee. Das ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Das ist halt immer der, der auch noch mal extra zu einem Spieler hingeht, sich ein bisschen Zeit lässt, so ein bisschen dieses Darstellende. Aber an sich... Ich teste den Sturm nebenbei nicht mal. Nicht, weil ich mich hier langweist. Die Tasse oder Steuerung mit Pfeil nach oben. Ja, das wissen wir, aber... Keine Spiele Spanien gegen Costa Rica. Ja, gut, das Spiel war ganz okay. Aber ich meine, Costa Rica nicht einen einzigen Abschluss in 90 Minuten. Das geht halt auch nicht. Und ein 18% Ballbesitz, das gab es in den letzten 50 Jahren nicht bei einem WM-Spiel. Also ja, was die bei der WM verloren haben, weiß man dann auch nicht. Aber gut. Können Sie ja morgen... Morgen? Ja, morgen gibt es das beste Spiel. Vor allem in Deutschland. 20 Uhr. Ja, ich hätte ihn ja auch gerne dabei gehabt, aber er hat vorher eine andere Anfrage bekommen. Deswegen müsst ihr auch da mit mir Vorlieb nehmen. Und dann können wir da auch einen Discord nebenbei ein bisschen quatschen oder so. Während allen Spielen eigentlich. Gibt es ja auch noch Japan vorher und Belgien spielt Marokko. Für alle Leute morgen bin ich später. Äh, ja. Gleich. Anschließend. So wie Alex schreibt, Hala, fülle ich mich immer mit meinen Jungs. Ich bin der einzige Real-Fan. Das kennen wir alle oder ich zumindest auch. Oder zumindest, dass sonst kein Real Madrid interessiert, dass ich da auch oft irgendwie der Einzige war. Und ganz oft allein und einsam war mit meinen weißen Tricots oder meinem ausgewaschenen Trainingsartikel. Und alle haben mich ausgelacht. Naja. Morgen gegen Deutschland. Ja, ja. Spanien, Deutschland. Hips, Prognosen, unentschieden, unentschieden. Spanien ist Angstgegner. Haben sie das letzte Mal ein Klitspiel gegen die gewonnen? Also bei einem großen Turnier zumindest. Ähm. Achselgang. Vor- und Nachteil für Deutschland gleichzeitig. Sie werden wissen, welches Ergebnis sie brauchen, weil das Japan-Spiel vorher ist. Oh. Und wenn Japan gewinnt, müssen sie gewinnen, sonst sind sie raus. Anders gesprochen, du kannst nicht, also unentschieden wird es dann nicht geben, weil wenn es unentschieden steht, also angenommen Japan hat gewonnen, es steht zur 75. Minuten 1-1 Spanien in Deutschland, dann muss Deutschland Vollgas geben und dann hast du entweder das Tor von Deutschland oder den Konter von Spanien, weil sie das auch machen müssen. Deswegen, wenn Japan gewinnt, wird es keinen Unentschieden geben, weil dann muss Deutschland zu viel riskieren und entweder treffen sie oder passieren sie. Klar, klar. Aber grundsätzlich traue ich Deutschland schon was zu, denn das 7-0 war, naja. Ja. Deutschland hatte mehr Schüsse aufs Tor als Spanien. Ich glaube, Spanien hatte 8 und Deutschland 9. Und einen höheren XG oder fast den gleichen XG. Wow. Also eigentlich hätten wir... Ja, ich hätte 2-2 gesagt, aber... Ich hätte normalerweise auch unentschieden gesagt, aber es hängt von Japan ab. Okay. Bist du gerade beim Tippspiel und du? Wir tippen ja WM nicht. Wir tippen WM ja nicht. In unserer, in meiner Gruppe mit dem Josef, aber den kennt ihr glaube ich gar nicht. Warte, warte. Also ich tippe WM nicht, deswegen... Klipp, was sagst du? Ich wäre... Ich wäre... Also ich kenne einige Ergebnisse schon, aber ich kenne. Aber falls ihr es nicht gesehen habt... Ach, da ist er hinten, naja. Klipp, was sagst du? Ach, da ist er auf jeden Fall Sieg, Sieg Deutschland. Jawohl. Also da bin ich, glaube ich, schon. Mutig. Mutig, da. Aber ich fand jetzt auch so in Japan haben es das ja an sich nicht schlecht gemacht, ne? Also... Ja. Von daher... 204 ist aber alles fair. Also müssen jetzt. Und knapp das 1-0. Mehr willst du, glaube ich, nicht. Aber ich sehe da... Beide Treffen... Ach nee, das ist zu sehr jetzt Wettpodcast. Beide Treffen und over 2,5 Tore ist mein... War jetzt ein Exkurs in... In Talk-and-Tips. In Talk-and-Tips. Ja, das ist die... Im Endeffekt, wer das Mittelfeld beherrscht, der wird das Spiel gewinnen. Und das war einfach... Das Warta-Trio war überragend gegen Osternika. Es ist schwer zu tippen, weil die Deutschen alles nach vorne werfen. Natürlich können sie Treffen und dann das von mir aus 3-2 in der 88. machen. Aber du kannst halt auch... Im Endeffekt ein bisschen Südkorea-Deutschland... Miguel schreibt gerade aus Madrid... Gestern ist ihm Lukas Vazquez über den Weg gelaufen. Hä, ich dachte, der ist in Dubai. Wo bist du gerade? Ich dachte, in Madrid. Lukas Vazquez macht doch noch Urlaub. Dachte ich mit Nacho und so. Trainieren mit Ramos in Dubai. Aber vielleicht sind die auch schon zurück in Madrid. Kann sein. Das ist der große Reporter, der auch öfter mal bei Sky ist oder so. Habt das schon oft gesehen bestimmt. Deutschland-Spanien 1-0 durch David Raum. Spielt ihr überhaupt? Spielt ihr überhaupt? Ja. Nee. Ja. Ich darf gerne mal Kehrer jetzt recht spielen, aber Raum kann bestimmt bleiben, oder? Also nochmal spielen war ja auch okay. Die Abwehr macht halt Sorgen. Mit hier Hülle. Der Schlapperbeck. Der wird jetzt, glaube ich, rauskommen. Auf Twitter hat ein Kollege geschrieben, was erwartest du, wenn du die BVB-Abwehr da hinten reinstellst? Und so ist es ja auch ein bisschen. Wenn es hart auf hart kommt, ist das halt dann doch die BVB-Abwehr nur. Und das sah man ja gegen ja. Von daher habe ich da natürlich dann auch Sorgen, weil Daniel Ollmann, brutale Zocker. Richtig geile Spiele. Kann auch bitter ausgehen, ne? Ja. Aber nee, ich traue Deutschland trotzdem. Den Sieg zu, wenn sie ein bisschen seriöser verteidigen. Es wird jetzt nicht wie in der Nations League vor zwei Jahren diese 6-0 geben. Ich glaube, Deutschland wird schon. Nein, Deutschland hat schon Chancen. Deutschland fehlt an Spieler wie Klose oder Mario Gomez. Ja, aber eigentlich auch Spanien. Also die haben jetzt auch nicht jeden Weltklasse-Mega-Knipser vorne, Morata verballert. Einiges gut. Sagst du nicht so einfach nach sechs Torschützen gestern gegen Costa Rica. Dafür haben sie den Verteidiger mehr ohne Piqué. Was soll denn das? Ne, der hat doch jetzt auch aufgehört. Ja, ist schon voll. Habe ich Barster gesagt? Ich meine Spanien. Ja, ich auch. Achso, ja. Ja, gut, Piqué ist ja jetzt schon länger nicht mehr in der Nationalmannschaft. Achso. Rüdiger muss die ganze Abwehr tragen. Ja, ja. Lag jetzt nicht an ihm, aber er hatte hier und da vielleicht auch nicht seinen besten Tag. Aber war jetzt nicht der schlechteste Verteidiger, glaube ich, wie Schlotterbeck. Deutschland und Spanien haben an sich ähnliche Probleme, weil vorne diese eine Weltklasse-Knitzer, kein Bier, kein Klose mehr und so weiter fehlt. Ja, deswegen sage ich eben, kommt es aufs Mittelfeld an. Wenn Gavi, Buskips und Co. die vorne füttern, dann passieren automatisch Tore. Du musst das Mittelfeld neutralisieren. Wenn Kimmich und Co. vorne die füttern, dann werden auch da Tore gefallen. Ein bisschen schnüppeln bei Yogi, dann wird es was. Oh, hier und den. Der muss nicht sein. Den Eichelkäse rausholen. Naja, Spanien hat Leftfoot Asensio. Ja, aber morgen wird bestimmt Morata spielen. Cavajal bestimmt auch rein rotieren. Nee, Cavajal spielt nicht. Hast du Billy Quetta nochmal? Ja, weil der defensiv stabil ist. Billy Quetta hat 100 Minuten wieder in den Weinen. Ja. Aber Morata ist ein guter Call, der könnte beginnen. Aber Asensio ist in so guter Form. Ja, sonst ist das gute Form, ja. Wir sind ja auch rechts, aber dann muss ein Ferran raus oder ein Ferran nach links oder Olmo bleibt. Das wird schwierig. Aber ich glaube, das Spiel gegen Costa Rica war auch ganz gut. Um Alba früh raus, Busquets früh raus. Und vorne ja auch noch ein paar an Petri gegen, glaube ich, auch noch. Von dem her konnten sich da einige schonen. Deutschland musste durchspielen irgendwie. Hab jetzt vielleicht nicht so viele Optionen. Ein Morata auf der Bank. Man kann bestimmt auch mit anderen starten. Aber da, glaube ich, lief das Spiel logischerweise. Es wird Spanien besser mit Pausen und so weiter. Aber Aspili Quetta, der ist so alt, der muss so jetzt wieder eine Pause kriegen. Cavajal bestimmt, bestimmt. Müller müsste Stürmer spielen. Ach so. Gegenfrage. Oh, oh. Ding. Die Aussage, die Aussage von Spaniens Trainer, dass er Ferran Torres auswechseln würde bei einem Baby-Jugend. Posen oder würde er es machen? Sprich, ob es Ferran Torres trotzdem machen würde. Wenn er es machen würde, ob er wirklich in dem Moment instant auswechseln, aber auf die Tribüne, tschüssig, wir sehen uns nächstes Spiel wieder. Also wenn du so in der PR, in der Presse-Runde, Twitch-Stream. Ja, war ja ein Spruch. Ich glaube, er würde das vorher schon wissen. Aber das wäre richtig witzig. Ich glaube, er würde schon wissen, wenn er seine Tochter schwanger ist. Aber witzig wäre es. Und die spannendere Frage ist, was halten wir vom Twitch-Streamer Luis Enrique? Wow. Ich finde das sehr witzig. Vor allem unterhaltsam. Ich habe einen, die erste Frage habe ich geschaut. Die anderen beiden habe ich verpeilt, verpasst. Jetzt habe ich geschaut, das ist alle auch unterhaltsam. Also es ist wirklich wie so ein echter Twitch-Streamer auch. So völlig locker. Quatsch da einfach ein bisschen. Er macht Witzchen, beantwortet Fragen und so. Also wirklich auch komplett ehrlich. Also auch so halb amüsante Fragen beantwortet er natürlich. Er nimmt sich da Zeit und alles. Das ist so richtig, richtig interessant, da mal einen authentischen Trainer zu sehen. Weil PKs, wir covern ja jede PK seit x Jahren. Das sind ja immer die gleichen Platiküden. Du willst eigentlich nie was sagen. Du willst dir nie in die Karten blicken lassen. Bist du immer höflich, bist du immer respektvoll. Jo, der könnte spielen. Das sind ja immer nur Phrasen und so. Die Phras haben ja null Mehrwert. Und dieser Twitch-Streamer ist, finde ich, anders. Der hat wirklich Mehrwert. Vor allem für den User natürlich. Das ist das eine, die Nähe zu den Fans. Dass er sich da auch mal von seiner lockeren Seite, dass er direkt zu den Fans sprechen kann. Und in Spanien eben speziell. Du hast schon die langweiligen PKs und dann suchen sich manche Medien trotzdem noch das Negativste raus und machen das dann als Schlagzeile. Und dann steht das über allen. Wenn Ancelotti nur leicht sagt, ja, es müssen manche trainieren, dann wird das gleich wieder auf den Hazard bezogen. Und Hazard trainiert zu wenig. Also, dass da vielleicht auch Luis Henrique was dagegen hatte, gegen diese negative Berichterstattung. Und deswegen das selbst in die Hand nimmt, um dann direkt zu den Fans zu sprechen. Also, der Ansatz ist gut. Warum nicht? Muss jetzt nicht jeden dritten Tag sowas sein. Speziell nicht außerhalb von den großen Turnieren. Aber, ja, warum nicht? Also, es ist dann eher die Frage, wie dann die Stimmung in so einem Stream ist. Ob da viele Beleidigungen sind, viele Spamme oder... Er liest ja nur die Fragen vor, die er vorlesen will. Und wie du ja auch... Ja, was er trotzdem in die Hand spielt. Und dann kommen welche Spammer rein. Aber das kann ja alles ausgenutzt werden. Wie liest du die Fragen vor, die du liest mit? Nein, nein. Das sind alle Fragen vor. Ich sag mal, das ist wieder so peaky. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe die nicht. Wenn Buskitz spielt, hat Deutschland gute Chancen. Ja, der Barca-Block mit Alba auf Kauzen. Nee, 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 nee. Die haben besser funktioniert in der Nationalmannschaft als bei Barca. Oder? Das war schon... Buskitz ist Weltklasse. Da lasse ich nichts drauf kommen. Luis... Nils, frag mal bei Luis Henrique nach für Streaming-Tipps. Das stimmt. Aber Luis Henrique hat ein Team dahinter. Der macht auch nicht einfach, hier mein Laptop hängt, was soll ich machen? Sondern da sind zwei Leute hinterher. Also, da gibt es eine Regie in dem ersten Stream. Von daher, Tipp für den nächsten Stream. Ja. Eine Regie hinter den Kulissen. Hol dir zumindest einen dazu. Gut. David, fahr mal schnell her aus Leipzig. David ist doch... David, ja. Der kann aus Leipzig schon her. Er kann technisch hier. Er hat mir jetzt noch nicht geschrieben. Vielleicht ist er unterwegs aus Leipzig. Aber ja, mal schauen, mal schauen. Hat euch das Pressing von Kanada positiv überrascht? Mega. War schon stark. Mega. Dass die sich nicht belohnt haben mit irgendwie zwei, zwei Toren. Das hat mir gestunken. Wäre schade. Das hat mir gestunken. Ach so, ja gut. Kannst du wieder nicht mitreden, ne? Also, wann guckst du die WM? Ich muss arbeiten, Mann. Ja, okay. Hätte nur für die ausgehen können, aber am Ende gewinnt Belgien mit 1-2. Ja, das hat mir gestunken. Das war sehr, sehr gut. Da war Kanada schon der Sieger der Herzen. Nils, 1 Uhr, jetzt wird gequisst. Gut. Wir haben was vorbereitet. Jeder hat sich fünf Fragen überlegt. Multiple Choice. Ihr dürft dann mit antworten. N, N, A, B, C, D. Bei mir waren es sogar acht Stunden, wenn ich die ganzen letzten Jahre dazu rechne, welche Fragen in mir gegoren sind. Ein paar Fragen hatten wir ja schon in unserer Tiki-Taka-Folge. Die musste ich jetzt rausnehmen. Trotzdem gibt es ein paar spannende Dinge. Ich werde das auch alles hier nebenbei auf meinem Laptop, wo es sich ja auch schon aus in Ruhezustand ist, dokumentieren. Ihr könnt auch erst mal noch nachlegen. Nee. Nachlegen? Willst du nachlegen? Willst du? Aber nur einen für einen, der noch 21 Stunden streamen muss. Mit unterteurchen Bedingungen. Leidrei. Leidrei. Es gibt auch im Kühlschrank noch Radler oder so. Wenn ihr wollt. Geh halt mit. Nein. Es gibt sogar zwei verschiedene. Nee, das war lieber allein. Ich nehme einen Radler. Ich komme gerade vom Training. Jetzt zum Training. Krass. Maschine, Alter. Es ist 1.07 Uhr. Pumpen im Megane oder was? Couture Everkiller, ja. Was machen wir damit? Ex oder Barter-Fan? Dann? Dann Alex. Alex für dich, ne? Ich mache gerade den Check. Ach so. Es hängt leider immer noch. War einmal kurz weg und dann leckt es wieder. Ja, David. Du darfst nicht weggehen. Kollege, du musst da bleiben. Hier bist du ja der Schutzpatronen. Kannst du dir mal per WhatsApp ein Bild schicken von dem Webcam einstellen, wo die Auflösung in FPS und so steht? Ach so. Also du meinst hier aus dem OBS. Ich kann es auch nochmal natürlich auf dem Desktop. Meinst du das? Oder meinst du eher die, wirklich die Eigenschaften der Webcam? Aber da ist ja nicht viel. Ich mache das mal größer. Dann kriegt er hier sein Foto. Das ist ja nur, nächstes Foto kommt hier. So. Also jeder hat fünf Fragen und es gibt dann auch noch etwas für den Gewinner und auch für den Verlierer. Komme ich gleich zu denen. Ich habe dazu auch eine kleine Excel-Liste angelegt, wo dann eben eingetragen wird, wer wie viele Punkte bei wessen Frage gesammelt hat, sodass wir am Ende auch ein Gesamtergebnis kommen, mit irgendwie hier, wer die meisten Punkte hat, das müsst ihr jetzt nicht groß sehen, aber nur, dass ihr seht, kommt dann ein Punkt hier hin und ein Punkt dahin. Ist ja an sich verständlich, wie das gemacht wird. Das wird man dann gleich die Fragen abhandeln, die Quizze. Ihr dürft mitmachen. A, B, C, D, gibt es Multiple Choice. Meinung zu Infantinus Pressekonferenz. Boah, Matthias. Dann bist du nicht mehr fertig. Today I feel dumm. Today I feel... Was können wir noch sagen? Ja, ja. Ja, ich meine nur, was er so ist. Dumm, peinlich, genau. Das ist der Wahnsinn, wie er da einen auf Welt offen macht und kritisiert mich, ich bin der Jesus, kreuzigt mich. Das ist so ein Quatschkopf. In den Eigenschaften von der Web, genau da. Okay, David hat jetzt das Bild. Dann können wir hier bald loslegen mit unserer Bizarre. Ja, der versucht abzulenken von den großen Problemen. Tut so, als hätte die FIFA so viel bewegt und als wäre immer dieser Whataboutism vom Wegen, warum kritisiert ihr, es gibt noch viele andere Probleme. Ja, aber wir reden jetzt über dieses Problem dort bei euch, woran die FIFA genauso schuld ist und so weiter. David schreibt, mach mal wieder auf 1080 FPS auf höchstmögliche Videoformat und was. Also Auflösung auf 1008. Gut, es geht nur 1280 oder 1920, mach mal 1280. Die FPS auf höchstmögliche. Ja. Okay. Höchstmögliche FPS. Videoformat MPJE. MP, ja bla. Okay. MPEG. Oh, wow. Jetzt ist die Kamera groß. Zack. Da wird der Flipper. Nein. Und Visier genommen in der Kamera. So, dann ist er, bringe ich dir schöner. Ja. Äh, wenn ich so bitte. Habe ich den Rahmen hier nicht mehr? Okay, vielleicht ist es so jetzt besser. Äh, und bei Videokonfiguration Häkchen bei Fokus und Belichtung rausnehmen. Bei der Videokonfiguration, okay. Videokonfigurieren Häkchen bei... Du warst im Fokus. Oh, schön. Häkchen bei Belichtung. Bei Belichtung. Das sehe ich nicht. Kamera Steuerung, Belichtung hat ein Häkchen. Oh, woher weißt du das? Und auch... Und bei Videokonfiguration Häkchen bei Fokus und Belichtung. Bei Fokus und... Okay. Beides ist raus. Oh, jetzt haben wir hier keinen Fokus mehr. Naja. Ob das jetzt so gut ist, damit... Dann mache ich zumindest den Fokus wieder rein. Und die Belichtung lasse ich raus. Weil sonst wird das ja gar nicht scharf. Und wir wollen ja hier nicht nur Ziege haben. Oh, keiner lacht. Na doch, einer ein bisschen. So, Fokus. Haken. Okay. Fokus wieder drin. Kommt die Frage, was hält Alex vom neuen Bernabeu? Neid. Ja, ich müsste es ja erstmal sehen. Ist ja Baustelle. Also was... Danke dir. Möste dich davon halten? Müsste ich sehen. Vom bald neuen Bernabeu von den Plänen. Von den Plänen. Soll ich aufstehen? Bitte, ja. Danke. Ja, ich fand das alte jetzt auch nicht so schlecht. Also, für mich gab es jetzt nicht unbedingt einen Umbauzwang. Vor allem von der Passade gesprochen. Jetzt innen ist ja nochmal was anderes. Modernisiert müssen alle spanischen Stadien immer von außen. Weiß ich nicht, wird fast schon zu arg futuristisch, habe ich so das Gefühl. Also, ich mag es ja dann eher, glaube ich, vielleicht so ein bisschen traditioneller. Also, sie hätten es auch nur innen modernisieren können und hätten nicht außen hier diese silberne, was auch immer drauf. Ich wollte jetzt nicht Kloschüssel sagen, ich will ja respektvoll sein, aber... Razer-Software beenden, okay. Also, Fokus ist manuell eingestellt. Beim Bernabeu geht es ja auch darum, dass man das Stadion 360 Tage im Jahr und so weiter nutzen kann. Also, deswegen ist das schon mal ganz wichtig. Okay, wenn ich jetzt die Razer beende, dann hoffentlich stürzt die Kamera nicht ab. Aber, Kamera ist noch da, weil Razer ist ja die Kamera und hier auch beenden. Service. Nochmal Razer, nicht, dass sie hier wachsen wie die Pilzen aus dem... Wie bei so einem Hau-drauf-Spiel. Brauchst du bei der einen Stelle drauf, kommt es auf der anderen wieder raus, aber... Hau dir den Taskmanager. Hau dir den Taskmanager, genau. Mach dir einen Affengriff. Razer, okay. Scheint alles jetzt von Razer weg. Na gut, wollen wir mal langsam anfangen. Eventuell der Hammer, okay. Dann fangen wir mal an mit unseren Quizzen. Also, Max, ich habe eben schon gesagt, ich habe ja auch so eine Excel-Tabelle, wo wir dann eintragen. Einen Punkt für den, wer es richtig hat und so weiter. Und dann gibt es, es gibt zwei Preisen. Einen negativen und einen guten Preis. Einen für den letzten, einen für den Gewinner. Wie sage ich das? Das Passertrikot für den einen, das Realtrikot für den anderen. Nein. Ähm, der Gewinner kommt etwas Besonderes vom Letzten. Der Letzte muss für den Gewinner eine ganz besondere, ganz schöne Lobrüdigung, Lobpreisung, einen schönen Vortrag halten über den Gewinner. Leib von er? Leib von er. Ich hoffe, ich werde Zweiter. Wie schön er ist, wie intelligent er ist, dass er besonders, ne? Eine schöne Rede vom Letzten. Ich gehe da an meine Fragen, dass die nochmal schön ein bisschen durcheinander wirken. Ja, das sind die Preise. Darum geht's. Es steht viel auf dem Spiel. Ich will Erster werden. Ich möchte ein bisschen... Na dann. Na dann. Salud. Auf die Fragen. Auf und David, auf die Fragen. Armel an. Armel an. Genau. Vom Jungeselabschied. Salud. Wir fangen an. Ich habe hier als erstes bei mir den Max stehen. Dann macht Max seine erste Frage. Es gibt, wie gesagt, Multiple Choice und ihr dürft dann mit ABCD fragen. Oh. Der, der gar nicht vorbereitet ist. So. Jetzt ist es los, ja? Ja. Bisschen nervös. Jetzt wirklich. Können wir erst so einige zum Reinkommen machen? Zum Reinkommen. Zum Reinkommen. Nee, mach mal. Mach mal auch so ein bisschen sportlichen Mitbruch. Ja, ja. Nicht gleich über die... Ach so. Welche Mannschaft gewann einen Landespokal gegen ihre eigene Reserve? A. Galatasaray. B. Juve. C. Olympique Marseille. D. Real Madrid. E. Es gibt nur B. Nur D. Nur 4, oder? Das sind über 5. Vielleicht ist es bei mir wichtiger, den 5 auch noch. Okay. Ich trage bei mir schon mal ein, eine 1. Was ist eine 1? Ja, ich weiß nicht, weil ich es weiß. Ich möchte euch erst antworten lassen. So. Also Landespokal gegen die eigene Reserve. Ja. Was waren die Antworten? Ich trage bei Marseille, Real Madrid. Galas. Juve. Marseille. Budapest. Also da du sagst, deine 5. Antwort, die ich habe beharrt, hast, würde ich jetzt mal Budapest tippen. Das hat halt mich verunsichert, dass das sofort ich doch bei mir die einträgt. Ich weiß auch viel über Marseille. Ja, 1,1 vielleicht auch. Ja, du, keine Ahnung. Ich weiß auch viel. Muss man eigentlich das sagen, was man einträgt? Oder kann man für sich Notizen machen? Nein, wir sagen es jetzt nur noch. Aber das beeinflusst ja. Wenn du hier sofort... Ja, das weiß ich. Ja, das war das erzählt. Relativ ungeschickt. Das mache ich so... Dann nehme ich... Ich nehme Real Madrid. Ja. 1981. Genau. 4. Juni 1980. 80 auch. 6 zu 1. In der Copa del Rey. Wie kam es dazu? Castillo hat sich einfach hochgebombt. Damals war es noch erlaubt, dass zweite Mannschaften an der Copa del Rey teilnehmen durften. Die waren aber so gut, dass die ins Finale kamen. Haben dann in Bernabeu gespielt. Die erste Mannschaft hat gewonnen. Und im Jahr danach hat die Castillo, also die zweite Mannschaft sogar bei... Roman Wagner, was machst du denn hier? Ich kann dich jetzt nicht annehmen, sorry. Haben dann sogar im UEFA-Pokal gespielt. Ja, gegen die Castillo. Gute Frage. Gute Frage. Gibt es auch bei Real Total einen Artikel drüber. Also, Alex einen Punkt. Nils einen Punkt. Nächstes habe ich Pipsi hier in der Liste. Denkt übrigens immer noch Nils. Ja, Antworten auf das Handy tippen und dann sagen. Ja, gut. Wir sagen es einfach. Ich werde jetzt nicht nochmal sagen, oh, das ist einfach. Weiter mit mir. Ah, ich mache mal weiter. Ich habe mal ein bisschen in den WM-Geschichtsbüchern gekramt. Mit der Zeit der WM, weil das ja auch 100-jähriges Jubiläum, also in acht Jahren. Aber trotzdem, wir sind bei der ersten WM 1930. Bei der ersten WM 1930 kam es im Halbfinale zwischen Argentinien und USA zu einem kuriosen Zwischenfall. Der Mannschaftsarzt, der Mannschaftsarzt, der Mannschaftsarzt, die war auf dem Platz, wollte den Spieler behandeln. Er kam jedoch nicht dazu. Die Frage ist, warum? Der Arzt hatte den Spieler verwechselt. Es war kein Spieler der USA verletzt, sondern von Argentinien. Der Spieler wollte sich wiederum nicht vom Arzt der USA behandeln lassen. Der Arzt musste, bevor er überhaupt behandeln konnte, selbst vom Platz getragen werden. Also er hat sich verletzt, der Arzt dann. Ja. Der Spieler hatte nur simuliert. Der Schietzücher hat es gemerkt und hat die Behandlung nicht zugelassen. Oder beim Spieler angekommen hat er gemerkt, dass kein Material dabei hat. Musste wieder umdrehen. Als er zurückkam, hat sich der Spieler schon wieder beraffelt gehabt. Also. Das haben wir zusammengefasst. Spieler verwechselt. Arzt verletzt. Spieler simuliert. Oder Material vergessen. Ich sag B. B. Ich nehm D. Der Mediziner kommt da doch durch. Es war B. Der Arzt hat leider zu sehr an seinem eigenen Chlorofon geschlüffelt. Ist umgekippt und muss zum Platz getragen werden. So erzählt man sich zumindest. 31. Geil. Krass. Ist hier B? B. 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 Ist relativ eindeutig. Warum haben denn alle B und ich nehm D? Danke. Hätte ich früher in den Chat geschaut. Ich seh den noch von hier schlecht. Wir tauschen jetzt. Soll ich weitermachen? Jo. Wenn wir bei WM sind. Ich dachte mir auch. Ich fang gediegen an. Wie war's gut? Ich fang gediegen an. WM-Frage. Nichts schweres. Nichts komplexes. Wie viele Länderspiele hat Mario Götze? Oh Alter. Boah ne. So gut. Dann lese mal vor. A. Generell Länderspiele. Nicht WM-Spiele. Länderspiele. Wie viele Länderspiele? Oder auch Bräume. Schau mal. Im Chat. Ihr könnt auch im Chat gerne Zahlen reinschreiben. Mal schauen, ob das jemand weiß. Ansonsten A, B, C, D. Wie viele Länderspiele hat Mario Götze? A. 38. B. 47. C. 58. D. 64. Aber Freundschaft, Pflichtspiele? Länderspiele. Alle. Länderspiele Mario Götze. 38. 47. 58. Oder 64. Nicht spicken. Nicht spicken. Ich bin aber auch in 58. Ich bin aber auch in 57. Er ist ja zu. Ich bin aber auch in 58. Ohne Ababmöglichkeit. Ich bin aber auch in 58 gechippt. Und zeigt 2, 14 raus. Ja. Das stimmt. Der war lange raus. Ich bleib bei C. 58. Was hast du? 47. 47. 58. B. Du hast auch 47. Die richtige Antwort ist. Jemand hat es hier schon. Nee, hat er nicht. 64 ist die richtige Antwort. Von Omar. Omar Ali. Punkt für dich, Kollege. Kann mir für eine einfache Frage zum Reinkommen. Ja, ja. Zu was Lockeres. Was machen wir halt zum Ebenen? Ich hätte auch nicht gedacht, dass es die 64 klingt nach viel. Aber der war noch ewig nicht mehr dabei. Ja. Hat mich auch überrascht. Oh, okay. Also lauter 0. Lauter 0. Gute Frage. Muss ja eigentlich einen Extrapunk geben für den Trüger. Ja, stimmt. Wenn es keiner weiß, das überlege ich. Das schauen wir mal noch. Ich den Jokerspieler Ende. Jetzt meine erste Frage. Ihr habt bestimmt alle schon mal von Hugo Sanchez gehört. Real Madrid-Legende hat auch bei Atletico gespielt. Viele Torjägerkanonen sich geholt. Auch Pichichi gewesen. Ja. Also Torjägerkanone. Die Traditions-Elf bei FIFA. Oh, Alter. Okay. Wie siehst du? Der Kopfball-Ungeheuer. Und in der Saison 1989-90 ist er auch Torjägerkönig geworden. Mit 38 Toren. Aber es gab eine ganz besondere Sache an dieser Torjägerkrone. Warum? Was war das Besondere? A. Er erzielte diese 38 Tore nur Headtricks. B. Oder mehr. Also Headtricks oder Viererpaxe. Was auch immer. B. Alle Tore waren mit dem ersten Kontakt. Volli. Zack. Direkt. C. Alle 38 Tore fielen gegen nur 9 Teams. Oder D. Alle Tore waren per Kopf. Okay. A. Headtricks. B. Direkter Kontakt. C. Nur wenige Teams. D. Kopf. In welchem Jahr waren es? 89-90. Wie viele Mannschaften gab es denn? Wann mehr? Ah, clever. 20. Wie alle nachschauen. Ich glaube nicht nach. Ich habe meinen Antwort schon. Aber ich war nicht richtig. Also ich sage C. C. Gegen nur 9 Teams. Ich sage, das ist so Nils Pedersen. Schöner Joker kommt rein. Liefert geht wieder. Erster Kontakt. Ich nehme auch B. Erster Kontakt. Richtig. Alle mit dem ersten direkten Kontakt. Ich meinte, das hätte ich vielleicht mal gehört. Bei der Total Artikel. Ne. Manche schreiben mir per Kopf. Ne, ne. Also es war B. 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 Wer die Antwort möglich hätte, war zu unruhig. Erster Kontakt per Kopf. Ist mir. Ja. Stark gesagt. Hugo Sanchez. Kopfballungeheuer. Und auch direkte Kontakt. Ja. Kopfbälle zum Beispiel. Nur B. Klingt wirklich realistisch. Ja. Aber es gibt auch Artikel. Auch real total darüber. Jetzt wissen wir, wie aufgepasst. So. Mixel. Mixel wieder. Dann kann ich hier Sportmedizinerfrage bitte. Kann ich Medizinerfrage? Ne. Die eine hat mir schon gereicht. Da kann ich nie von. Was bezeichnet, oder doch, was ist die Fergie-Time? Ist es A, die Halbzeit-Show der Black Eyed Peas? Weil Fergie, Black Eyed Peas. Da hast du ja nicht. Ne, da hast du ja nicht. B, ein wirtschaftlicher Aufschwung eines bestimmten Vereins. Dass du sagst, es kommt eine Person zu einem Verein, die den Verein wirtschaftlich auf andere Sphären hebt. Ist es ein cholerischer Anfall eines Trainers? Ist es die Rückkehr zu einem Club? Wie jetzt zum Beispiel, dass man sagt, es gibt einen Trainer, der einen Spieler ausbildet, der wird auch internationaler Klasse und kommt wieder zurück zu seinem Ursprungsverein? Oder ist es D, eine bestimmte Art der Verlängerung des Spiels? Ich weiß es. Ich habe es mir vorgelegt. Also nochmal. A, Black Eyed Peas. B, wirtschaftlicher Aufschwung. C, cholerischer Anfall. D, Brücke. E, ich habe immer fünf Möglichkeiten. Das habe ich auch schon gemacht. Die Verlängerung. Nicht spicken. Ey, kommt ja nicht. Achso, ich weiß ja auch, deswegen schaue ich mal hin. 99 sage ich nur. Achso, dann sage ich, das redet mir gar nichts. Ich bin bei der Verlängerung. Also hier, Antwort E. Okay. Nachspielzeitverlängerung, weil Manchester United sehr oft unter Trainer Ferguson in der Nachspielzeit Tore geschossen hat. Also oft den Ausgleich oder den Siegtreffer. Finale 99 gegen Bayern. Tatsächlich war es so, dass statistisch belegt wurde, dass die hochklassigen Teams, vor allem jetzt Man United, das war in so einer statistischen Auswertung, wenn die zurückliegen, ist die Nachspielzeit verhältnismäßig so viel länger, dass die noch zum Ausgleich kamen und zumindest einen Punkt zu retten, als statistisch gesehen das bei Niederklassikerin-Teams in der Premier League. Der Bayern-Dusel quasi. Genau, der englische, der groß-arikanische Bayern-Dusel. Ja, aber haben schon die meisten ERD, außer Jörg Hallermann. Moment mal, jetzt war E. Achso, jetzt war E. Nee, das Leben ist gerade flüssig, glaube ich. Ja, es ist auch meistens grün. Ja. Ja, die Einstellung von David, bester Mann, weil ich jetzt auch das Hintergrundbild, weil David meint jetzt das Hintergrundbild, auch mal aus dem von Bernabeu. Ja, also ist ja auch grün. Ja, weiter. Weiter, weiter. Zipzi. So, ich bleib bei den WM's. WM ist ja auch immer Bühne für große Spieler, für Spieler der Vereine. Ich hab mir mal die letzten zehn WM's angeschaut. Also es geht um WM's seit 1982. Ich suche einen Verein, der hier eine besondere Serie in den Finalspielen hat. Und zwar gibt es einen Verein, zumindest einer der vier, die ich jetzt da nenne, die in jedem der Finalspiele mindestens einen Spieler auf dem Feld hat. Boah. Boah, das ist krass. In jedem WM-Finale. Boah. Mindestens einen. Immer mindestens einen Spieler. Immer mindestens einen Spieler. Und wir rechnen so, es gilt quasi die Saison, in der er noch bei dem Verein gespielt hat. Also in dem Moment. Genau. Ja, die Sommer-WM ist nach dem Sommer. Genau. Das war die das Stellen des Spielers für die. Ja, genau. Seit WM 1982 in jedem Finale immer ein Spieler von Vereinen. Was, Real Madrid? Barcelona, Inter Mailand, FC Bayern München. Ich habe selber geschrieben. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan. Alter, aber das ist eine gute Frage. Ich glaube, es vibriert es. Oder muss ich in mich gehen? Hat der denn Barca 2018 einen Franzosen oder einen... Ja, man, danke. Boah, das weiß ich eh nicht. Also sage ich Real, ah, ganz ob wir es lieben. Da waren immer mal so ein Zidane Carambello dabei oder Roberto Carlos und Ronaldo. Nee, der war noch nicht bei Real. Zum Beispiel. Stören wir uns? Ich sage Real. Hier sagt Piki, sagt Bayern. Sagt das du? Kann schon auch sein, aber auch immer mal. FC, Barbaria, Munich. Ich sage Bayern München. Also ich glaube, es ist FC Bayern München. Boah, jetzt, jetzt. Die Frage habe ich auch gelesen bei der Vorbereitung. Ja, weil ich habe da ein paar andere Antwortwürdigkeiten noch gehabt und dann habe ich noch eine halbe Stunde recherchiert, ob in den Finalspielen FC Barcelona, Real Madrid oder Inter Mailand Spieler gestellt hatten. Und ich hoffe, ich habe mich nicht vertan. Wow. Aber ich könnte euch zumindest jetzt die Finals, oder die Bayern-Spieler sagen. Ja, das passt. Wir vertrauen dir. Ab 82. Ja, glaube ich dir so. Also ich musste natürlich auch ein bisschen ausschließen, wenn das Barca gewesen wäre, hätte ich es eigentlich mitbekommen müssen. Wenn es Real gewesen wäre, hätte er hier, der Zappel Philipp hier reagiert. Nämlich, oh, weiß ich sofort. Also können es die beiden nicht sein. Und dann, richtig, richtig Chance. Und Bayern ist einfach der größere Verein, als ich das so ein bisschen mit mehr Nationalspielern. In der Regel dachte ich, also auch so über die Jahre, ne, gewachsen. Aber, geilste Frage bisher. Muss ich jetzt sagen. Du kannst nachreden. Ja, ich habe keine so geilen Fragen, aber die müssen ja nicht rein sein, es muss ja nur dazu kommen. Das Ziel ist natürlich, wie besser ist du. Nein, ich finde es sehr interessant. Ich habe nur abgefahren. Deswegen bist du, die haben jetzt lieb. Ich lege wenig Wert auf Kreativität. Ich lege Wert darauf, dass ihr sie nicht beantworten könnt, damit ihr keine Punkte macht. Wie viele Torwart, Mario, kommen Sie? Wie viele Torwart hat der WM schon von 24? Wir bleiben bei der WM. Wir bleiben... Sachlich. Sachlich, danke. Wer hat die meisten Gegentore bei WMs kassiert? 125. Welche Nation hat bei Weltmeisterschaften die meisten Gegentore kassiert? 125 sind es. Also, ich glaube, man muss dazu sagen, vor der WM jetzt nicht. Gestern Costa Rica, sieben Tore passiert, das zählt nicht mehr rein, sondern ich glaube, vor der WM, nicht die aktuellen Spiele. Meiste Gegentore bei WMs? 125. A. Mexiko. B. Spanien. C. Deutschland. Oder D. Argentinien. Kannst du nochmal? Ich wiederhole. Meiste Gegentore bei WM? Es sind 125 Gegentore. A. Mexiko. B. Spanien. C. Deutschland. B. Argentinien. Also eigentlich brauchst du ja eine Mannschaft, die zumindest oft teilnimmt. Weil wenn du nicht auch teilnimmst, kriegst du auch nicht viele Gegentore. In der Auge. Ja, dann... Entschuldigung, die Frage ist gut. Ich würde sagen, Spanien. Die haben einfach nur einmal gewonnen bisher und waren sonst auch Durchschnitt. Klar, die hatten dann Casillas, aber nicht so eine gute WM-Zeit bis 2008, bis 2010 gehabt. Also würde ich eher Spanien sein. Aber die sind halt auch immer dabei gewesen. Oder fast. Marien ist immer dabei gewesen. Wie viele Spiele hast du pro Endrunde? Gut, komm doch mal, wer du kommst, ne? 4, 5. Also. Ja. Also ich glaube, Mexiko scheidet eher früher auf. Oder die kriegen aber halt ständig die Hubiefeuer. Ja, aber ich glaube, wie viele WM-Teilnahmen Mexiko hatte. Ich könnte es bei SMS geben lassen. Ja, David schreibt nur wegen einer... Ja, ja. Wie die meisten Gegentoren schreibt er nur kurz. Also ich glaube, Deutschland hat so oft gewonnen, als dass sie so viele Gegentore bekommen können. die waren schon immer. Hatten Kohler und Sammer und Matthäus, das war... Da war auch irgendeine Frage, mal im Internet gelesen, bei Vorbereitung, wer mit einem positiven Torverhältnis ist abgestiegen. Ja, ja. Wie kann ich sogar beantworten? Dann doch auf der Gleichnehmung. Also die WM scheinen zu laufen. Ich checke ja immer nebenbei. So, wo ist der Channel? Dum, dum, dum. Ihr beraten, ihr solltet euch nicht beraten und alle auf die gleiche Antwort kommen. Sondern ihr seid ja Konkurrenten. Spanien. Spanien? 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 Hast du auch einen Jingle? Äh? Äh? Oder einen Song oder so? Wollt ihr nochmal? Spanien ist falsch. Deutschland. Deutschland hat auch hier Serkan geschrieben. Serkan, stark. Guter Mann. Serkan, guter Mann. Hätte ich nicht gedacht... Da noch mehr. Dabi. Warum? Hätte ich nicht gedacht. Deutschland hat nach... Also Brasilien hat die einzige Mannschaft... Ja, aber darum geht es ja nicht. Brasilien 22 WM-Teilnahmen. Einzige Mannschaft ever. Und Deutschland ist ja die mit den zweitmeisten, ich meine 20, offenbar, weil sie immer sehr weit kommt. Denke ich. Ja, die Spanien nur gekonnt sind. Die Spanier scheiden dann doch immer früh aus. Die sind ja nur einmal über das Halbfinale hinausgekommen. Nämlich als sie Weltmeister waren. Deswegen, wenn die immer 8. Finale, 4. Finale ausscheinen, haben sie ja nicht so viele Spiele. Krass. Ich hätte eher gedacht zu Mexiko, weil die kommen oft mit 8. Finale, aber scheinbar reicht auch das nicht. Derjenige, der sehr weit kommt. Krass, krass. Das passiert auch immer mal ein, zwei Tore, das reicht, ja. Ach, 125. Ja. Deutschland hat die meisten Gegentore historisch bei WMs. Krass. Krass. Das geht doch. Wieder eine Nullrunde. Meine Fragen sind gut. Ich gehe in die Bundesliga mit meiner nächsten Frage. Oh, bitte. Die Bundesliga-Geschichte. Woher hat der ehemalige Schiedsrichter Wolf-Dieter Ahlenfelder seinen Kultstatus? Antwort A. Er verwechselte zwei dunkelhäutige Spieler. Einem hat er gehört gegeben, der andere war es aber. Er blieb aber dabei und war fest davon überzeugt. B. Er jubelte bei diversen Toren gegen Eintracht Frankfurt, während er pfiff immer so ein bisschen, hm, gemacht. C. Er hat ein Spiel betrunken gepfiffen und pfiff das viel zu früh ab. Oder D. Er hatte immer eine Schachtel Kippen in der Brusttasche. Das war so sein Markenzeichen. Also A. Spieler verwechselt. B. Gegen Frankfurt gejubelt. C. Besoffen. D. Schachtel Kippen. Ahlenfelder. Wolf-Dieter Ahlenfelder. War in den 70ern. Ah, ah, ah. Nicht gucken. Nicht gucken. Ich hab schon meine Antwort. Ja, ja, ja. Holt dann den Tragen ein. Vielleicht so ein Punkt da, ne? Keine Antwort. Na, dann dürft ihr. Boah, ich überlege noch. Was wir dann sagen, ne? Genau. Ich tippe es ins Handy und zeige es da. Will niemanden mehr ein. Der Weltkampf hier auch, ne? Ja. Spieler verwechselt. Gegen Frankfurt gejubelt. Besoffen. Besoffen. Oder Kippen. Ja, also. Team besoffen. Ich bin 10 besoffen. Ja. So geschehen. Am 8. November 1975. Oh. In dem Sinne. In dem Sinne. Zwischen Bremen und Hannover ist er zu Punkten erschienen. Hat dann das Spiel 30 Minuten zu früh abgefügt. Seitdem kann man, wenn man in Bremen einen Ahlenfelder bestellt, bekommt man ein Bier und einen Malteser dazu. Das ist so das Typische. Das mit den Kippen ist Walter Frosch. Da musst du ja auch dann denken. Das ist ja klar tatsächlich. Ja, ich habe ein bisschen geschehen. Also jubeln bei Frankfurt hätte ich mir auch vorstellen können. Das mit dem Ahlenfelder habe ich auch mal gehört. Wenn du einen Ahlenfelder bestellst, bekommst du irgendwie ein Herrengedäck oder so. Und so habe ich es mir abgeleitet, weil ich meinte, das schon mal gehört zu haben. Also ob er wirklich betrunken war, wusste ich jetzt nicht 100%. Aber das mit dem Ahlenfelder bestellen, das habe ich schon mal gehört. Ich muss kurz ein Trikot wechseln. Ich habe beide drei Minuten. Jetzt ist mein Flow, ne? Was ist los? Ich muss hier meine Fragen auswählen. Ich habe acht Stück. Ihr Freund bist so derjenige, der warum auch immer fünf Antwortmöglichkeiten hat, ne? Ja. Ich habe irgendwo gelesen. Hast du die Anweisung nicht korrekt gelesen, mein Freund? Ich habe es extra heute nochmal durchgelesen. Denn der Herr Kern schickt ja Anweisungen. Ja, ich habe gedacht, wir müssen multiple choice sein. Und macht ABCD. Wenig. Jetzt gibt es heiße. Also, nächste Frage. Wir bleiben beim Thema WM. Oh, wo ist das? Wir sind in der Vergangenheit. Oh Gott. Ganz so weit wie bei dir. Oder auch bei dir. 1950. Danke. Also. Wie gesagt. Komm, mach los jetzt hier. Wir haben gezeigt. Warum? Sagte das Land Indien die Teilnahme an der WM Endrunde ab? Oh. Das fällte sogar ohne. A. Die Reisekosten, die dafür korporiert wurden, waren zu hoch. Der indische Fußballbund konnte es sich quasi nicht rechtfertigen. Wo war die denn? Das ist doch scheinbar. Ja, die Reisekosten sind zu hoch. Und die Reisekosten sind zu hoch. Muss ich ja wissen, wo die Reisekosten sind. Die Reisekosten sind nicht in Indien. Weil sie mussten ja irgendwo hinreisen. Jung so. Reisekosten zu hoch. B. Oder E. Warum denn immer E? Weil damals war schon McDonalds einer der Hauptsponsoren für die WM Endrunde und McDonalds verkauft nachweislich Rindfleischprodukte als Essenswert, was dem indischen Glauben widerspricht und sie deshalb Teilnahme nicht. Du sollst nicht spicken. Der spickt die ganze Zeit. Ich will ja fragen. Also ich habe meine Antwort schon. McDonalds gab es dann. Also A. Ihr wisst das auch. Ich weiß nicht, ob ich es weiß. Ich habe nur meine Antwort schon. Ich habe nichts. C. Keine Ahnung. Was ist C? Keine Ahnung. Barfuß. Du sollst? Weiß es nicht. C. Barfuß. Barfuß. Ja. Ich nehme C. Barfuß. Und deswegen hat die indische Fußball-Nation die Teilnahme auch die Frage. Die Fragen sind echt easy kritisiert, Serkan. Serkan, was los mit dir? Serkan kritisiert dich. Ja, dann mach nur du die Fragen. Serkan, hau eine Frage in den Chat, Serkan. Komm. Nee, nee, nee. Nee, doch. Kipp sie jetzt dran. Okay. Mal gucken. Könntet ihr damals auch Mitwirkungen haben? Wir bleiben bei der WM. 1935? Nein, nein. Sommermärchen. WM 2006. Oh. Australien gegen Kroatien. Scheiß. Nur für den Schiedsrichter war es dann doch ein einschneidenderes Erlebnis. Das Spiel endete oder führte mehr oder weniger zum Ende seiner Karriere als internationaler Schiedsrichter. Die Frage ist warum. Er zeigte einem Spiel während des Spiels insgesamt drei gelbe Karten. Er verletzte sich während des Spiels, worauf er verletzungsbedingt seine Karriere beenden musste. Aufgrund einer ausfallenden Bemerkung gegenüber Spielern, die von den Außenlikos aufgenommen wurden, musste er zurücktreten. Und D. Schon vor dem Spiel gab es Gerüchte um eventuelle Bestechung. Ohne dass belegt werden konnte, musste er im Nachhinein zurücktreten. Der Außenseiter Australien kam ins Achtelfinale damals. Kurz zusammenfassend. Also. Drei gelbe Karten. Verletzt. Ausfallende Bemerkung. Oder Bestechung. Ich sag drei gelbe Karten. Ich sag Australien. Was? Ja, D, D. Australien kam weiter. Bestechung. A, D und A ist richtig. Ich meine, der Spieler war Josip Simonic. Oh, das könnte fast einen Extrapunkt geben. Kriege einen Extrapunkt. Weiß das einer aus dem Chat? Simonic. Ja, wir haben das richtig, ja. Dreimal Geld für Simonic. Fürs 1,5. Schmack sie, mein Mann. Bestätigt das. Extra. Der Chat soll entscheiden, ob ich einen Extrapunkt verdient habe. Lass ruhig mal. Dreimal Geld. Schaut, das wissen die Leute. Gut. Ja, ich bin da im Chat. Ich habe bei mir schon auch ein bisschen was geklingelt, aber... Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so dramatisch ist. Gut. Ja, doch, hat sich das persönlich für eingesetzt. Also, bleibt nicht das gut, aber war es nicht zumindest... Inklusion ehrenvoller Mensch. Wir verlassen mal die WM zur Abwechslung. Ich hätte noch eine WM-Frau, aber ich will mal zwischendurch eine andere stellen. Wir gehen mal dahin, wo sich angeblich Nils Kern wohlfühlt. In La Liga. Aber damals hieß sie noch nicht La Liga, sondern Primera División. Also, die graue Uhrzeit, nämlich zur Gründungszeit der Primera División, habe ich eine Frage. Welcher dieser Clubs ist kein Gründungsmitglied der Primera División? Okay. Kein Gründungsmitglied. A. Real Sociedad. B. Racing Santander. C. Celta Vigo. Oder D. Real Union Irun. Wer dieser vier Vereine ist kein Gründungsmitglied der Primera División? Aber gut, wenn du die Frage auch nur dem Nils stellst, weil du genau weißt, dass der Max noch nicht keine Ahnung haben. Kein Gründungsmitglied. Real Madrid war Gründungsmitglied, deswegen habe ich sie weglassen. A. Real Sociedad. B. Racing Santander. C. Celta Vigo. Oder D. Real Union Irun. Nicht spielen schlecht. Mittlerweile, ich glaube, dritte oder vierte Vigil. Ich dachte, du sagst noch CE Europa oder so. Weil die waren es auch. Da hatte ich sie verraten. Deswegen konnte ich es nicht. Also kein Gründungsmitglied. Ich schau mal in den Chat. Ich habe meine zwei Kandidaten. Ich lasse aber euch erst mal. Ich schau mal in den Chat. Ich wollte euch einen 50-50-Joker geben. NemoFly schreibt Extrapunkt für mich. Von vorhin. Alex, du verdienst einen Minuspunkt, weil du Barca-Fan bist, Serkan. Alter. Ich habe dich hier. Ich lobe dich hier. Ich verteidige dich hier. Und dann, nee, finde ich nicht okay. Verlust. Also ich sage, äh, Celta Vigo. So. So. Real Sociedad, Racing Santander, Delta Vigo und Real Irun. Ich sage. B. B ist Santander. Ja. Ich schwanke zwischen Real Sociedad und Celta, aber ich sage auch Celta Vigo. Also C. 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 C ist richtig. Celta Vigo war kein Gründungsmitglied. NemoFly hat recht. Hector Balaguer. Grüße. Servus. Hat auch recht. Und zwar. Hintergrundstory ist. Ich rede es doch schon. Nicht Bastenland oder was? Nee, Celta Vigo ist nicht Bastenland. Hintergrundstory ist die anderen Vereine. Das waren Atletico, Real Madrid, auch ein paar Katalanen und die Basken. Für die war die, also wir reden ja von dem, vor grauen Uhrzeit, war die Reise nach Galicien, nach Celta Vigo zu weit weg. Das war die, ist ja komplett an der Küste da, Portugiesel, Grenze Portugal. Das war für die zu weit weg. Deswegen haben die das Veto eingelegt und haben gesagt, nee, die sollen nicht mit aufgenommen werden. Und eine Mannschaft fehlte noch einen Slot und das wurde in dem Turnier ausgespielt. Und in diesem Turnier standen Racing Santander und Celta Vigo im Finale. Und Racing Santander hat das Finale gewonnen. Also erst wollten sie Celta nicht dabei haben, dann kamen die ins Finale und dann haben die das Finale verloren. Danke, danke. Um die Zulassung zu erhalten. Also fehlte Celta Vigo korrekt. Wäre alles gut. Wir hatten zwei, ne? War beim Finalgewinner. Alex schreit nicht immer so, sorry. Ich bin jetzt auch mal mit einer WM-Frage. Ich zähle euch vier Fußball-Legenden auf, aber nur eine davon hat an einer WM teilgenommen. Vier Fußball-Legenden, eine. Und nur eine davon spricht die anderen drei nicht. Antwort A, David Alaba. Antwort B, Sammy Hyppier. Antwort C, Ryan Giggs. Antwort D, David Schuka. Alaba, A, Hyppier ist B, Giggs ist C und Schuka ist D. Du bist aber auch sehr variabel mit einem Legenden-Stadion. Alter. Landen-Legenden sind das. Ich muss den nennen, der nicht bei der WM teilgenommen hat. Korrekt? Doch, doch. Drei haben nicht, einer hat teilgenommen. Nur einer hat teilgenommen. Der teilgenommen hat. Dann habe ich meine Antwort. Andersrum hätte ich es schwieriger gefunden. A, Alaba, B, Hyppier. C, Giggs, D, Schuka. Da kommen schon viele. Also ich würde hinten, ich habe auch mal eine Antwort. Wie ist das denn Spicken? Ich habe ja die, ach so, nein, ja, danke. Das ist der Hyppier ist Finne, glaube ich. Ja, mhm. Max. Max. Warum denn nicht? Ich habe schon, ich habe schon, ich habe schon gesagt. Achtung, wenn ich, wenn ich erst sage, ich weiß es, dann, dann höre ich mir auch den Folgen. Jetzt haben wir das Spiel durchgekriegt. Ähm, Alaba, Hyppier, Giggs, Schuka. Bei einer WM-Teilchen. Nur einer hat eine WM-Teilchen. Ich sage, der David. Alaba. Ja. A. Ich sage auch Alaba. Aber ich vermute, dass ich falsch liege. Er hat Drei genommen, den soll ich nennen. Da war Schuka. Er hat gegen Deutschland getroffen. 1998 mit Kroatien. Alaba nie, Hyppier nie, Giggs nie. Ach, der 2M dann mit Alaba. Ich habe mir die Frage falsch schon verstanden, da hätte ich Giggs genannt, dass er nie dabei war. Weil das ist ja so ein Makel, ne? Wales konnte sich erst qualifizieren, als er nicht mehr... So, jetzt gehen wir mal hier raus aus dem Sportlichen, machen wir da mal ein bisschen was Persönliches. Hyppier, Giggs war es. Die haben die Frage auch falsch verstanden, schau? Ja. Ach nee, doch. Ich verstehe es nicht. Ich knalle euch jetzt mal ein Zitat um die Ohren. Alaba. Und mir ist wichtig, von wem dieses Zitat hätte kommen können. Hätte ich kommen können oder kamen? Naja, eurer Meinung nach erst mal kommen können und ich muss euch ja dann bestätigen. Okay. Also ihr gebt mir ein Konjunktiv. Also kam der für dich von. Ja, 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 ja. Ich war gestellig für mich. Also alle klicken, weißt du? Hey, um 20 vor 2 ist sie die gehobene grammatikalische Schule. Also, Zitat. Gehoben wurde auch das Glas heute, ne? Auch das? Bereit? Mhm. Also. Ich habe 8 Kinder von 6 oder 7 verschiedenen Müttern. Oh, verdammt. Das weißt du jetzt schon, oder? Ja, genau. Ja, wie ist es? Ronaldo. Ja. Balotelli. His Lordness. Niklas Benden. Malzummitz. Malzummitz. Wer war jetzt? Wer war jetzt? Wer war der erste? Ronaldo. Welcher? Welcher? Welcher war das? Der 1. Der Brasilianische. Ach. Was hat er? Wie viele? Was Kinder? 8 Kinder. Er hat 8 Kinder von 6 Müttern. 6 oder 7. Das war nicht ganz eindeutig herauszufinden. Ja, das war's. Warte, ich schließe mal Hummels aus für mich selbst. Ich weiß nicht, wie soll ich gehen, aber das hätte man mitbekommen. Ja, Roberto Carlos. Vielleicht auch nicht. Würde ich auch mal ausschließen. Da magst du einfach nur irgendwo Roberto Carlos mit reinbekommen. Den Oberschenkel rein gepresst. Ich weiß es. Wer war 2? Der 2. Balotelli. Oder der Lord. Also A. Ronaldo. B. Balotelli. C. Lord Benchner. D. Mats Hummels. E. Roberto Carlos. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt habe ich ihn davon noch nie gehört. Nee. Ich weiß nicht, ja. Alex. Ich nehme Roberto Carlos. Roberto Carlos. Das Bändner. Lord Bändner. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ich nenne bei Real Total. Jetzt sagst du auch. Warum machst denn du immer Real-Tragen eigentlich? Ja, wirklich. Das weiß der ja immer. Alter, der Titel ist von... Nee, danke. Extra-Punkt für Nils vielleicht. Extra-Punkt bei Lenn. Ich sag 2018. 18. Wussten die Leute das? Wussten die kreisende Maschine? Klingt so Bändner-Like. Oh, war Kürtian Graber, glaube ich. Aber das steht ja nicht bei deinem Screenshot. Ah, nee, noch nicht. Hector, lad dein Handy, Junge. 5% Akku. Klingt so nach Bändner-Like. Nee, Roberto Carlos. Die haben es damals auch krachen lassen, die Brasilianer. Also Ronaldo hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Das ist ja, das ist in dem Moment, wo er zwei Brasilianer hatte. Ich nehme auf jeden Fall den Brasilianer Norwegen. Aber hast du den richtigen genommen? Ja, ich dachte mir irgendwie, bei Ronaldo hätte ich eher davon was mitbekommen, weil ich habe davon wirklich nichts mitbekommen. Weil der ja noch mehr im Fokus der Berichterstattung ist, weil er so ein Super-Weltschler war. Da war er. Hier mit der Sohn-Doku und so. Da dachte ich mir, hätte ich das irgendwie aufgeschnappt, den habe ich nicht. Christian Graber, 16. September 2018. Guter Mann, guter Mann. Aber mittlerweile beim HCR noch. So, bin ich wieder dran, ja? Jo. Fipsi. Ich bin wieder dran. Fipsi. Ach so, sorry. Sorry. Wollte ich nie übergehen. Eine. Bitte. Also, ich habe mir mal die ewige Fairness-Tabelle der Champions League, inklusive der Pokale, also der vorigen Turniere angeschaut. So. Und mal... Angeschaut, das ist eine Recherche. Recherche, ja. Drei Stunden. Und dann habe ich geguckt, wer da so drinsteht, hat mich erst mal gefreut, dass unter anderem auch der 1. FC Nürnberg genannt wird, auch Platz 1. Also unter anderem auch Platz 1, wie ganz und viele andere Vereine. Und dann ging es weiter nach unten, weiter nach unten. Und dann war die Frage, wer ist denn noch letzter in der ewigen Fairness-Tabelle? Ist es Galatasaray-Istanbul, FC Barcelona, Real Madrid oder Inter Mailand? Sprich, meiste Karten. Genau. Also, Prozedere ist so anscheinend. Gelbe Karte 1 Punkt, gelb-rot 3 Punkte und rote Karte, glatt-rot 5 Punkte. Und die Frage ist halt quasi, wer hat die meisten Punkte? Weiß ich. Seit 1955, also nicht nur Champions League 92, sondern... Ich würde mit Real Madrid mitgehen, weil sie die meisten Spiele haben, weil sie auch immer mal ein paar Träter hatten, wie Juanito, wie Ramos, wie Pepe. Das ist für mich fast eindeutig, würde ich sagen. Jetzt ermutige ich euch wahrscheinlich, Real Madrid zu nehmen, aber... Ja. Ja, Galatasaray macht keinen Sinn, weil die immer nur in der Vorrunde rausfliegen und ich weiß gar nicht, ob sie in Grauen-Furtz hat, oder ob sie sich spielten, aus der Mannschaft, die sie häufig spielt. Da gebe ich mal einen Tipp an dich, nimm nicht, lieber Max, Galatasaray rein. Wir lassen halt eben jetzt hier zurück und... Dann muss ich nur überlegen. Ja, 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 ja. Nehmen wir Real Madrid. Nehmen wir Real Madrid. mit 642 Punkten, knapp dahinter mit 630 oder so was, oder 620 war es FC Bayern München und Barcelona bei 543 Punkten. Wann? Oh, das weiß ich nicht. Irgendwo 7, 8 sowas. Die sind zu fair und Garl hat einfach die meisten, mit Abstand die meisten Spiele. 30 Jahre die Stadt gefunden. Also ich hätte, wenn du Bayern genommen hättest, wir wollen ja immer in die Europa League. Was steht da? Alex, eine Frage speziell für dich. Wie oft hat Barca sein Sein? Gut, Alex ist dran. Ich bin wieder gestichen. Sogar nach Januar hat mir. Sollt ihr mal wieder, ihr habt euch ja wohl gefühlt mit diesen, äh, mit diesen Länderspielen, ne? Eine schnelle Länderspielfrage. Wer von diesen deutschen Nationalspielern hat die meisten Länderspiele absolviert? Ich soll ja nicht so schreien, sorry. Ähm, also deutsche Nationalspieler, wer hat die meisten Länderspiele absolviert? A. Diego Demme. Äh, ich gebe Infos dazu, die jetzt ja nicht alle kennen. Der hat bei Leipzig gespielt. RB Leipzig spielt jetzt bei Nerven. Diego Demme. B. Suat Serda. War bei Schalke, spielt jetzt bei Hertha. C. Oliver Sorg. Wo war der? Freiburg, glaube ich. Oder D. Mark Uth. Er ist der FC Köln. Also wer von den deutschen Nationalspielern hat die meisten Länderspiele? A. Diego Demme. B. Suat Serda. C. Oliver Sorg. Oder D. Mark Uth. Das ist eine geile Frage. Das ist eine geile Frage. Ich habe da auch wieder einmal die Schwulschmühlers, weil dann bin ich der, der die meisten auf den neuen Nationalspieler hat. Boah, die Frage ist richtig gut. Ja. Ich dachte, da kommt jetzt wenigstens ein Maren Kompär oder so. So. Pate G.S. sagt. David Odomo. Ach so, kann ich ja mal nicht laut sagen. Das sind acht. Ja. Aber die richtig schnell. Diego Demme. Der war vier. Der ist Sechster von Leipzig, jetzt Napoli. Suat Serda. Hertha aktuell, Oliver Sorg. Ich glaube Freiburg, weiß ich noch nicht mehr. Oder Mark Uth. Aber der war auch ein Jupp. Und der ist so. Kurzer Hinweis, die Total-Redaktionssitzung könnte sich um 10, 15 Minuten verschieben. Aber ich glaube Oma ist noch wach und Janine und Philipp bestimmt auch. Naja, ich habe keine Ahnung. Ich sage Mark Uth. D. Gut, da, da. Da ist auch Serda. Serda ist korrekt. Wahrscheinlich viele. Vielleicht sieben oder acht oder so. Fünf. Serda hat vier. Die anderen alle einen. Ja, aber bei Mark Uth war ich mir nicht sicher, ob der nicht den Ticken irgendwie zwei, drei, vier hatte. Also Diego Demme konnte ich mich gar nicht daran erinnern. Der war auch damals mit, auch gar nicht diesen anderen. Oliver Sorg, dachte ich mir, oh, vielleicht hätte er mal gegen Gibraltar in so einer. Also normalerweise hätte ich gedacht, dass sie nicht eins haben, weil wenn Länderspiele sind, Quali-Spiele, da hast du jetzt irgendwie zwei oder drei und dann spielst du gegen Gibraltar und so. Wie bitte? Weil Demme der älteste ist auch vielleicht. Es ist ja Serda. Serda war richtig. Also B. Die beiden haben richtig, ich nicht. Ich wieder. Der Flippo ist stark, glaube ich. Brauchtgefühlmäßig. Flippo kriegt ja, ich bin wieder ein Lied gesungen. Das war eine geile Frage. Es ist simpel, aber einfach auch, wer soll das wissen, das kann man nicht wissen. Eine Real Madrid Frage, eine Kultfrage. Wir sind im Jahr 2012, wir sind bei Pepe. Der hat in einem Spiel... Der hat in einem Spiel 2012 einen harten Zusammenprall mit Ika Kassias. War danach kurz K.O. Nicht mit Kaskero. Kurzen Zusammenprall mit Ika Kassias. Kurz K.O. gewesen, steht dann wieder auf. Und als er dann behandelt wurde, sagt er einen Satz, der hat Kultstatus. War danach auch ein Markercover und so weiter. Was war dieser Satz? A. Bringt mir den, der das getan hat. B. Ich heiße Pablo, was mache ich hier? C. Vizca Barça. Oder D. Wann gibt es Frühstück? Oder E. Ich habe... Hast du eine spanische Pondon dazu, wenn du so ein geflügelter Bildung bist? Nee, dann würde ich es ja verraten. Was meinst du? Das ist ja nicht die Antwort. Was meinst du jetzt? Geflügelt wäre es ja auch spanisch. Das deutsche ist ja... Dann würde ich alle Antworten auf Spanisch untersetzen. Äh, nein. Sehr gut, dann würde ich mich verraten vielleicht. Man, das ist ja K.G. Du schaust in dein Handy, das hast du gesehen. Das steht nicht da. Nochmal Wiederholung, bitte. Bringt mir den, der das getan hat. Nein. Macias. Ich heiße Pablo, was mache ich hier? B. Vizca Barça. Wann gibt es Frühstück? Ich nehme A. Bringt mir den, der das getan hat. Mhm. Ja, hab ich auch. Wir machen halt direkt raus. Okay. Ich such schnell das Marker-Cover. Ich schau mal in der Kette. Ich habe mir schon die Antwort. Das Marker war dann... Na? Ja, scheiße, alle in den B. B, halt auch in den B. Was ist das? Hä? Me llamo Pablo. Ke jago aquí. Der war bewusstlos, steht auf und denkt, er heißt Pablo, was mache ich hier? Was soll denn der Pablo sagen? Der war kurz bewusstlos. Der hat komplett einen wegbekommen. Der wusste nicht mal mehr, wie er heißt. Hä? Ja. Warum zum... Und alle wissen es, außer wir, ne? Egal. Das Real-Models ist er ja nicht. Wenn ich bewusstlos wäre. Wenn ich bewusstlos wäre. Man hat doch sämtlichen Real-Models-Content davor durchgelesen. Ja, stimmt. Das mache ich doch nicht auf und sage mir, jamo Hans-Christian. Also, dann gehen wir mal wieder weg von Real-Models. Vielleicht. 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 Eben, Zerkan, ich bin bei dir. Die Antwort C würde nie aus seinem Mund kommen. Nicht bei dir. So ein... Seid ihr bereit? Wofür stand der ehemalige Liverpool-Profi Takumi Minamino im Guinness-Buch der Rekorde? Ui, 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 ui. Ah! Er hatte die meisten Jugendvereine in seinem Werdegang. B. Er war der erste Jugendspieler, der in England Fuß gefasst hat mit dem Profi-Vertrag. C. Die meisten High-Fives in einer Minute. D. Er hat das teuerste Haus in Osaka. Oder E. Er hat die meisten Wechsel innerhalb der J-League. Also. A. Meisten Jugendvereine. B. Erste Jugendspieler in England. D. High-Five. E. Teuerstes Haus in England. E. E. Weiche. Irgendwo habe ich was vergessen. Oder halt die meisten Wechsel innerhalb der J-League. E. Dorf, die du jetzt vergessen hast. Naja. E. Du warst bei den Buchstaben herunterkommen. Bei den Buchstaben herunterkommen. Da kommt es glaube ich auch nicht. Guinness Buch der Weltrekorde. Was steht so im Guinness Buch der Welt? Oh, eine Anzahl. Meistens Wechsel, meistens Jugendvereine. Das wäre auf jeden Fall Anzahl. Ein High-Five. Meistens Jugendvereine, meistens Wechsel in der Budget-League. Teuerstes Haus. High-Fives. High-Fives. Und. Teuerstes Haus in Osaka. Ja. Aber irgendwas fehlt noch eine Antwort. Es war nur noch fünf. Ja. Jugendvereine, Jugendspieler, High-Five, teuerstes Haus. Meiste Wechsel innerhalb der J-League. Ich sag Jugendvereine. Jugendvereine? Mhm. Also ich glaube, um da hin. Ich sag, der hat irgendwann mit 13 beim Guinness Buch der Weltrekorde die meisten High-Fives abgezogen. Ich sag High-Fives. Ja. High-Fives. Jugendvereine. In Osaka. Der, der, in Osaka, der Fan-Club hat es organisiert und der hat innerhalb von einer Minute die meisten High-Fives gegeben und stand dafür im Guinness Buch der Weltrekorde. Okay. Ich muss mal alles fragen. Malerweise. Punkt. Ja, ihr habt Punkte. Alex hat alle Max-Fragen beantwortet. Ich hatte vier, du hattest nur drei von Max. Ich hab hier noch Fragen. Ja, ja. Wir kommen jetzt mit unserer fünften Runde. Achso. Okay. Okay. Ich hab aber noch zwei. Wir haben auch viele ziemlich bunt. Naja. Das ist die nächste. Ja, weil die unterhaltsam sind, meine Fragen. Das ist nicht nur, wir reden hier nur über Fußball. Nee, da geht es um Lebenserfahrung. Ich fand die Frage sehr schön, wenn du ein Lob hörst. Danke. War schön. War schön. Danke. Gut gemacht. Sehr schön kreativ. Jetzt pips. Meine sind nicht so kreativ. So, nochmal eine Schätzfrage oder? Eine Schätzfrage fängt gut, aber war was anderes. Das heißt, ich wüsste, ja. Aber ich würde mal sagen... Andererseits wurde mir aufgetragen, es soll keine Schätzfrage sein, sondern ABCD. Äh, hier gibt es schon ABCD. Eine Schätzfrage meine ich... Ich hätte nichts gegen eine Schätzfrage. Ich meine nur. Teilenspiel. Teilenspiel. Ich hätte nichts gegen eine Schätzfrage. Ähm. Benefizspiel zwischen Cotswold Allstars und... Was Cotswold? Cotswold Allstars und Cambrai im Jahr 2010. Äh. Australien? Ähm. Puh. Egal. Weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall. Ähm. Da es ein Benefizspiel war, natürlich jetzt keine 90 Minuten gespielt, sondern in Summe waren es 35 Stunden, die gespielt wurden. Ich habe mal umgerechnet, denn es entspricht ungefähr 23 Spielen. 23,3. Ähm. Musste dann irgendwann abgebrochen werden aufgrund von Dauerregen. Die Frage ist jetzt, wie endete die Partie? Geil. 98 zu 104. 333 zu 293. 4 zu 3. Oder 162 zu 162. Ich habe meine Antwort. So. Mhm. A. A. Aber es war A. 98. 98 von 142. Ich nehme das unentschieden. 120 sind alle drei falsch. Es ist 333 zu 293. Wie kann man denn so viel machen? Ich erkläre dir, warum ich das unentschieden habe. Weil du gesagt hast, das Benefizspiel, dachte ich mir. Naja. Dann geht es zum guten Zweck. Dann einigen sie sich eh auf unentschieden bei so einem Kutschspiel. Meine Verwirrungstraktik war eher noch, dass wir es mit den 93 Spielen mit reinbekommen. Aber da hätte man es auch so ein bisschen, ähm. Ähm. Hätte ich nämlich mit weniger Toren gerechnet. Ja. Als 333. Aber. Ja komm. Null Runde, ne? Nuller Runde, Alex. Ich hoffe, es gibt jetzt auch eine Nuller Runde. Jetzt kommt mal das Kreatives. Das wird dir jetzt gefallen. Da musst du eigentlich nichts über Fußball wirklich wissen. Dann. Also nicht jetzt hier Statistiken oder Vereine kennen oder so. Jürgen Klinsmann ist im zarten Alter von 39 Jahren nochmal in eine unterklassige US-amerikanische Liga gewechselt. Und zwar hat er bei den Orange County Blue Star gespielt. Acht Spiele absolviert und fünf Tore geschossen. Also kein MLS-Klub, sondern irgendwas Unterklassiges. Orange County Blue Star. Jürgen Klinsmann. Aber er spielte nicht mit seinem echten Namen bei diesem Verein. Teudonym. Also er hat sich einen Namen ausgedacht. Warum auch immer. Von euch möchte ich wissen, wie dieser Name lautet. Also USA unterklassige Liga. Hat er sich A. Jack Klins genannt. Hat er sich B. George Mann genannt. Hat er sich C. J. Goppingen genannt. Oder D. Jim Cliff. Jürgen Klinsmann. Pseudonym. Unterklassiger US-Verein. A. Jack Klentz. B. George Mann. C. J. Goppingen. Oder D. Jim Cliff. Goppingen klingt so vielleicht nach Geburt so. Aber ich glaube, er ist in Stuttgart geboren oder so. Jetzt lasse ich euch weiter. Ich glaube, ich habe meine Antwort. Willst du aber noch nicht verraten? Ich weiß aber nicht, wo Koppingen ist. Ich weiß auch nicht, ob ich es sagen kann. Aber wenn es direkt neben Stuttgart ist. Ich. Ich. Fünftle-Lädle. Kannst du noch mal kurz zu lesen? A. Jack Klentz. B. George Mann. C. J. Goppingen. D. Jim Cliff. U. Na ne. Jim Cliff sind fast die Initialien. J. C. Klingt wie J. K. Klent mit K. Ach, doch mit K. Klentz auch mit K. Oh, dann sind das doch die Italien-Lädle. Soll ich, ob ich das jetzt lesen bin? Ja. Wenn ich das auch lesen bin, könntest du auch lesen. Ah. Äh. 24. 24. Klentz. Jim Cliff. Ich dachte auch George Mann wegen Klentzmann. Was hast du vielleicht gesagt? Jim Cliff. Hilft ja mit meinem Namen. Also, lesen kann man. Ich sage A. Ich sage, nee. Dann sage ich D. Die richtige Antwort ist J. Goppingen. Also, C. Er ist nämlich geboren in Göppingen. Oh Gott, ich habe mir das gedacht. Wegen den zwei P. Er ist in Göppingen geboren. J als Abkürzung für Jürgen. Also, J. Goppingen. Aber Göppingen auf Englisch auch. Ah, gar German. Ah, George Mann und German. Ich habe mir komplett ausgedacht, Jack Klentz. George Mann und Jim Cliff. Also, J. K., J. K. Und dann. Ja, coole Antwort. War deine, ne? War das ja. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Und ich sage noch, Göppingen klingt wie Göppingen. Ich wusste nicht, ob ihr wisst, wo er geboren ist. Also, Göppingen. Danke für nichts, Nils. Vielleicht habe ich dir nicht alles gemacht. Das ist die Frage. Er hat es gewusst. D. Irgendjemand jubelt. 4C. Sag gar nicht wie. George Mann sagt Nemo. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Was ist drungen einem? Eine Frau, die selbst geboren hat. Deep Talk. Oh, da gibt es Deep Talk im Chat. Das erste Tor im allerersten Klassico ever. Woher kam, aus welchem Land stammt der Torschütze? Ich sage jetzt nicht welcher. Uruguay. War er ein Katalaner? War er aus dem Rest von Spanien? War er ein Deutscher oder war er ein Engländer? Ja. Möchtest du uns verraten, wann der Klassico war? 1902. Ja. Der allererste Klassico, der jemals ausgetragen wurde. Der erste Torschütze. Hat sogar die ersten beiden Tore erzielt. Katalane, Spanier, den Rest des Landes, Deutsche oder Engländer? Wissen durchs leider nicht. Möchtest du sagen, für welchen Verein er getroffen hat? Bata. Okay. Dann kann ich einen schon mal aufgeben, glaube ich. Boah, für mich 50-50? Natürlich auch. Für mich ist es eine 50-50 Sache. Zwischen Spanien zwischen was? Ich sage ja. Deswegen lasse ich den Mixer zuerst ankommen. Vielleicht zwischen falsch und falsch. Ich schaue mal in den Chat. Also ich glaube, eigentlich wäre es ja katalanisch, wäre ja logisch. Aber das wäre ja wahrscheinlich zu einfach. Da würdest du ja so eine Frage nicht stellen. Ich glaube, 1902 würde sich da aber auch kein Deutscher hinverirrt haben. Hm. Das wäre so ein Klassico. Also entweder irgendwas sprengt der Engländer. Aber Spanier macht halt auch wenig Sinn. Wobei jetzt die Frage ist, ob die da genauso krass sind wie Atletico. Oder Atletico. Ich habe meine Antwort, ich warte auf euch. Na dann leg doch schon mal los. Ich überlege mal kurz. Aber ich wissen würde es nicht, muss ich zugestehen. Eingestehen. So historisch bewandert wie Herr Kern bin ich dann auch nicht. Das zählt auch nur, wenn er es liest. Das zählt auch nur, wenn er es liest. Das kann schon sein. Hat er noch mehr Tore geschossen? Aber auch bei mir, selbst wenn ich es lese, ich vergesse es oft. Er hat länger in Spanien gespielt. So historischerweise nicht so gut, weißt du. Hat er weiter geknipst? Jetzt sind wir weiter für Barca gespielt. Auch schon bei Jugend? Bei uns sind wir zwei Eltern. Komm, Antwort geben. Katalane, Spanier, Engländer, Deutscher. Ich sage, wenn es Katalane oder Spanier wäre, das würde dann nichts. Ich sage, Engländer. Ich glaube, ich bin auch bei England. Dann nehme ich, damit es spannend ist, den Deutschen. Gennin! Udo Steinberg, schület von 1901 bis 1910. Ich glaube, der ist auch in Wien. Das war in Deutschland. War das damals noch Deutschland? Das war sicher in Deutschland. Ich weiß nicht, wo er geboren wurde. Das war mir nicht sicher. Naja, aber wenn er in Wien geboren ist, dann ist er kein Deutscher. Oh, 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 oh. Oh, das Schiedsgericht geht dann nochmal in den Tag. Also im Mai 1902, der erste Klassiker ever ausgetragen. Zur Krönung des Königs Alphonso des 13. Real war drei Jahre, Barca war drei Jahre vorher gegründet. Für Real war es das erste Pflichtspiel überhaupt. Deswegen hat Barca deutlich mit 3-1 gewonnen. War eine souveräne Sache. Udo Steinberg hat die ersten beiden Tore erzählt. Spiele von 1901 bis 1910. Dort bei Barca war da eine wichtige Figur. War ein Deutscher, ja. Und ja. Ist in Berlin geboren, ja. So, es gibt den... Könnte man wissen als Barca-Experte. Habe ich ja gewusst. Ich habe es richtig. Könnte man sicher wissen. So, eben bei den... Wollt ihr die anderen zwei Fragen auch noch hören? Ja, wir haben keine Zeit. Ich habe auch eine übrig, aber gut. Ich hätte auch noch eine übrig. Ja, ich habe auch noch fünf übrig, aber... Fünf brauchst du nicht eine. Okay. Komm, je eine noch. Aber eine an den Benefit. Bonusrunde. Was hat Sisu im Laufe seiner Karriere niemals geschafft? Egal welcher Verein. Hast du gelesen? Eine gelb-rote Karte zu bekommen? Ein Hattrick zu erzielen? Ein Hackentor zu erzielen? Abseits geprüftet zu werden? Oder mehr als drei Spiele hintereinander verletzt zu verfassen? Boah, das ist nicht gut jetzt. Bauchentscheidung. Und das weißt du? Ja. Aber es ist auch zufällig gelesen. Ja, ja, klar. Gelb-Rot. Nie gelb-rot, was? Nie Hattrick, nie Hacke, nie Abseits und was noch? Nie mehr als drei Spiele im Stück verletzt verpasst. Fünf. Vier. Ja, feiße, weiß ich nicht. Ach, vier. Zwei. Gelb-rot. Abseits. Eins. Jetzt sagt nie gelb-rot. Abseits. Boah, der wurde nie Abseits geprüftet. Wow. Wow. Das ist krass. Okay. Na, als Zehner. Naja. Nicht so drauf. Ja, aber... Naja. Ungläufig. Das ist krass. Aber das ist eine Frage, was der Gebet wäre. Kriegst du nach, oder soll ich? Meines bisschen länger, also mach du das mal. So, ich hab was Buntes, Boulevardeskes zum Abblicken. Aber mach mal richtig aus der Hüfte schießen. Drei Sekunden der Abortungszeit. Zack, zack. Okay. Darwin Nunez, jetzt Liverpool, Uribeu Stürmer bei der WM, ist mit einer Spanerin zusammen, die Lorena Manas heißt. Manas oder Manas. Manas war vorher mit einem anderen Profifußballer verheiratet, den sie verlassen hat, mit dem sie sogar ein Kind hat, eins oder zwei. Von wem ist sie die Ex-Frau? Von welchem Profifußballer? A, Jesus Navas, B, Alex Vidal, C, Lucas Ocampos oder D, Leandro Paredes? B, B. Wer war B? Navas, ne? Navas, Vidal, Ocampos, Paredes. Darwin Nunez, jetzige Freundin, Ex-Frau von. Er ein älterer, deswegen sage ich Jesus Navas. Richtiges, Vidal, Alex Vidal. Ah, wie soll ich's? Reines Geraten. Ja, geil. Eine geile Boulevardfrage, Johan. Hallo, ein Kind. Also, ist die Frage? Ja. 24. November 1999. Spiel Swansea City gegen FC Darlington. Welches Kuriosum hat Walter Boyd geschafft? Er zielte vier Eigentore. Swansea gewann dennoch 7 zu 5. Er wurde während des Spiels entlassen, musste trotzdem noch zu Ende spielen. Er bekam ohne eine einzige Sekunde Einsatzzeit die rote Karte. Oder mit 294 Beikontakten im Spiel hält er bis heute den Rekord am meisten Beikontakte. Welches Jahr? Welche Mannschaft? 1999 Swansea City gegen FC Darlington. Ah, war eigentlich witzig. Schnell nochmal ein Ding. Eigentore während des Spiels entlassen. Rote Karte ohne Einsatzzeit. 294 Beikontakte. Ah. Ah. 294 Beikontakte? Nein. Nein. Das war ja... Vier Eigentore nehme ich. Falsch. Es ist rote Karte ohne Einsatzzeit. Wurde... Das gibt es doch ständig. Ja, da war das aber nicht. Aber ich... 9 oder 9. Kuriosum. Das ist ja nicht mal lang her. Naja, aber ich glaube, kuriosum... Naja, also nee, er wurde eingewechselt. Das Spiel war noch nicht angepfiffen. Er war ein Freistoß gepfiffen. Er wurde eingewechselt. Und bevor der Freistoß wieder angepfiffen wurde, also das Spiel wieder angepfiffen wurde, hat er eine Tätigkeit begangen und muss rumfällt. Also nicht, er war auf der Bank oder so. Ah, guck mal. Ja, komm. Lerwann darf er nicht so formulieren. Nee, weil ich habe auch... Ohne Einsatzzeit. Ja, schon, aber... Hat er ja recht. Fangfrage. Spiele auf der Bank kriegen ja Stimmen. Ja, man kann auch in der Rückfrage steigen. Ja, das war eine Fangfrage. Da beschwere ich mich. Der Chat soll sagen, ob die Frage von Flippo zählt oder gilt. Nein, die letzten drei zählen nicht mehr. Hat ja keiner mehr nachgedacht. Na gut. Die Gesamtauswertung. Seid ihr bereit? Ihr könnt ja hier mitgucken. Die Komplitionen... Oh, er ist hier acht. Nils hat gewonnen. Nee, Alex hat gewonnen. Und zwei letzte. Warum? Du bist so überrascht. 12,5 Punkte. Alex hat 12,5 Punkte. Also mit dem halben Punkt extra. Ich habe acht. Und Pipsi und Max haben jeweils sieben. Wow. Er hat da 12,5. Das ist auch falsch getippt. Budweiglub Barcelona. Sag ich dann mal. Da 3,5. Da 5. Na ja, hat ja alle von dir richtig. Weil du so billige Fragen hattest. Die hättet ihr auch richtig haben können. Wer hat von wem die meisten? Pipsi hat was? Ich checke dein Diagramm da nicht. Nils Fragen. Nee, das ist ein Alex-Fragen. Das ist ja wohl strafbar. Ach so. Hier oben sieht man, die meisten Nils-Fragen habe ich richtig. Ja, richtig. Ah, jetzt checke ich es. Die meisten Alex-Fragen hat Pipsi richtig. Guter Mann. Boah, Max und ich nur jeweils eine vom Alex. War meine zu schwer für dich? Die meisten Pipsi-Fragen hat Max. Was? Die meisten Pipsi-Fragen hat Max. Ja, weil ihr euch auch absprecht vorher. Ihr habt die Frage gekannt. Die habe ich auch gelesen. Wir haben halt einen unterhaltenen Charakter bei uns. Ja, ja, ja. Ihr habt den gleichen Quiz-Fragen gestellt. Alex hat alle Max-Fragen beantwortet. Lass dir, gibt es zusammen 12,5. Hast nicht mal einen extra Punkt gebraucht. Ja, jetzt müssen irgendwie Max und Pipsi. Wir machen zusammen, oder? Wir brauchen eine Stichfrage. Wer letzte ist? Alle machen wir zusammen. Mit gern mitgefangen. Eine mindestens... Immer Ausredensuchende, Tröger. Alter Patrick, ich habe gewonnen mit 4,5 Punkten Vorsprung. Eine mögliche Lobeshymne auf den Sieger. Wurrt mich natürlich jetzt ein bisschen, dass sie nicht von dir kommt, ne? Du ein... Wie schön ist der Licht? Also über die Frisur braucht man natürlich noch zu reden. Was macht ihr denn alle gegen meine Frisur? Einfach lange Jahre. ACP darf natürlich die 12,5 Punkte sprechen natürlich für sich. Die Frisur übrigens wächst seit Pre-Corona. Inspiration, Antoine Griezmann. Bis der zu Barzak wechselt. Hatte dann lange Jahre zerwachsen lassen. Zeit für deine Lobeshymne läuft. Also nicht nur spielerisch Ähnlichkeit, sondern mittlerweile auch von der Frisur her. Ich trage die 7. Und dann habe ich meine Frisur übrigens. Ich trage die 7. Ich würde sagen, die Fachexpertise. Die Fachexpertise. Das, was der eine fußbällerisch kann, kannst du halt fachlich da mit anderen. Fachexpertise, 12. Gespräche natürlich für sich, ne? Ja, ja, ja. Hörst du dich auch in den Podcasts. Und das größte Lob gibt es natürlich für die Nehmerqualitäten bei den ganzen Sticheleien, die du immer wieder ertragen musst. Und trotzdem fachlich auch deinen Hauptkonkurrenten ausstechen zu können. Richtig, ne? Also wenn, wenn, der wird nur ausgestorben, das ist ja schon auf eine andere Rangliste katapultiert. Ho, ho, ho. Das Schöne ist, mein Lob war gegen ihn quasi. Das war das schönste Lob, das ich mir vorstellen konnte. Nein, ich sollte auch jetzt bei Alex in den Stream weitermachen. Ich bin auch. Nicht geschlafen. So, dann geht's mal im Chat. Das war's schon. Stream hängt. Ja klar, jetzt, wo ich gewinne und gelobet werde, hängt der Stream natürlich. Vielleicht kommt was über so ein äußerst großes Herz. Vielleicht sollte man wünschen Onlyfans, Alex. Aber ich habe mir eine Ehre. Ich muss jetzt mal weitermachen, ich habe hier ein Programm. Ja, 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 ja. Also, die ist tatsächlich interessant, also fand ich wirklich spannend. Seit wie vielen Jahren in Folge setzt Man United in jedem Pflichtspiel auf den eigenen Nachwuchs? Seit 10, 25, 50, 85 oder 75 Jahren. Stream hängt aber wirklich ein bisschen hier unten, ist wieder rot. Also, wenn es die Stichtbar gewesen wäre, hätte ich verloren. Nee, gut, du weißt gar nicht, aber deswegen. Also, ich hatte auch noch. Ja. 20. Danke, Haller Madrid. Habit C. Tag, Alex Serkan. Bitte stolz auf dich. Äh, ich habe nicht zugehört. 10. 10 oder 85. Seit 85 Jahren in jedem Pflichtspiel mindestens ein Spiel aus dem eigenen Nachwuchs. Finde ich ganz schön krank. Oder rauskrank. Oh. Aber das zwei Quellen... Was hat Marawell 1923 jährigen Eiermann-Trittsch? Hör jetzt auf mit deinen... Wir haben hier im Kett, wir haben hier in den Kett, in den Call. Nee, ich muss hier den Stream reparieren. Den müsst ihr jetzt verpissen. Wir müssen uns verpissen. Ja, vielen Dank, dass ihr die zwei Stunden mit mir rumbekommen habt, dass ihr mich wachgehalten habt. Kurzweilig. Ich schaue morgen um 18.30 Uhr nochmal rein. Oh, ja. Ich will kein Fußball mehr sehen. Ich hoffe, man sieht euch online ab und zu mal. Ja, weiß ich nicht. Drückt mir die Daumen, dass technisch das noch weiterklappt. Jetzt sind wir nicht zum Toppen gekommen, aber gut. Das war ja auch nur der Plan B. Zocken kommt dann später noch. Jetzt muss ich gleich erstmal die Real-Total-Redaktionssitzung durchführen. Janine ist schon heiß und Master. Philipp hängt bestimmt auch irgendwo im Stream. Filipovic. Was ist los, Filipovic? Arbeiten, Juni, arbeiten. Dann habt ihr es geschafft. Vielen Dank. War eine schöne Runde. Ich hoffe, allen hat es Spaß gemacht. Gehe ich mal von aus. Waren ja doch ein paar ziemlich sehr gute Fragen dabei. Habt ihr gut gemacht. Ich habe mit Schlimmeren gerechnet. Ja. Ja. Keine einzige Basisfrage. Nette Schlusswort. Keine einzige Basisfrage. Gibt es jetzt einen Blick auf die Karten? Ihr könnt euch mitnehmen. Ja, das Bier kriege ich eh nicht weg. Oder das Radler oder was auch so machen. Leute, viel Spaß noch mit dem Stream. Allen Zuschauern. Geht gleich los. Ich muss wieder aufbauen. Endlich ist der Barstabrennen weg. Endlich seid ihr mich los. Ja, ihr könnt bestimmt eine 8 Laptops tragen. Ein Laptop entfällt mir auf den Schreibtisch. Soll ich das nicht wo nehmen? Ne, da stelle ich auf den... Das wird nicht abgestützter Flass. Du kannst das nehmen. Das mache ich hier drauf. Dann kommt wieder hier dran. Die wird hier dran geklipst. Das Netzwerkkabel wird gezogen jetzt. Also nicht wundern. Aber eigentlich... Und alles aus und kaputt. Station Controller legt man mal wieder hier oben hin. Dann schnappe ich mir den Laptop so. Und gehe wieder. Oder... Ich habe hier ein Badebildschirm für mich. Oh, es gibt Boykart-Kater. Was ist das für Spende? Das ist ja sehr gut. Wo kriegt man denn sowas? Wie heißt das? Beim Wanderer diese... Ah, das ist das Bier. Die Kulose, die Kulose, die Kulose, die Musik und alles. Wie, da ist Musik beim Wanderer? Wie heißt das? Das Bieramt heißt das Bier. Krass, krass. Da war Musik innen. Ja. Und da gab es so eine Spendendose mit Boykart-Kater. Okay. Da war es bestimmt noch nicht bei mir, oder? Ich sage schon mal tschau. Danke fürs dabei sein. Halt ich gerne ein. Nicht so gut zu kommen. Ja. Ich habe ich schon irgendwie... Gibt ja noch genug Programm. Also lohnt es sich einzuschalten. Später noch gestern. Vier Uhr, Manu Kilo. Der hat gesagt, der will lieber nachts machen. Der guckt eh irgendein Wrestling-Zeug nach. Aber er hat sich die Uhrzeit ausgesucht. Ja, ich hatte ihm ein bisschen was vorgeschlagen. Er meinte auch, mach euch nachts. Ich bin da eh noch wach und gucke. Irgendeine Survival-Series oder so. Gut. So. Hab ich. Ihr wisst ja, wo es rausgeht und so. Tschüss. Ciao. Danke. Und wir machen jetzt mal weiter. Das hat Pepe doch gerufen. Haha. So. Hier nochmal die kleine E-Bus-Halle. Zack. Wir sind wieder da. Gleich kann die Real-Total-Redaktionssitzung beginnen. Zurück im Büro. Hier ist noch Licht an und alles. Der Laptop wird hier hingestellt. Nicht auf das Kabel. Zack. Zack. Okay. Gleich mal wieder Netzwerkkabel rein. Wo ist denn das Stromkabel? Da. Hat schon angestöpselt. Guter Mann. Ha. Stromkabel ist drin. So. War eine coole Runde. Ja. Fand ich auch. Blümmer erwartet. Dann kann ja auch hier die Taufe. Das Bild weg. Wo sind wir denn da? Taufe Quiz weg. Ciao. Bin ich gespannt, wie es dann danach jetzt wieder läuft. Mit der Verbindung und allem. Ich muss eh auch bald noch aufs Klo, glaube ich. Das Mikro lasse ich mal erst noch so. Auch da. Das gute Mikro. Wie gesagt, Link ist in der Description. Kann man auch einfach so verwenden. Oder eben auch nochmal hier am Ständer. Den muss man extra dazu bestellen. Wer hat das Quiz gewonnen? Alex hat es gewonnen. Mit 12,5 Punkten. Ich hatte 8 Punkte. Und Mixel und Fipsi hatten jeweils beide 7 Punkte. Also 2 letzte. Und ich war irgendwo in der Mitte. Alex hat eine kurze Lobesunde bekommen. Ich habe gedacht, es wird ein bisschen ausführlicher. Ein bisschen lustiger vielleicht noch. Aber gut. Das ist ja. Habe ich ja jetzt keinen Schaden durch. Ähm. Dann. Was wollte ich machen? Ich stelle jetzt um auf Discord. Ja. Okay. Jetzt kann ich auch hier. Sind die immer noch da? Äh. Warte. Jetzt muss ich. Ich bin dann. Es geht dann gleich los bei Discord. Jetzt tue ich was zu essen. Was essen? Äh. Chips. Ja. Was? Noch habe ich keinen Hunger. Ich habe noch ein Brötchen da. Und noch eine Tiefpizza notfalls. Und morgen werde ich mir irgendwann einen Iskender bestellen oder so. Also danke. Notfall trug ich an, dass du mir was bringen musst oder so. Aber nee. Danke. Da geht es dir mal in die Tiefpizza. Ja. Wir werden schon die Flaschen. Naja. Also was wollte ich hier jetzt machen? Kamera und Rahmen kann weg. Die Kamera fasse ich an. Was ist jetzt noch? Ich dachte ihr seid weg mittlerweile. Äh. Die hier ist das. Ich lasse. Jetzt erst in richtig Jahren. Äh. Äh. Kann ich denn jetzt die Kamera? Werbung? Ja. Zum Reinkommen. Jetzt kriege ich erstmal ein Drittel Cent für jeden, der da Werbung anguckt oder so. Nee. Es lag bei mir auch. Oh. Geht es jetzt wieder los? Äh. Kabel ist jetzt drin. Ah. Wahrscheinlich wegen dem Blöden. Das kann doch nicht an dem Hintergrundbild liegen, oder? Warte. Jetzt ist alles was vielleicht Dropbox. Dann muss ich Dropbox wieder anmachen. Keine Sorge Nils. Abi regelt es schon. Ja. Ist sicher orange oder rot bei ihm. Wir fliegen die Kronkorken. Gut. Dann wird jetzt Dropbox gerade wieder gestartet. Und Discord auch. Dann geht gleich die Real Total Redaktionssitzung los. Ich muss noch gucken, was sie hier... Robobox. Freunde. Man hat sie gern. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht gewesen. Ja. Du terrorisierst die andersrum. Radio. Ähm. Okay. Ich bin schon mal jetzt beim Discord zurück. Oh. Philipp ist schon im Allgemeinen. Philipp schiebe ich gleich schon mal in den Real Total Chat. Ähm. Jetzt muss ich gucken, wo die Omar ist. Ist auch da? Oder wie kriege ich... Kann ich mir Omar hier greifen? Ähm. Oder Omar Janine geht schon mal im Discord-Kanal in den Allgemeinkanal. Nämlich in den Real Total Talk Chat schieben. So wie es bei Philipp gerade auch gemacht hat. Ähm. Ach. Sieht man das hier genau? Das Discord ist ja da. Ihr wollt jetzt nicht gehen, hä? Äh. Naja. Ähm. Ja, auch sowas gibt es. Fanartikel von Real Madrid. Halt ruhig hier hin. Äh. Zurück aus vom Club. Oh, der Justin. Ja. Nö. 2.30 Uhr ist eine gute Zeit. Auf Twitch hättest du schon mindestens 5 Mal den Stream neu starten. Sehr genau das ist es, Piki. Deswegen. Ja. Auch so Fanartikel gibt es von Real Madrid. Hatte, glaube ich, meine Schwester mir mal geschenkt. So. Ciao. Servus. Ciao. Reden. Ähm. Wo ist meine Wubbler? Wo sind denn meine Ohrstöpselchen? Liegen meine Ohrstöpsel noch vorne im Wohnzimmer? Äh. Wie gesagt. Omar und Janine gerne schon mal in den allgemeinen Sprachkanal gehen. Wo ich jetzt auch schon drin bin. Oh. Ich sehe den Philipp schon mal. Gut. Gutes Zeichen. Ich höre dich nur noch nicht. Ich warte noch auf meine Ohrstöpsel. Jetzt müssen auch nur noch Omar und Janine auch hier in den allgemeinen Sprachkanal kommen. Dann schiebe ich uns in den Real Total Kanal. Blipp sogar mit Philipp Siebentrick oder gut ausgestattet, der Mann. Ähm. Also, Janine Omar. Muss ich euch hier? Kann ich Janine Erwähnung Profil zu Server einladen? Nee. Ähm. Wie gesagt, hier links in der Leiste. Ach, Omar ist schon da. Gut. Und jetzt nur noch Janine. Jetzt muss Janine noch in den allgemeinen Sprachkanal. Sind meine Ohrstöpsel vorne im Wohnzimmer. Ja, im Wohnzimmer. Ja. Wäre schön, wenn man... Ja, die sind da. Ja. Äh. Also, es verschiebt sich alles ein bisschen. Philipp ist bereit. Omar ist bereit. Jetzt muss nur noch Janine auch in den allgemeinen Sprachkanal kommen. Ich kann hier nur noch nicht greifen. Dankeschön. Wunderbar. Danke, danke. Tschüssing. Tschüssing. Schönen Abendmau. Gute Nacht. Tür zu. Also, in die Haustür. Ab. So, jetzt könnte ich zumindest schon mal Philipp und Omar hören, oder? Ja, Omar ist auch da. Servus. Jetzt kommt das nächste, was der Tröker hier anschleppt. Das ist jetzt mal nichts von Reamach. Das ist was vom Lul. Das ist eine Biene. So ein Bienchen, so ein... So ein Bienchen, so ein... Einbietun, wenn nichts zu leidet. Fink nur raus, sind bald und heil. Ja. Ja, ist gut jetzt. Geht ihr jetzt langsam? Niemals 24 Stunden Stream mit Gästen vor Ort machen. Kommt von 2 Uhr die Zahl noch. Ah ja, genau. 2 Uhr die Zahl. 2 Uhr die Zahl. Notieren, Screenshot machen, was auch immer. Das ist die Zahl von 2 Uhr. Hier ist sie. Und jetzt wird sie zerknüllt. Das war die Zahl. Computer Beschreibung, da ist der Link für Discord. Oder wie ich glaube, es ist auch der Discord-Link ein bisschen abgelaufen. Jetzt muss nur noch Janine kommen. Findet Janine in den Chat. Werner Bio-Bit ist raus. Jetzt starte ich hier nochmal WhatsApp. Also Omar ist wunderbar. Wir gehen gleich mal in den anderen Sprachstät. Hier kommen schon die Neuen dazu. Warte mal. In den Real Total. Omar auch. Und jetzt gehe ich da auch rein. Ja. Janine hier rein, warte. So, sind wir doch jetzt komplett. Oh, ich höre auch schon Janine. Ja, gut jetzt. Das hat schon mal geklappt. Das kann man hier einen Stunden-Stream mit Gästen vor Ort machen. Ja. Ich glaube, jemand hat dann noch den Stream im Hintergrund über Lautsprecher laufen. Am besten dann eben hier, wie Oma hat ja auch ein Headset auf. Ich habe hier meine Dinger, damit man eben nicht das hört, was wir hier alle sagen über eurem PC-Lautsprecher noch. Wie komme ich da rein? Mittlerweile hat es geklappt, geklappt bei Janine. Philipp Knopp hat wieder... Ich war eine Zeit dabei. Janine die ganze Zeit dabei gewesen, vorbildlich. Ja. Es gibt einen extra Punkt vom Chef. Ich war auch die ganze Zeit dabei, ja. Hast du noch gearbeitet wahrscheinlich, oder wie war heute Schichtplan? Ja, bis 23 habe ich gearbeitet und dann habe ich noch ein bisschen YouTube geguckt und auch euch nebenbei ein bisschen zugehört. Also mit Ralf und deinem Quiz gerade. Sehr gut. Weiß jemand, wie ich hier die Kamera noch ankriege? Wenn man jetzt unten links ist, unten links ist das Kamerasymbol über deinen Namen. Ach ja. Ach jetzt. So, Philipp noch machen. Hat er doch eben schon. Philipp war gerade noch da. Ja, weil wir jetzt in einem anderen Kanal sind, müssen wir nochmal die Kamera neu anmachen. Ah, da haben wir es da. Nils, Klang W. einleiten, bitte. Aha, ist es wieder so weit. Okay. Ihr könnt ja schon mal... Erstes Fazit geben, wie war es bisher, der Stream, was ihr bisher so gesehen habt? Ja, bis auf den technischen Problemen fand ich es bisher eigentlich recht unterhaltsam. Also, wie gesagt, das Interview mit Ralf Gunnisch war mega interessant. Es hat echt Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Und auch euer Quiz gerade hat auch Spaß gemacht, mitzumachen. Und genau, freue mich auf das Programm dann morgen ab 12 Uhr, sage ich mal. Weil ich werde, denke ich, bis 15 Uhr schlafen. Ja, das wird nicht ohne gehen, ohne was noch alles kommt. Aber gut, jeder hat seinen Schlaf verdient. Und mal gucken, wie lange ich da durchhalte. Ich bin ja schon seit heute Morgen schon länger wach. David, du musst nochmal jetzt genauer schreiben, was Plan B jetzt ist, weil ich habe ja die Kamera eh gar nicht mehr aktiviert. Aber gut. Für die Leute, die jetzt erst einschalten und sich fragen, was sind das hier für Nasen? Und das hier ist die Reha-Total-Redaktionssitzung. Und ich muss schon wieder... Das hier ist die Reha-Total-Redaktionssitzung. Die haben wir dabei. Philipp Knopp, oben aus München zugeschaltet. Wir haben oben rechts Janin aus Leipzigen zugeschaltet. Unser eigentlich neuestes, jüngstes Mitglied jetzt seit über einem Jahr oder so dabei mittlerweile. Und Omar aus Gelsenkirchen-Mannheim. Gelsenkirchen, ja. Da, wo sein Herz ausschlägt. Also Vereinsmäßig neben dem von Real Madrid. Ja, sehr schön, dass das geklappt hat. Dass ihr auch zu später Stunde und auch mit ein bisschen Nachspielzeit-Verlängerung noch dabei seid. Was kann ich euch denn fragen? Wie ist denn so die Stimmung bisher zur WM? Wie viel habt ihr mitbekommen? Was ist so... Leipziger ist am Sprung, ja, David. Fangen wir mal bei Janin an. Was hast du schon von der WM so mitbekommen? Also ich habe das Auftaktspiel gesehen. Habe leider die Feier verpasst. Also ich habe dann noch die Stunde vor dem Spiel gesehen. Also was heißt leider? Aber ich wollte schon mal gucken, wie so die Stimmung ist und so. Habe dann die Stunde davor noch gesehen. Ja, natürlich Deutschland und Spanien die Spiele geguckt. Und heute den ganzen Tag. Also heute habe ich schon einen Marathon hinter mir, ja. Und ja, insgesamt muss ich sagen, klar, die Stimmung ist einfach nicht so wie... Also du siehst nicht draußen die Leute mit den Fahnen am Auto und mit den Trikots rumlaufen. Klar ist auch der Jahreszeit geschuldet, aber man merkt, es ist nicht das selber. Aber ich habe jetzt auch angefangen, mir das nicht mehr versauen zu lassen. Ich gucke das, weil ich das gucken will. Und Punkt. Ich schätze mal, Omar muss auch beruflich viel gucken und dann darüber berichten bei der Westen. Genau, ja. Also wir schauen uns alle Spiele an. Wir berichten auch über alle Spiele. Und ja, ich habe soweit glaube ich bisher nur zwei oder drei Spiele verpasst. Und ja, ich liebe Fußball. Ich boykottiere da jetzt auch nichts oder so. Also ich schaue die WM auch gerne. Und genau, ja, wie es Janin eigentlich beschrieben hat. Es ist halt nicht das Gleiche wie bei einer Sommer-WM, sage ich mal. Auch von der Stimmung her. Aber trotzdem waren da jetzt echt gute Spiele dabei. Also auch einige Überraschungen mit Saudi-Arabien zum Beispiel. Was die da gegen Argentinien geschafft haben. Ja, gefällt mir bisher. Ich bin echt gespannt, wie es dann in der K.O.-Phase aussieht. Wir sollen noch eine Weile hin. Rein sportlich. Natürlich gibt es da geile Spiele. Und man ist halt auch irgendwie WM-süchtig. Speziell, wenn man im Sportbereich arbeitet, wie wir alle. Das ist dann. Und wird dann halt dazu. Ich sage mal, man kann. Es gibt viele Dinge, die man im Leben richtig nachhaltig gut machen kann. Was man hier und da, was weiß ich. Müll, Trennung und irgendwie kein Primer. Vielleicht auch kein Lieferando oder keine E-Scooter macht. Jeder hat so seine Laster. Und bei mir ist definitiv die WM ein Laster. Und er hat ja auch, weil Prunisch vorher gesagt, man kann das keinem Vorwert mehr. Er hat es halt so für sich entschieden. Und wie ist es bei Philipp? Ja, ich glaube, das rückte mich jetzt besser. Du hast, glaube ich, nicht das Mikroaktivität. Das ist, glaube ich, noch dein Laptop-Mikro-Gefühl. Das wirkt sehr hallig. Ja, genau. Aber rück weiter. Ich glaube, es geht. Okay. Also ich habe jetzt auch zu gut alles gesehen. Ich hier nicht. Fehlt ein bisschen was. Frage auch natürlich direkt an den Chat. Wenn ihr Fragen habt an Philipp, an Janine, an Omar. Zum Beispiel, wer ist der Veste-Chef-Redakteur, der Veste-Chef oder so. Sie schreibt schon, Sambo. Bis jetzt fand ich Omar und Ali war das absolute Highlight des Streams. Omar auf jeden Fall. Fehlt ja immer noch bei Omar die Sache mit mal Madrid, mal Bernabeu oder so. Aber bestimmt weiter. Da sind ja auch die Kollegen hier, Philipp und Janine. Schon ein paar Spiele voraus, aber never stop dreaming. Irgendwann und so, ne? Ich weiß ja, muss das klappen. Alle guten Dinge von drei. Ja. Ach, waren es schon zwei Anläufe? Ja, wenn wir City dazuzählen, dann sind es zwei. So wie Manchester. Ja. Ja, gut, gut. Aber dann legt es ja bestimmt. Schau dir gerne auch die Baustelle mit an. Haben wir die beiden anderen auch schon gesehen. Das ist auch beeindruckend. Dann wiederkommen, wenn es fertig ist. Das lohnt sich schon auch. Wievoll. Hier kommt schon die Frage vom Slim Shady. Wer ist für euch der Goat-Real-Stürmer und wieso ist es Pushkas? Oh, okay. Der Goat-Real-Stürmer und wieso ist es Pushkas? Vielleicht sagt der eine oder andere auch. Benzema oder wen haben wir noch so an Stürmern in der Vergangenheit gehabt? Was meint ihr? Bester Stürmer in Reals Geschichte? Christiano, ne? Christiano, ne? Wer sonst? Es ist Christiano, aber mein Lieblingsstürmer ist Raul. Also nicht nur, weil er auch für Schalke gespielt hat. Aber ja, mich ist Raul. Ja, ich glaube, ich sage auch Christiano. Also ich habe natürlich auch nicht so weit vorher mitbekommen. Also die, ich sage mal, die früheren Stürmer habe ich halt alle nicht, habe ich alle nicht spielen sehen, sozusagen. Aber doch, ich würde schon auch Christiano sagen. Gute Sache, okay. Und dann gilt das wahrscheinlich auch generell für Spieler. Oder hat irgendwer noch, was weiß ich, einen Ramos oder einen Kassias davor, wo generell die Reallegende schlechthin ist? Also, die Legende schlechthin jetzt nicht, aber Modric. Ah, cool. In der letzten Zeit ist der mir immer mehr ans Herz gewachsen. So, weil er die stinkt ja. Cool. Da fehlt. Ja, ich muss hier nebenbei noch. David hat mir noch ein paar Anweisungen geschrieben, was ich noch machen kann. PS Anomar, bitte Mikro etwas weiter vom Mund weg. Oh, sorry. David, was sagt, müssen wir das machen? Ja, David, unter Ausgabe habe ich das gemacht, wie gesagt. Das eine ging, Ausgabe von 6.000 auf 4.000, das ging. Nur eben bei Video, da kann ich gar nichts aktivieren. Da ist alles grau hinterlegt, kann ich gar nichts die Auflösung oder so verändern. Da ist alles fest und fix, nur das, was man gehört hat. Was haben wir noch an Fragen? Was hat es mit der Zahl auf sich? Achso, die, die ich eben hochgehalten hatte um zwei Uhr. Das ist ein Gewinnspiel. Ich halte während des Streams nach und nach Zahlen hoch, auch wenn man die zusammen addiert und mir am Ende die Gesamtzahl verlässt, dann kann man etwas gewinnen. Das hier gewinnen. Aber nur wenn man die Gesamtzahl am Ende auch richtig hat, kommt man da eine Verlosung nach. Frage an Omar, ist ja auch der Schalke-Experte, unser Omar. Perot oder Benzema? Hm. Ja, gut, okay. Raoul hat mich zu Martin Witzer gemacht. Damals war ich ein Kind, schreibt Hallermann. Ja, ich glaube, da ging es uns allen so, dass jeder mit Raoul ganz besondere Erinnerungen hat. Seine Lugba-Tore und seine Meisterschafts-Tore 2007. Der ewige Kapitän, Eterno-Kapitän. Raoul dann ganz besondere. Nicht nur, weil er auch noch in der Bundesliga gespielt hat. Das war ja irgendwie eine Ausnahmeerscheinung. Einer von den ganz großen Stars der Bundesliga. Wie lange sind die Redakteure schon dabei? Oh ja, also angefangen. Oder was heißt Real Total gibt es erst seit 2012. Davor gab es Real Madrid. Und da haben Philipp und ich angefangen. Das war im Juni 2011. War dann unsere erste Saison, die Mega-Saison 2011-12, wo Real Madrid alles kurz und klein geschossen hat. Da haben wir angefangen, so unsere ersten Spielberichte geschrieben. Du warst noch in der Schule. Ich war irgendwo in der Ausbildung zum Werbekaufmann. Und ja, wir sind irgendwie geblieben zum Glück. Bei der Hausaufgaben macht und einen Artikel geschrieben. Der Klassiker. Heim und Artikel schreiben, Artikel schreiben. Damals war das noch alles ganz klein. Gab es auch noch lange nicht. Jetzt wie jetzt. Das haben wir für einen Schnitt acht Artikel am Tag. Das ist ganz schön viel. Neun. Neun sogar. Ja gut, aufs Jahr gerechnet irgendwie, was dem geht. Auf zehn Jahre. Auf zehn Jahre. Auf zehn Jahre gerechnet, ja. Wir haben Real Madrid.de mit groß gemacht und Real Total, als es dann 2012, oder ja, im Jahr 2012, 2013 zu Real Total gegangen ist. Omar, wann bist du dazu gekommen? War das? Ich glaube, 2019 sogar. Also vor Corona auf jeden Fall bin ich dazu gekommen. Ja, vor Corona. Bist du 2019 gewesen sein, ja. Ja, stimmt. Damals war ja noch, dass ich dich auf Twitter angeschrieben hatte, weil ich gesehen habe, das ist einer, der liked öfter mal, kommentiert öfter mal, der ist Redakteur, so, hä, wie, der ist Redakteur, aber hat dich noch nicht geworgen, was ist da los? Bewirb dich mal. Du kannst doch bestimmt was. Und ja, gut, dass du dann mit an Worte gekommen bist. Und Janine war, du hast, deine Vorgeschichte, Janine, ist eher, dass deine Mutter war in unserem Forum aktiv und Modulatorin auch, Diana. Und so war halt jetzt du schon immer ein bisschen Bezug zu Real Madrid.de, zu Real Total, hattest mir dann vor ein paar Jahren schon mal geschrieben, was man so machen könnte, Sportbranche. Und dann bist du nach Madrid, na, was heißt gezogen, hattest du halt dein Auslandsjahr und hast dann nochmal den Kontakt aufgenommen, von wegen, hey, ich wäre hier, vielleicht können wir ja, und ich so, ja, geil. Wie, du kannst Spanisch, ja, du wirst dich ja sofort machen. Oder wie war das damals? Ja, genau. Das hast du eigentlich kurz zusammengefasst. Also es war so, dass wir, ich glaube, ich hatte dir sogar zweimal geschrieben, schon vor ein paar Jahren irgendwie, ohne diese Kenntnis auch nicht zugetraut. Und als ich dann aber nach Madrid gegangen bin und wusste, okay, die Nummer von Nils ist immer noch irgendwo da, habe ich gedacht, okay, du musst dir jetzt nochmal schreiben. Und dann habe ich das gemacht. Und ich war dann total froh, als zehn Minuten später deine Antwort kam und du so meintest, ja, lass treffen. Ich war total überrascht. Schon da war ich auch in Madrid, ja. Ja, genau, du kamst dann, glaube ich, Anfang November oder so. Und ich glaube, sogar heute oder so, vor einem Jahr kam dann mein erster Artikel online. Es war Ende November, ja. Ende November, mal guck an. Und das ist natürlich wichtig für uns, weil du auch Spanisch kannst und dann auch Pressekonferenzen mit übersetzen kannst. Das ist meistens für Philips' Aufgabe, aber es fallen halt hier und da auch mal öfter mal zwei Pressekonferenzen an oder wenn es vom Gegner ist und so weiter. Also da sind wir auch sehr unterschiedlich aufgestellt. David ist mehr der Crack für die Noten oder Analysen. Omar macht gerne Live-Ticker und auch so Kalenderübersichten. Philipp macht irgendwie alles. Das ist ja unser CR7. Also da sind wir als Team ganz gut aufgestellt. Und es gibt natürlich auch noch einen Yannick, der ist heute auf einer Hochzeit. Und Nico macht auch ein paar PKs ab und zu. Christian und Edin helfen ab und zu mal aus. Also da sind wir ja so. Wir sind immer neun Leute, glaube ich. Max aktuell ein bisschen inaktiver, aber der kommt ja auch oft nicht bald zurück. Sonderschrank ist von Philipp nicht auch das Realbuch. Oh, ja. Erzähl ruhig mal. Ja, von der S-Grund wäre mit dem Philipp weiter wahrscheinlich. Aber ich habe mich mit Cary Zlob gemacht. Also Cary Hau, der ist jetzt bei Sport1 deckt. Ja, jetzt hört man mich gar nicht nach. Ja, das hängt auch ein bisschen. Hängt immer mal wieder, ja. Okay. Wie gesagt, wir haben das 2014 gemacht. Und dann kam noch ein Neues von 2017. 11 Bonuskunden. Ja. Ich habe eine Frage damals von einem Verladen an uns generell. Soll es da nochmal in Zukunft was Neues sogar nochmal geben oder war es das jetzt erstmal? Neues Buch, nochmal eine neue Auflage ist ja wieder ein bisschen was. Ne, erstmal nicht. Betrachter auf 3000. David hat neue Anweisungen. David, ich kann Encoder auch nicht auswählen. Ist auch die Aktiv jetzt. Grüßeauslager. Genau, David, der Euphi ist auch in Leipzig. Das war der, falls jemand die dritte Halbzeit nach dem Spiel bei RB gesehen hat. Das war David, der hier auch hilft, den ich da kennengelernt habe, der jetzt immer viel hilft. Werden die Highlights auf YouTube hochgeladen? Ja, Justin, deswegen geht dieser 24-Stunden-Stream, ist auf zwei Händen auch bezahlt, weil YouTube kann nur bis zwölf Stunden speichern. Sprich, um 10.20 Uhr rum ist ja erstmal Schluss mit der ersten Halbzeit. Dann geht es danach später weiter mit der zweiten Halbzeit, damit das ganze Ding auf YouTube bleibt. Und ich mache dann natürlich die Timesteps, wann, wo, welches Interview gab. Es kommen ja auch noch mehr Gäste dazu. Und ich werde versuchen, noch irgendwann zu zocken. Aber jetzt hat sich das ja alles schon ein bisschen verschoben. Und wir machen jetzt gerade erstmal total Redaktionssitzung. Sambo schreibt nochmal, Omar ist meiner Meinung nach eine richtig gute mündliche Ergänzung fürs Team. Mündliche Ergänzung. Das ist bestimmt ein Kumpel von dir, der hier seine Spiele hat. Ja, auch so, das gehört dazu. Ich wurde eben verkackeiert von meinen Jungs. Das ist ganz normal. Wer ist denn mittlerweile? Philipp, du bist jetzt noch bei Spox nebenbei. Omar schreibt noch bei der Westen. Janine ist auch noch ein bisschen beachterwelt dabei. Also, ihr macht das ja alle teilweise. Philipp macht es vollberuflich. Omar ist auch natürlich vollberuflich Redakteur. Und Janine auch so auf dem Weg dahin. Wie war das bei dir, Janine? Na, noch bin ich quasi im Studium. Ich studiere ja eigentlich Übersetzung für Spanisch und Englisch. Deswegen halt auch der Auslandsaufenthalt. Und ja, es geht halt schon immer mehr in die Richtung Fußball. Muss man schon so sagen. Und selbst wenn es beim Übersetzen vielleicht auch Dolmetschen bleibt, soll es schon auch im Fußball bleiben. Und das mit Real-Total ist natürlich auch ein bisschen so eine Herzensangelegenheit. Wenn das die Mutti schon so eingeplant hat, irgendwie dem Matrimismus. Sie war ja großer IKK-Tzias-Fan, glaube ich, Jan. Ja, wir haben zur WM 2010 angefangen alle. Also, das ging mit dem Sieg von Spanien los. Also, ich bin auch riesen Spanien-Fan. Deswegen wäre mein Wunsch-Sieger für die WM auch Spanien. Und wir haben uns dann quasi so ein bisschen aufgeteilt. Meine Mama ist so IKK-Tzias. Meine Schwester ist dann Barcelona-Fan geworden. Das passiert. Weil sie so David-Wia-Fan war. Und ich bin dann durch meine Mama sozusagen ein bisschen mit zu Real Madrid und war damals auch noch sehr großer Fernando Torres-Fan. Deswegen auch Liverpool ein bisschen noch im Hintergrund. Aber Chelsea dann nicht mehr. Ja, Chelsea, ich bin dann, also ihm habe ich ja schon alles gegönnt, muss ich sagen. Also, ich habe mich schon, als Chelsea dann gegen Bayern die Champions League gewonnen hat, muss ich sagen, war ich schon, habe ich mich schon gefreut für ihn vor allem. Hier nochmal kurze Info an David. Nee, Netzwerk ist auch passiv, deaktiv, kann ich auch nicht dynamisch verändern, klicken. Und Netzwerkoptimierung ist da auch, kann ich auch nicht auswählen, weil es auch grau bei mir ist. Hier kam eine Frage, unsere Lieblingserlebnisse in Bezug auf Real Madrid. Philipp, fang mal an. Die letzte Saison. Die komplette K.O.-Runde, so meinst du? Das war schon, ja. Oder die Gehalte, die wir so machen, die ein bisschen älter geworden sind. Ich weiß nicht, ob das alle verstanden haben. Wir machen mal weiter bei Oma. Ja, bei mir ist es, glaube ich, La Decima auf jeden Fall, 2014. Also, diesen Abend werde ich, glaube ich, niemals wieder vergessen. Also, die ganze Champions-Saison war auch da echt der Hammer. Und dass es dann in der Verlängerung auch noch entschieden wird, dann das, ach, also, immer wieder, wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut. Also, das war wirklich, das ist mein Lieblingsereignis, auf jeden Fall. Würde ich, glaube ich, auch mitgehen. Was sagt Janine? Ich denke, ich würde mich auch auf die letzte Saison festlegen. Einfach, weil ich live alles miterlebt habe. Diese ganze, der ganze Weg bis dahin. Ich meine, ich war ja nur mal vor Ort und habe schon die Meisterschaft, da war ich dann schon am Civelles mit und habe dort mitgefeiert. Dann Champions League mitbekommen, dann war das auch alles noch so emotional und du dachtest eigentlich in jedem Moment, wir sind sowieso bald raus und dann doch nicht. Das war schon krank. Und dann alles in Madrid, das kannst du eigentlich nicht toppen. Also, das war schon krass. Ja, das stimmt. Ich schreibe Takta, hat Philipp nicht verstanden. Philipp hat eigentlich, ähnlich wie Janine gesagt, die letzte Saison war so krank und einmalig war und die ganze K.O.-Runde. Und Janine war natürlich dann noch beim Champions-League-Finale beim Public Viewing in Bernabeu. Und überhaupt dein erstes Jahr in Madrid, das erste Mal in Bernabeu. Das kann ich verstehen bei dir. Bei mir ist es ähnlich, das erste Mal oder eins der ersten Mal in Bernabeu gewesen war auch zu La Dessima, eben beim Public Viewing damals. Und das war so ein klopftes Spiel. Ich glaube, ohne La Dessima wären die Jahre danach anders verlaufen. Das hätte sonst einen kompletten Umbruch danach gegeben. Wenn Atletico das Ding gewonnen hätte, hätte sich keiner mehr von Real Madrid auf der Straße blicken dürfen. Dann wäre vielleicht Cristiano gegangen und so weiter. Danach hätte es, glaube ich, keine 2016, 2017, 2018 Titel gegeben. Von dem her ist für mich auch La Dessima 2014 steht über allem. Auch mit diesem 4 zu 0 bei den Bayern, beim anfierenden Titelträger. Das war für mich auch eine extrem krasse Saison. Aber natürlich, die letzte Rückrunde, kann man auch nichts zu sagen, kann man jetzt auch keine Worte für. Was für eigentlich Adrian war. Die WM dazwischen Crash. Jetzt halt auch noch Benzema, der ja dann doch, ich sage jetzt mal, schwerer verletzt ist, als wir gedacht hatten. Oder was halt auch länger dauern kann. Ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr knapp wird zwischen Barca und Real. Und dass wir im Sturm da wirklich gucken müssen, wie wir das halt lösen. Weil ich glaube nicht, dass Benzema die ganze Saison uns da quasi offensiv weiterhelfen kann. Und deswegen, wenn wir das lösen, dann können wir es knapp schaffen. Aber es wird jetzt nicht knapp schaffen, aber es wird jetzt nicht mit großem Abstand, vermute ich. War es da mit Meisterlachs? Ja. Oh, scheiße. Weil, wenn man nicht für die Malenstücke wenn, ne, so knappe Dinge. Ja. Ja, ich habe gerade den Taskmanager einfach nur geöffnet. Auf einmal nur grüne Zeichen. Und auf einmal läuft es flüssig, wenn das alles, ich glaube, nichts mit ihrem Laptop. Ja, aber jetzt habe ich einfach den Taskmanager nur geöffnet, nichts gemacht, David. Und auf einmal läuft es scheinbar wieder sehr gut. Oh, wow. Also Philipp, ich glaube, Barca wird das Ding holen. Weil, ja, das war auch in Mallorca, wo auch Lewandowski aus eigentlich nur einer halben Chance das einzige Tor macht. Und dann haben sie das gewonnen. Spiele, die sie die letzten Jahre immer verloren haben, wie eigentlich auch. Aber, ja, dieses Barca braucht man schon Respekt vor. Aber trotzdem irgendwie in den Topspielen haben sie dann noch versagt. Aber es kommen halt nur noch ein, zwei Topspiele für sie in der Liga, wenn irgendwie ein bisschen Athletik und das Klassenberuf spielt. Das reicht ja nicht, wenn wir hier gegen Girona und Rayo nur einen Punkt holen. Omar, was denkst du? Ich muss mich da auch leider Philipp anschließen. Also, vor der Saison habe ich gesagt, Barca, klar, die haben echt krasse Transfers getätigt. Aber die werden lange brauchen, um zusammenzukommen, um sich zu verständigen und so und alles. Und auf einmal sind die jetzt vor uns. Also, schwierig. Ich sehe auch leider Barca vorn und keine Ahnung. Also, es wird knapp, aber am Ende wird es Barca halt leider machen. Es wird ein Zweikampf, das ist aber, denke ich, uns allen klar, ja, Barca wird es halt machen. Es sei denn, Real kommt doch mal irgendwie in der Rückrunde und Benzema bleibt, ja, fit und schießt uns zur Meisterschaft. Ja, schauen wir mal. Hoppt ihr denn irgendwie auf Sturmbäck ab oder irgendwie jetzt noch Neuzugang im Wintertransferfenster? Was hoppt ihr, was glaubt ihr? Philipp vielleicht versuchen? Ja, das ist unrealistisch. Also, die machen einfach nichts. Das ist ein absolutes Rätsel. Wenn die jetzt einfach heiße Rätsel sind. Ich hoffe natürlich, aber ich denke auf keinen Fall daran. Also, dass die das machen, weil die sagen dann ja, ja, hier, Rodrigo, hier, jetzt können wir doch Hasaren, wenn ich auch so will nicht ausreden. Also, glaube ich jetzt nicht dran. Nicht mal, wenn jetzt bei der WM hier Valencia irgendwie auf sechs Tore kommt oder was weiß ich, wenn wir noch so hätten, dass da irgendwie neuen Shootings da gibt. Nee, wow. Allein, also. Das kennen wir ja von den letzten Jahren. Janine, hast du da irgendwelche Hoffnungen, Janine, auf irgendwie noch einen, oder auf dieses Ronaldo-Comeback? Also, ich sehe es eigentlich ähnlich. Ich würde mir auch mittlerweile wünschen, dass es da jemanden gäbe, der da ein bisschen Backup für Benzema sein kann. Und einfach im Sturm verstärkt, weil wir haben am Anfang, als Benzema das erste Mal ausgefallen ist, haben wir gesehen, wir schießen trotzdem weiter Tore. Die anderen, auch vor allem Valverde, können das extrem gut abfedern. Aber das hat dann halt auch mit der Zeit nachgelassen. Jetzt ist die Frage, lag das vor allem auch an der Belastung? Oder lag das einfach daran, dass man ihn als Neuner in diesem Ausmaß einfach nicht ersetzen kann? Aber so oder so ist der einfach, ich weiß nicht, 34 jetzt, hat eben seine Anfälligkeiten. Da muss jemand im Hintergrund da sein, meiner Meinung nach. Aber die Sache mit Cristiano, klar, als Fußballromantiker würde ich sagen, es wäre mega, wenn er nochmal ein halbes Jahr kommt. Aber ich sehe es noch nicht so. Omar? Ich glaube auch nicht, dass jemand kommen wird. Also mir fällt auch ehrlich gesagt niemand ein, der jetzt kommen könnte und ein super Backup wäre. Und auch wenn ich ein absoluter Cristiano-Fanboy bin, aber nee, ich will auch nicht, dass er zurückkommt. Also lieber nicht. Lieber die Mannschaft so lassen. Du hast es perfekt beschrieben. Die Mannschaft passt gerade perfekt zusammen. Und ja, das würde sich leider durch einen Ronaldo-Transfer ein bisschen kaputt machen alles. Das wäre wieder ein bisschen so ein Ungleichgewicht, zu viel Ego mit drin. Schwierig zu sagen, aber Taka schreibt, gleich lag es auch daran, dass die Spieler mit dem Kopf nur bei der WM waren. Ah, ein schwieriges Thema. Waren die davor nicht ganz da? Ja, haben sie sich vielleicht geschont? Ja, irgendwie. Daran kann es ja auch nicht nur gelegen haben. Also vielleicht, das wird bestimmt wieder besser laufen, dass wenn jetzt nochmal Girona und Raju kommen. Es lag ja auch ein bisschen an der Belastung. Die hatten diese 12 Spiele in 40 Tagen und Raju und Girona, die hatten halt dann nur ihre normalen 7 Spiele dieser Zeit, weil sie keine Champions League hatten. Normalerweise ist klar, dass sie dann ein bisschen spritziger waren, aber wird das jetzt nach der WM viel besser? Gute Frage. Also es ist eine komische Saison. Es ist auch schwer, bei Real immer auf Wintertransfers zu tippen, weil es einfach zu selten passiert. Und dann schlottet da auch jemand, der immer sagt, das ist mein Kader, ich vertraue dem, ich habe den zusammengestellt, der dann auch eben sehr viel Vertrauen hat. Zu viel Vertrauen vielleicht auch. Also ja, es ist unwahrscheinlich, aber irgendwie diese WM wird doch ein paar noch hochspülen und dann gibt es vielleicht doch eine Verletzung. Und wenn sie mal einfach verhext, wird jetzt wieder was. Wer sagt, dass er jetzt direkt am 30. Dezember wieder spielen wird? Also auch das ist ja so ein bisschen, weiß keiner so richtig. Mal gucken. Und selbst wenn, dann bin ich auch der Meinung, dass er das Ganze trotzdem nicht alleine tragen kann und sollte. Ich meine, wir reden ja alle davon, ja, kann Benzema uns die Saison quasi, Quatsch, die Meisterschaft bringen und so weiter. Ich meine, es sollte auch einfach nicht auf seinen Schultern liegen. Und das ist einfach der Grund, weswegen man überlegen muss, holt man da jemanden oder eben nicht. Ja, die Spürung ist halt einfach total in die Ruhe in sich selbst. Also ich bin ja schon seit Jahren, ich bin schon seit Jahren zum rechten Flügel. Also da ist ja, das ist ja eine Baustelle seit Ewigkeiten schon. Also wenn man immer wieder verletzt hat, ist ja auch schon fünf, fünf, sechs Jahre her. Da hat man dann immer gehofft, okay, kommt da jetzt jemand, ein neuer rechts außen. Aber Sommer für Sommer nicht, kann man echt nicht erwarten. Bei Ascensio weiß man auch nicht, wird das jetzt wieder was. Ist dann nur motiviert, weil er einen neuen Vertrag will, nur um auf den WM-Zug aufzuspringen. Und dann fällt er jetzt wieder in die Lockdown. Das wäre halt schwierig. Da kam auch die Frage zu MBP von Eden Hazard, die ihr das Ganze damals aufgefasst habt. Und auch, ob ihr glaubt, das könnte nochmal was werden, bei Florentino Perez nicht so möglich. Omar? Also ich glaube, ich war wie jeder andere auch enttäuscht, weil jeder damit gerechnet hat, dass er zu Real kommt. Und ja, wenn ich Perez wäre, würde ich ihn nicht holen. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass er trotzdem irgendwann kommt. In zwei Jahren, in ein Jahr, in zwei Jahren, wird er leider, sage ich mal, zu Real kommen, auch wenn er es nicht verdient hat. Weil wie man mit dem wahrscheinlich besten Verein der Geschichte umgeht, ist schon respektlos. Und ja, also ich vermute leider, dass er zu Real wechseln wird. Ich bin echt da auf die Ankunft dann gespannt. Also wenn es dann soweit kommen sollte, wie die Real-Fans ihn dann in Bernabeu empfangen werden. Vielleicht kommt er ja vorher schon mit PSG irgendwie hin, aber nee, die Bayern schauen die ja raus. Ja, ich stelle mir auch immer wieder die Frage, okay, kann man sich das Sport jetzt leisten, ne, gegen jetzt? Mhm. Ja, jetzt wird es schwierig, ne? Aber ich habe mich vorhin auch gefragt, wer als Freiburg-Gespieler ist, die die Frage gestellt hat, wo würde der da jetzt spielen, bei der Real-Fans? Ja, das ist auch so eine Frage, also der letzte Mal, natürlich, was der jetzt, also der letzte Mal jetzt nicht da wäre, würde er sicherlich zentral spielen, aber so aktuell und was jetzt den letzten Sommer angeht, also ich war auch schockiert und mir nervt hat, war dieses billige Argument, ja, der Kredite enttattet. Ja, ich bin gerade wieder weg, aber das ist die Sache von wegen, ob man sich das sportlich leisten kann, nur wenn man irgendwie Haaland kriegt, würde ich sagen, also einen von den beiden muss man sich drum kümmern, Mbappé darf eigentlich nicht, wie Oma sagt, mit dem größten Verein der Welt kann man sich irgendwie, gehen, wenn man hier Versprechen gibt und so weiter, aber, ja, ich glaube, unter Pérez ist nicht so möglich, aber lieber trotzdem um Haaland kümmern, weil der ist ja genauso ähnlich wie oben passbar. Aber ich sehe es halt auch so, dass, vielleicht ist es nicht in ein oder zwei Jahren, aber ich meine, der ist auch erst 23 und hat sicherlich noch 13, 14 Jahre vor sich, das heißt ja nicht, dass er vielleicht dann, wenn er jetzt erstmal noch einen anderen Weg einschlägt oder vielleicht bei PSG bleibt, man weiß es ja nicht, dass er in fünf, sechs Jahren doch nochmal Gespräch ist und dann auch ein bisschen Gras über die Sache gewachsen, was nicht heißt, dass ein Realfin das vergisst, was da passiert ist, das will ich nicht sagen, aber er wird dann auch älter, wird reifer, entwickelt sich weiter, da kann man das Ganze aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Was nächstes Jahr passiert oder übernächstes, ich glaube, dafür ist es vielleicht noch alles zu frisch und jeder Realfin sagt, der soll bleiben, wo der Pfeffer wächst, aber bei der Zeit, die ihm noch bleibt, glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass auf jeden Fall die Tür nochmal aufgeht, wenn er nicht komplett woanders dann sein Zuhause findet. Vielleicht nehmen wir ja auch Haaland und MAP irgendwann bei Real, wer weiß. Ja, never stop dreaming und so, aber nein, also, mal schauen. Hier kam noch eine Frage zu Endrik, ob man bei ihm nicht ein bisschen die Hoffnung haben sollte, bei Endrik ist ja die Sache, der ist jetzt noch 16, sprich, der darf ja erst wechseln, wenn er 18 ist, sprich, das wäre dann erst 24, der Fall, korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege, weil, ob man so viel Zeit hat, um für Benzema-Backup aufzubauen, dann müsste man jetzt eher schon einen hohen Planen, Haaland wäre auch zu groß. Und Endrik, das ist ein bisschen, was man gesehen hat, die Highlight-Videos auf YouTube sehen stark aus und er hat schon überdurchschnittlich viele Tore, aber ich weiß nicht, ich glaube, bei einem Ministers hat man damals vielleicht schon mehr gesehen oder wer hat jetzt schon ein bisschen mehr vom Endrik gesehen, den Brasilianer, auch nicht. Keiner wirklich, da ist es schwer, da ein Urteil zu fällen. Also lieber eh auch nicht immer nur Talente holen, das ist wichtig, Junge Valverde, Junge Rodrigo, Junge Choumini und so weiter, sich zu holen oder Choumini ist nicht mehr so alt, dann kann man winken, aber man braucht auch ab und zu Erfahrung, wie Alaba war wichtig, der Transfer, Choumini hat eben auch schon ein bisschen Erfahrung und da so ein blutjunger oder ein ganz junger Mittelstürmer, der irgendwie noch keine große Erfahrung international hat, ist ja schon bei Jogic schiefgegangen, auch wenn der nochmal ein ganz anderer Typ ist, ist es kalt und so weiter. Also lieber schon ein, der ein paar Jahre weiter ist. Das könnte theoretisch ein MVP sein, aber da werden wir alle nicht drauf schlau. Ich werfe immer bei sowas noch meinen Chaco mit rein, der zumindest als Backup irgendwie wird eingewechselt und kommt noch an die Planke dran, aber ja, das wäre auch nicht unbedingt das Mega-Match oder so. Alter ist der mittlerweile? 34 oder so, ja. Ewig Junge, sag ich mal. Ja. Ja, wie gesagt, nur als Backup, nicht als Zukunft. 36, oh mein Gott. Nur als Backup gedacht, aber nicht als für die nächsten fünf Jahre natürlich nicht. Deswegen hoffen wir auf Haaland, aber der will ja auch noch seine drei Jahre Rekorde schreiben in England. Mal gucken. Samu schreibt, Enric wäre mehr, meiner Meinung nach, eine gute Alternative. Und wenn sie Martins lachen, ich lache in der Spitze. Ja, war noch viel zu jung. Und wie gesagt, es ist eh eher 2024. Könnte das was werden. Mal gucken. Eden schreibt, Eden Hazard, schreibt nochmal, kann mir echt vorstellen, dass Felix bei uns alles zerreiten würde. Vom Spielspiel könnte das passen. Wow, Felix schwirre, der innerhalb der Stadt wechselt. Ich glaube, da würde eher jetzt England viel Kohle bieten und Athletico dann auch eher. Nehmen wir mal an, Chelsea bietet 80 Millionen, Real Madrid bietet 90 Millionen. Würde Athletico, glaube ich, trotzdem sagen, okay, hier Chelsea, ihr könnt ihn haben. Die würden nicht an unseren Stadtgeballen verkaufen. Von dem her wird, glaube ich, Felix auch schwierig. Aber auch der finde ich auch noch nicht so geil, wie das vielleicht seine damalige Ablösesumme verheißen hat oder so. Habt ihr denn irgendwelche Wunschspieler, wer mal zu Real Madrid kommen muss? Egal, ob es jetzt noch ein Bebräune ist oder wer auch immer. Haaland, oder? Ja, bis auf Haaland fällt mir jetzt gerade auch niemand ein. Kein Terrode rein. Terrode. Ja. Was haben wir denn noch vom Chat-Anfragen für die Real Total-Redakteure? Sonst seid ihr ja auch bald entlassen, dann dürft ihr auch bald mal ins Bett. Ich glaube, Roma muss ja morgen wieder arbeiten bestimmt, oder? Ja, morgen steht ja Deutschland und Spanien an. Da ist viel los dann. Sané aufrecht. Ja, dann eher ein Muziala, aber den kriegt man, glaube ich, auch ganz schwer los von Bayern. Oder Philipps Bursjahn, also der Bursjahn. Ja, völlig ausgeregt. Teilen sind dann, ja. Na, nee, erst recht. Los. Ja. Haaland, Haaland schreiben hier auch viele, ja. Wenn ihr schon Spanien-Deutschland angesprochen habt, wer glaubt an den Deutschland-Sieg? Ne? Ne, keiner? Janin auch nicht? Irgendwie als Spanien-Fan ja sowieso nicht. Also ich sag mal so, es wird auf jeden Fall ein anderes Spiel werden. Man kann jetzt nicht sagen, weil Spanien Costa Rica 7-0 weggefegt hat, ist das jetzt gleich die Garantie dafür, dass dasselbe bei Deutschland passiert, weil ich habe mich mega gefreut und man hat gesehen, dass Spanien, die haben auch ein gutes Spiel gemacht. Das war jetzt nicht einfach so, dass Costa Rica einfach nur scheiße war, sondern Spanien hat es schon gut gemacht, aber das war noch nicht wirklich ein Gradmesser, jetzt für das, was da morgen kommt oder heute dann, kurz bevor du dann Schluss hast, so zwei Stunden davor. Aber ich würde einfach sagen, Spanien schafft es ganz knapp. Ganz gut, genau. Also ein 2-0-Sieg, denke ich mal, für Spanien, ja, ja. Schon, es liegt raus. Da hat zumindest Alex vorhin gesagt, irgendwann wird Deutschland all-in gehen und irgendwann wird auch Deutschland, glaube ich, treffen. Das ist so die Frage, ob das dann reicht. Also es ist ja jetzt so ein 2-0-3-Spiel fast schon. Ja, unentschieden. Ich als Spanier sage, 2-1 für Spanien, schreibt Marco. Ja, 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 sind immer viele hier. Also das ist pro Spanien einfach da, realistischer. Ja, die haben ja eigentlich auch dieses Torjäger-Problem. Na gut, beim letzten Spiel haben sechs Spieler unterschiedliche Tore gemacht. Eigentlich ist ja trotzdem oft, dass sie nur ein Tor machen oder wenn sie überhaupt eins machen. Also die haben auch öfter mal Torjäger-Probleme. Und Morata vergibt auch gerne mal Dinge. Ulmo hat in der letzten EM so viele Dinge verballert. Das letzte Spiel ging halt einfach, hat alles geklappt. Einfach war alles perfekt und bei Costa Rica gar nichts. Ich schreibe Deutschland noch nicht ab, aber ja, es ist auch nicht ganz so umsonst der Kryptonit von Deutschland. Also die haben ja jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr gegen Spanien gewonnen, sind bei Pflichtspielen. Und da gab es nicht nur dieses 6-0 in der Nations League. War ja auch bei der EM 2010 und auch danach nochmal die EM-Mass-Finale mit Torres damals noch gegen Lahm und Lehmann, glaube ich. Ja. Gab es Spieler? Schreibt eben, wie ihr euch für Real gewünscht habt, die leider nie kamen. Bei mir sind es Thiago und Ibrahimovic. Lass ich mal Romarin vortritt oder wer hat es? Ja, ich hätte irgendwie immer gerne Salah bei Real gesehen. Kann ja noch kommen. Kann noch passieren, ja. Wahrscheinlich. Bei mir war es immer für Steven Gerrard, den ich mir auch, wenn ich viel mal gespielt habe, als erstes geholt habe. Direkt danach dann noch der Rossi, die ich gerne bei den Weiß gesehen habe, weil einfach Gerrard die absolute Maschine war. Der Rossi einfach so abräumt. Man hat ja bei Real immer so ein bisschen gefehlt, so Arbeiter vielleicht auch in der Zeit, aber wenn jetzt einer irgendwie sagt, Ibrahimovic könnte ich auch ganz gut verstehen oder was weiß ich. Miro Knos und so falls. Aber ich bleib mal bei Gerrard. Janine? Spontan habe ich da gar keine Idee. Ich hatte nur den Gedanken zu Ibrahimovic, dass er spielerisch wahrscheinlich da auf jeden Fall irgendwie Stimmung gebracht hätte. Aber ob das charakterlich gepasst hätte, ist die andere Frage. Also da bin ich mir unsicher, ob ich den gewollt hätte. Daran ist er ja auch bei Barca so ein bisschen gescheitert. Er scheitert sich mit Guardiola so ein bisschen nicht gut verstanden. Ja, sehr, sehr selbstbewusst. Und das ist noch untertrieben. Ja, Christian und Ramos waren das auch, aber gut. Mit denen hat es ja gerade so gepasst. Philipp? Das haben wir nicht gehört. Tim Wiesel. Tim Wiesel. War ja verkürzt davor. Mourinho war ja dran. Die Geschichte kennen wir ja. Ja, schade, dass das nichts wurde. Er hat nicht gelesen. Er hätte null gepasst. Ja, so als Backup. War damals die Frage, ob Diego Lopez, war das die Zeit, als Diego Lopez dann kam oder war das noch davor sogar? Weiß ich gar nicht mehr. Also mit der Cassius Verletzung. Er hätte bis 2012 kommen sollen, das weiß ich noch, weil er da bei Werner weg ist. Und da war ja so die Frage. Ach stimmt, dann hat er sich bei Hoffenheim entschieden, weil er dort eher spielen würde. So war das 2012, ja. Ribéry schreiben ja manche. Lukaku, ja, der könnte auch jetzt bestimmt noch helfen als Sturmtank, aber vielleicht funktioniert der ja auch nur bei Inter. David hätte auch gerne, ja, dich noch holen. Das ist ja noch nicht vorbei, Kollege, aber das ist ja eher der FIFA-Zucker. Tim Wiesel, genau, der kennt ihn noch. Ja, habt ihr noch irgendwas zum Abschluss, sonst würde ich euch demnächst entlassen. Aber ihr wollt noch weitermachen, aber habt euch ja auch den Schlaf verdient. Dann sind wir hier eigentlich zum, jetzt beim Ende, ich gucke mal auf meinen Zeitplan. Ich hatte jetzt eigentlich für drei Uhr rumzocken geplant, um vier Uhr kommt der nächste Gast. Jetzt überlege ich, lohnt sich das für jetzt 40 Minuten wieder technisch umziehen und Probleme haben? Dann würde ich eher noch online, also hier bleiben im Büro und irgendwie Rankings, ein Ranking vorziehen und das mal machen. Tiermaker oder was? Tiermaker. Du kannst ja so ein Tiermaker machen. Ach, ja, mit den Farben, Rot und Grün. Ja, ich habe jetzt sonst immer nur so die fünf coolsten Klubs, die fünf unsympatholischen Klubs und Spieler und Tore und Spiele und Stadien und so weiter. Das würde ich so nach und nach alles abarbeiten. In Serkan statt noch Neymar. Ja, war Florentino auch dran und er hatte das Probetraining und so weiter und hat auch schon das Realtrikot angehabt. Aber das ist schon okay, dass der sich für Barca entschieden hat. So ein abgehobener Typ irgendwie und irgendwie auch sehr viele Steuerskandale hier und Ablösesumme war nur irgendwie dreimal so hoch, weil irgendwie jeder irgendwie was verdient hat. Also ne, es soll nicht wieder lecken. Ja, ja, deswegen bleibe ich lieber, aber vielleicht, David und ich, wir grooven uns ja ein und haben jetzt vielleicht mehr und mehr den Dreh raus und wegen dieses Wallpaper nicht anzeigen und den Taskmanager immer offen haben. Deswegen bleibe ich erst mal noch hier. Aber dann sind wir eigentlich mit der totalen Redaktionssitzung. Ich habe jetzt keinen Hammer hier. Ist das beendet? Ich danke euch für eure Zeit. Ihr dürft gerne noch natürlich weiter einschalten, aber ich glaube, geht jetzt jeder ins Bett, oder? Omar auf jeden Fall. Philipp auch. Janine macht noch durch mit mir, oder? Ich überlege noch. Es wird weiter lustig bestimmt, und andere sind ja auch noch hier. Gut, habt ihr noch was zum Abschluss? Irgendeinen Wunsch, einen Gruß an die Mama? Alam Madrid und schöne Grüße an den Chat. Genau. Dann danke Omar, danke Philipp, danke Janine. Ihr dürft gehen, dann mache ich das hier alleine weiter. Ich gehe jetzt auch, weil ihr müsst könnt einfach nur Discord beenden, wie auch immer, bla. Mach schon mal die Kamera raus. Abonnieren nicht mehr offen. Ciao. Ja, stimmt, ich muss noch das Trikot ändern. Ich muss ja noch mein Trikot wechseln. Wo ist denn die Videoaufnahme? Ist wieder da. Jetzt kann ich Discord wieder... Gehe mal hier wieder in den Allgemeinen. Salam, 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 Salam. Genau, Alikan, dann gehe ich auch mal wieder hier zurück ins Vollbild. Ist ja interessant, jetzt geht auch einmal die Kamera doch mit 16 zu 9. Ups, und hoffe, es läuft plötzlich weiter. Ich muss auch mal wieder Musik im Hintergrund anmachen. Dann läuft das auch gleich wieder. Nein, das war nicht Pipi, das war die Seite von Chris Schneider. Mal das wieder ein bisschen im Hintergrund. Deftop-Audio ein bisschen leiser. Bin ich auch mal gespannt, wer gleich noch alles da ist. Also ich müsste mich auch mal, glaube ich, aufs Klo. Sambo ist, glaube ich, ein bisschen betrunken. Ach ja, einer muss es sein. Ich kann es ja noch nicht sagen. Ich muss mich ja noch ein bisschen konzentrieren. Ich glaube, ich mache mir jetzt auch schon mal den ersten auf. Ich gucke mal auf den Countdown. Den haben wir ja hier hängen. Was wir da haben. 19 Stunden, 20 Minuten noch. Sind doch schon mal 5 Stunden weg. 4,5, wie man es nimmt. Es wird nicht einfacher, Leute. Aber ich finde es toll, dass so viele dabei sind. Die Zerkat ist immer noch dabei. Auf die Maschine habe ich auch gezählt. Es soll nicht weiter lernen. Es läuft flüssiger als Wasser. Oder als die Zuckerflöre. Ich bin noch einen Fanartikel wechseln rum. Jetzt hätte ich fast die Hose umgebrochen. Also dieses T-Shirt. Eigentlich ein ganz cooles Ding. Ich glaube, aus der Saison 15, 16. Sag nochmal tschüss. Und dann kommt was Neues. Das ist ein Kleidungsstück. Von der Musik her passt. Wir ziehen hier jetzt durch. Ja, müssen wir es haben. Müssen wir. Vamos. Also wir haben es gesagt und wir machen es. Alles gut. Das ist ein seltenes Kleidungsstück, was ich sehr selten anhabe. Was von einem besonderen Freund kommt. Das war ein Geschenk zu meinem 30. Geburtstag. Von manchen kennen ihn. Nur aus der Erzählung. Weil er lebt leider nicht mehr. Von Sergio Martinez, meinem Freund. Der mittlerweile da oben irgendwo ist. Der ist der eben. Wann war das? Ende 21? Ende 20? Leider verstorben ist an der langen Krankheit. Ich hatte schon mal mit euch über ihn geredet. Ein Geschenk von ihm. Besonders. Und hier ist er auch. Wo ist denn da? Das wäre mal Trittwappen. Falls ihr euch jetzt wundert. Jetzt hat sich eure Schalke nochmal. Ne, ne. Haben schon drei Energies. Echt. Na, noch muss ich das ein bisschen aufsparen. Ich habe noch drei. Im Kühlschrank auf jeden Fall. Von auch unterschiedlichen Marken. Nicht, dass ihr denkt, hier sind wir gesponsert von. Nein. Ein ganz guter Musiknick. So hat auch David den Tipp gegeben. Zu dieser Liste von Chris Schneider. Link ist. Jetzt muss ich noch. Genau. Hier war noch. Ich glaube, wer hat er das geschrieben? Roman. Von wegen. Er kommt nicht in den Discord. Da muss ich aber jetzt nochmal den Discord neu auf meiner Seite hier aufrufen. Ich mache das mal mit der Maus. Bin gleich wieder bei euch. Mein Beiler. Ja. Alles gut. Ein großer Verlust, weil er einfach ein sehr, sehr, sehr feiner Typ war. Der mir das, der mir beigebracht hat, wie man das Leben genießt. Dass man nicht immer nur Hektik und Auto kaufen und sparen, sondern einfach Leben genießen, Geld ausgeben, Essen gehen, mit Freunden, Reisen viel. Der da mir in meinen ersten Jahren in Madrid mir sehr viel, was heißt, gezeigt hat. Wir Deutschen sind ja so ein bisschen gepult auf Geld sparen und Häuschen bauen. Was auch jeder machen kann. Gar kein Vorwurf, wer ein Haus bauen will oder für ein gutes Auto spart. Aber das ist für mich auch nicht so wichtig einfach. Sondern wie gesagt, Essen gehen und Spaß haben. So, jetzt habe ich hier den Discord-Link kopiert. Und werde den auch nochmal tweeten. Tweeten, falls jemand den Discord-Link braucht. Da kann man ja gleich mal wen dazunehmen. Wenn doch eben schon Discord gelaufen ist. Chris Schnelleracker, Smaxi. Ja, da auf dem Bild sehe ich Smaxi, Hexi. Ja, das mit den Ultras wäre interessant. Okay, fangen wir mal an mit den Ultras. Das Thema, bevor ich gleich auch mal wen im Discord dazunehme. Ihr könnt dann auch gerne euch schon mal bewerben. Ich mache hier nochmal zu. Muss das alles ein bisschen ordnen. Könnt ihr hier im allgemeinen Textkanal schon mal schreiben. So, hey Nils, nehme ich gleich mal bitte dazu. Dann ziehe ich einen in den Sprachkanal. Ultras, fragt auch eben nochmal. Also, wie war das Volo 1013 rum, ging das mit der Grada-Fans-NCF los. Im Sinne von, die wurden dann glaube ich entweder 13 oder 14 im Bernabeu installiert. Und gleichzeitig eben die Ultrasur verband. Die Ultrasur waren die letzten Jahrzehnte die Institutionen beim Club, also die die Stimmung gut gemacht, die Stimmung gesorgt haben mit Bernabeu, die auch für diesen legendären Torfall gegen Borussia Dortmund 1997 oder 1998 gesorgt haben. Ultrasur sind auch immer noch, finden Sie statt vor Bernabeu, diese Marceliano-Straße, die ist direkt gegenüber von von der Südkurve. Also, ich kenne viele Ultrasur, das sind normale, coole Leute, aber die Ultrasur sind eben eine Gruppe mit sehr vielen schwarzen Schafen. Was heißt sehr vielen schwarzen Schafen? Man kann das nicht beziffern, sind 10%, 5%, sogar nur 1% von einer großen Gruppe aus 1000 Leuten, wo einer öfter mal den Arm ausstreckt, wo einer vielleicht auch ein Tattoo hat mit Franco und so weiter, die teilweise noch in der Vergangenheit leben oder dann eben nach vergangenen Nachtrauern, wie Franco und dort eben eher rechts eingestellt sind. Und das wurde den Ultrasur mehr und mehr zum Verhängnis, dort sind auch mal gewisse Symbole waren zu sehen in Bernabeu und das geht natürlich für einen Weltverein wie Real Madrid nicht. Das ist ein sehr schädliches Image gewesen für Perez und Co. Und deswegen waren die Ultras schon länger Florentino Perez ein Dorn im Auge. Florentino Perez wollte aber auch, hatte auch das Ziel, so eine eigene Fangruppe zu implementieren, die ein bisschen, ich will das nicht sagen, jetzt schon zu viel gehörig ist, aber die ist schon auch ein bisschen nach den Regeln des Klubs schuldig. Die Ultrasur waren normal unabhängig, haben alles selbst organisiert, ihre Reisen, ihre Probe, müssen wirklich wochenlange Arbeit waren. Das sind auch deswegen vielleicht legendäre Choreos als mittlerweile vielleicht, die dann teilweise von der Aventur kommen, ähnlich wie beim DFB, wo das nicht mehr ganz so viel ist. Trotzdem hast du auch bei den Grada-Fans, MCF, Biele-Fans, die einzeln die Plakate auf die Sitze positionieren und so, weil auch die Fähnchen schwer zu vergleichen. Und ja, die Ultrasur waren im Dorn im Auge von Florentino Perez, weil eben hier und da manche schwarze Schafe durch rechtsradikale Symbole, Wesen aufgefallen sind, mussten raus. Und so konnten Perez und Co. die Grada-Fans installieren. Die Grada-Fans stand mal aus vier Klubs, das werde ich später, muss ich später selbst noch erfahren bringen, wenn um neun Uhr Ancel Davaca und Kevin Wendmacher dabei sind und die dann fragen, wie jetzt die Grada genau aufgestellt ist. Und ja, die Ultrasur sehen natürlich auch Florentino Perez dadurch sehr kritisch. Man hört oft oder man sieht oft noch auch Sticker, die sind dann nicht hier Boykott Katar, das sind dann Sticker mit Florentino Di Mission oder auch Rufe. Man hat da, die sind auch öfter mal im Endeffekt die Ultrasur, die einzelnen Fans natürlich noch auf dem Stadion, aber verteilt einer ist da, einer ist da, einer ist da. Die treten nicht mehr als Gruppe auf, sodass dann eine Kraft hätten, irgendwie durch Sprechchöre. Es gab Pokalspiele in den letzten Jahren, ich habe dazu auch ein YouTube-Video, wo es bei irgendeinem Pokalspiel gegen irgendeinen Drittligisten, wo das Fähnabee überhaupt voll war, da konnten sie sich mal wieder Tickets in einen Block sichern. Da waren immer wieder, lass es 100 Leute sein, vielleicht 200, die da gegen die Grada-Fans oder so ein kleines Fan-Duell sich geliefert haben. Also was ich damit sagen will, die Ultrasur gibt es noch und die machen weiter, wie gesagt, vor den Spielen für Stimmung. Das war auch speziell bei den Champions-League-Spielen der letzten Rückrunde ziemlich beeindruckend, was da dann auch an Plakaten und Regalos und so weiter. Ja, jetzt lese ich ein bisschen mal. Ich bin noch in keinem Sprachkanal, David. Bist du, ich kann die ganzen von dir gar nicht sehen. Ich bin noch in keinem, aber ich kann auch mal hier zu Fan-Talks gehen. Da muss ich aber selbst einen dazu. Ah, jetzt bin ich ja hier mit dem falschen. Mit dem falschen Scheiße. La. Ich muss es ja hier mit dem machen. Also damit gehe ich hier den Fan-Talks. Und hier, das mache ich zu. Jetzt wäre ich wieder hier. Hier, nur die Frage. Wer mal mitquatschen will, kann gerne in den allgemeinen Sprechkanal reingehen. Dann ziehe ich euch in den Fan-Talks, wo dann nur wir zwei wären. Ne, also Trikoli gab es um zwei Uhr. Ich hatte es jetzt vorhin nochmal hoch. Servus Roman. Aber nun, da du ja nicht da warst, komm, mach das nochmal. Der nächste kommt dann um vier Uhr. Der erste nochmal. Ich lese gleich mal, was da... Das war der erste. Und der zweite war das, so. So zu einem... Äh, klar, Sanky, mach ich im 24er. Wir haben ja nur noch 19 Stunden vor uns. Die Stimmung mit Suhr war schon besser als jetzt. Suhr, Hallermann, das ist jetzt die Frage. Die Ultrasur war im Endeffekt in der Form unabhängig, dass sie dann eben auch mal ein Wegstimmung gemacht haben oder einfach dann auch mal gepippen haben oder eben auch mal Kritik geäußert haben, was ich an sich gut finde. Wenn die Mannschaft nicht gut spielt, dann soll man nicht einfach nur weitermachen. Da muss man auch mal irgendwie Kritik zeigen, äußern. Die Ultrasur sind eben... Im Endeffekt, die verpflichten sich dafür. 90-minütigen Support, alle tragen weiß. Das sind an sich gute Sachen. So sollte es immer sein. Das ist ein schöner weißer Block da hinterm Stadion. Das ist ein gutes Bild für die TV-Bilder. Vorher die Ultrasur waren ja auch eher schwarz gekleidet und so weiter. Aber ja, es sind halt doch oft ein bisschen nicht choreografiert. Die haben eben auch ihre neuen Lieder. Daran muss man sich bestimmt auch gewöhnen. Aber es war halt viele, die ich so... Viele Mathe-Wilts-Associos, die ich so frage, von wegen Stimmung, jetzt speziell auch gegen Pechet und gegen Men's City. Die, die ich gefragt habe, das war doch das Krasse, was ihr hier erlebt habt, sagen die, das war schon ziemlich krass. Aber es kommt trotzdem nicht an die Stimmung der 80er Jahre mit der Kindheit der Wüthel, mit diesen ganzen Remontada-Trägen, gegen den war das der Inter, Klassbach. Oder auch in den 90ern, wo es dann wieder auf Berg auf ging. Aber schwer zu vergleichen. Denn die heutige Zeit ist nun mal... Du hast nun mal auch Touristen, das gehört dazu, zu einem Weltverein. Und ich finde keins... Weder Ultrasur, noch ist die Grada perfekt. Oder wenn ich 100 Punkte vergeben könnte, kriegen beide gleich 50 Punkte. Also die einen machen das besser, die anderen machen das besser. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Scheiße, ich muss in zwei Stunden ab zur Arbeit, Marco. Oh, jetzt bringst du mich nicht ab. Marco, sorry, ich habe ja extra hier einen Samstag auf den Sonntag ausgesucht, damit da mehr machen. Und falls ich für fünf Stunden ohnmächtig werde, werden die Zahlen später wiedergezeigt. Nee, aber ich zeige ja, die Uhrzeiten habe ich ja genannt, wann ihr notfalls zurückspulen könntet auf YouTube. Um 4 Uhr kommen die nächsten Zahlen. Was haben wir denn noch? 4 Uhr, 10 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr, 20 Uhr kommen die nächsten Zahlen. Da müsst ihr dann halt notfalls zurückspulen, weil viele, ich will es ja nicht so einfach machen, sondern es muss ein bisschen anspruchsvoll sein. Ich bin im allgemeinen Chat, würde gerne eine Frage stellen. Ja gut, dann machen wir das doch mal jetzt. Maut wieder umstellen. Dann muss ich wahrscheinlich, gehe ich sehen in Discord oder ich mache die Kamera aus dem Discord. Ich sehe dich gar nicht im Allgemeinen. Im Allgemeinen ist gerade keiner, oder? Oder sehe ich nur, warte mal, gehe ich mal hier in den Allgemeinen, ist da jemand? Ich sehe hier keinen Paul Pommes. Achso, du bist gerade frisch dazugekommen, ne? Ja, ah ja, jetzt bist du da. Gut, dann schiebe ich dich mal in den Fantalk und komme hinterher und mache mal, gehe in den Fantalk. Huch. Man muss noch wahrscheinlich die Musik ausmachen. Zack. An Nils. Jo, jetzt höre ich dich schon. Hi, servus. Hi Nils. Der Pommes. Der Paul. Paul, ja, moin. Ja, ich bin hier gerade an der Pfeil mit dem Vincent. Oh, okay. Wir hätten eine Frage an dich. Je noch zwei. Genau, wir haben eine Frage an dich. Wie bist du eigentlich Real Madrid-Fan geworden? Also, weil du bist ja schon sehr intensiv in dem Thema drin und da hatte ich schon so eine Frage, wie du eigentlich ein Real Madrid-Fan geworden bist und dass du so intensiv in dem Thema drin bist. Gut, das eine ist das Fan, das andere ist dann das Professionelle Fan geworden. Da gibt es nicht einen Moment oder eine Sache, dass es so um die Jahrtausendwende passiert, wo dann Real auch natürlich wieder kurz, obwohl er durch drei Champions-League-Titel. Ich komme aus einer Gegend in Nordhessen. Kassel kennen viele. Eschwege kennen wenige. Sondra kennen noch wenige. Wichmannshausen, mein Dorf, noch kennt gar keiner. Da komme ich her und dort ist kein Bundesligist in der Nähe. Also dort sind Hannover, Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt, alle 200 Kilometer entfernt. Ich war nie im Stadion. Ich war nie geprägt irgendwie von diesem Fußballerleben-Moment. Und ja, Anfang der 2000er war einfach auch sehr prägend. 2002 das Finale. Sidan, das war auch im Geburtstag meines Opas. Alle haben geschaut und dieses Sidan hat sich einfach eingebrannt auf meine Netze. Und hier alles weiß. Auch ein bisschen rot mittlerweile. Mein Vater hat ab und zu mal in Spanien gearbeitet und mir einen Schaden gebracht. Der hat vorhin im Wohnzimmer gehangen. Den habe ich, der war für mich sehr heilig irgendwie. Der Beckham-Transfer hat mich damals sehr fasziniert. Der Metzfelder-Transfer auch. Ich kann gar nicht mehr so sagen. Diese Saison 2007, wo man punktgleich war mit Barth. Am Ende war aber Realmeister aufgrund des direkten Vergleichs. Da gab es sehr viele Sachen für mich, weswegen ich Fan geworden bin. Aber am meisten Ausschlaggebend dann gleich nochmal, weil ich eben nicht geprägt war von dem Verein. 2012 war mein erstes Mal in Madrid, weil ich einfach gesagt habe, ich bin Solo, frisch getrennt. Ich mache jetzt irgendwas. Ich gehe jetzt mal drei Wochen nach Madrid, mache dort einen Sprachkurs, will ein bisschen coole Zeit haben. Dort habe ich dann halt eben auch Real Madrid-Fans kennengelernt. und dadurch kamen dann die ersten Europapokalreisen zusammen. So kam ich dann zum ersten Mal richtig Fußball erleben, nicht nur Fernsehen gucken, sondern im Stadion, vorm Spiel und eintrinken und so weiter. Das war für mich ganz besonders. Und so wurde ich Fan, richtig. Und das Professionelle, ich habe da auch angefangen 2011, für diese Seite realmadrid.de zu schreiben. Nur ein paar Spielberichte am Anfang. Ich wollte noch kein Spanisch und so weiter. Das war am Anfang noch ganz wenig, wurde aber immer mehr. Da kam ein Real Total, wurde draus 2012 im Herbst. Wir sind ja jetzt zehn Jahre alt Real Total. Und ja, das wurde einfach immer mehr. Wir haben, wie gesagt, einen Schnitt von neun Artikeln am Tag. Also dort schnell eine hohe Masse entstanden, wo man einfach nur mal berichtet, über das Training, ein Interview übersetzt, eine Analyse schreibt, einen Kommentar und bla. Und so wurde das immer mehr. Man ist immer mit reingesteckt. Und am Anfang gab es noch ein bisschen Taschengeld dazu. Wir haben dann so seine 200, 300 Euro verliebt, was cool war. Wir haben mit unserem Hobby Geld verdient, mit dem wir irgendwie ein Spiel schauen und Artikel schreiben. Das war geil. Und ja, 2016 hat dann der damalige Chefredakteur, der auch ja Total der Madrid-DG gegründet hat, Tobias A. Hellmann, hat mich dann eben gefragt, ob ich die Seite als Chefredakteur übernehmen will. Habe ich ja gesagt, bin nach Madrid gezogen. Und seitdem mache ich das Hauptberuflich, seit Sommer 2016, also jetzt auch schon über sechs Jahre. Ja, ich glaube, das beantwortet beide Fragen, oder? Ja, sehr gut beantwortet. Dankeschön für die Antwort. Gerne. Hat mich sehr interessiert. Und Halla Madrid, ne? Halla Madrid. Dann bleibt ihr noch eine Weile dabei, oder? Ja, klar. Na klar, sehr gut. Wir sind jetzt im Chat drin, und dann die 24 Stunden nehmen wir mit. Bin ich gespannt, ob man hier den Pommes Paule noch öfter sieht. Ja, würde ich mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Danke für die Frage. Wenn ihr noch was habt, einfach schreiben. Dann machen wir das wieder. Cool, danke. Danke für die Antwort. Ciao. Grüße. Grüße. Ich hoffe, das hat man auch soweit verstanden. Profilbild von Pommes ist jetzt Killer. Ja, guter Mann, guter Mann. Was hättest du von Jeremy Gabe? U17 Elche, ist das dein Ernst-Funky-Hunter? Für die Jugend von Real, sei eines der größten Talenten. Du sagst echt, höre ich jetzt zum ersten Mal. Gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Also U17 vom FC Elche, einem meiner Hassvereine. Meinen zum französischen Reporter, Romain Molina. Tue ich mir jetzt auch schwer. Generell, ist das so, ich kann mir kaum Schiedsrichternamen merken. Ein Reporter ist auch immer schwierig. Ich mache da eher, ich mache bei, ab und zu mal mal vielleicht ein Screenshot, wenn irgendein Reporter Scheiße verzappt. Aber, wenn irgendeine Fake News raus hat oder so. da kenne ich mich hier ja bei Spanien auch, wenn du mich jetzt über Eduardo Inder was fragst oder so. Ich habe gesagt, bis 4 Uhr haben wir auch gleich jetzt schon wieder Trikotwechsel angesagt, in zwei Minuten. Ich habe gesagt, wir könnten mit einem Ranking anfangen. Dann schalte ich mal hier, öffne ich mal die Datei langsam. Ich habe wie gesagt, verschiedene Rankings, Clubs, Villers, Villers, Tore, Stadien. und wir können ja mal beim Ranking anfangen mit, ich denke, wer die WM gewinnt, die Frage, wo das sage ich schon beantwortet, ich sage, Finale wird Frankreich, Brasilien sein und ich glaube, Brasilien wird es gewinnen, weil die jetzt vielleicht am meisten wollen und reif sind und nicht nur, nicht nur unerfahrene Talente haben, sondern auch Talente, die schon sehr erfahren sind und eben auch die Älteren, die bereit sind. Aber hängt auch sehr von Neymar natürlich ab. Ja, aber Brasilien ist mein, womit fangen wir an? Ranking mit Clubs, von wegen, erst mal die sympathischsten Vereine, wer da auch Nummer 1 ist, ist ja klar und dann auch die 5 unsympathischsten Vereine. Ich würde mal sagen, wir machen mal bei jedem, vielleicht 5. Jetzt kommt hier Petri Roll, ja, eine Legende, weil er den CR7-Draht hat, aber ich mag Ciringuito einfach nicht dieses Polemische, dieses einfach nur, rauszahlen und dadurch Kriegs machen und dadurch berühmt werden. Petri Roll ist ein Zirkusdirektor und ja, aber hat eben den Draht zu Perez, hat den Draht zu CR7 und so weiter, deswegen ist es da schwer zu meckern. Es geht hier darum, wen Petri Roll so alles einlädt, wie Eduardo Inder und Chota Chordi und auch ein Ronsero ist ein Clown, aber die Spanier lieben halt ihre Clowns. Was hinst du von Schalke? Können, dass sie zurück sind, dürfen sich gerne halten, aber es muss schon auch noch besser werden. Also es ist ein Kult-Club, es war gut, dass sie runter sind, aber haben sie es dann erarbeitet, zurückzukommen. Jetzt darf auch gerne dann, ach so, jetzt kommt der Fan-Hack-Wick-Wick-Alarm mit der Hühne, dann muss ich gleich wieder, ja, ich hasse den Verein jetzt zu Barcelona, ja, der Verein ist auch bei meinem Job guter. Also, macht euch schon mal Gedanken, die fünf sympathischsten Vereine, damit fangen wir an, danach kommen dann die fünf unsympathischsten Vereine. also kurzer Tränen, Klamackenwechsel, schon wieder. Jetzt kommen wir zu einem T-Shirt, das ist mehr oder weniger von dem Ultra, der Front-Busur, ja, hier ein altes Trikot nachempfunden, ich glaube aus den 90ern, und hinten eben natürlich die legendäre Krollhier zu drauf. Ich habe ja kein Trikot mit einem Block hinten drauf, außer eins, was hier geschenkt wurde, aber hier eben auch mal solche Fanartikel. Also, die fünf sympathischsten Vereine, ich fange mal mit Platz 5 an, habe ich den BVB drauf. Früher, wenn ich fußvolle geguckt habe, als es noch nicht geprägt war so richtig und keine Stadionerfahrung habe, habe ich eher mal Dortmund geguckt, weil auch diese verrückte Meisterschaft 2003 echt verrückt war und dann irgendwie Everton macht das Tor da noch. Ich habe auf Platz 5 den BVB, hier auch BVB von Eden Hazard, ja, ja, weil sie oft auch eigentlich Talent so gut ausbilden können. Das war nicht nur bei einem Hakimi, ich fand es früher auch Ricken cool und Jürgen Kohle habe ich gerne zugeschaut, war so mein Idol, als ich selbst noch ein bisschen Fußball gespielt habe, hat mir Zeltar damals auch. Ja, sorry, sorry an die Schalke-Timeline, da war ich dann eher schwarz-gelb. Platz 4, FC Liverpool. Irgendwie legendär, wenn man irgendwie an ein besonderes Stadion in England denkt, ist es für mich eher Enfield als Old Trafford, ist es diese Einhimmel, ist es auch irgendwie natürlich was jetzt Klopp draus gemacht hat, aber auch davor, Steven Gerrard habe ich gerne geschaut und eben, ja, auch mit Ferran Toros, das war eine große Zeit, dieses Champions League Finale 2003 oder 2004, glaube ich, war unfassbar und von dem her, wäre da jetzt Liverpool, man macht Schalke höher als Dortmund. Sorry Sambo, sorry, das kann ich nicht machen. Also, BVB Liverpool auf Platz 3 hätte ich den 1. FC Nürnberg, muss ja auch mal genannt werden, wenn man schon hier in Nürnberg lebt, was nicht heißt, dass dort der Fußball besonders schön ist, aber irgendwie, auch hier habe ich meine Kumpels auch dort ab und zu mal schon mal eine Auswärtsfahrt gemacht, nach Aue, nach Mainz, da ging ich dann verloren. Irgendwie ist der FC Nürnberg auch ein cooler Verein, wo es noch um Tradition geht, wo zumindest die Fans das noch leben. Letztens das Spiel bin ich gewesen in Kaiserslaut, dann volles Stadion, voll Auszeitblock, voller Heimblock, das war Tradition der Welt, das war geil. Deswegen habe ich den Club da genannt, aber wie gesagt, das ist eher was Lokales, ohne dass ich jetzt damit aufgewachsen bin oder große Berührungspunkte hatte. Bevor wir jetzt zum Platz 2 und Platz 1 kommen, zähle ich noch Vereine auf, die man auch mit hätte, nennen können. Immerhin der Club von Dortmund, da siehst du, eure Fanfreundschaft, was auch was Cooles ist. Man hätte auch noch nennen können, Eintracht Frankfurt, ich als Hesse, wo ich sprüge, ich muss die auch nennen, Real Betis macht aktuell viel, viel cool, viel richtig, weil sie auch irgendwie so cool vermarktet sind, die Gestaltung ist, wie sie in allen Fall auch immer so ein bisschen kleiner Underdog waren, aber irgendwie auch, ja, immer schon stattgefunden haben. Den Athletic Club ist auch ein sehr besonderer Verein, ich habe letztens hier ein Buch vorgestellt, was jetzt auch bald verschickt wird, an die Eintracht von unserem Gewinnspiel zuschauen, wird jetzt den Weg zur Woche verschickt, ist ein besonderer Verein, weil die einfach auch bei der Liga-Gründung 19, 23 schon dabei waren, nie abgestiegen sind und das immer nur mit Spielermaterial aus dem Bastenland, also das ist ihre Philosophie, die setzt nur Spieler mit innen Wurzeln aus dem Bastenland ein, sehr beeindruckend und es sind auch mit die beste Stimmung in Spanien, so mit Valencia, mit Sevilla und so weiter, den Club könnte man nennen, Rayo Vallecano ist irgendwie auch ein Kult-Klub, auch wenn sie wirklich ein Drecksstadion haben oder es ist ein Kult-Stadion, aber es ist eigentlich auch nicht mehr Erstliga-würdig, Rayo Vallecano, auch die Fans, weil sie eben auch da für politische Statements stehen und eine klare Meinung haben, finde ich irgendwie auch ganz cool, AC Milan, irgendwie auch legendärer Verein, Napoli, finde ich irgendwie auch ganz cool, aber auch Platz 2 von mir hat einen Verein geschafft, da muss ich da Früge kurz holen, Moment, kurz, so, da bin ich schon wieder, mal gucken, wer das jetzt rät, was das für ein Verein ist, ihr seht jetzt noch nicht mehr, ihr werdet noch nicht mehr sehen, mal gucken, ob ihr ratet, was das für ein Verein ist, hm, was glaubt ihr, wer, welcher Verein könnt ihr es hier auf meinem Platz 2 geschafft haben, ich glaube, das wissen die wenigsten, wahrscheinlich auch jetzt nicht, wenn sie das Logo sehen, wo ist es da, ich gehe mal näher ran, na, was ist das, das ist der älteste Verein Spaniens, das ist Recreativo, whoever, in 189 sind die gegründet, schickt gar nicht drauf, ne, steht gar nicht drauf, das ist Recreativo, Huelva, dort wohnt die Schwester meiner Freundin und ihr Mann, also mein Schwager quasi, die leben in Huelva und haben eben dort den ältesten Verein Spaniens, 189 gegründet, warum ist das so, einerseits Recreativo ist schon auch ein Traditionsverein, der schon auch ab und zu mal erst Liga gespielt hat, auch mal Pokalfinale war, war es gegen Riamatis, oder haben sie da gegen Mallorca verloren, weiß nicht mehr, das war so fast nicht bloß der Erfolg und ich war eben dort mal im Stadion, habe dort ein ganz anderes Stadionerlebnis gehabt, das ist erstmal auch so am Meer mit dran in der Nähe, aber jetzt kein Strand, einfach weil dort günstige Preise, viele Familien, Kinder, die rumlaufen und spielen, viele Frauen im Stadion, das war für mich so ein, ach so geht es auch an Spanien, ich bin davor eigentlich primär das Bernabeu gewohnt, wo einfach viele Touristen und eher die reichen Materialien dort sind und so weiter, die die Kohle haben und 80 Euro für ein Ligit ausgeben und so weiter und Rekreativo war für mich ein ganz, ganz besonderes Stadionerlebnis, mal davon abgesehen, dass ich das Trikot wunderschön finde, auch in diesem, was ist das hier, B, Schleifpassgold, finde ich das sehr cool und wir haben ein Maskottchen, weil es der älteste Club der Spanien sind, haben den Abuelo als Maskottchen, den Opa, da freue ich mich schon sehr drauf, wenn Luis mal ein Foto mit dem Abuelo, dem Opa machen darf, kennt doch jeder, siehst du, well, war richtig krass, doch so viele, gut ab, vorbildlich, meine Zuschauer, gut, dann auf Platz 2 und dann auf Platz 1 natürlich Real Madrid und warum ist für mich Real Madrid der was heißt, sympathischste, beste Verein, Real Madrid hat auch sehr viel richtig gemacht, geht nicht nur um die Titel und die größten Spieler und der reichste und klar, ist natürlich auch noch nie abgestiegen und ist einfach, gehört auch immer noch den Mitgliedern, das wissen ja viele nicht über Real Madrid, Real, Barca und Osasuna sind mitgliedergeführte Vereine, also dort finden Wahlen statt über den Präsidenten, auch über wichtige Entscheidungen wie den Stadionumbau, Real setzt sich sehr sozial ein in der Welt, hat nicht nur während Corona viel geholfen, Ukraine was gespendet, sondern auch jede Menge Fußballschulen in der ganzen Welt, Real Madrid hat da so eine ganz besondere Rolle als Vorreiter in vielerlei Hinsicht, Real Madrid ist auch immer schon irgendwo ein Schritt weiter gewesen, war bei der Gründung der FIFA mit dabei als einziger Verein, bei der Gründung des Europapokals 1955 waren sie dabei, haben das ja auch vielleicht die ersten fünfmal gewonnen, haben mit dem FC Bayern gemeinsam angeworfen, dass die Champions League, dass es zur UEFA Champions League kommt, sonst hätten sie da auch schon was Neues gemacht, nur die UEFA dann meint, oh Bayern und Real machen Druck, jetzt müssen wir was finden, also Real ist da schon immer sehr weit gewesen, sehr, sehr vorausschauend, auch hinsichtlich wie Bernabéu damals ein Stadion für 100.000 Leute gebaut hat, der wurde für wahnsinnig erklärt und ja, das hat es einfach gebracht und für mich ist Real Madrid da der besonders sympathisch, coolste, coolste Verein natürlich, das ist jetzt glaube ich keine, ja, hat Valencia wieder aufgeholfen, Rayo, Vallecano auch, die irgendwie, also Real Madrid hat auch mal Alfredo Di Stefano mal verliehen, war das nicht auch an Rayo glaube ich und in der Hymne steht cuando fiel es dann la mano, wenn man verliert, gibt man die Hand, also ist einfach Caballero del Honor, Ehrenmänner, Real Madrid der Verein für mich natürlich ein ganz besonderer, weil ich damit auch mein Geld verdiene, aber eben auch, es ist jetzt gar nicht mehr so viel Fan bei mir, der sich jeden Tor bejubelt, es ist schon auch sehr mehr Professionalität als Fan mittlerweile, aber das kommt halt durch die, durch den, durch den Alltag dazu. Der jetzt beide am Ende ihrer Karriere sind, der war, der war besser, der für mich immer CR7, weil er einfach es sich hier erarbeitet hat, Messi ist geboren mit einem, geküsst von Gott an beiden Füßen, das muss man so sagen, das beste Talent, das es vielleicht je gab, ähm, der vielleicht auch gar nicht, ja, Messi hat auch trainiert da, also Christianus für mich wegen der Arbeit, dem Einsatz, dem Ehrgeiz, da einfach, ähm, über allem. Oh, bin ich hier noch im Discord, oder was? Glaubst? Oh, hier, jetzt ist der Ali Khan dabei, grüß dich. Was geht ab? Salam, alaikum. Salam, alaikum salam, merhaba. Was geht man? Ich mache ein bisschen 24 Stunden Stream, was machst du so? Ja, ich habe gesehen, du machst halal Madrid-Fideos und so hier, deswegen, ich bin mal kurz reingekommen. Achso, bist du mal kurz reingekommen? Gut. Ja, ich stehe sonst. Achso, nö, bist du dann aber auch Real Madrid-Band, oder hoffentlich? Ja, also die gewinnen, wegen dem Gewinn gewinnen das Tipico-Schein, deswegen. Ja, das nochmal, man kann es mal auf Jammer tritt setzen, nicht vielleicht gegen Rage oder so, gegen kleinen Teams. Benzema-Fan bin ich, Gangbanger Wieb. Ja, Benzema ist der beste Mann. Was meinst du, wird er wieder spielen bald, oder ist er jetzt ewig verletzt? Der soll mal Galakom, ja. Galatasaray, meinst du? Ja, der wird eher nochmal nach Frankreich wechseln oder so, aber Galatasaray. Ja, scheiß auf Frankreich, der soll Galakom, Galakom, der soll Galakom. Galakom, 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 könnt euch auch Marcelo bücken, der ist ja glaube ich ein Piratis. Ja, der soll rüberkommen. Bei uns, gute Essen, gute Verein. Geht immer gut ab am Flughafen, wenn ein neuer Spieler kommt. Ja, bei uns immer, immer. Ich bin immer da, wenn Spieler kommen, wir gucken immer VFF, wo fliegen die und dann kommen wir. Echt Mann? Alle Mann, ganze Familie, immer. Bist du auch gerade in Istanbul, oder wie? Ja, jetzt gerade nicht, ich wohne in deutschland aber ich habe familie in türkei und im sommer bin ich meistens da und das thema spieler transfers und dann sind wir immer da da war kommt mit onkel kommt mit wir alle das glaube ich weiß denn was am 10 juni in ist ein gut ist das ist auch ich wusste dass sie nicht nur nicht tag wer wird da spielen welche zwei mannschaften fc bayern munich also wie sie raus ja und halla madrid halla madrid finale das wäre ganz glaube ich noch bin ich ja ja klar hallo ja sowieso ja kein problem ja cool ich war kann auch dabei meine rankings zu machen weswegen danke dass dabei warst dann mache ich da und okay das war eine überraschung von ali sehr cool wir waren einfach anders bist du immer noch da wie komme ich denn hier raus ich gehe mal hier alles klar ich war dabei prototip kommt genau das war fernabatsche und ne wer waren das ne credo war schon mal gar nicht mehr egal die fünf unsympathischsten vereine mach mal die noch ich lege los mit atletico also es gibt ja generell unterschiedliche gründen vereinen nicht zu mögen oder uncool zu finden ihr könnt ja schon denken wer auf platz 1 sein wird das habe ich oft verdeutlicht auf platz 5 ist für mich atletico weil immer noch diese arbeit der verein und wir können nicht feststellen immer noch dieses nur noch vorhin hinter der dabei spinnigen auch so einen scheiß zusammen dabei haben die den besten kader der welt den teuersten im besten kader ihrer geschichte den teuersten trainer der welt und spielen so einen scheiß zusammen machen immer noch ein bisschen bei underrating und irgendwie underdog rolle wollen sie sich zuschieben atletico für mich auch durch das letzte derby was da einfach passiert ist ich habe immer noch diesen tweet im kopf im ohr von den barter-fan der da geschrieben hat was ist da passiert dass manche auf einmal dass uns hier wie ein öffentliches klub klubklubsklan treffen wird wie da manche den inneren rassisten in sich entdeckt haben also platz 5 atletico haben auch schon andere geschichten wo sie irgendwie fans abgeschlossen haben von rialzus glatt und so weiter ist für mich atletico auf platz 5 platz 1 wissen wir alle PSG ja ich habe barter auf platz 4 barter auf platz 4 auch da ist natürlich die letzten jahre sehr viel debatt untergegangen also ich war schon wenn dann schon immer der matripp geträgt und klar aber speziell war es hat in den letzten jahren so viel falsch gemacht und schief gelaufen wurde immer noch irgendwie gedacht ja diesmal ist doch jetzt alles wunderbar ne unter berthomelis scheiße jetzt unter laporta ist es auch finanziell auf so wackeligen weinen man hat nicht überschätzt man hat jedes mal champions league halbfinale mit einkalkuliert und dann sich auf einmal gewundert oh wir können continuo und dembelay und griezmann und co gar nicht mehr bezahlen jetzt müssen wir hier schnell mal ein seion weg auswerfen wie du willst nicht gehen was fällt dir ein aber dein vertrag ist illegal deswegen müssen wir dich jetzt war es hat so viel auch schlecht gemacht was viele gar nicht wissen irgendwie was nicht diese wer war das cedric bakambu der im flieger auf dem weg schon im flieger war nach barcelona und dann im flieger auf einmal der dachte ah nee komm dreh wieder um die brauchen dich doch nicht die irgendwie valdes nach ein paar tagen wieder rausgeworfen haben aus der jugend illegale verhandlungen mit kriegsmann diese diese social media was war das agenda von bartomeo irgendwie gegen 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 piqué und andere zu schießen einfach der ep zu barcelona ja es war damals unter bartomeo aber so viel hat sich jetzt einfach auch nicht unter laporta ja es hat sich einiges verändert gar keine frage in der mannschaft ist wieder schlagkräftiger mit kundin lewandowski aber es ist trotzdem noch so viel zu viel theater und zirkus dabei immer schon geholt eine woche später verkauft ja sie ist genauso genau vom bett jetzt kam er zurück dieser tausch pianisch und wer ist gegangen arthur auch zielsen für den anderen leute so viel dubios ist aber auch hier ist auch der packer sticker auf platz 3 sorry david sorry janin ist für mich trotzdem noch rb leipzig ja wir machen eine gute jugendarbeit und fußball ist auch nicht so unattraktiv aber trotzdem die bundesliga besteht aus vereinen und schon wolfsburg und leverkusen umschiffen das so ein bisschen die 50 plus 1 der bull macht das noch dreist einig indem sie wie viele angebliche mitglieder haben 18 keiner weiß wer die sind das heißt nicht darum hat man keinen verein verein hat man damit die mitglieder mitbestimmen können damit die mitglieder teil des vereins sind und dort ist es einfach nur mehr marketingkonstrukt und ja ich trinke das auch aber ich habe rb schon immer getrunken rb ist ein konstrukt die auch schon damals in der dritten liga spieler hatten die erst liga würdig waren ja die waren jungen haben viel gelben war auch ein großes risiko hätte auch nicht klappen können es hat aber geklappt und deswegen ist für mich rb immer auch sehr zu kritisieren aber es ist nicht so dass ich sie hasse sorry david brech wie gesagt wir hatten ja die diskussion da hat es ja auch das ist trotzdem viel richtig und jugendarbeit und zwar da ja hast recht deswegen ist es schwer das zu denken vor allem zwischen diese zwei vereine jetzt schon kam und die jetzt noch kommen werden ihr könnt euch ja denken wer es jetzt auf platz zwei geschafft hat das ist dann mensch ist der city seit ich habe ich die zahlen noch richtig abu dhabi ist 2011 oder 2008 eingestiegen kein verein hat zweit dem meer ausgegeben hat eine schrö hat eine schlimmere transferbilanz manchester united ist auch nah dran ja die sind genauso am arsch eigentlich und von albert auch in barras gesagt dj ist auch in einer liga immerhin dort funktioniert die mannschaft ich habe auch hart gefeiert 2012 agüero damals war es aber noch nicht ganz so krass wie jetzt dass sie sich dann einfach gar nicht oder leisten und auch gefreut und sie können sich einfach leisten was sie wollen und harland noch holen und so weiter das ist dann einfach auch die spielen in ihrer eigenen liga jungen klopp kritisiert das ja auch regelmäßig von wegen da kann man nicht mithalten nicht so richtig auch in liverpool setzt einiges an geld auf spiel aber mensch ist das city da eben da ist für mich auch zu kritisieren weil sie genauso ein klub sind die man irgendwie in der stelle hat keine chance gegen die oder nichts ist nicht das von der riefer deswegen auch das ist für mich ein grund mehr für super league oder wie auch man die halten sollte um irgendwie mensch ist das sind ja noch viel zu zeigen hey wir müssen euch und euch auch nicht einladen dann bleibt ihr in der chemis league und spielt dann nur noch gegen batak moskau und union berlin was ja auch okay ist aber dann sind eben wer wäre auch immer bayern schelz die real war es dann eine liga um so diese klubs sehr trotzdem 0 chemis wie genau so ist salaman und dann auf platz 1 wie blafons psg oder so ein kleiner dümpel fahren ich glaube ihr habt wir hatten nie eine meisterschaft wohl bis daneben katar eingestiegene katar betreibt wort sports washington er findet neue firmen und dann noch mal 100 millionen euro sponsorengelder einzupumpen damit sie sich dann erst die drei musikern kabani holen können dann nehmen wir dann immer mehr die ramos haben auch keine kleinen gehälter und auch marken und so weiter auch psg ich habe gesagt in der letzten seit eben abu dhabi und seit katar eingestiegen sind bei diesen beiden waren hat keinen vereinen und keine anderen feine mehr ausgeben haben keine falle die schlechtere transferbilanz weil sie noch schlechter verkaufen das gibt auch viel geld aus lange nicht so viel wie die aber nimmt auch viel geld ein durch morata und akimi und so weiter da geht es einfach nicht nur um sportliches das ist auch ein konstrukt und damit das kleine land katar aus 1 millionen leuten besteht um dort irgendwie in der welt stattfinden zu können jetzt ist die jetzt nach der wm wird psg werden anteile verkauft das projekt katar bewerben mit durch psg durch einen verein vorbei ich ja und es ist einfach nasser al-kelaifi ist einfach jemand der sich überall im fußball hochgeschlafen hat der in der european club association der vorstand ist der im exekutiv komitee im vorstand ist der bei bien also dem tv sender den rechteinhaber video ist und so weiter der hat überall seine hebe kann sich überall die gelder hin und her schieben und versprechen gehalten wieso janik zum 24 stunden stream oder so wettschulden sind ehrenschulden ich versuche zumindest immer noch ein bisschen ehre zu haben meine versprechen zu halten nicht wie mbappé und wer weiß was al-kelaifi so ein typ ist und auch wie gesagt ganz schwieriger typ der auch durch kontakte hochgekommen ist er war früher durchschnittlicher wenn ich sogar schlechter tennisspieler in katar und hat dann eben die richtigen leute betroffen wurde hochgesetzt und ja jetzt kann er hier lügen erzählen von wegen mbappé ging es nicht ums geld und wir haben das alles mit ganz normalen mitteln und wasser soll auf sich schauen bayern die kritik von bayern die soll erst mal auf sich schauen digga ihr seid der schlimmste verein den es jemals gab es jemand hat war ein nummer 1 sanki der echte schreibt gute nacht schade aber gut 350 das kann ich dir nicht veröbeln es geht ja auch gleich weiter und habe ich jetzt es geht ja auch gleich weiter habe ich schon meinem freund manu thiele den linken schickte laifi hat den unlock all modus in real life bruder ja das ist das ist einfach nicht mehr die können im papier halten mit unfairen mitteln finanziell finanzielle verkehrt kann ich mal guck mal was sind wenn er danach passiert ist leonardo kriegt ein spiel schwerer weil er entlassen wurde als keller über den so gar nicht geredet da sind die beiden die schiedsrichterkabine und alle angeblich hat noch mitarbeiter betrunken wegen der terroristen wie war das in diesem skelett handpuppe also auch wegen alke laifi ist für mich der kackverein der welt so jetzt schreibe ich noch mal bei manu aber der hat den link bekommen zu discord jetzt check ich noch mal selbst ob der auch noch aktuell ist aber scheint noch aktiv zu sein einladung annehmen ok dann ist da muss ich ja aufpassen dass manu bald kommt und schreibe ihm schon mal von wegen geh am besten dann in einen sprachkanal und was ist hier los und also 36 nehmen ich brauche ich noch nicht ich schreibe normal wenn du gleich kommt schreiben ins discord ich muss auch bald noch mal ins discord kommst geh schon mal in einen sprachkanal zum beispiel allgemein dann kann ich dich von dort per track track und shop in einen privaten sprachkanal ziehen ok dann haben wir schon das erste ranking geschafft mit vereinen wie gesagt kommt noch spieler spiele tore stadien und noch ein paar mehr rankings ich glaube wenn du im allgemeinen sprachkett gehst oder was mein ich glaube wenn du ja ich habe dennoch kann ich mit dir ja ronaldo 36 können wir später noch machen ich warte jetzt noch auf meinen nächsten gast das ist manu viele und mit dem werde ich gleich erst mal reden dann können wir auch später gerne noch machen auch manu schickt schon den daumen der ist vorbereitet gehe ich vorher aufs klo nicht als aus ich als aus ich bin ich bin ein mann hey ich bin ein mann mal kurz meine notizen hier aufrufen zu manu thiele den ihr bestimmt hoffentlich kennt wer weiß vielleicht schon zu ihr folgt bestimmt schon seinem youtube kanal er ist ja sowohl youtuber als auch mittlerweile beim zdf ich nenne das experte aber hat er dort den den bolzplatz youtube kanal und so weiter bin selbst gespannt was er alles so zu berichten hat er schaut ja gerade die wie war das die survival series oder so vielleicht gut dass jemand von euch schaue ich noch mal hier in den chat jetzt kennst du die jungs von kalte berlin der kult ich mal ja hast du recht eben ich kenne ja nico nico ganz gut und andere kollege folgt mir auch auf twitter wird sich eigentlich mal ich bin halt nicht so der netwerger der ständig hier mit baris ankloppt und ich hätte auch nico fragen können ob er heute mitmacht oder morgen hätte bestimmt auch nicht nein gesagt aber ich bin dann manchmal auch sehr faul aber ja kalte berlin ist ein cooles format und lebendsohn natürlich würde ich auch gerne mal mitmachen muss ich halt mal wieder in kontakt aufnehmen wäre cool nicht mal in so welchen sendungen zu sehen oder allgemeinen podcast songs geil ja ich weiß aber wie gesagt ich bin nicht so der netwerger ich mag es einfach für mich ist wichtiger meine community dass ihr glücklich seid aber klar ich müsste auch ich habe bestimmt auch irgendwo was weiß ich die skills mehr zu machen auch mal den toni groß dazu zu tun aber auch da bin ich irgendwie ich mache lieber hier das ist das daily business und so weiter wenn du als nürnberg sind bei den sand ein paar jugendspieler von denen ne 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 keine ahnung also ich bin zu barisand ich gehe dort gerne mal ein stadion schaue auch mal bei der zweiten zu weil ich den physio kenne und so weiter aber ne nimm eine flasche unter den tisch hat dann damit wie das denn wie meinst du das denn eine flasche unter den tisch flasche und den tisch ja jetzt bin ich gespannt ob das jetzt ein flaschen trick ist naja was auch immer wette verloren warum ja ich habe mir wette verloren rami das war ende januar da war ich beim live stream von manu thiele der jetzt gleich kommen wird und da hat mich danach der pg gefragt ist er noch hier mach mal hallo kollege und er hat danach eben gesagt hey jetzt wenn du die championship gewinnt machst du auch einen 24er und ich habe eingeschlagen weil ende januar habe ich noch nicht dran geglaubt aber ich hätte es wahrscheinlich auch voll zu gemacht weil hey wir haben das getan la decimo quarta gewonnen das ist der preis dafür das gebe ich gerne haare statt aufs klo zu gehen habe ich hätte dafür noch eine große flasche aber da passt jetzt auch nicht mehr so viel rein ich weiß nicht er braucht schon wasser wenn man anders hat jetzt bist du schon müde es geht es geht es geht es wir haben noch 18 18 und halb stunden vor uns noch ist alles gut noch im rahmen es ist gleich vier uhr da wird zeit für die nächste zahl vier uhr die nächste zahl die dritte zahl kommt schon schön notieren screenshot machen weiter addieren und wir dann eben bis 21 uhr alle sieben zahlen zusammengerechnet das endergebnis mir per e mail schicken an die kern at real total punkt de das war es mit der dritten zahl gibt es heute ein watch along für alle spiel ja ja moritz das gibt es wir machen watch along dann auch noch mehr fan talk dann können wir noch mehr bei discord quatschen weil jetzt diese zeit habe ich ja ganz gut ziemlich eng verplant eigentlich wollte ich längst zocken das hat jetzt noch nicht geklappt weil wir beim kürzen bezogen haben die nachrichten im hintergrund legende jetzt schon warum kann ich nicht das machen wir gleich alles ich warte jetzt gerade auf meinen nächsten gast und vier uhr kommt mann um viele er ist eben ein berühmter youtuber mittlerweile auch beim cdf nicht angestellt aber macht mittlerweile auch fürs cdf-videos jetzt auch rund um die wm natürlich im bolzplatz format die ganze zeit an ja sorry aber ich bin hier ich warte auf meinen nächsten gast hast du schon die zwei gezeigt die zweite hatte ich auch schon ja da muss man zurückspulen ja schon zweimal gezeigt mittlerweile das war so um zwei uhr um irgendwann also welche niederlage hat ihr am meisten wege getan bei mir war es bei einem elfmeter ja das war schon mit einem schmerzhaftesten aber auch die verkackte jahrhundert feier 2002 wo wir im pokalfinale verloren haben gegen war zaragoza oder so das hat sehr wehgetan ja 2012 gegen die bayern weil da war die mannschaft so reif da war die mannschaft so fällig weiterzukommen das hat sehr wehgetan gar keine frage und sonstige niederlagen gab es auch noch mehr wenn piqué den macht und bernabeu tut das schon auch sehr weh aber es hat jetzt vielleicht nicht ganz viele folgen oder ja wir hatten die nächste zahl gerade tacka die hebe ich jetzt noch einmal hoch als die jemand nicht mitbekommen hat sind es ja jetzt vier uhr und die hatte ich aber eben schon mal gezeigt das ist auch hoffentlich die richtige hinten steht vier uhr drauf das ist die nächste zahl für vier uhr jetzt haben sie es alle dann ziehen wir es durch so ist es moritz mit 18 und halb stunden ja da gibt es ihm gleich los mit manutile er hat gesagt er würde lieber nacht machen weil er in dem weich doch wrestling irgendwas schaut ist ja auch www kommentator und da kommt er jetzt gleich hier auch ins discord dann jetzt mache ich gleich auch die musik aus und ja bin gespannt was er mir noch an 24 stunden streamtipp geben kann denn er hat es vorgemacht bei ihm kam er auf den trichter und und piqué kam auf die idee da dann die wetze zu machen so hat alles angefangen bei mann und viele auf seinem youtube kanal war auch eine coole sache natürlich professioneller aufgezogen mit irgendwie ein studie mit zehn räumen und locker zehn mitarbeiter und sehr viele gäbe vor ort hobi rukel war da und weiß gar nicht wenn noch alles das war das war eine geile sache und ich war da auch nachts um weil ich drei bis fünf uhr glaube ich zum thema kommerzialisierung und fußball und ich weiß schon gar nicht mehr was auch alles super league war auf dem thema ach da ist manutile okay dann kann er gleich in den sprachkanal allgemein gehen ich bin immer zu ich gehe schon auch mal in den sprachkanal dort kann ich ihn ja empfang nehmen wenn er gleich kommt dann mache ich nämlich hier auch schon mal die kamera aus dann können wir gleich das bild von discord nehmen er hat ja noch eine minute dann sind wir gleich alle da unius lernen nebenbei noch für die uni so lernt sich viel besser und echt darauf kann man sich konzentrieren dass das jetzt nicht genug abwechslung oder ist es genauso wie auf die figuren geht der stream der bis 22.30 also bis morgen 22.30 geht der stream noch eine ganze weile müsst ihr noch ein bisschen durchhalten er hat erst um 22.30 angefangen steht aber glaube ich auch in der description oder es wird eh also jetzt dieser stream ist ja nur die erste hälfte weil youtube immer nur 12 stunden videos speichern kann und deswegen gibt es erst mal bis 10.20 und dann um 10.40 beginnt die zweite halbzeit weil wie gesagt youtube kann nur bis 12 stunden zweiter nicht wenn ich das video verloren geht wenn ich so ein aufwand machen will ich auch danach noch mal rein stöbern und ein bisschen gucken vielleicht und ja aber jetzt kommt gleich der zweite gäste lädt noch update update bei discord sowas gibt es gut gut kein stress manu ich haben wir dann gleich hier auf dem schirm und sehen wir immer noch wach interessant wäre er so nachtaktiv und ihr dann für die tagzeiten schon hätte ich danke für die info ja schade dass müde da keine geduld hat hat und ja für mich war er auch der hoffnungsträger der aus der wilde fahrt schon der auch ein bisschen das spielmacher system so zurückbringen wie vergangene guti und sedan zeiten wo ich sehr viel hoffnung hatte dass man mal in 423 einspielen kann oder 442 mit raute und so weiter jetzt mal wieder da jetzt kommt er gleich bestimmt in den herr guten tag kommen kommen mal rein in den allgemeinen sprachkanal für manche ist das gott noch neu für mich eigentlich auch noch dann gibt da gleich da rein und dann ziehe ich ihn in den fan talks kanal hier noch mal auswechseln da ist der manu ich ziehe dich gleich weiter zack und jetzt komme ich auch dazu bestätigen ich mache die kamera an und dann haben wir jetzt ist ja war nur da hört er mich schon theoretisch ja wir hören ich glaube ich auch das ist schon mal sehr gut ich mache ich schon mal lauter ja morgen waren wir guten tag du wolltest unbedingt nachts machen gute nacht eigentlich müsste man ja schon sagen wie geht es dir bist du noch willst ja eigentlich gehst du mir noch gut ich habe schon das erste energy energy döschen aufgemacht aber nur provisorisch also ich habe verspüre noch keine müdlichkeit obwohl ich eigentlich auch seit halb neun uhr morgens wach bin ich habe zwischendurch noch ein niggerchen versuch hat nicht geklappt alles gearbeitet in meinem kopf aber du kennst das glaube ich dass man das gar nicht so einfach ist vorher noch zu schlafen oder das stimmt ja ich bin sehr gespannt was du was du alles machen wirst in diesen 24 stunden ja natürlich mit ein paar gästen quatschen ich wollte auch noch zocken wollte ich längst gemacht haben aber ein paar dinge haben sich schon verschoben verzögert deswegen noch nicht gezockt es gibt rankings es gibt christmas es gibt noch später ein trikot gewinnspiel und natürlich dank wm in anzugszeichen werde ich auch vier watch-alongs machen so dass ich ein bisschen während dem spiel einfach zuschauen kann und dann mal gucken was mir da noch so einfällt dass ich sprich da acht lockere stunden die ich schon mal automatisch fühlen kann oh cooles büro ja leute das ist man viele professioneller youtuber an sich du hast das ja ja dein youtube-kanal ja alleine aufgebaut ist mittlerweile bei 222.000 die zahl gab es letztes mal jede menge auf jeden fall ein moment 225 sind gerade aber es macht auch keinen großen unterschied ob wie viele das jetzt sind ehrlicherweise sagst du so das schon mal coole sagt du warst dann lange bei punk also dem öffentlichen netzwerk waren die videos und mittlerweile bist du beim ztf und da jetzt auch bei der wm eingebunden macht das volksplatz format da bist du vielleicht nicht glaube ich jetzt speziell auch während der wm wahrscheinlich sehr viel stress oder ja gut es ist stress tatsächlich wir machen relativ viel also zum einen das volksplatz format das kommt wie mal daumen jede woche einmal wobei wir jetzt auch hier das noch mal ein bisschen umgestellt haben normalerweise ist es ja frontal unterricht von mir also ich spreche über ein bestimmtes thema und wir haben immer mal wieder experten pro töne drin jetzt sind es eher talks also wir haben am freitag war es das letzte video veröffentlicht haben wir über den iran gesprochen und diese ganze politische entwicklung die es dort gibt wir haben das mitbekommen da ging es ja unter anderem darum dass die hymne nicht mitgesungen wurde beim ersten gruppenspiel und dann wollten wir erklären wieso weshalb warum hat eine experte mit dabei die sich mit dem iran und den ganzen politischen begebenheiten sehr gut ausgekannt hat ja genau und so geht es dann jetzt in der weltmeisterschaft weiter das ist das eine und das andere sind live schalten ins tv studio tatsächlich ein bisschen über bestimmte themen sprechen ja genau in die wm berichterstattung wenn man so will morgen 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 ist es wieder soweit oder heute eigentlich heute genau 16 rupi mal daumen cool also wenn man dir folgen will dann auf jeden fall deinen eigenen youtube-kanal manu thiele abonnieren und dann eben auch holzplatz vom zdf mittlerweile und dann morgen geht zfp anscheinend zeigst du überhaupt das zdf morgen habe ich noch gar nicht geschaut offensichtlich morgen zeigst das zdf die haben doch heute schon da hatte die arde kommen aber was aber gut das na gut ja cool dass dabei bist ich bin auf jeden fall ganz heiß auf deine tipps zum 24-stunden-stream denn mit mir hat alles angefangen ende januar ist ja mich eingeladen da noch mal vielen dank dafür das war eine geile sache hat mir sehr viel spaß gemacht und ja danach kam eben hat mich einer meiner follower fans der piki darauf angesprochen hey nils wenn real die champions league gewinnt machst du auch in 24 oder habe ich eingeschlagen konnte ich mir noch nicht vorstellen dass real das ding auch wirklich holt der preis ist es wert viel stress aber ja was hast du an tipps für mich wie bleibt man wach wie kann man ja wenn es auch mal so diesen down ergibt was kannst du mir so sagen ja den vorteil dass ich es nicht alleine machen musste ja also wir hatten ja zum glück gäste also ich kann mich an so ein paar nächtliche stunden erinnern so drei bis sechs uhr war schon hart dann hatten wir da glücklicherweise gäste mit dabei die viel erzählt haben und und ich hing dann so ein bisschen drin und habe zugehört und habe mir gedacht danke danke ihr habt mir den arsch gerettet und dann wir haben ja immer so kleine pausen gemacht zur vollen stunde immer mal ein altes video gezeigt dass mal kurz eingespielt damit ich zumindest fünf minuten durchschnaufen konnte das hat schon sehr gut getan das war ein ganz wichtiger tipp ansonsten du wirst merken dass du sehr unter strom stehst und dass du sehr wenig essen wirst mir haben die leute immer mal wieder essen hingestellt ich habe nichts angerührt ich habe glaube ich in diesen 24 stunden wenn es hochkommt eine halbe suppe gehabt ja okay ist notiert war schon bei der geburt von meinem sohn das hat auch lange gedauert immer gesagt essen 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 du brauchst energie ja braucht man okay da muss ich noch mal gucken wie ich das mache hier ist jetzt auch noch nicht so viel zu hause außer ein paar chips ich glaube damit kommt nicht so weit ich denke auch ich denke auch ja das ist ein tipp also essen auf jeden fall das war ein großer fehler von mir und dann abwechslung ist ganz wichtig also du wirst jetzt relativ viel rumsitzen logischerweise versuchen auch mal andere sachen zu machen aufzustehen und wenn es nur im raum irgendwie rum zu gehen ist das sind so kleinigkeiten die aber ganz entscheidend sind ja ich will ihn auch dann ab und zu mal ins wohnzimmer gehen um dort zu zocken dort dann auf wm zu schauen also jetzt eine bewegung wird geben aber ja hier kommen dann öfter mal noch technische probleme dazu wenn man den raum wechselt und daher deswegen lieber noch bleiben oder einfach zwischendurch mal 30 liegeschnitte zu machen ich glaube das auch wieder ein bisschen mal gucken aber dein der vierstundenleistung damals der hinter dann verloren oder hast du den einzelnen noch hochgeladen weil so richtig hatte ich da gar nichts mehr mitbekommen das problem war wir haben mit youtube einen regen austausch gehabt zu dem zeitpunkt ich habe einen youtube kontakt in london den ich seit ein paar jahren kenne 2017 war der kanal ja youtube next up gewinner das war damals noch so ein nachwuchsprogramm wo es darum ging okay wir wir holen ein paar aufstehende trader bzw kanäle nach berlin das war dann ein workshop der eine woche gedauert hat wirklich im youtube space das ist ja leider gottes mittlerweile nicht mehr gibt und dort habe ich dann auch die verantwortlichen von youtube die partner manager direkt von der plattform kennengelernt und mit denen standen wir dann tatsächlich auch im austausch und haben gesagt okay wisst ihr was wir würden das gerne machen habt ihr tipps und dann hieß es ja theoretisch funktioniert das alles so wie wir uns das vorstellen und ihr könnt auch den stream hinten raus hochladen es gibt aber eine zeitliche begrenzung die liegt bei zwölf stunden das bedeutet dass wenn ein stream zwölf stunden dauert dann ist alles im grünen bereich dann kannst du den sofort hochladen wenn nicht geht er verloren aber es gäbe auch da theoretisch eine lösung und zwar dass der im nachhinein noch mal hochgeladen wird von uns und dann manuell von diesen partner managern verknüpft so das haben wir versucht zwei wochen lang und das hat nicht funktioniert dann dann waren wir irgendwann im silicon valley angekommen bei us partner managern aber keiner konnte uns so richtig helfen ja und dadurch ist er leider verloren gegangen also theoretisch ist er noch auf nicht gelistet verfügbar die ganzen 24 stunden aber du kannst ihn irgendwie nicht komplett online stellen aus welchen sondern auch immer wie bitter weil das war echt eine geile runde mit so vielen gästen und so vielen videoeinspieler und ein bisschen spielen nebenbei schade hätte ich mir gerne angeschaut aber gut ja genau diese zwölf stunden sache wurde ich auch gewarnt warte mal ist eigentlich fixie im live-chain ich glaube die haben wir jetzt noch nicht gesehen fixie hartmann wo ist sie denn jetzt mal ja die zwölf stunden sachen bin ich auch waren vor deswegen mache ich auch nur erst bis 10 oder 20 irgendwas dann wird abgespeichert und dann geht danach die zweite halbzeit hoch also ich muss dann auch schauen dass das irgendwie online bleibt bei so viel arbeit wenn man ja aber wir sagen dass ich sage ich das ich habe bei deiner wie sagt man die die taufe dazu wo der name dabei steht habe ich noch dazu stehen wwe kommentator sie ja auch oder dann auch moderater und alles experte und da hinten sehe ich schon ein paar gürtel stehen erzähl mal das ist das ist der fantastische big gold gürtel der world heavyweight champion titel es ist ja auch gerade eine großveranstaltung von wwe das ist auch der grund wieso ich eigentlich wach bin und hier am monitor direkt an ihm läuft die auch also es tut mir leid wenn ich immer so mit einem augen ab und zu mal darauf schiele ja was willst du wissen wie wie kriegt man sowohl fußball experten fußball 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 und dann auch noch wwe nicht nur gucken sondern auch praktizieren da war letztens ein event in stuttgart wo du mitten im ring warst und wie wie geht denn beides also ich habe ja schon mühe bei der madrid alles mit zu bekommen aber glaube ich bekomme im fußball einfach nichts mehr mit nein das sind ja die zwei großen leidenschaften die ich habe die eine ist wwe ich habe ganz früher wann haben wir damit begonnen zu zwölf oder 2013 einen wwe podcast gemacht damals als fan und wir haben einfach über die die wochenschau so ein bisschen gesprochen über die themen die anstehen und das ist immer wieder gewachsen immer weiter gewachsen war dann auch auf youtube war aber was komplett anderes als als ich heute beispielsweise mache also wir haben wirklich audio files auf youtube geladen habe einfach ein bild draufgepackt und fertig hatte ein paar tausend klicks dann und das war spaß gemacht und das war schön und dann hat einer der wwe kommentator von einer der deutschen aufgehört und zu dem zeitpunkt wenn ich zufälligerweise in kontakt mit einem anderen gewesen mit einem anderen kommentator und der hat mich dann vorgeschlagen da gab es ein tryout und ja so bin ich reingerutscht in diese ganze sache das war dann 2015 und seitdem kommentiere ich wöchentlich einmal minimum eine show ohne ohne break ohne sommerpause ohne winterpause es geht das ganze jahr zu schuhe durch ich fehlt so in der regel eine eine ausgabe würde ich sagen im jahr und ansonsten geht es einfach durch ja ist super geil und auch diese diese nummer in stuttgart das ist halt wirklich was ganz besonderes der müsste ich weiß nicht ob du schon mal auf so einer veranstaltung warst da sind halt vier fünf sechs tausend leute in der halle die kocht und du kommst raus stehst da in der mitte des rings und dann musst du dir halt auch überlegen so der kleine manu der noch vor ein paar jahren als fan da in der ersten oder zweiten reihe stand und die superstars die wrestler sich angeschaut hat und gedacht hat das ist total geil das macht total viel spaß sich anzuschauen plötzlich stehst du in diesem ring das das ist einfach so ein kleiner kindheitstraum der da in erfüllung geht und das jedes einzelne mal das das buchten dann auch alle mit jubeln du die menge anheizen kannst du die die wrestler da vorstellen kannst ja kann ich mir vorstellen dass es geil ist dass man eben wenn man sein hobby so zum beruf macht wie es ja bei mir ähnlich ist auch vom hobby zum beruf gemacht mit real ist das schon eine sehr geile sache aber eben wie gesagt zwei sachen so mit so viel arbeit aufwand und schneidest ja auch glaube ich deine videos selbst und bla und jetzt noch mittlerweile chapeau dafür aber gut man muss man dazu sagen die die ist ja relativ wenig arbeit und sehr viel spaß und das ist das strukturierteste an in meiner woche also fußball ist super unstrukturiert weil hat jede woche anders aussieht und wir auf tagesaktuelle sachen reagieren müssen bei wwe ist es nicht so da weiß ich okay ich muss am samstag relativ früh anfangen dann vertonen wir die sendung und dann bin ich aber auch immer gegen 15 uhr fertig damit so dass das ist dann abgehakt und dann kann ich mich wieder auf den fußball konzentrieren das ist der große vorteil daran und ich denke wenn ich zwei unstrukturierte jobs hätte dann würde das wahrscheinlich nicht mehr funktionieren deshalb kann ich das noch sehr gut miteinander verknüpfen aber auch da trotzdem ist es dann wie wenn man wwe wirklich verfolgt ähnlich wie nba ist es ja auch eher nachts und dann vielleicht auch nicht so gut fürs privat leben und klar wenn man am tag nicht so viel fußball konsumieren also ich bleibe dabei ist schwieriger spagat glaube ich finde ich ich schaue ja zum glück nicht alles live also das ist einmal im monat was wir hier da nebenbei laufen haben aber der rest der schaue ich dann im real life am nächsten tag ist ja ist ja glücklicherweise nicht ein fußballspiel wo du dann mit den ergebnissen überall gespoilert wirst und dann sagst du okay das wollen wir auch nicht mehr anschauen okay werde mal sportlich du bist kommst aus österreich wohnst jetzt in münchen und bist auch ich bin gebürtiger münchner ich bin gebürtiger münchner habe aber die österreichische und die deutsche scharfsbürgerschaft also meine meine mutter bzw die ganze familie kommt aus österreich und väterlicherseits ist aus deutschland aha guck an guck an und bist dann auch wie sich für münchner gehört na eigentlich sechziger aber ne bist dann bayern fan das ist so geil also fan fan würde ich jetzt gar nicht mehr mehr so sagen weil du ja allein durch den job auch oft wie formulierst richtig du du entwickelst eine gesunde distanz so ein verein gut bei dir ist es wahrscheinlich ein bisschen schwer dadurch dass du jeden tag dich mit real madrid auseinandersetzen musst ich muss das glücklicherweise nicht mit dem fc bayern machen und trotz alledem habe ich schon gemerkt dass das in den letzten zehn jahren wenn ich mir überlege 2012 habe ich mir noch eine glatze rasieren lassen für für ein final ticket ja vom champions league finale da bin ich heute sehr weit weg von ja also das würde ich heute nicht mehr machen auch gibt es da ein video von auf deinem kanal oder klar 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 das war ja damals live in sat 1 sogar wow ok leute ihr habt was anzuschauen manutile glatze für das finale das müsste sogar auf youtube sein warte mal ich schaue warte mal manutile glatze ah ne finde ich gerade gar nicht schade müsste ich mal nachschauen also ich weiß dass es irgendwo ist naja leute ihr könnt es ja gucken warst du denn schon mal in madrid in berna beo nein noch nicht nein wir haben ja mal geschrieben und dann habe ich gefragt wie schauen sie aus mit ticket tickets und so weiter hast du gesagt ja wir wissen ausgeben da dachte ich mir so ja gut ja genau es kann sein ja es war relativ kurz nach gewohner als wieder fans ins stadion durften und da habe ich mir dann gedacht okay finde ich dann doch ein bisschen frech die preise top spiele ist leider immer so klassiko gibt es unter ich hatte freunde die haben 350 euro jeweils ausgegeben weil sie sich halt sagen ja okay once in a lifetime und so machen es halt bei jedem spiel irgendwelche touristen aus der ganzen welt das ist nicht gut oder so soll es nicht sein aber da ist halt ja man wird ein tourismus magnet für aus der ganzen welt und manche kommen da mit einer vierköpfigen familie und zahlen dann ihre naja 1000 euro für 90 minuten das ist eben im sommer war ich auf sylt so jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen da war ich eingeladen für eine veranstaltung und da habe ich von Karl-Heinz Rummenigge ne tatsächlich ich habe da Karl-Heinz Rummenigge getroffen das war so ein talk ja wo der Rummenigge Klan also auch Michael mit dabei war und noch so drei vier andere und da haben wir über Ticketpreise gesprochen da ging es darum ich wurde vom Moderator gefragt ja jetzt ist es ja mittlerweile so dass viele jüngere Fans nicht mehr nicht mehr wirklich Vereine unterstützen sondern vor allem Spieler Neymar Mbappé wer auch immer so und dann wurde ich gefragt ja woran liegt das denn dann habe ich gesagt ja gut an den Ticketpreis also ganz simpel weil wie war es früher wie sind wir denn Fans geworden ja wir sind ins Stadion gegangen wir sind mit dem Vater ins Stadion haben dort den Verein erlebt und sind dann so irgendwie hängen geblieben und das ist ja heutzutage relativ schwer also das hat natürlich auch mit der Internationalisierung so ein bisschen zu tun trotz alledem bist ja viele online unterwegs und nicht mehr ganz so viel im Stadion eben weil sich viele das nicht leisten können gehen wir mit einer vierköpfigen Familie ins Stadion selbst wenn es nur Bundesliga ist ja und dementsprechend siehst du halt über online oder über FIFA wenn du wenn du zockst Neymar Mbappé und denkst du wow das sind geile Fußballer und von denen bist du dann Fan und das ist halt auch eine Entwicklung die von den Vereinen selbst angetrieben wird unter anderem von Real Madrid aber auch vom FC Bayern und was ich so krass fand und jetzt komme ich zu dem Punkt ist dass es von den Bossen überhaupt nicht so gesehen wird die denken so ja das sind ganz normale Preise Karl-Heinz Rummenigge hat dann gemeint wir haben die günstigsten Preise in ganz Europa wo der hat mich dann auch gefragt wie teuer sind die Tickets habe ich gesagt ja so 80 90 Euro kann schon rechnen weil er nicht gedacht hätte dass ich wusste wie teuer die sind und das zeigt einfach wie weit von der Lebensrealität diese Bosse mittlerweile entfernt sind wenn es um Fannähe geht und das finde ich einfach nur übel wenn man sich dann überlegt okay du kannst dir das nicht mehr leisten im Stadion zu gehen Beispiel noch ein Satz noch um Unterschied ich habe mal in der Allianz Arena geschaut okay wer ist so um mich herum dann sind es halt viele junge Leute im Sinne von 20, 25, 30 Jahre alt wenige Familien und dann bin ich vor kurzem zum Legendenspiel Bayern gegen 60 gegangen 50 Jahre Olympiastadion da hat ein Ticket 20 Euro gekostet oder so und da waren riesige Scharen von Familien und die siehst du halt mittlerweile nicht mehr das ist halt also zumindest im Probi-Boostball meistens nicht und das sollte eigentlich den Leuten schon zu denken gehen ja aber die Entwicklungen jedes Jahr werden nicht nur Trikots 5 Euro teurer sondern auch Tickets sondern wenn Real Madrid und Barcelona und Spanien irgendwo zu Besuch sind ich glaube in Mallorca gab es mal Tickets bis 140 Euro Gästeblock Tickets liegen dann auch mal bei 120 Euro selbst bei einem kleinen RZD Mallorca die holen da ihre Kohle raus es ist nicht nur Real Madrid und Barca die hohe Ticketpreise haben es ist die und die Vereine kalkulieren dann ein lieber ein 50% volles Stadion haben und schlechte Stimmung dafür aber abkassieren als irgendwie günstige Tickets und 100% voll also das ist ganz was man eigentlich nicht verstehen kann Rajo Varikan ist also das einzige Gegenbeispiel die dann Ticketpreise 15 bis 50 Euro haben bei normalen Spielen die dann eben meistens volles Haus haben und auch geile Stimmung also irgendwie weiß auch nicht was da wie du schon sagst dass da eben manche Vereinsbos weg von der Realität sind und eben gar nicht mehr wissen was was man das manchmal 10 Euro für manche dann immer schon auch sehr viel Geld haben kann egal ob du jetzt Platz 4 empfängst oder Student bist oder was auch immer also ja komische Bedingungen äh komische jetzt kannst du natürlich beim FC Bayern sagen ah das Stadion ist immer ausverkauft dann stimmt auch ja dementsprechend sind die Preise vielleicht sogar gerechtfertigt weil du findest ja Leute die das die das bezahlen wollen das sind aber halt dann größtenteils wirklich Leute von außerhalb das ist es Wahnsinn was ich zum Teil in der Südkurve wenn ich da mal stehe ähm für Dialekte höre also mit Bayerisch hat es nichts mehr zu tun also nicht beim entferntesten ähm und das das ist halt völlig verrückt ja Tourismus in Madrid ganz wichtig und dann auch in München wahrscheinlich viele die mal dahin wollen oder ja okay ähm Stadionerfahrung was sind denn so was kannst du mitgeben so in welche Stadion muss man mal hingehen was war vielleicht auch eine Enttäuschung eher was hast du da so an Erinnerungen Anekdoten ich bin ja ein großer Fan von Amateurfußball ne und ich also natürlich kann man kann man über diese typischen Stadien sprechen zumindest in Deutschland so Antarkt-Frankfurt also Waldstadion finden fand ich immer sehr sehr geil wenn ich dort war aber auch sehr laut ähm Signal Iduna Park Entschuldigung Westfalenstadion ja so die typischen äh wenn du in Deutschland bist ich versuche immer wenn ich dann im Ausland bin Minimum einmal im Stadion zu gehen und zu schauen okay wie ist es dort und wie sind auch die verschiedenen Kulturen ähm wir wir reden ja genau wir reden ja über die Weltmeisterschaft gerade sehr viel in Katar und dass dort ja generell im Nahen Osten nicht so wirklich eine Fußballkultur ist ähm ich persönlich muss sagen ich ich bin einmal im Urlaub in Dubai gewesen ich fand den Urlaub richtig schlimm also weil es ist genau dieses Künstliche gewesen ne ähm diese 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 künstliche Stadt und alles so fake und sei es drum die Sache fand ich aber sehr sehr geil und es war mit mein bestes Stadionerlebnis ever und zwar bin ich zu Al-Vasel gegangen das ist ein Champions League Verein die haben in der AFC Champions League gespielt früher Diego Maradona sogar Trainer dort gewesen und ja ja gut die hatten Geld oder die haben Geld ne ähm so genau ist jetzt nicht der größte Verein gewesen dort in den Vereinigten Arabischen Emiraten war er zumindest nun vergleichsweise großer und dann bin ich mal zu so einem Champions League Spiel gegangen ich glaube Ticket hat vier Euro oder so gekostet wurde der schon immer denkt okay interessant und es waren vielleicht vielleicht so 50 Leute da ungefähr in dem Stadion ist aber okay gewesen also zehn Auswärts Fans da war es ging gegen gegen irgendwie so einen usbekischen Verein habe ich nicht gekannt und ähm ja war 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 eigentlich ein ganz lustiges Ding so und ich habe noch nie so gastfreundliche Fans gesehen und miterlebt ähm da gab es einen Ultra wenn man so will der der hatte eine Kutte oder was man als solches bezeichnen kann also der war komplett in den Vereinsfarben in gelb eingekleidet und der hat mich dann in diesen Verein quasi eingeführt und ähm das das ist halt da da hast du einfach auch gemerkt wie die wie die Leute anders ticken ähm dann da gab es ein Nasenbussi zur Begrüßung wo man gesagt hat okay pass auf ja jeder so weißt du dann sind so so zehnjährige Kinder gekommen und jedem hat er so ein Nasenbussi noch gegeben was was natürlich aus westlicher Sicht total absurd ist ja jetzt insbesondere post Corona ähm aber 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 schon davor ja ähm und und diese diese Gastfreundschaft alles zu zeigen und auch mal zu erklären wie der Verein tickt und so weiter als der hat sich wirklich die Mühe gemacht ähm da waren noch so drei vier Schotten waren es glaube ich mit dabei ja und dann waren wir halt so eine so eine kleine Gruppe und hatten einfach Spaß beim Fußballscholl und ähm dann ähm das Stadion also ich meine wir sehen ja diese topmodernen Arenen in Katar beispielsweise es war so ein richtig heruntergekommenes Stadion und dann dann bin ich aufs Klo gegangen und das war hinter der Tribüne und die Wand von der Toilette ging nicht bis ganz nach oben das heißt wenn du auf dem Klo standest konntest du dir den Sternenhimmel anschauen ja und das sind so Kleinigkeiten ähm und das das ist halt der Punkt ähm dass ich mag diese heruntergekommenen alten Stadien ich mag es auch mal äh in Ligen zu gehen wo du normalerweise nicht hinkommst weil mittlerweile im Profifußball in den Stadien meiner Meinung nach alles gleich aussieht jeder Betontempel sieht gleich aus und ähm es heilt mich ehrlicherweise auch nicht mehr ja wenn ich so an meine letzten besten Erfahrungen zurückdenke ich war letztens erst bei den 60ern das erste Mal im Grünmal in der Stadion wow Apropos heruntergekommenes Stadion aber ich war jetzt auch bei Kaiserslautern gegen Nürnberg mein erstes Mal auf dem Betze wow natürlich auch wegen den Fans traditionsuell aber auch das Stadionart und Geschichte also bin ich schon bei dir natürlich auch mal Amateurfußball wo man auch ab und zu mal auch in der App guckt oh hier irgendwie fünfte Liga da geh ich mein was auch schönes Hauptsache das gibt irgendwie eine Tribüne oder so und ist nicht einfach nur ein Platz auf dem drauf aber ja Profifußball ist schon weiter weg mittlerweile auch da geh ich trotzdem noch hin aber die Amateurfußball und so kleine und auch dann die Vereine zu unterstützen wenn man dort seinen fünf Euro Eintritt zahlt und auch die Bratwurst und vielleicht noch ein Schal mitnimmt ist ja tut ja auch irgendwie ist irgendwie auch was Gutes die Vereine dann so genau so ist es ja es macht super viel Spaß ähm zu diesen kleinen Ligen in diese kleinen Ligen und äh die kleinen Vereine zu unterstützen wir haben hier in der Nähe von München äh den TSV Buchbach ein Kumpel von mir hat er bis vor kurzem auch gespielt ähm und da bei den großen Spielen zumindest ist es so dass es ein Spanferkel gibt und zwar ein echtes das heißt die haben ein komplettes Ferkel da ähm braten das das kommt aus der Metzgerei dort im Dorf und ähm innerhalb der Pause gibt es halt dann äh das mit schöner Bratensoße mit ein bisschen Salat ist super geil geil so Geschichten gehören dazu so Fußball hast du ja bestimmt auch schon ein paar Videos gemacht über kleinere Vereine also äh sehr cool kommen wir mal zur WM zumindest jetzt zum zu den Topfüller am Sonntagabend was glaubst du denn Spanien Deutschland was geht da für uns oder wer ist denn uns du bist ja du bist ja eigentlich auf der spanischen Seite oder das Herz ist geteilt und so im Endeffekt ich freue mich immer für die Materialien die weit kommen ja da stehen sie jetzt wieder ein paar gegenüber ähm das ist aber auch nicht so dass ich bei 2014 nicht gejubelt hätte also ähm wird jetzt nicht wie der Nations League bei laufen was war das 6 0 7 0 aber schwierig kurz eben also sehr schwierig oder ich glaube dass es auch im Augenhöhe aus aus vielerlei Hinsicht also grundsätzlich ist es ja so dass Spanien und Deutschland wenn man sich jetzt mal alle 32 Teilnehmer bei dieser Weltmeisterschaft ansieht die Teams sind die sich am nächsten stehen also rein rein was die Spielkultur angeht was die Art und Weise ist wie man Fußball spielen möchte deshalb wird es spannend sein wer mehr Ballbesitz hat ich tippe Stand jetzt auf Spanien glaube dass sich Deutschland dann mehr aufs Kontern fokussieren wird und ich denke auch dass sich viele Spieler neutralisieren werden im Sinne von man man deckt sich man führt eins gegen eins Duelle und es da immer so eine 50 50 Angelegenheit sein wird also es wird auf Kleinigkeiten ankommen und es wird ein enges Spiel war halt generell bei dieser Weltmeisterschaft wenige Tore fallen komm hör mal mit Costa Rica auch das klammern wir jetzt mal aus aber ansonsten klappt es ja bei dieser Weltmeisterschaft eher selten mit Tore schießen und das liegt auch unter anderem an der Belastung wir haben auch beim Bolzplatz darüber mal gesprochen haben mit einem Sportwissenschaftler gesprochen was ich super spannend fand weil ich mich null damit befasst hatte im Vorfeld und da geht es natürlich um verschiedene Aspekte also einer ist die kurze Vorbereitung sieben Tage oder wie Sansi Flick gesagt hat vier Trainings Einheiten gab es überhaupt nur bis zum ersten Spiel von der WM also du bist nicht eingespielt du konntest dich eigentlich nur so halbwegs akklimatisieren und das ist eben ein ganz entscheidender Punkt du kommst vom kalten Winter ins sonnige Katar beziehungsweise auch in die Wüste und der Sportwissenschaftler hat sonst gesagt dass man so zwei bis vielleicht sogar drei Wochen braucht bis sich der Körper komplett akklimatisiert hat also man kann jetzt noch nicht wirklich die Topleistungen abliefern und jetzt geht es halt darum wer kann sich körperlich schneller auf diese Gegebenheiten einstellen denn ja das Spiel ist am Abend 22 Uhr Ortszeit trotz alledem lebst du ja nicht nur abends sondern den ganzen Tag in diesem Spiel das heißt so 70. 80. 90. Minute und ich glaube auch dass das ein Problem von Deutschland im ersten Spiel war dass man natürlich man kann über viele Sachen sprechen die Auswechslungen die fehlende Aggressivität und so weiter ich glaube aber dass ein ganz entscheidender Faktor war dass einige Spieler müde waren im Kopf und natürlich auch im Körper und man dadurch auch das Spiel her geschenkt hatte ja wenn Havertz ein paar Zentimeter hinter steht zählt das Tor wenn Musiala den rein macht geht das ganz anders aus natürlich und Klima vor allem vor allem bei Havertz bei dieser Szene das hat mich echt geärgert die Japaner haben so ja das ist ja das Absurde also der musste überhaupt nicht diese zwei Schritte nach vorne gehen ja hätte da schön reingrätschen können dann aber ja ja schade Wetter ein guter Punkt da sind vielleicht dann auch die Spanier ein bisschen eher dran gewöhnt da konnten jetzt die älteren Spieler wie was weiß ich ein Fußgitz wurde für ausgewechselt und andere Spieler die konnten sich natürlich gut durchrotieren durchschonen gegen Costa Rica spricht vielleicht mehr Spitzigkeit für Spanien aber schauen wir mal ist ja nicht ganz umsonst der Angstgegner irgendwie ein bisschen mittlerweile von Deutschland also Spanien das ist da lange kein Sieg mehr gibt ja du hast in einem deiner Videos die Frage gestellt von wegen braucht Portugal noch Ronaldo bis du aber dann ein bisschen zu der Erkenntnis zu kommen von wegen ja da fehlt trotzdem ein Jota und eigentlich können sie es trotzdem nicht ohne ihn machen jetzt weiß ich nicht wie aussagekräftig das letzte Spiel war wo sie dann irgendwie klar macht er den Elfmeter und holt den wie auch immer raus aber trotzdem war er ja dann draußen da lief es vielleicht auch noch ein bisschen besser wie siehst du da wie hast du so Portugal gesehen bisher in dem einen Spiel was glaubst du wie weit es jetzt noch gehen kann also ich schaue sehr selektiv die Weltmeisterschaft ehrlicherweise also das was ich beruflich brauche das schaue ich mir an alles andere gerade nicht ich habe das Portugal Spiel ich glaube die erste Hälfte habe ich gesehen also ich weiß nicht inwiefern das äh aussagekräftig ist was ich da jetzt sagen würde ähm grundsätzlich und das das kann ich ja auch hier nochmal wiederholen was ich da im Video gesagt habe sehe ich keine Alternative zu Ronaldo Stand jetzt wegen Verletzungen wegen Formteam und ich bin mir aber ziemlich sicher dass es nach dieser Weltmeisterschaft dann vorbei sein wird dass das man dann sagen muss okay Christiano du bist ein wichtiger Faktor in den letzten Jahren hier gewesen keine Frage aber wenn du nach Saudi Arabien wechselst überlegst dir mal ob du dir das noch antun möchtest mit der Nationalmannschaft oder ob du es jetzt wirklich langsam ausklingen lassen möchtest denn die die Talente sind ja theoretisch da du kannst du musst natürlich das Spielsystem bisschen umstellen weil ein Christiano Ronaldo Stürmer Typ hast du halt einfach nicht und das findest du aber auch nirgendwo sonst auf der Welt ähm ja also ich würde da ich würde glaube ich jetzt mal langsam damit anfangen die Nachfolger aufzubauen und äh das das wird früher oder später natürlich der Fall sein nur so kurz jetzt äh vor der Weltmeisterschaft alles über den Haufen zu werfen wäre natürlich keine gute Idee gewesen ja er hat seine fünf WM's also eine sechste kann er nicht auch noch holen hat ja schon den Rekord von dem wird auch glaube ich erstmal so schnell keiner reinholen ähm was wäre denn dann jetzt noch so langsam abschließend deine Finalprognose welche zwei schaffen es rein natürlich je nach Turnierbaumverlauf aber äh wen siehst du ich hab das ich hab das vorgestern oder so getippt aber ich hab's natürlich wieder vergessen also mein mein absoluter Turnierfavorit war Argentinien Betonung liegt auf war weil mich das bis jetzt nicht wirklich überzeugt hat was wir da gesehen haben in den ersten beiden Spielen gut äh Saudi-Arabien muss man immer mal wieder so ein bisschen ausklammern weil die erste Halbzeit ja sehr dominant war ähm aber wie sie eingebrochen sind das war schon erschreckend ähm jetzt das Mexikospiel die erste Stunde war jetzt auch nicht wirklich berauschend ähm aber das ist halt dann die Stärke von Messi du bist unsichtbar aber brauchst dann halt nur eine halbe Chance um ein Tor zu schießen mhm ich warte mal gib mir mal 10 Sekunden hier haben wir doch ich hab eh noch Zeit die Uhr steht bei 17 Stunden 58 Minuten noch so dann kannst du dir gerne Zeit lassen du hast Zeit du bist da ähm ich glaube dass Spanien gute Chancen hat sehr weit zu kommen aha ein absoluter Turnierfavorit ist meiner Meinung nach Brasilien ähm das ist jetzt aber auch nicht wirklich ein Hot Take ich glaube ich glaube äh jeder wird das sagen den du jetzt glaube ich äh hier im Stream ansprichst ja Brasilien ist einfach das das Gesamtpaket du du hast einen homogenen Kader du hast ein, zwei Schwachstellen also rechte Außenverteidiger Position beispielsweise wo du dann sagst okay du hast nicht mehr diesen Roberto Carlos ähm der nach vorne läuft und äh rein flankt beziehungsweise dann auch die Freistütze tritt ähm das kannst du aber taktisch super lösen indem äh Danielu ist es ja dann meistens äh nach innen zieht äh dann im Spielaufbau hilft also da funktioniert einfach alles und du merkst einfach dass in den letzten vier, fünf Jahren da wirklich was aufgebaut wurde mit einem Plan und dass Kontinuität äh ein ganz entscheidender Faktor da gewesen ist auch wenn es mal nicht so gut funktioniert hat man hat nicht alles über den Haufen geworfen sondern hat versucht das dann äh beizubehalten und zu schauen okay wie können wir darauf aufbauen und äh das Ergebnis ist halt jetzt ein unglaublich starkes Brasilien ähm Frage ist was passiert wenn sie mal in Rückstand geraten beziehungsweise wenn sie mal wirklich eine kleine Krise haben in dem Spiel wenn es mal nicht so läuft wie sie sich das vorstellen und man muss halt die Frage stellen was ist jetzt ohne Neymar wie lange fällt er aus was ähm wie kann man das kompensieren und ist das vielleicht auch so ein so ein Mentalitätskiller wo man sagt boah die Leute die 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 Spieler können damit nicht so richtig zurecht kommen wenn halt dann die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilt werden muss mhm mhm guter Punkt guter Punkt äh ja dann gerne nochmal an den Chat wenn er noch eine letzte Frage an den Manuel hat ich habe noch eine ganz abschließende dann ich glaube da ist ja nur ein Wort zu sagen was ganz anderes was gar nicht mehr mit Fußball zu tun hat ähm weil du bist ja mittlerweile auch bunter berühmter Vogel ob das WWW ist hier ZDF da äh wenn mal eine Anfrage von Dschungelcamp Big Brother oder irgendwas kommt machst du bei sowas mit? ich habe früher das war war zu 10 ich glaube es war 2010 ja war ich in Thailand Urlaub und da kannst du natürlich an den ganzen Straßen äh dir auch die verrücktesten Sachen kaufen und da habe ich natürlich dann auch Maden ausprobiert in den ganzen Spaß ähm das ist natürlich ein kleiner Unterschied wenn du das äh auch vom Grill bekommst im Vergleich zu dem was du im Dschungelcamp hast aber hätte ich schon irgendwie Bock drauf ähm würde ich schon ausprobieren aber dadurch dass ich nicht bei bei RTL unter Vertrag stehe ist es relativ unrealistisch dann jetzt ja okay dann wer weiß was die Zukunft noch bringt man sieht ja mit bei dir immer mehr also da nochmal den Aufruf an äh alle Zuschauer und Zuschauerinnen folgt gerne Manu Thiele auf deinem eigenen YouTube-Kanal der heißt wie er selbst Manu Thiele folgt dem Boltplatz-Kanal vom ZDF schaltet auch morgen beim Sportstudio ein dort wird man jetzt Manu auch immer häufiger sehen ähm ich danke dir nochmal sehr für deine Aufmerksamkeit äh für deine Zeit natürlich auch damals nochmal Ende Januar für die Einladung das war eben wie gesagt hat einen großen Spaß gemacht ich versuche eben das mein 24-Stunden-Team hoffentlich irgendwie beibehalten bleibt ansonsten quatsche ich dich nochmal an wegen dem YouTube-Kontakt dass es da besser läuft ähm danke nochmal für deine Zeit und ja viel Spaß jetzt bei wie heißt es Survival Series Survival Series ja genau ähm ja ich werde gerade müde merke ich auch es ist dann tatsächlich auch schon ein bisschen spät ich beneide dich heute nicht dass du äh noch 17 Stunden vor dir hast ja das genau das noch du hattest damals den Stream tagsüber angefangen und dann kam die Nacht ne ich hab gedacht ja erst die Nacht durchkriegen und dann damit man danach noch Energie hat am Tag weil wenn die Nacht am Ende kommt so und jetzt hast du aber den Fehler gemacht und das war genau mein Gedankengang dass kann ich denn am Tag davor schlafen wenn ich weiß dass ich in der Nacht anfange zu streamen die Antwort war nein und dann fange ich doch lieber um 12 Uhr an wo ich 3 oder 4 Stunden davor wach war und nicht erst am Abend ähm ja aber du wirst es merken das wird hinten raus ähm und das ist auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt ähm du wirst oder das war zumindest bei mir so dass ich total aufgekratzt danach war das heißt ich hab noch ein bisschen ähm wir haben aufgeräumt und das Studio abgebaut danach und ich bin glaube ich erst um 16 oder um 17 Uhr wirklich schlafen gegangen du ich war komplett voller Adrenalin hab mit verschiedenen Leuten gequatscht war hier dann auch noch zu Hause hab dort ein bisschen was äh erledigt und dann bin ich erst ins Bett gefallen aber dann ging es auch schnell dann hab ich viel geschlafen wie lange dann 12 Stunden oder ja also ich hab in 2 Etappen geschlafen die erste war so 4 Stunden dann war ich wach dann war wieder mitten in der Nacht so ja war nicht so geil okay dann hab ich nochmal war ich nochmal 2-3 Stunden wach und dann waren es 10 Stunden wow okay stark ja cool bin ich mal gespannt wie das dann bei mir wird morgen oder heute um 22.30 Uhr ist hier Schluss da werden wir sehen wer weitergekommen ist danke nochmal für deine Zeit hat Spaß gemacht ja für das hat Spaß gemacht das ist ja schön weiß nicht ob ich sagen würde gerne wieder aber ich hoffe das bleibt mein letzter 24 Stunden mal schauen ansonsten schreibe ich dich wieder an vielleicht zieht man sich mal bei irgendeinem Bolt Platz bei irgendeinem denke ich denke ich denke spätestens dann wenn Real Madrid das nächste Mal die Champions League gewinnt ja ja mal schauen dann werde ich vorher keine Wette einschlagen das also Manu danke viel Spaß noch und dann gute Nacht bis dann ciao servus so das war liebe Leute Manu viele ich gehe jetzt mal hier zurück wieder in meine Vollbildansicht da bin ich jetzt wieder allein für euch mache auch schon mal wieder Musik an da kam schon die Frage ob ich müde bin oder aussehen wie ist habe ich schon müde eigentlich geht es noch also ich bin ja wie gesagt seit halb neun morgens wach und dann abends um 8 Uhr noch versucht irgendwie 90 Minuten Nickerchen so ein bisschen ein bisschen hirnleiser machen Nickerchen versucht aber es hat nicht geklappt ah Manu danke ciao bis zum nächsten Mal after the próxima schön war es wie gesagt folgt ihm auf dein YouTube Kanal jetzt habt ihr auch direkt den Link dazu oder auch auf dem Boltzplatzkanal vom ZDF und ja dann können wir jetzt uns mehr und mehr ich habe da nochmal ein Thema Rankings weil um 5 Uhr oh um 5 Uhr kommt ja schon die Tiki Taka Talk Runde ja alles ganz gut durchgetaktet die Tiki Taka Patrons sind da wobei Marcel sich wohl leider schon hat entschuldigen müssen da bleiben immer noch 6 Leute übrig aber Marcel ist wohl was passiert hoffe da passt alles wieder zu Hause ich muss jetzt erst mal noch kurz was aufbauen nichts Schlimmes ich muss da mal kurz gehen lasst euch aber noch hier Manu hat immer so geile Einspieler und Videos die dann irgendwie gelaufen sind wo man gesehen hat das ist professionell steckt ein große Team dahinter hat irgendwie große Einspieler und alles ich hätte jetzt auch meine alten ein paar alte Videos von mir zeigen können aber ich schalte ich stelle das hier ein na komm so jetzt muss ich da nur hier die Kamera irgendwie drauf drehen wie mache ich das denn ich gehe mal kurz für kleiner geht das so ja oder das geht so also ich bin gleich wieder da ich lasse euch mit diesem ich muss noch hier laut machen das ist ganz nett da habe ich mir Mühe so viel man das machen kann ist das laut oh falsche Taste wie kacke da nein nicht starten wo ist denn hier laut leiser da so es ist schon laut gut klicke ich das nochmal hier ein ihr fragt euch jetzt was kommt da jetzt Mikrofon stelle ich daneben und dann bin ich gleich wieder da und dann bin ich da Vielen Dank. 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 Ja, vielleicht hätte ich noch... den Tiki-Taka-Talk, den Uli geschüttelt. Ein bisschen Musik schnell hier rein. Und dann... dann kommt gleich der... Tiki-Taka-Talk. Und dann... er hat auch... einen ganz besonderen Spirit und... hat... wo... schon erfahren, ja, ja, ja... schön. Ja, ja... das ist... das... beziehungs... das ist... Okay, also... nochmal... danke... für... da... da... ist... war... ich... ich habe... ich habe... da... ... Ich fühle mit dir. Ich bin auch für Portugal, für die WM. Oh, du etwa auch? Ja, für Ronaldo. Damit der endlich mal richtig übermäßig steht. Endgültig. Das wird nicht passieren, oder? Weil meine persönliche Meinung, man kann die letzten zwei Ballon d'Ors von Messi nicht ernst nehmen. Ja, gut, das ist ja offensichtlich. Ja, und deswegen würde sich Ronaldo noch mal gut abheben davon. Hier kommt eine Frage vom Ehen. Nils, wie ist es eigentlich so, in Spanien zu leben im Vergleich zu Deutschland? Was kosten? Und mit wie viel Euro hat man da monatlich ein gutes Leben? Also an sich ist es so, ich beziehe ja ein deutsches Geld. Ich bin ja angestellt bei der Firma, den Real Total gehört und auch Barcelona und anderen Webseiten. Also ich kriege ein deutsches Geld und lebe damit in Spanien. Das heißt, sehr gut. Und ich bin jetzt nicht reich mit einer G-Klasse und so weiter. Und ich will auch keine G-Klasse. Aber jeder, glaube ich, Tourist, der deutsches Gehalt kriegt, kann sich gut was leisten in Spanien. Also regelmäßig essen gehen, weil man sowohl noch mal ein Bierchen für 1,50 kriegt und ein Schinkenbecker für 2 Euro, was so ein typischer Döner vielleicht hier wäre, mit der von einiger Zeit ja 3 Euro kostet, hat ein Deutschlandplan. Einkäufe habe ich selten über 20 Euro. Aber wie gesagt, man geht auch eher essen in Spanien, das auch fast mehrfach am Tag. Weil einfach auch, du hast so viele, zumindest in Madrid jetzt, so viele Restaurants, so eine Dichte, dass auch die dadurch sich ein bisschen in den Preisen drücken. Und so wirklich sind jetzt auch Corona-bedingt, krisenbedingt ein paar Preise, Restaurantpreise angestiegen und so weiter. Aber dafür sind die Spanier halt, deren Wirtschaft ist halt sehr am Boden. Ich glaube, in der EU hat nur Griechenland eine höhere Arbeitslosigkeit. Also Spanien ist da auf dem vorletzten Platz. Und in der Jugendarbeitslosigkeit, also sagen wir mal zwischen 18 und 30, hat Spanien sogar die höchste Arbeitslosigkeit. Also da haben eben sehr viele Spanier eher sehr wenig Geld. Und deswegen ist es wirklich schwieriger, als wenn wir Deutschen da hinkommen, in unserem deutschen Gehalt. Aber ansonsten, was kann ich sagen, Madrid ist ja eh auch gefühlt noch mal ein bisschen teurer im Land, als wenn du jetzt irgendwo, was weiß ich, in Galicien oder auch in Andalusien irgendwo, in einem normalen kleinen Städtchen essen gehst. U-Bahn in Madrid ist sehr günstig. 1,20 Euro die Fahrt. Taxi und Uber fahren gefühlt auch sehr günstig, wenn man das mal macht. Und was sind noch super Gleichswerte? Ja, Fußball kriegt jetzt immer noch was anderes, außer Bay, 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 Kanon und auch sonst irgendwo. Und wenn man mal essen geht, kommt man irgendwie mit weniger Geld aus. Aber wie gesagt, das sind deutsche Verhältnisse. Mit unserem Gehalt können wir uns mehr leisten, als die Spanier mit ihrem Gehalt. Deswegen ist das vergleichsweise anders. Aber wie es sonst zu leben ist, ich bin ja jetzt primär erstmal wieder in Deutschland, weil es so quasi das Elternzeitjahr ist. Es ist sehr schön, weil die Spanier eben natürlich auch hat, dass klimatische Gründe sehr viel draußen sind. Du hast dort so viele Restaurants mit den Tischen draußen. Es ist jetzt was, was in Deutschland auch durch Corona-mäßig mehr und mehr entstanden ist, dass dort die Restaurants die Parkplätze von den Autos einnehmen, dort ihre Tische aufstellen. Es geht jetzt im Winter nicht mehr, logisch. Aber in Spanien hast du da sehr viele Leute, die draußen gehen. Und ich sage immer so, wenn man in der Woche schaut, wie auch geht ein Deutscher da irgendwo in eine Kneipe oder ein Restaurant, wenn er nur einen Kaffee trinkt oder so, sind das fünfmal im Schnitt, so der ganze, ganze im Schnitt. Ich ja auch nur, keine Ahnung, viermal in Deutschland so zwei, dreimal essen gehen und dann auch hier vielleicht ein, zwei Mal mal noch Kaffee, Kuchen, jetzt speziell mit zur Babyzeit. Das ist nicht oft, aber in Spanien, der Spanier, ey, was sagen, der geht fast 15 Mal in einer Woche irgendwo, wenn es nur wirklich ein Kaffee ist, morgens Zeitung lesen, Kaffee trinken und weitergehen, Mittagspause sehr viel. Da hast du diese Menüs für 10 Euro, manchmal auch nur 9 Euro, 11 Euro, wo du aus zwei, zwei Gänge hast. Da kannst du dir im ersten Gang hast du vier Gerichte zur Wahl, suchst du dir eins aus. Im zweiten Gang hast du vier Gerichte zur Wahl, suchst du dir eins aus. Dazu ist ein Getränk und dann auch ein Kaffee oder Postel, Kaffee oder Nachtisch. Und das für 10 oder 11 Euro, das ist immer Wahnsinn. Diese Menüsse gibt es überall in der Stadt. Dass da der Spanier wirklich, wie gesagt, 15 Mal pro Woche irgendwo in einer Kneipe, in einem Restaurant ist. Und das ist eben ganz andere Lebensqualität. Draußen sein, Geld dort ausgeben, nicht groß für Autos sparen oder geilen Fernseher, geiles Wohnzimmer. Keiner hat dort ein großes Gästezimmer, großes Esszimmer, wo sich Gäste einlädt, sondern es ist eher, wenn du Freunde triffst, dann ist es draußen und dann ist es eben auch nicht wie in Deutschland. Man geht essen mit Freunden und okay, bei der Abrechnung, ich hatte das Schnitzel und das kleine Wasser und noch den kleinen Salat und dann zahle ich hier meine 13,20 Euro und der andere hatte seine zwei Bier und zahle vielleicht 14,60 Euro und dann ist es in Spanier, was ist die Rechnung, irgendwas mit 98 Euro, gut, Leute, jeder irgendwie 25 Euro, gut, pass, 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 bam, bam, bam. So läuft das eher in Spanien, so habe ich das auch eben das Leben dort genießen gelernt, nicht nur von Sergi und Co. Und da bin ich dann eben auch ein großer Fan von Leben in Spanien geworden, von den Spanien, wie sie eben. Sie hätten auch viel mehr Wert auf Lebensmittelqualität. Ich glaube, in Spanien leben die Leute mit auch am längsten, was wie gesagt auch Gründe hat vom Wetter, der Sonneneinstrahlung, das macht einfach was mit, wenn man so viel Vitamin D kriegt. Sie leben sowohl mit am glücklichsten dort, das sind noch glücklicher, sind glaube ich nur die Schweden und so weiter, aber eben auch mit am längsten und ja, es ist auch viel mehr Gemeinschaft da, also wie oft man dort sieht, wie alte Leute, Rentner, sprich die alten Großväter noch über die Straße geschleppt werden und sich die, die dann deren Kinder noch mit den Alten beschäftigen ist eine schöne Sache da, die werden eben nicht nur im Altenheim gebunkert und dann einmal im Monat vielleicht besucht, auch da ist eben sehr viel mehr Leben, sehr viel mehr Zusammenhalt, sehr viel Solidarität, mehr als in Deutschland, was mehr auf Effizienz, auf Getrimmtes, auf Sparen, auf Häusle bauen, auf irgendwie, ja, Reichtum, Auto kaufen, das ist eben was, womit ich mich nicht so identifiziere, aber das ist kein Head für diejenigen, die sich gerne mal natürlich von der G-Klasse träumen oder so. Ja, soweit zu der Frage. Jetzt geht es ja auch gleich los beim Tiki-Taka-Chat. Jetzt schaue ich hier bei WhatsApp, gibt es noch keine neuen Nachrichten, deswegen müssten die Leute jetzt hier nach und nach kommen. Die, die gerade zuschauen, kommt gerne auch hier in den allgemeinen Sprachkanal, dann schiebe ich euch von dort aus in die Tiki-Taka-Talkrunde, dass die ist eben noch geschlossen, damit wir dort unter uns sind. Also bin ich sehr gespannt, wer da gleich alles wirklich einschaltet. Hast du noch gerade was, David? Immer ältere Leute. Da habe ich dir ja, wo wir in der Bar waren und auch mal erzählt, dass ich, als ich in Budapest war, einen älteren Herrn aus Madrid kennengelernt habe, zufällig zum Champions-League-Spiel und ich glaube, gegen mich haben die da gespielt. Ich glaube, gegen Leipzig war das, genau, im Bernabeu und da war ja der alte Herr und der war so sympathisch. Der hat ja Urlaub in Budapest gemacht, war noch übers Lebensruhe, ich glaube, der war 80, 90 oder so. Wow, und allein gereist? Nee, ich glaube, mit seiner Frau, aber der ist alleine zur Bar gegangen, um das Spiel zu gucken, weil er auch Real-Fan war. Da haben wir uns ein bisschen unterhalten immer wieder. Der konnte zwar nicht so gut Englisch, aber wir konnten es mit Google-Übersetzer gut verständigen, mit Spanisch. Das war echt ein cooles Ding. Ja, das ist nicht selbstverständlich, sich mit einem 18-Jährigen dann so 80-Jährigen austauschen zu können, weil die Spanier können kein Englisch, auch die Jungen, das ist sehr schwierig, aber das ist halt auch... Deswegen habe ich halt Google-Übersetzer benutzt. Die lernen eher Katalan und Galizisch und Kassilisch, als das normale Spanisch. Aber hey, es hat super funktioniert, wir haben uns so ständig. Es war sehr schön und die Engländer, die auch dort waren, waren auch sehr sympathisch. Die waren ja einfach nur da, um PSG-Leiden zu sehen und Manchester City. Oh ja. Die waren halt die ganze Zeit gegen die Scheich-Clubs. Es war auch schön, als Haifa das Tor geschossen hat. Da gab es gute Stimmung in der Bar. Das glaube ich. Das sind viel Hohn und Sportler. Ja, das war super. So muss das. Ja, also 5 Uhr. Wenn... Ach, da unten ist schon die Warteschlange für Tiki-Taka. Da unten sind ja Florian, Lukas und Michael. Ja, geil. Dann sage ich mal tschau. Ich schiebe die mal hier. Warteschlange eröffnet. Ach, ach so, verstehe. Dann schiebe ich die mal hier in den Tiki-Taka-Talk. Da unten sehe ich sie ja. Übrigens, ich sehe die ganzen Channels, die du gemacht hast, gar nicht. Echt? Oh, was? Ja, ich sehe die alle nicht. Okay. Ich sage schon mal tschau, bis später. Ich gehe jetzt mal rüber in den Tiki-Taka-Talk. Ja, klar. Wir sehen uns später. Ich bin dann irgendwo hier. Guter Mann, halte durch. Jo, mache ich's. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ist hier etwa die Tiki-Taka-Community am Start? Hören die mich? Ich bin schon mal hier, brauche ich schon mal eine Kamera da. Alle noch am Schlafen? Lukas, Florian, Michael, was ist da los, was ist da los? Ah, da sind wir ja. Sehr gut. Hier ist schon mal der Michael, der einzige Wasser-Fan heute in unserer Runde. Schön, dass du dabei bist. Hörst du uns? Sehr gerne. Und wir hören dich auch. Oh, sieht ja professionell aus. Hier auch mit Mikrofonen da. Da hinten mit Gitarre. Kannst du uns noch was vorspielen? Sehr gut, sehr gut. Wer kommt jetzt? Jetzt hat Florian auch. Lukas wieder raus. Lukas wieder rein. Du haust mir nicht ab, Kollege. Ah, und mit Tiki-Taka-Tasse vorbildlich der Michael. Florian ist auch da. Florian Mitterer. Sehr schön, dich auch anzunehmen zu lernen. Morgen, ja. Sagt man schon, morgen oder noch, nacht. Wenn das irgendwas. Schön, dass du dabei bist. Habt ihr was gehört von den anderen? Marcel, das wird wohl nicht. Wir hätten da noch Sven Neupang. Jetzt kommt hier Lukas dazu. Niklas müsste noch kommen. Bergkahn gibt es auch noch eigentlich, aber da ist der Lukas. Moin. Nicht mehr aus. Wie war das? Kloster Neuburg war mal. Jetzt ist es? Ja, jetzt mittlerweile vor Aselberg. Vor Aselberg. Klingt auch fürstlich. Also in Österreich. Schön, dass ihr schon mal mit dabei seid. Guten Morgen, gute Nacht, was auch immer. Ich rede nur erst mal, weil ich muss jetzt hier noch die Taufe wieder ändern. Von Taufe Manu zu Taufe Tiki-Tacke. Nein, falscher Button. Wie gefällt es euch bisher? Cooler Stream, ja. Seid auch von Beginn an dabei, Michael? Immer wieder mal. Also ich habe immer wieder mal eingeschaut. Beim Quiz zum Beispiel war ich lange dabei. Sehr gut. Auch bei Manu jetzt. Sehr gut. Und wie hältst du dich dann sonst wach oder was machst du sonst noch nebenbei? Ich habe versucht, dazwischen mal zu schlafen, um morgen nicht ganz kaputt zu sein, aber ich habe es nicht wirklich geschafft. Ist ja Sonntag. Ist doch Sonntag. Genau. Oh, okay. Sven schreibt schon, er hat Stress mit Discord wegen Verifizierung. Okay. Kein Stress, Amigo. Wahrscheinlich heute Amigo. Amigo. Komm einfach nach. Ach, dann warten wir noch auf Berkan und Niklas. Das müsste es auch noch geben. Nicht, dass wir hier... Ihr habt das auch ein bisschen hier, den Discord-Kanal im Blick... Ach, dort ist Niklas. Ich bin schon in der Warteschlange. Siehste. Jetzt ist auch Niklas da. Amigo. Was geht ab? Niklas kennt man ja auch. Hat man schon öfter mal gehört jetzt bei unseren Tiki-Taka-Folgen. Michael hat ja letztens sein Debüt, weil du ja auch noch ziemlich neu mit dabei bist, ne? Seit jetzt ein paar... Sind es schon Monate? Ja. So, jetzt lädt es auch bei Niklas. Sehr gut. Bin gespannt, wo er gerade ist. Ich bin ja schon oft in Spanien, aber Niklas, poppt das Ganze noch. Hallo. Moin Niklas. Hallo, hört ihr mich? Jo, wir hören dich. Hallo. Laut und deutlich. Bist du gerade in Spanien oder mal ausnahmsweise in Köln? In Köln. In Köln. Ja, gut. Keine Spiele gerade. Robert, du warst bestimmt auch auf der 10 Jahre Primavera-Feier? Ja. Da war ich, ja. War eine gute Party hier. Da ging es ab. Also da war ja auch hoch ein Jahr Besuch. Francis war da. Vizepräsident. Elber Lohr war da. Und... Starke Sache. Ja, cool. Dann sind wir ja schon fast komplett, wie gesagt, Marcel wird es wohl leider nichts. Da gab es irgendwie Strom ausfall. Irgendwas komisches. Ich hoffe, denen geht es gut, Marcel, wenn du das siehst. Alles Gute. Berkan, weiß ich nicht. Der hat mir eh nicht auf die letzte Nachricht geantwortet. Wenn... Er hat noch Probleme mit Verifizierung. Ich gucke bei Berkan nochmal. Du hast die Nachricht mittlerweile gelesen, immerhin. Mal schauen, ob der noch nachkommt. Wir haben das hier ein bisschen im Blick. Ansonsten sind wir jetzt schon mal gut vertreten hier. Die Tigi-Taka-Runde. Ich habe ja alle Rays und alle Super League-Abonnenten angeschrieben und stelle jetzt noch mal kurz vor. Wir haben eben hier in der Runde... Ich fange mal an nochmal mit Niklas. Das ist Niklas Kampmann. Viele haben ihn schon gehört in unseren Folgen ab und zu mal mit gutem Input. Immer gute Stichelei auch gegen Alex dabei. Sehr gut. Einer muss es machen. Also da, Niklas aus Köln. Schön, dass du uns supportest, dass du auch schon so lange dabei bist. Willkommen an dich. Wir haben dabei Florian Mitterer. Du bist auch einer unserer Rays und kommst aus... Ne, komme jetzt nicht mehr drauf, wo das war. Musst du mir kurz nochmal helfen. Aus Ruhm. Ne, Mensch, Brück aus Tirol. Ah, also auch noch ein Österreicher. Da haben wir jetzt noch ein paar. Mit dabei, sehr gut. Dann haben wir zwei Österreicher dabei. Du bist einer unserer Rays. Lukas ist auch einer unserer Rays. Eben auch aus Vorarlberg. Früher Kloster Neuburg ist irgendwie in meinem Kopf geblieben. Cooler Name. Da, schön, dass auch du dabei bist, dass ihr so lange wach geblieben seid. Und er hält immer noch die Tasse. Stolz hoch. Michael Traxler aus der... Wie war es? Witz in der Schweiz? Oder Wutz? Witz. Nee. Hatte es letztens dein Debüt in einer unserer Folgen. Also das hast du auch ganz gut gemacht. Kann gerne weiter so gehen. Bist noch gar nicht so lange bei uns. Was war nochmal Grund dazu, überhaupt Tiki Taka zu unterstützen? Ja, ich lese mir ja Barca Welt und Realte Tor sowieso immer durch. Ich höre mir auch gerne die dritte Halbzeit an und den Podcast sowieso. Und ich dachte, ja, da möchte ich euch gerne unterstützen, weil ich es eine sehr gute Sache finde. Ja, sehr gute Sache. Und das ja auch gleich hier mit dem ganz großen Abo. Also da auch nochmal vielen Dank. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich bin Barca, für einen Barca-Fan, das bist du ja. Ansonsten sind ja nur Matriister natürlich in der Reihe, da auch dann eben dritte Halbzeiten alles anzuschauen und Real total regelmäßig zu sein. Also coole Sache. Vielen Dank dafür. Und ja, du scheinst deine Tasse sehr zu mögen. Was ist da drin? Tee. Tee. Meine Stimme. Ja, ja. Ich habe sonst nicht eine so tiefe Stimme. Klügt aber auch, dann ist alles okay. Ja, ich hatte eben schon grob gefragt, wie euch das Stream bisher so gefallen hat. Niklas, was hast du so bisher schon gesehen? Wie hältst du dich wach? Ich bin eh mal wach geworden. Also ich habe mir im Wecker gestellt. Ich war noch bis ein und raus unterwegs. Alex, deswegen muss ich so sagen, es sind jetzt hier meine ersten Minuten. Das ist okay. Hast schon viel verpasst, viele Gäste, einen besonderen Witz. Ich habe kurz reingeguckt, 20 Minuten, da war Alex da und da waren die zwei andere. Da habe ich noch gar nichts gesehen. Da haben wir Quiz gemacht. Ja gut, es kommt ja noch mehr, wir haben ja noch ein bisschen was vor. Die teilst du noch mal kurz in die Kamera. 17 Stunden und 35 Minuten, 23 Minuten, ist noch eine Weile, was wir vor uns haben. Seit wann bist du wach? Bitte? Seit wann bist du wach? Wach bin ich seit Samstagmorgen um halb neun. Da bin ich aufgestanden. Ich habe dann zwischendurch versucht, 90 Minuten ein Nickerchen zu machen, habe die Augen zu gehabt, aber bin ich eingeschlafen. Also für mich wird es, wenn ich, ich gehe mal davon aus, dass ich wirklich bis 22, 30 durchmache, natürlich, dann bin ich 38 Stunden wach. Uiuiui. Uiuiui, ja, wird schon irgendwie, also sind ja alle hier dabei, um mich wach zu halten, damit wir das gemeinsam durchstehen und auch die Tiki-Taka-Community ist dabei, im letzten Eck von Österreich vor Allberg. Ist das so? Lukas, letzte Eck? Schreibt hier jemand? auf die Betrachtungsweise an. Für mich ist es das erste Eck. Ganz im Westen. Ganz im Westen. Gut, gut, okay. Wie ist denn bisher so, fangen wir mal vielleicht an mit WM, was habt ihr bisher so gesehen oder wer sieht vielleicht, hat bisher noch fast gar nichts gesehen? Wo ich Florian anfangen? Da fange ich mal an. Ich habe bis jetzt kein Ansichtsspiel geschaut. Schaut mal. Erstens kein Reiz und eigentlich will ich die ganze WM boykratieren. Da mal den Zicker. Genau. Bis jetzt hätten wir eigentlich auch nur das Uruguay-Spiel gereizt. Aha. Wenn ich wirklich mal werde und den alten oder irgendwie, was so die letzten WM spielen. Ja. Fragen, ob sie wirklich was reißen können, aber schon hat mir nicht wirklich noch ein Spiel gegitzelt um zu sagen, das muss ich unbedingt sehen. Ja, wird dann vielleicht in der K.O.-Runde anders, wenn dann irgendwie mal, was weiß ich, Deutschland gegen Frankreich oder was meinst du auch dann eher nicht doch dann vielleicht? Ja, dann wird es immer schwieriger werden, wenn die hochklassischen Duelle kommen, wenn Brasilien gegen Belgien oder so irgendwas spielt. Ich glaube eh ja nicht, dass Deutschland noch in die K.O.-Phase kommt. Wenn die Japaner heute gewinnen, dann wird es ganz, ganz schwierig. Wird schwierig, ja. Dann müssen wir hier gewinnen und dann auch nochmal danach irgendwie, naja. Okay, wie ist es bei Lukas? Ganz genau gleich. Noch kein einziges Spiel gesehen. Wow. Ich versuche es bestmöglich. Bei uns im Betrieb läuft immer der Fernseher, wo einige, genau, wo einige mitschauen, aber ich versuche da wirklich so wenig wie möglich mitzubekommen. Ist immer ein bisschen schwierig. gerade mit der heutigen Digitalisierung hat man ja ständig irgendwelche geschabte Nachrichtigungen. Messi hier, Messi da, Ronaldo. Ja gut, das ist das eine, dass man nicht blind durch die Welt laufen kann und irgendwie gar nichts mitkriegt, ist das eine. Aber dass man wirklich nicht einschaltet und dann wirklich in dieser riesigen Einschaltquotenliste, dass da immer, dass auch da wieder einer fehlt und da fehlt wieder einer. Ich meine, das Deutschlandspiel hatten in Deutschland 9 Millionen im T-Power angeschaut. Da spielen dann auch zwar noch die Online-Zuschauer, aber das ist schon deutlich wenig. Also bei den früheren Nachmittagsspielen, wo es auch nicht um so viel ging, waren auch mal schnell über 20 Millionen Einschaltquoten. Also da ist schon speziell in Deutschland, aber offensichtlich auch Österreich, Schweiz, schon auch eine hohe Boykottlage oder Leute, die sagen, nö, das gebe ich nicht und man kann immer sagen, ja, hat das wirklich eine Auswirkung? Ich bin doch auch nur eine kleine Nummer. Wenn ich nicht einschalte, merkt das der Infantinum? Nee, der wird es nicht gleich merken. Aber es ist trotzdem krass, dass es doch so viele wirklich durchziehen. Also Respekt dafür, ich kann es nicht, ich berufe nicht hier, ich bin auch süchtig nach WM. Aber stark schon mal von Flo und Lukas. Wie ist es bei Michael? Ich mache so einen halbgaren Boykott. In meinem Haus, da wird immer zusammengeschaut und deshalb habe ich das erste Spiel habe ich gesehen, so mit den Nachbarn, um ihn ein bisschen zu socialisen. Aber das Spiel war wirklich nicht spannend zu schauen, die Qualität war nicht gut und das Publikum, oh, schrecklich, dass die alle so früh gehen, ich konnte es nicht glauben. Und es hat mir irgendwie geholfen, die restlichen Spiele zu boykottieren, also sonst habe ich nichts mehr gesehen. Wow, auch da, schau vor für. Niklas, bei dir? Ich war beim Eröffnungsspiel war ich in der Bar Aquilari, ich weiß nicht, ob du die kennst, in der Nähe vom Atletico-Stadion, die Real Madrid-Bar. Da habe ich die erste halbe Stunde geguckt, da waren auch einige Ecuadorianer, also in Madrid. und danach hatte ich wenig Zeit, also beruflich gesehen kam ich da nicht zu und seit, ich glaube, das Belgien-Spiel war das erste Spiel, wo ich geguckt habe, seitdem war sie geguckt. Also auch nur vereinzelt, weil du auch wieder keinen Bock hast oder eher wegen, weil du was Besseres vorhast im Winter oder wenn du jetzt heute erst... Ja, ist schwierig. Ich habe viel zu tun in letzter Zeit und aber, ja, gut, die Abendspiele kann ich mir angucken. Ah, okay. Morgen auch Deutsche Hand. Du bist ja sehr oft in Spanien, nicht nur in Bernabéu, auch in anderen Staaten, sieht man dich ja öfter. Du warst auch beim Sevilla-Dirby, ne? Beim Sevilla-Dirby war ich auch richtig, ja. Guck mal, da einfach so noch Tickets ran? Sevilla? Doch, doch. Also da gab es auch noch bis zum Ende, glaube ich, noch Karten. Ach, guck mal. Das war ja nicht so, dass das jetzt irgendwie... Krass. Ausverkauf war es auch gar nicht. Was? Also ich habe mal geguckt, fünf Stunden vorher oder so, da gab es, glaube ich, in jedem Blog gab es noch Karten. Okay, das ist jetzt für mich auch mal krass. Wie ist es denn? Also Niklas ist einer, der in sehr vielen Stadien schon war und wo ich auch immer regelmäßig durch die Instagram-Stories gehe und denke mir, wow, schon wieder da, schon wieder da. Wie ist es denn bei den anderen? Florian, deine Stadion-Erfahrung in Spanien? Ja, also in Bernabéu. War ich schon zweimal und einmal Juve in Madrid zugeschaut in der Champions League-Gruppenphase. Dann im Vincente Calderon habe ich zuschauen dürfen, wie Barca von Atletico ausgeschmissen worden ist. 2 zu 1 oder mal Xavi ich glaube, Xavi hat den Jester probiert hat, noch ein Torwart zu machen beim Abspiel auf Griezmann und dann ist ich ein Elfmeter bekommen haben. War das nicht auch 2014? Ich glaube, 2014, ja. Da haben wir genau das mit Wolfsburg kombinieren können, wo der Ronaldo den Dreierpark geschossen hat. Stark. Okay. Sprich, da warst du auch am 3-0? Da war ja, ja. Dann haben wir bei Wolfsburg-Fans dann auch noch in einer Bar trösten müssen. Naja. Die hatten ihr größtes Spiel ihrer Geschichte mit dem 2-0 im Hinspiel. Die sollen froh sein. Mehr war da nicht drin. Okay. Noch andere Stadien in Spanien? Ja, La Caramica war ich noch. Valencia gegen Villarreal zuschauen. Da war eine super Stimmung, weil es ist ja im Endeffekt ein Derby. Und ja, und wir haben aber eigentlich in Valencia übernachtet. Ich war noch nicht so froh mehr, weil am nächsten Tag haben da glaube ich ein paar bei Autos randaliert. Wir sind zum Glück keine anderen Straßen gestanden mit unseren Autos. Aber es war ein ganz gutes Spiel. Und in Vando Metropolitano ist das jetzt nicht mehr so, oder? Jetzt heißt es Civitas Metropolitano irgendwie, aber war mal gegen Espanol zuschauen und da haben die normalen Karten dann 115 Euro gekostet und die VIP-Karten 120 mit komplett Essen und alles und dann hat man natürlich VIP gehen müssen. Das ist schon okay. Ich glaube, das war dann auch nicht so verkehrt, oder? Nein, das war dann ganz gut, ja. Wir haben so viele Cocktails getrunken und gegessen. Ich glaube, nichts mehr dann. Im Bernabeu ist das immer so, man darf während des Spiels gar nichts trinken, also ich weiß, letztens mal ein Viertel, aber kannst du auch während des Spiels immer mal reingehen und lieber was holen, aber im Bernabeu wirst du halt immer so rausgescheucht, hey, Anpfiff, verpisst euch, und dann versucht man irgendwie noch was mit rauszuschmuggeln, aber auch da, nein, nein, keine Getränke raus, schon auch lecker und geil, aber irgendwie, oder Niklas, hast du da erfahren mit VIP im Bernabeu mal? VIP war ich noch nicht. Noch nie, oh, siehst du, das fehlt dir noch, okay. Lukas, deine Stadionerfahrung so in Spanien? Ähnlich, Bernabeu, Di Stefano, Wanda Metropolitano. Di Stefano was? Welches Spiel? Bei der Jugend, also bei der zweiten Mannschaft. Okay, die kommen ja eigentlich nicht so einfach an Tickets ran, wegen irgendwie nur für Socios der Verkauf. Und Champions League, Tottenham, sowohl in Madrid als auch in London. War das im Wembley? Oder? Das war im Wembley damals, das war kein so guter Einstand. Weiß ich schon gar nicht mehr, was das war. Das war das 3 zu 1 für Tottenham. 3 zu 1, 3 zu 1. Er hat Ronaldo am Ende noch eins gemacht, aber war für die Stimmung nicht mehr so gut. Wobei die Stimmung war gut für Tottenham, aber für mich nicht so. Okay, cool, cool. Und Michael, dein Stadion, Stadionsung? In Spanien tatsächlich noch gar nichts. Es liegt, ja tatsächlich, es liegt vermutlich auch ein bisschen daran, dass ich es hat relativ kurz am erstens selber Geld verdiene und vor allem aber auch das in meinem Freundeskreis, in meinem Familienkreis, da interessiert sich niemand für Fußball. Ich bin wirklich weit und breit der Einzige. Wow. Deshalb bis jetzt noch gar nicht, aber muss schon jetzt langsam. Ja, vielleicht, das kennen bestimmt auch die einen oder anderen hier bei uns. Die sind ja auch irgendwo aufgewachsen mit irgendwie diesem einen Lieblingsverein weit im Ausland, wo man irgendwie noch nie so richtig war und dann irgendwie was andere Freunde vielleicht gar nicht so interessiert hat, aber deswegen ist es ja gut, dass es Real Total und Baselwelt gibt oder Tiki Taka, wo man jetzt Communities hat, wo man sich mit Leuten austauschen kann, wo man regelmäßig Dinge erfährt, wo man einfach mehr interagieren kann, sich über Dinge quatschen kann, aufregen kann, egal ob das bei Basel bei Real der Fall ist, also da wird, dann wird das ja in Zukunft bald mal passieren, dass du mal Skamptnose siehst, oder? Oder willst du es gar nicht, weil es so eine Bruchbude mittlerweile ist? Nein, ich habe es unbedingt vor. Ich war sogar mal in Barcelona, aber da war halt keine Saison. Drum. Okay, okay. Cool, cool. Dann, wenn ich gleich bei Michael bleibe, hinsichtlich Meisterschaft. Ich hatte vorhin schon den Talk mit meinen Redakteuren, drei Redakteuren, und Philipp und Omar haben beide gesagt, das wird wohl Basel machen, die Meisterschaft. Also, sie sehen es realistischer, dass die es macht, dass ihr es macht. Was sagst du? Ja, das habe ich sogar gehört. Ich habe ja in der letzten Folge den wahnsinnig gewagten Tipp gesagt, dass Basel das durchaus machen könnte. Ich tue mich so schwer mit Prognosen, aber wenn jetzt Araujo wieder fit wird, wenn Koundé fit bleibt, ich sehe das schon. Mein Tipp im Moment ist auch Basel wird Meister, aber da müssen einfach die richtigen Spieler gesund bleiben. wie bei uns das mit Benzema, der piechst auch. Oder Niklas, was sagst du? Ich hatte es ja auch schon in dem Fazit genannt, in der letzten Guitaker-Folge, Madrid ist nicht stabil genug, also die kassieren jedem Spiel ein Gegentor, und Barcelona ist stabil hinten, und da schießen die immer ein bis zwei Tore, aber real reicht es dann nicht. Du kannst halt so viele Tore halt auch nicht schießen, so viele wie die halt reinbekommen, weil du kriegst immer mal wieder so einen Gegner, sag jetzt mal zum Beispiel Girona, wo du dich halt schon schwer tust, weil die mit allen hinten drinstehen, ja, und dann da halt nur einen Unterschied überwacht. Ja, aber Barca hat ja eigentlich auch so Gegner, wo der Gegner nicht so viel vielleicht für Fußball investiert, aber trotzdem haben sie da einen Lewandowski, die haben Raffinia, und ja, was man halt auch nicht vergessen darf, die haben halt einen breiteren Kader, die haben 18 Spieler, und Rütter hat 14 Spieler. Und eben halt neben Lewandowski. Benzema hatten wir diese Saison noch nicht. Hast du eigentlich Informationen, wie es bei Benzema aussieht? Ganz verhext. Also vor der WM hieß es ja auch nur von wegen nur schlechtes Gefühl, und eigentlich ist es keine Verletzung, zumindest haben die Ärzte nichts festgestellt, und jetzt ist es weiter verhext, jetzt eine neue Verletzung, und man muss das jetzt erstmal gucken, wie schnell er das abgeschüttet bekommt. Ab 1. Dezember wird wieder trainiert, also jetzt schon bald, aber auch da wird er, glaube ich, nicht gleich sofort dabei sein, und wenn sie dann am 30. Dezember spielen, glaube ich, auch noch nicht, trotz Personalmangel, damit er auch ein Genießungs nicht dabei sein wird, vielleicht Benzema auch noch nicht dabei sein. Also alles noch, gucken, wirklich mal gucken, wenn er mal eine Woche stabil trainiert, alles gut, aber er macht ja selten mal zwei Trainingseinheiten hintereinander. Lukas, kann man nur hoffen, ich kann nur hoffen, dass die Realspieler früh rauslegen. Eigentlich ja. Ja, bei Barca ist es ja genauso, also Barca wird ja auch hoffen, dass die früh rauslegen, weil ich weiß nicht, wann das Finale, am 18. glaube ich, das Finale, oder 20. Und wenn du dann zehn Tage später spielst, ja, wenn du dann Weltmeister wirst und dann spielst du in Valladolid oder sonst wo. Die sind dann eh erst Mitte Januar zurück. Also wer jetzt in der Bundesliga ist ja so, die fangen ja erst wieder Ende Januar an. Die haben ja immer ihre lange Pause, das ist ja fast normal. Weil sie auch nur mal eine Liga nur mit 18 Mannschaften haben und die anderen Ligen haben ja alle ihre 20 oder noch mehr Mannschaften. Da ist es klar, dass du irgendwie vier, sechs Spiele mehr reinpressen musst. Lukas, Meisterschaftsaussichten Prognose, bisschen Optimismus, oder? Bisschen Optimismus ist immer dabei, oder? Klar, ich finde es, natürlich brutal schwer zu sagen aktuell. Ich glaube, Barcelona ist richtig gut in Form, auch wenn sie jetzt ein paar Verletzungen haben, wenn die alle beieinander haben, dann ist das ein richtig starker Kader. Das ist, glaube ich, allen klar. Und ich sehe das so wie der Niklas, dass das bei uns einfach oft einfach zu unkonstant ist. Ja, egal, ob es vorne im Angriff ist oder auch hinten in der Abwehr, wie wir kassieren in jedem Spiel ein Tor. Vorne mal traumhaft schön, wenn Valverde wieder einen auspackt. Andererseits geht teilweise gar nichts und das wird dann ein Krampf. Ich sehe das ganz, ganz schwierig. Kommt sicher darauf an, wer besser aus der WM rauskommt, wieder in die Liga starten kann. Ich glaube, dass da der Januar, der Februar ganz entscheidend werden dieses Mal und hoffe natürlich, dass wir es am Ende machen werden. Ja, klar. Aber dann, okay, es ist ein bisschen Optimismus hier in der Runde, zumindest aus Real Madrid-Sicht. Oder glaubst du, Florian, dass eh schon der Fokus vielleicht auch mehr auf der Champions League gelegt wird, von wegen, Meisterschaft verteidigen, das müssen wir nicht machen, lieber den Champions League verteidigen. Wo meinst du, wird vielleicht die Mannschaft den Fokus legen, weil Basen hat bestimmt jetzt mehr Fokus auf die Liga, weil raus aus der Champions League, Atletico vielleicht das Gleiche. Was sagst du, Flo? Vielleicht auch das, ja mal Koppel der Reh für den Groß zu lieben. Der war gut. Nein, dann glaube ich, den Pokal, wenn man so lange nicht gewinnen, bis der Groß aufhört. Aber, ich denke mal, es kommt wirklich auf das WM-Loch drauf an, also, weil, ich glaube, wir haben vor der WM schon bei ein paar Spielern gemerkt, allgemein auch, weil italienische Liga schaue ich auch hier und da, da hat man bei vielen, die was mitspielen, bei dieser WM jetzt, gemerkt, dass sie oft einmal so ein bisschen lustloser waren oder vorsichtig in die Zweikämpfe gegangen sind, so richtig halt, dass sie sich nicht verletzen. Und jetzt ist danach die Frage, wie schnell komme ich dann wieder in den Vereinslustmodus rein, oder wie schnell kann man sich wieder von Nationalmannschaften umstellen und so wie schon der Niklas gesagt hat, ich glaube, beide Vereine hoffen, dass sie schnell rausfliegen und sich dann wieder mehr Fokus auf den Verein legen, wo ja jeder sagt, das ist Nummer eins Priorität, aber natürlich will man den goldenen Pokal auch gewinnen für das Land. Und ich denke mir mal, wenn Baris Acroa Verletzungsbech hat, werden wir einen Zweikampf bis zur letzten Runde sehen. Oder bis zum El Clasico und das El Clasico macht dann den einen Punkt vorne oder hinten aus. Und danach... Ja, der ist schon am 19. März rum, sprich danach kommen dann nochmal zwölf Spieltage. Ich glaube, so entscheidend wird der Klassico nicht klar. Das ist immer mit dem direkten Vergleich. Wenn Real den auch gewinnt, dann muss Baris einen Punkt mehr aufholen. Aber danach kommen noch zwölf Ligaspiele. Aber ja, kleiner Fall. Das kann halt wieder so ein Bruchpunkt sein. Also wenn jetzt Real das zum Beispiel verlieren würde, dass sie dann halt sagen, ja, okay, jetzt haben wir fünf Punkte hinten, können wir das eh nicht mehr gewinnen. Oder umgekehrt. Das kann ja einen Knick in der Mannschaft auch machen. Ich sage jetzt mal, Baris in der Europa League, ich glaube, da ist der Reiz einfach für die meisten nicht so groß. Gerade überhaupt für Leute, die, die schon die Champions League gewonnen haben und so. Da haben sie ja doch ein, zwei auch dabei. Die, die den großen Titel schon gewonnen haben und ich glaube, allgemein ist die Europa League jetzt da nicht so angesehen. Außer man ist halt so ein kleinerer Verein wie Frankfurt oder so weiter. Da wird das natürlich megamäßig gefeiert. Aber wenn man halt dann schon ein paar Mal den großen Bott, den Henkel-Bott gewonnen hat, dann ist glaube ich da auch nicht mehr der Fokus so groß. Und der Pokal, der wird halt überall glaube ich mitgenommen, bei Pause sowieso gern, aber sie kennen das halt einfach. Super Pokal, ich weiß nicht, der wird auch nicht viel drauf geschaut werden, die zwei Spiele da. wurde auch noch nicht verteidigt im neuen Modus. Aber somit glaube ich, denke ich mal, es wäre das Spannende der Zweifelkampf bis zur letzten Runde. Thema Europa League, Michael, wie ist denn da wirklich dann die Motivation bei Barca? Würde man schon bestimmt mitnehmen, aber wenn dann wieder irgendwie, wenn man die Wahl hat, am Wochenende ist Klassiko oder jetzt spielen wir gegen Napoli oder wen auch immer, ist da wirklich so viel Europa League Fokus oder eher auf der Meisterschaft? Ich bin mir nicht sicher, wie es bei der Mannschaft ist. Bei mir ist es ganz klar, auf der Meisterschaft und ich nehme auch bei den meisten Fans, vielleicht ist es noch ein Stück weit Ehre, dass man denkt, ja, wenn man schon in der Europa League ist, dann muss man möglichst weit kommen, um zu zeigen, dass wir doch einigermaßen mit der europäischen Top Elite, also mit der Weltklasse mithalten, also was wir jetzt nicht können, aber so einigermaßen mithalten können. Insofern ist das schon auch ein Titel, den man gern gewinnen würde, aber ich meine, wir werden uns auch andersweitig für die Champions League qualifizieren, also so dringend ist es jetzt auch wieder nicht. Ja, das, Platz 1, 2, 3 habt ihr schon mal fast sicher, da läuft es ja abwildoch dann ganz gut bei der Mannschaft zusammen bei Barca. Nochmal generell für alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich gerade fragen, was sind das für Nasen hier, das ist die Tiki-Taka-Community, beziehungsweise das sind vier unserer Patchions, Alex, das liegt schon in den Federn, nehme ich mal an, vielleicht schaut er auch gerade zu, der fehlt uns jetzt hier an meiner Seite, wir haben eben hier gerade vier Patchions dabei, drei andere fehlen noch, aber gut, ist dann vielleicht doch der Bergkant eingeschlafen, kein Problem, es ist ja auch schon halb sechs, wir machen die auch gar nicht mehr so lange, bald geht es dann auch für mich mal langsam Richtung Zocken, wir haben eben hier ein paar Patchions, wenn ihr Tiki-Taka unterstützen wollt oder gerne mal wieder bei so einer Quatsch-Talkrunde dabei sein wollt, könnt ihr Tiki-Taka, also mich und Alex unterstützen unter patreon.com slash Tiki-Taka-Podcast, wie es eben wir, die wunderschönen vier Herren hier auch schon tun seit einiger Zeit, Niklas auch schon sehr lange, glaube ich, und Lukas auch, von dem her saß, schon mal eine coole Sache, aber es gibt natürlich noch viele andere Patreons, die uns da unterstützen, was haben wir denn noch so hinsichtlich der Liga, oder habt ihr irgendwelche Fragen vielleicht, oder auch an den Chat? Ja, ich habe mal eine kurze Frage an die Runde, wie sechsten ist die Entwicklung von Atletico, weil, ich meine, ich habe zwei Atletico-Spiele gesehen, beim einen da, wo sie in der Champions League gespielt haben, also die Fangemeinde und sowas, die sind ja da drüben echt sehr leidenschaftlich und das hat mich wirklich beeindruckt, somit habe ich eine leichte Liebe zu ihnen auch gewonnen, weil einfach die Fangemeinschaft für Atletico, das ist einfach Hammer gewesen, die Stimmung im Stadion war ein Wahnsinn und da hat sich halt dann jeder umarmt, egal wie er ausgeschaut hat oder wer ausgeschaut oder für wen er Fan war, außer man war halt für den Gegner, aber wenn man neutral war, seien die in den nächsten Jahren überhaupt schon noch konkurrenzfähig oder gibt es dann eigentlich wieder mal so ein paar Jahre Pause Real alleine an der Spitze, weil ich glaube bei Sevilla brauchen wir nicht mehr diskutieren, dass die die nächsten drei, vier Jahre nicht mit dabei sein, da können eher noch Bettis dazu oder sowas, aber deckt das Athletik überhaupt schon in die Top 3, also Stamm bei? Die werden sich schon auch da oben halten, die haben halt trotzdem einen sehr guten Kader, holen halt nicht viel damit raus und spielen immer noch diesen vorsichtigen Arbeiterklub, dabei hätten sie auch gute Kicker und nicht mehr nur diese, ich will nicht sagen, Treter früher von den ganzen Gabi, so ein Raul Gassiers, da sind auch mittlerweile Kicker dabei, die ziemlich guten Fußball spielen können, aber Molina funktioniert noch nicht so richtig gut, Rodrigo de Paul überzeugt mich jetzt auch noch nicht so, Morata ist auch gerne mal ein Chancentod, also irgendwas hapert da, Simeone hält die Mannschaft an der Leine und eigentlich scheint es so, als sei da mittlerweile ein Zyklus, eigentlich am Ende, aber Simeone hält sich ja nicht nur, er wird ja wohl wahrscheinlich sogar verlängern bis 26, also das könnte so die Sache sein, wenn man, wenn vielleicht auch Simeone selbst die Erkenntnis hat, ah irgendwie, der Zauber ist vorbei, ich habe die Mannschaft nicht mehr so im Griff, es braucht einen neuen Impuls und ob das dann, was weiß ich, ob dann Luis in Wicke nach der WM wieder hingeht oder wer auch immer, der könnte diesen neuen Impuls bringen und die Mannschaft wieder Feuer machen, dann ist der Kader da und die Spieler sind da, um zu funktionieren, aber ein Joao Felix kommt ja auch nicht richtig vom Fleck, aber Prognose, es geht irgendwie weiter mit Simeone und es wird weiter irgendwie nicht Minimalfußball geben, aber ja, auch nicht so viel spektakulären Fußball, also bleibt komisches Thema, es hängt viel auch von Simeone ab, weil so viel weiterentwickeln kann er die Mannschaft glaube ich nicht mehr oder wer hat hier noch, hat Niklas da irgendeinen Input? Was an dem Gerücht dran, dass Joao Felix nach der WM gehen wird? Ja, ich glaube, da wären beide Parteien, sowohl der Spieler als auch Atletico offen für ein gutes Angebot natürlich, Atletico will natürlich auch wieder ein bisschen Kohle reinholen, weil man merkt einfach nach, jetzt sind es schon über drei Jahre, wie Hazard, er wird nicht so richtig warm und er braucht vielleicht einfach auch einen Club, wo er mehr offensiv spielen kann, wo nicht ganz nur erarbeiten und effensiv und risikoarm angesagt ist, also da könnten Felix gut verkauft werden, nach einer guten WM dann auch, jetzt hat er ja das Tor gemacht zumindest, aber alles noch offen, was es so an Angebot gibt, ähnlich wie bei Hazard oder wie auch bei anderen Spielen, wo es nicht so richtig läuft, aber da muss eben auch das Angebot stimmen und verschenken wird Atletico, glaube ich, keinen Felix. Natürlich dann auch, wer kommt da als nächstes, weil Atletico hat ja eigentlich schon auch immer relativ gute Torjäger, Griesmann ist ja da. Ja, wie er war oder jetzt Soares vor ein paar Jahren, sag ich immer, oder Falcao von noch ganz früher, da sag ich immer relativ gute Kicker vorne. Ja, wie gesagt, Griesmann ist ja da, ein Morata noch und Korea hat schon auch die einen oder anderen Buden gemacht die letzten Jahre und ja, dann holt man sich vielleicht noch, was weiß ich, ein Lautaro Martinez oder so, wenn der irgendwie weg will oder so, dass er auch nochmal irgendwie so ein Südamerikaner, der auch irgendwie da reinpasst. Ja, das gute alte Dibi Dagger, genau, imbald Kleinbar schreibt hier gerade im Chat, also an den Chat auch, wenn ihr hier nochmal Fragen habt an die Runde, was auch immer, ist jetzt auch neu dabei, der Inbald Klaber, sehr cool, gute in die Runde. Habt ihr noch, ihr, vier noch irgendwas an Fragen, ob es jetzt an mich ist oder an die Runde, ja, meinen Quatsch hört ihr ja öfter. Wann bist du denn wieder in Madrid? Ich, mein nächster Trip wird Villarreal, das ist Anfang Januar, da fahre ich nach Valencia, auch wenn sie dann schon wieder in Villarreal spielen, dann habe ich gebucht Mallorca Anfang Februar und ich habe gebucht Cadiz im April ist das, also bisher erst mal nur die drei und ich überlege noch, wann ich wieder mal Trip mache, weil es einfach auch keine Direktflüge mehr gibt, das nervt mich irgendwie und ich bin dann doch auch ganz gerne bei Luis daheim und wenn dann lieber, muss man mal so vier Tage wegfahren. Alles noch ein bisschen offen, ich glaube das Liverpool-Rückspiel mache ich nicht, weil unser Adrian vor Ort ist. nach Liverpool weiß ich auch noch nicht, du Niklas, bestimmt, oder? Wenn dann das Rückspiel. Rückspiel, wenn dann. Echt nicht entfehlt? Ja, reizt sich natürlich irgendwie auch, aber Innenspiel Champions League finde ich ein bisschen immer so, die Entscheidung ist halt das Rückspiel. Vor allem dann im Werner-Beo ist dann schon Florian auch schon. In Werner-Beo, ja. Kannst du was, Flo? Im Frühling vielleicht wieder mal so eine Spanien-Runde, wo wir recht viele Stadien anschauen oder so. Cadiz zum Beispiel? Ja, da könnte man ja schwer hin, oder? Also eher dann halt schon die Klassiker Sevilla vielleicht. Ich habe schon gewohnt, das wird dann 16. April rum sein, da war ich mit vier Kumpels aus Nürnberg, die habe ich auch heiß genug gemacht durch meinen letzten Trip dort, weil einfach das Stadion direkt am Strand ist quasi, das ist der Wahnsinn. Ansonsten die Stadt gibt so nicht so viel her, das reicht ein bisschen zwei Tage durch, dann kann man aber noch mit Sevilla kombinieren, also das kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, ich habe noch Mallorca gebucht, mal gucken, Klassico, ob ich da nach Barcelona fahre, Madrid weiß ich noch nicht, wann ich wieder hinfahre, weil jetzt in der Rückrunde kommen halt viele Auswärtsspiele, bei Bettings, bei FC Sevilla, auch noch in Girona, in Valencia, ist jetzt gar nicht mehr so viel Madrid, mal gucken, muss ich selbst noch mal gucken, hat Lukas irgendwas geplant? Sevilla und Valencia steht jetzt mal auf der Liste, jetzt noch keine Spieltage oder Termine, mal schauen, was sich ausgeht, aber die zwei Städte stehen auf jeden Fall drauf, da habe ich sogar die Erlaubnis von der Chefin, von dem her, sollte das ganz gut funktionieren, Städte sollen ja auch ganz cool sein, war ich beide noch nicht, und die wollte ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ja, kann auch die Chefin gerne mit, weil Valencia wunderschön und mit Strand und Sevilla für mich sogar die schönste Stadt Spanien ist, also rein nur von der Optik, Madrid ist die beste Stadt Spanien, aber Sevilla oder Niklas, du bist ja auch da Experte im Reisenden durch Spanien, was sagst du? Also für alle Spanienliebhaber, wirklich das typische Spanienlieben ist Sevilla, kann ich mir am besten empfehlen, also die erfüllen wirklich alle Klischees, weil es so gibt von Stierkampf bis hin zur Leidenschaft im Fußball, bis hin, wir draußen sitzen, wir schöne, Meta natürlich auch, ich kann auch Sevilla nur im Dezember empfehlen, also für alle, die im Dezember da sein sollten, wunderschön, Malaga genauso, also Sevilla ist schon wirklich top, also ist auch nicht so groß, hat man auch noch nicht viel schnell gesehen, aber ist halt eine Stadt, wo man einfach nur rumläuft und guckt und die Orangenbäume hier und einfach sehr grün. Es ist einfach viel vom Ambient halt, weil viel Gastronomie, also viel, viel, viel Gastronomie, ich frage mich halt manchmal, wie die Leute da dann mal leben, weil da siehst du halt wenig, sagen wir mal so, Anwälte oder irgendwelche, ja, so Dienstleistungsunternehmen, so wie jetzt, aber als Außenstehender, ja, fühlt man sich dort pohlewohl. Ja, gute Punkte, kann ich soweit unterschreiben. Hier kam gerade die Frage zum fast zehnten Mal im Bad Kleinbo heute, zwecks CR7, mal Hand hoch, wer für eine Rückkehr wäre unter bestimmten Bedingungen? Hm, keiner, krass. So, Michael vielleicht, fangen wir an. Ja, sehr gerne, nehmt ihn. Siehst du, da würde die Kabine eher wieder, wir sind mittlerweile Einheit und Familie, das ist alles Demokratie und harmonisch, alle haben sich lieb, Sohnemann Rodrigo, Papa Motrisch, das ist einfach irgendwie aktuell sehr gutes Match, Ronaldo würde da nicht mehr reinpassen. Flo, du vielleicht? Ja, ich glaube nicht, dass der Ronaldo noch dahin gepasst, weil er will ja dann doch auch spielen, und wenn ihn dann so versauern lässt, würde ich mal sagen, wie ein Mariano oder ein Hassar auf der Bank, dadurch wird er nicht besser und der hilft auch nicht. Und sicher, den kann man vielleicht in der 5 oder 75 Schneide schicken und dann macht er vielleicht auch Hoffmann da noch. Ja, sportlich würde das passen, aber wir haben viele Junge auch und vielleicht einmal einen von der Christia mitnehmen oder so weiter. Es ist ja dieses Jahr ein bisschen schade, dass das eigentlich Barsenit länger durchgezogen hat, des letzten Jahres mit den ganzen Jungen, dass sie da ein bisschen mehr mitgenommen haben in dieser Saison eine, weil ich denke einmal auch, dass sie mit den ganzen Jungen, vielleicht hätten sie nicht so viele Chancen wie jetzt auf dem Titel-Trop, aber ich glaube, sie wären sicher gut dabei gewesen, weil die Rückrunde mit Xavi, glaube ich, war ja eigentlich letztes Jahr eigentlich auch nicht so schlecht. Ja, sie haben, glaube ich, mehr Punkte geholt als Real in der Saison. Es ging dann am Ende da nicht mehr, da haben sie auch ein bisschen gepatzt. Ja, sehr lieben, wie gesagt, rein sportlich hier, David, beziehungsweise der Euky schreibt auch schon erst dafür als Backup. Ja, rein sportlich natürlich, hat keiner so einen Riecher im Strafraum, wenn du den 80. einwechselst und es steht 0-0, kann er dir noch was, aber er ist so ehrgeizig, er will spielen, er will Freistöße, Elfmeter und wahrscheinlich wieder Kapitän sein und alles wieder an sich reiten, da ist er einfach und auch dann vielleicht zu viel verdient. Würde die Mannschaft jetzt im Gleichgewicht ist, würde er, glaube ich, ins Ungleichgewicht bringen oder Lukas, was meinst du? Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Ich glaube, momentan würde er mehr Unruhe in den Verein hineinbringen, als das uns helfen würde. Klar, Qualität hat er, unbestritten. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir haben es endlich geschafft, dass wir auch unabhängiger sind und das war die ersten Jahre nach seinem Abgang jetzt nicht unbedingt so. Aber wen möchte man da vorne für ihn auf die Bank setzen? Klar, jetzt, wenn es mal verletzt ist, könnte man darüber reden, ob man ihn vorne in die Mitte rein stellt. Für mich müssen die Jungen einfach spielen. Also es ist ganz klar, dass ein Vinicius spielen muss, ein Rodrigo macht sich meiner Meinung nach auch immer besser. Der sollte jetzt mal den nächsten großen Sprung machen und da helfen wir ihnen sicher nicht, wenn wir den CR7 wieder zurückholen und einer der Jungen dann natürlich Platz machen muss, weil der will definitiv spielen. Der wird sich nicht auf die Bank setzen und da machen wir uns, glaube ich, nur Probleme. Ja, das ist es. CR7 will sich nicht auf die Bank setzen. Deswegen bin ich gespannt, wo er jetzt überhaupt hin will, was er jetzt überhaupt macht. Hat da jemand eine Idee oder Prognose? Wird es Milan vielleicht sogar, weil die sind auch Champions League und nehmen auch gerne mal alte Haudegen auf oder Oder Newcastle. Newcastle. Er will doch Champions League spielen, aber gut, da hat er jetzt die Auswahl sein. Dann könnte er wieder nach Lissabon. Lissabon, Benficra ist zwar nicht Sporting, aber Benficra. Ungeschlagenes Team noch, oder? Ja, stimmt. Bitte zurück in die Heimat. Ja, brauchen die hier. Also, wenn das Angebot stimmt, glaube ich, geht der zu Jocasse, weil in Pika halt oder die portugäische Liga, da ist halt der sportliche Reiz nicht so groß, aber Ronaldo, wenn man jetzt auch so seine Interviews liest, der ist einfach noch so ehrgeizig. Er weiß nicht, also, er hat seit dem Realabgang alles falsch gemacht, was er falsch machen konnte. Interview war einfach pure Lächerlichkeit, aber, ja, man sieht einfach, dass da wenig Realismus bei ihm ist. Er ist da noch zu er drin, er denkt halt noch immer, er ist der King, also, auf die Karriere betrachtet, ja, aber, dann jetzt... Er hat ja trotzdem auch Titel geworden in Italien und in die Torschützenkönig, also, nur falsch gemacht, jetzt auch nicht. Ja, das sagen wir seit dem hohen Abgang, sagen wir seit dem hohen Abgang. Leider ja, leider ja. Ja, dann sind wir hier auch schon bald am Ende, Chelsea-Chef Volti, naja, wer ist denn gerade, wer gerade bei Chelsea der Chef ist und nicht mehr, das ist ja auch bei England sehr turbulent, wenn jetzt irgendwie Liverpool und United auch verkauft werden sollen irgendwie, da kann man ja auch kaum planen, Aubameyang geht zurück für Tuchel und dann ist Tuchel eine Woche später weg, aber gut, dann sind wir eigentlich schon am Ende, außer der Chat hat noch eine Frage oder ihr habt noch mal eine Frage, ansonsten würde ich euch auch entlassen, weil der Sven schafft es leider nicht mehr, aber zugeschaut, schade, dass es bei dir nicht ging mit Discord und schade, dass auch Berkan und Marcel es nicht mehr geschafft haben, trotzdem da aber noch mal, danke, ich warte noch mal kurz, ob der Chat noch was liefert, ansonsten ist bei mir jetzt bald mal, dann versuche ich es mal mit zocken, also Warnung David, dass dann hier das Stream hat, aber müsst ihr an, jetzt haben wir den Dreh raus und wenn auch in die Dropbox nicht mehr dazwischenpunkt und so weiter, wobei, das war ja vorher auch egal, alle Messi-Fans bei dir im Discord, was im Discord, ich glaube nicht, vielleicht der Messi, der Michael, hat glaube ich ein paar Sympathien für den Leo, aber gut, ja, wenn ihr sonst nichts mehr habt zum Abschluss, ich sehe nur zufriedene und müde Gesichter, dann machen wir vielen, vielen Dank fürs nicht nur aufbleiben, sondern auch mich wach halten, ich versuche jetzt auch dann irgendwie durch ein bisschen zocken oder so wach zu bleiben, dann versuche ich dann vielleicht auch das eine oder andere FIFA-Duell zu starten, mal gucken, wer da dann noch dabei ist, auf jeden Fall nochmal danke fürs dabei sein, für auch generell euren Support bei Tiki Taka über Patch hören, egal ob das Serie jetzt in die Super League-Abos oder auch für alle anderen, die hier zuschauen, also gut, das war's ja, ich hoffe man sieht sich bald mal wieder, Niklas schaut ja öfter mal vorbei in Madrid, wenn er weiß nicht, ich stehe irgendwo vor dem Taco Bell oder so und dann hoffe ich, sieht man sich bald mal wieder. Ich hätte noch eins für den Lukas, wenn du ja Valencia fliegst dieses Jahr, wenn es das ausgeht, nach Villarreal, Slacaramica, also dort selber ist nicht so berauschend, aber Slacaramica ist auch cool, und jetzt müssen wir sich eigentlich verstanden schauen. Ich weiß nicht, ob der Nils schon mal da war? Ne, wird aber auch gerade umgebaut bis Ende Dezember und dann wird das Spiel gegen Real Anfang Januar eins der ersten Spiele dort im umgebauten Keramica sein, da bin ich sehr gespannt drauf, ja. Ja, weil da war ja Valencia gegen Villarreal und die Fans vorne haben ja eigentlich auch schon fast die ganze Stadt angezunden, also da ist richtig rund gegangen. Obwohl das so eine kleine Stadt ist. und es ist auch recht lustig, wenn man da als Tourist glaube ich hinkommt, weil die sehen glaube ich ungefähr dreimal im Jahr ein Touristen. Wow, bin ich ja gespannt, was das wird. Na gut. Ja, dann vielen Dank. Perfekt. Danke. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das hat es. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Gut, ich gehe hier zurück. Da sind wir, wie komme ich rein? Okay, das hat ja geklappt mittlerweile. Dann bin ich hier, Kamera ausschalten und bla. Und dann ziehe ich jetzt mal, und ich muss eh noch Trikot wechseln schnell. Ah ja, Vollbild wieder machen und kurz nochmal Musik an. Und wieder leiser den Regler. Trikot wechseln ist eine Viertelstunde über. Bis gleich. Oh ja, war gerade ein kurzer Buch. Bin ich mühe? Nein. Oder wackelig in den beiden? Nein, nein. Das ist irgendein Polo-Shirt auch irgendwie aus, ich weiß nicht, 2009, glaube ich, der Saison. Auch eines meiner allerersten Fanartikel, die ich mir damals bestellt hatte. Damals war das mit dem Online-Shop noch nicht so richtig. Da hatte ich viel E-Mail-Kontakt mit irgendeinem Sachbearbeiter dorthin und her überlege, was ich mir alles hole für irgendwie ein ganz kleines Budget. Aber irgendwie ein bisschen weit natürlich das Ding, da wachse ich noch rein als Papa. Ja, dann ziehe ich jetzt langsam mal um. Wir haben jetzt, wir können jetzt ein bisschen zocken und dann geht's, so habe ich angedacht, für 8.30 Uhr rum. Boah, das sind ja jetzt noch fast drei Stunden, um mal wieder den Countdown zu zeigen. Ja, 16 Stunden, 45 Minuten, liegen noch vor uns, ist noch viel. Also jetzt können wir gute zweieinhalb Stunden zocken, dann nicht sogar drei Stunden. Dann geht's bald weiter mit Thema Rankings. Alles ein bisschen durcheinander, dann kommen bald nochmal Rankings, wer zu Stadion, wir haben ja schon mal zumindest die Clubs. Und dann, 8.30 Uhr rum geht's weiter mit Labarababa. 9 Uhr kommen dann die Grada-Fans und dann ist auch schon fast halbzeit. Bis 10.20 Uhr läuft die erste Halbzeit, damit dieser 12 Stunden Streaming abgespeichert werden kann. Mehr kann YouTube ja nicht speichern. Okay, dann kann ich jetzt hier, den Laptop lasse ich hier, nehme mein Handy mit, meine zwei. Entweder FIFA können wir machen oder wir wollen Singleplayer sehen und dann spiele ich ein bisschen God of War oder so. Voila. Mikro kommt mit. Tesafilm haben wir. Rumkabel auch mitnehmen, ja, das ist hier logistisch. Okay. Drücken, dass das alles so passt. Und er ist jetzt, der Button ist zumindest noch grün, das Ding. Ja, jetzt habe ich hier von meiner Wand noch gar nicht so viel gesehen da, aber gut, ist ja auch brutscht. Kamera an. Okay, das ist weiter ein grüner Button, sehr gut. Das WLAN funktioniert hier scheinbar irgendwie. Und wir sind zurück im Wohnzimmer. Warum sehen hier so viele Lampen aus? Warum müssen noch hier Lampen anmachen? Okay. Mikroblatt hier, Kamera mal anstöpseln, bin gleich wieder, äh, Strom anstöpseln, bin gleich wieder da. Zack, 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 zack. Strom läuft, nichts an, dann kann weg. Warum immer noch mal nicht? Hier noch nicht machen. So, wird es schön hell. Ich hole mir noch was zu trinken, hier noch was zu trinken. So, jetzt darf auch mal ein anderer Energy Drink Hersteller rankommen. Na, wie geht das denn noch? Wenn wir das drehen. Aha, drehen statt einklappen. Na ja. Ist doch gut. Oh, David, ich wollte, ob ich gegen dich wieder spielen will. das hast du dir gestern versaut. Weil du zu gut warten bist. Blaze läuft schon mal, den Fernseher mache ich an. Den scheinwerfer verschiebe ich noch mal ein Stückchen, damit ich auch was sehe. Aber gut, wenn sonst keiner da ist, dann lasse ich mich auch gerne vom David ein bisschen vorführen. zack zack. Lukas hat nur FIFA 22. Ja, ich habe es mir jetzt auch frisch noch geholt. Bei kleinen Anzeigen, aber kann ich empfehlen, weil viele haben, wir kaufen sich ja so ein PlayStation Bundle und dann gibt es da nur, ähm, gibt es da gleich FIFA dabei und das verkaufen sie dann, weil sie eh kein FIFA spielen. also, das kann ich empfehlen. Boah, so ein Werbe. Ne, ich habe nicht mal, ist auch Call of Duty, ne? Ich stelle mal hier um auf PlayStation. Dort ist die Kamera wo? Da. Okay, Kamera hier hoch. Bisschen klein. Ich weiß, dass ein bisschen verschieben. Mal gucken, ob das nicht zu groß ist. Auch PS5, ja, ich habe meine PS5. Und damit geht es jetzt los. Jetzt muss ich Remote Play starten und ich hoffe eben, dass das schon mal jetzt wieder klappt. Das war ziemlich hackelig, wackelig bei den ersten Versuchen. Ja, LAN-Kabel rein. Ja. Hier ist das LAN-Kabel. Okay, LAN-Kabel ist drin. Daran soll es jetzt schon mal nicht liegen, David. Jetzt habe ich glaube ich alles schon mal richtig gemacht. Ihr seht schon, hier ist der Bildschirm, das Fenster, um sich mit der PlayStation zu connecten. Ich mache mal hier das aus. Oh, und ihr seht es schon mal. Äh, nee. So. Ah, siehst du, das ist jetzt die Sache. Jetzt muss ich das wieder neu eingeben, was ja kein Problem ist. Ähm, Moment. Ist gleich da. Da war das eben schon da, ne? Muss ich nochmal hier. Automatisch. Und Windows 10. Ja, da ist es. Okay. Mache ich ein bisschen kleiner. Also, mach mal FIFA, oder? Kann man mit der Vierer gehen? Oh, keine. Das stimmt, Blue. Ich glaube, dieses Cross geht mittlerweile. Kommst du im FIFA-Kanal auf Discord? Okay, dann gehe ich mal ins Discord. Das geht auch Cross. Mann, ich FIBA 23 bestätigen. Bin ich im Discord-Kanal? Ja. Ja, oh, da ist ja der der Kollege, der Meister-Zocker hier. Das bringt jetzt eh keinem was. Dich sehen wir ja nicht. Ich spiele Platin. Ja, Lukas, das wollte ich später auch noch machen. Thema Platin, so irgendwie meine Games ranken, aber jetzt spielen wir erstmal eine Runde. Joa, willst du gleich anfangen, David? Komm, machen wir das doch mal. Dann kannst du mir die Hosen ausziehen und danach, danach kannst du ja, kannst du ja nur besser werden. Demher, fange ich mit einem harten Start an. Ähm, das ist nicht mehr die Hosen. Das liegt gerade. Aber Lukas, wenn du mich fragst, die Zahl Platins, ich glaube, es sind 29, also, Stray könnte jetzt die 30. werden, oder danach, God of War wäre die 30. irgendwo da in dem Bereich bin ich. Also lauter, meinst du? Nee, man hört mich nicht, hat man gesagt. Man hört dich nicht, aber jetzt müsste man dich hören, weil jetzt habe ich es zumindest wieder lauter gedreht, wenn ich die Musik anhabe, habe ich es ein bisschen alt. Test, 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 hört man mich? Und man hört da, jetzt aber vielleicht, Lukas? Ah, jetzt hört man, man hört mich. Wunderbar. Ich muss nochmal schauen, dass ich vielleicht die Musik ausstelle, weil das ist ein Problem für YouTube, wenn man hier die Musik, okay. Ben. Stopp. Stopp. Okay. Augenblick bleibt, das ist der Fall. Ben. Naja, mal schauen. Jetzt geht's, jetzt hört man David, okay. Ja, dann, ach, da unten ist jetzt, jetzt muss ich R2. Mhm. Drück mal R1, um auf Spieleinladungen zu gehen. R1, R2, so, Lobby Beiträger. Oder, nee, in der Lobby, ja. Achso, okay. Oh, jetzt höre ich dich im Spiel, oh je. Echt? Oh, ich hab, hörte ich glaube ich nicht, was gut ist, weil wir haben ja dann nur den Discord-Sound, nicht dass es doppelt ist, für die Leute. Joa. Ich bin überfordert, jetzt höre ich dich doppelt. Ach, komm. Das ist mein zweites, nee, es ist mein fünftes FIFA 23-Spiel, ich hab eher mit einem Kumpel in Madrid drei Spiele gemacht, der hat mich jeweils zu 0 abgezogen, aber mal nur 3-0, mal nur 0-1, ewig her, dass ich FIFA mir gekauft habe, weil ich es irgendwann nicht mehr konnte, weil ich irgendwie meine, egal ob ich den Ball hatte oder nicht den Ball hatte, der Verteidiger war, ich war immer zu langsam und irgendwie, ich kann das verteidigen nicht mehr, es regt mich auf. Aber gut, mal schauen, was das heute wird, auf einmal wird der Shep wach. Ganz kurz, hörst du mich in-game? In-game, glaube ich nicht, ich höre dich über Discord, was ja gut ist, oder? Okay, ja. Nee, weil ich höre dich in-game und im Discord deswegen. Ja. Warte, ich muss mal kurz ins Menü. Ich hatte die Sache oben mit dem Remote Play. Ah, da muss ich aber FIFA beenden. Ja, komm, das machen wir schnell. System, Sprache, Deutsch auf Englisch, ja, beenden, dann bin ich gleich wieder da, damit dieses Remote Play Button oben weg ist. Kannst du dann bei FIFA den Audio, hier das Audio ausmachen? Was, wo? Damit du das Mikro in der Playstation nicht an hast. Was soll ich machen? Ich habe dich jetzt über das Spiel gehört, noch, dein Mikro. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Geh mal in FIFA rein. Ja. Und dort kann ich dann auch draus anmachen, oder wie? Äh, warte, ich guck grad. Äh, dort in die Einstellung gehen. Äh, Spieleinstellung. Und bei Audio müsste das sein. Ja, genau, bei Audio und Voice Chat. Aus. Und da Einstellung. Nochmal Einstellung. Genau. Bei Audio und weiter unten ist ja, Voice Chat. Spieleinstellung und Voice Chat. Äh, Audio Voice Chat. Genau. Ich sehe es noch nicht. Sehe ich es nicht. Siehst du es? Noch nicht. Weiter unten wahrscheinlich. Ah, nee, hä? Kommentare. Ach, bei dir steht das gar nicht. Mach mal die Kamera weg. Später nicht. Hinten mir irgendwie. Ach, bei dir wird es so ganz schön gezeigt. Ah, interessant. Äh. Interessant. Vielleicht gleich, warte, vielleicht hilft es ja, wenn ich das ausgemacht habe. Ähm, Flo fragt in die FIFA-Gruppe. Hier ist noch so eine Spiele-Ecke, steht unten bei den Kanälen. Ja, das ist auch privat, er sieht das nicht. er soll erst mal am besten, kann, äh, in Allgemeinschät gehen, der kann mich rüberschieben. Geh in den Allgemeinen, Flo, dann hol mal dich nach dem Spiel dazu, dann kannst du mir die Socken ausziehen. Äh, ja. So, also ich hör dich normal eben über Discord und nicht jetzt doppelt hier, von dem jetzt für mich wär's okay, aber für dich wahrscheinlich nicht über dieses. Ich hab dich jetzt einfach eingeladen. Ich hab dir jetzt Voice-Chat ausgemacht, wahrscheinlich sollte das jetzt funktionieren. Wenn ich das konnte. Meine Beleidigung. So, machen wir das mal mit den Blankos. Ich hab hier so einstellen. Warte mal. Bitte. Blankos gegen Blankos, ne? Ich jetzt, naja. Da mach ich dich mal, dann triggere ich dich wenigstens mal ein bisschen. Ja, bin gespannt. Leider gibt's keine usbekische Nationalmannschaft im Spiel. Hätte ich gerne gespielt. Meine Heimat. Ach so. Aha. Nach der Geschichte von Manu Thiele mit dem usbekischen Champions League-Teilnehmer. Genau. Ah, so willst du mich kitzeln. Ja gut. Dann nehm ich hier den. Ja, ganz kurz. Casemiro, wer ist das denn? Machst du oder mach mal direkt? Ich mach grad noch die Dings, die Taktik. Ach, du nimmst da noch vor. Eieieiei, jetzt kommen mir die Mega-Vieh-Veränderungen und er kann bei mir sehen, was ich jetzt mach eigentlich. Es ist dir egal. Nimm PSG, ja genau. Boah, wer ist denn dieser Hatzat? Der PSG würde ich niemals nehmen. Wer ist denn dieser Hatzat? Der sieht ja gut aus. Das ist eine Schande für die Fußballwelt. Schülend-John ist dabei. Nö, Leckratz, oder wer ist das? Oh, Arribas, geil. Seht ihr? Für mich alles noch neu. Aha, aha. Joa, nö. Protrio, rechts außen, 81. Ja, nee, komm, nehm mal. Essenzio. Und der Rest, schauen wir mal. Drückt mir die Daumen, aber David hat schon Turniere gespielt und alles. Ja, Kassemieren auf Bayerial, also weiß auch nicht, ob es da ein Update gibt und das dann irgendwann nicht mehr geht. Nö, ach, auf einmal wieder Chatwach, so hat es Moritz geschrieben, ja. Jetzt mach's nicht zu gut, es reicht, wenn du 4-0 gewinnst. Nee, ich muss nur die langsamen Spiele rausnehmen. Je höher du gewinnst, desto eher höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nie mehr mit dir oder gegen dich spiele. Nee, so schlimm wird's ja nicht. Als ich noch jung war, hab ich mit Aston Villa bei FIFA 13 oder so gern. Oh, was? Okay. Aston Villa, war da noch Hitzelsberger da? Nee, der war bei West Ham. Weiß ich gar nicht mehr. Ich bin gleich fertig. Jetzt kommt. Ihr kennt solche Gegner, oder? Die ist immer noch extra und ihr und A. Dann haben wir einfach nur ein bisschen Spielen und irgendwer ist da und will's besonders perfekt machen. Sonntagmorgen FIFA-Turnier powered by Nils Kern. Ich hab leider so viel Programm. Es kommen ja noch dann, ich hab ja noch viele Rankings, die ich durcharbeiten muss. Um 9 Uhr kommen, ist der Talk mit den Grada-Fans-RNCF. Dann ist, oh, ich schieß mal nochmal. Oh ja, jetzt mach ich mal den Powerschuss, was mir... Boom! Ich bin jetzt nächste Woche in einem FIFA-Turnier. Äh, ich glaube nicht, aber was du bist, oder? Ja, ich hab mich für nächste Woche bei einem angemeldet. Boah, Trick! Ja, wo? Bei welchem? Bei welchem FIFA-Turnier? Na, kannst du nicht reden und spielen gleichzeitig? Ich höre, ich war gar nicht... Och, krumm! Das war ja wie Argentinien jetzt. Oh! Bin ich weg oder bist du weg? Ich hoffe, du bist weg und nicht ich. Mein Internet ist noch da. Jetzt bin ich aber gespannt, ist der David jetzt etwa rausgeflogen? Zählt das als 3-0 für mich? Das frage ich mich. Ich meine, ich hatte mehr Ballbesitz. Ähm, was hat das denn? Äh, ja. All die Einstellungen für umsonst. Ich weiß nicht, wo David hin ist. Ich höre ihn auf jeden Fall nicht mehr. Und er ist im... hier im FIFA 23. Ist er noch da? Hm. Sonst ziehe ich gleich mal den Florian mit rein. Ich weiß nicht, ich habe David was im Chat hier geschrieben. Hab Schwarzbild. Haha. Na gut, dann ziehe ich erst mal den Flo mit rein. Ähm... dann versuchen wir es erst mal mit dem Flo, wenn du da bist, Flo. 3-0 für mich. Mein erster FIFA-Sieg. Ja, so läuft das. Ähm, okay. Flo, bist du da? Ja, bin da. Jo, wollen wir? Aber... ich muss das Spiel installieren. Was? Ach du, du bist vorbereitet, Peule. Na, na, dauert noch 6 Minuten. 6 Minuten, dann noch Update runterladen oder so. Aber der Deufi oder der David ist ja gleich wieder dabei. Na gut, na gut. Dann gucke ich mal, was man hier so machen kann. Hört ihr mich? Jo. Okay. David ist wieder da. Ja, ich habe das. Einfach abgestürzt. Das ist die Angst. Ja, genau. Hoffentlich passiert das nicht bei deinem Turnier. Du meinst, die Angst hat sich von dir auf mich übertragen? Auf deiner Konsole, deinen PC, überall. Ja, ja. Wir sehen, der große Nils Kern ist da. Äh, ja. So, vergeht die Zeit auch. Ja, ne, Leute, wie gesagt, 8 Uhr, 8.30 Uhr habe ich den nächsten Programmpunkt. Jetzt gönnen wir uns erst mal. Können wir noch. gerne später andere mitzocken oder wie gesagt, wir können auch später noch gucken, ob ich irgendwie God of War mal anspiele oder Stray habe ich auch noch. Notfalls. Mal gucken, mal gucken. So, David ist am Kommen wieder. Mal gucken, wer es zuerst schafft. Meinung zu Kakpo. Boah, hat mich jetzt ziemlich überrascht. Also hatte ich vorher noch gar nicht so auf dem Schirm, was der so in Holland da macht. Der ist sehr stark. Das ist beeindruckend, was der in der WM, also für mich fast bisher der, wo ich sage, der auffälligste, weil überraschendste natürlich sind Mbappé auch überragend und so weiter, aber Kakpo, sehr geil bisher. Bin ich gespannt, was noch so von dem kommt. Für mich auf jeden Fall ein neuer Name. Er hat auf jeden Fall eine super starke Saison. Ich bekomme es ja durch Tiefer mit. Ja. Dadurch, dass er ja, ich glaube, schon das zweite Mal Spieler des Monats ist in der Devise. Ja, ich glaube, mehr Torbeteiligung als Saisonspiele schon. Also echt. Ja. Echt krass. Er ist schon stark. Wer schafft es denn als erstes zu zu mir? Er ist stark. alleine spielen. Mit dir selbst spielen. Gibt es hier nicht irgendwo den Trainingszentrum? Kannst ja auch Ultimate Team mal anfangen. Ja, vielleicht später. Grundsteuerung. Ah. Einschauen, Sprinten. Ist gleich soweit. Ich glaube, du musst jetzt nicht mehr starten. Oh, bin ich im Moment da. Wenn es mal starten würde. What? Was hat das denn? Oi, ey. Lauf. Wo ist das? Schuermini? Gut. Lauf. 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 Ey, das ist Winnie echt. Sehe ich. Boah. Trainer, wie viel noch? Ah, nein. Falsche Richtung. Nein. Überragend. Also. Nils Kern. Ja, Sam Sharpie. Den kenne ich auch noch. Falsche Richtung. Ja, habe ich mit Bravour bestanden. Gut. Gibt es da keine Trophäe mal für? Ich habe jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde in dem Spiel verbracht noch keine Trophäe gesehen. Das ist Schwach-FIFA. Ah, jetzt startet es richtig. Boah. Das hat zu lange gedauert. Das haben wir schon. Winkeltore. Das sieht schwierig aus. Bab. Ah, oh. Zack. Wieder. Wieder. So, jetzt bin ich ready. Komme. Komm auf die andere Seite, Keule. Komm auf die andere Seite, Keule. Komm auf die andere Seite, Keule. Ah, du Lappen. Da. Nicht den Pfosten. Ja. Rechts, rechts. Das musst du wissen, Mitspieler. Komm auf die andere. Oh. Gelbe Karte. Hier. Rechts. Ball im Weg. Störball. Oh, andere. Nein. Ich nehme dann auch Real Madrid. Da muss ich nicht so viel ändern. Grandios. Naja, okay. Das reicht mir doch. Gut. Dann bin ich jetzt auch da. R2. Lobby beitreten. Nils Kern. Geiler Streamer. Prince of Bel-Air. Nicer Name. Dude. Na gut. Du hast weiß, wenn ich mache. Ah, ich will Asensio. Ach, ist er schon Asensio? Boah, der sagt bloß, der übernimmt mal Änderungen. Das ist neu bei FIFA, oder? Früher muss man immer wieder vorne anfangen. Na, normalerweise ist es immer der aktuell Kader. Na, aber eben hatte ich Vertreter in der Startelfen. Dann habe ich Asensio reingesetzt und der ist jetzt geblieben. Ach so, dann ändern sich halt manchmal ein, zwei Spieler. Ja, sonst ist es eigentlich relativ Startelf. Na ja, krass, Virus auch immer noch da. Ach so, ja gut. Den FIFA-Experte hier. Ja. Haben sie nicht ganz aktuell. Oh nein. Ich glaube, man muss das, ich glaube, man muss das Kader-Ableib manuell noch machen. Lass sie laufen, die werden müde. Er will eh raus. Machst du ja immer gut. Taktik. Er spielt eh wieder raus. Lass sie spielen, lass sie noch sein komisches Tiki-Taka machen. Wir hatten doch 80% Ballbesitz und dann wieder rumjammern. Oh, der war zu einfach, die Grätsche. Oh, oh, oh. Ja, bla, bla, bla. Nein. Siehste, wie war ein Couture am Tor? Wie warst du denn für den Fliegenfänger? Die gleichen. Ach. Ah. Zu einfach. Was? Oh. Wo ist einer? Hier. Lang und weit. Das bringt Zeit. Ja. Die Hohle. Da wollte ich aufstehen. Draußen bleiben, draußen bleiben, Dani. Komm, ich mache einen Außenrissschuss mit dem König. Boah. Das kannst du. Angeber. Ja. Mit L2 kannst du Außenriss auch machen. L2, okay. Weiß ich immer nicht, ob jetzt L, der eine oder der andere der Schnickelschuss ist. Na, L1 ist vorne links und L2 ist hinten. Ich weiß nur nicht, welche Taste das ist, ob es die eine oder die andere oder rechts. 1, rechts 2. Ja. So, kommt Leute. Jetzt zeigt man dem mal, wo da, wie der Hase läuft. Ach so Gott, was du jetzt selbst zu sprechen? Nö, nö, nö. Jo. Demutti bleibt bei ihrem Berg. Ach, der ist ja, der ist ja gar keine Gefahr. Also bitte. Da steht doch Tadou Koutoua gar nicht für auf. Oh ja, fast Winnie. Fast hätten sie gehabt. Goli. Nein. Toni, langsam. Nicht wieder pressen. Lass dir Zeit. Oh, jetzt haben wir ihn. Wer ist das denn? Hä? Toni, lauf. Jetzt raus. Nein, wieder hoch. Ballannahme des Todes. Und, lauf, 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 lauf. Naja, okay. Angetäuscht. Bam. Bam. Oh. Oh. Ich hatte einen Schuss. Das ist wahrscheinlich mehr als im letzten Spiel. Ne, da hatte ich glaube ich auch einen Abschluss mal. Ha, hab ich. Boah, er stand gestern schon in der Bild. Ha, ha. Oh, der auch. Er zieht. Weiß. Tu ihm weh. Oh, abseits. Hey. Siehste. Ganz klare Sache. Ich tippe auf einen Sieg von Real Madrid. Das ist ein guter Tipp. Geht das überhaupt hinten rum? Oh, nice. Sicher ist sicher. Und jetzt. Lang und weit, das bringt Zeit. Ich nehme das 0-0 mit. Hm. Ein Punkt gegen den Turnierzocker. Aber, aber. Verletzen. Oh, ho. Was meinst du, Wittmar Trink im Winter für den neuen Stürmer? Es sieht nicht gut aus. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben, aber ich glaube, Arim. The Dream. Bad Boy. Ich muss ja eigentlich muss ich sagen, ich bin, ich spiele in Weiß. Tony hat einen. Einen Punkt. Nein. Warum? Und Tony lässt sich feiern. Ja, auch geil. Finde ich gut. Aber ich sage ja, Ecken sind meine Spezialität. Spezialität. Spezialität ist Zoyangar. Warum läuft da keiner direkt? Ja. Naja. Rüdiger die Kante. Tu ihm weh. Tu ihm weh. Tu ihm. Ah. Verdammt. Schöner Seitenwechsel. Und ablegen. Oh, ja. Oh, ja. Der macht gerade das Spiel sein Ziel. Schon wieder. Und geh. Und geh. Und geh. Asensio. Und Tricks. Und Tricks. Und Tricks nicht. Und geh. Ja. Hätte ich da mal einen Murici im Strafraum gehabt. Oh. Warum ist, siehst du das? Warum ist das? Warum ist mein Verteidiger so viel langsamer als dein Mann mit Ball? Ja, du hast einen Vinicius, aber und der ist es Caracal. Das ist immer. Das rät mich so alt. Nein. Nicht Paulen. Der will nur das. Siehst du? Ähm. Weil ich bin eigentlich auch kein Trickser. Ich kann das gar nicht. Oh, gewonnenes Kopfballduell. Stark. Stark. In den Fuß. Ich finde Caracal, meine persönliche Meinung, seit Jesus FIFA, mein Lieblingsrechtsverteidiger. Echt? Vor Hakimi oder Trent? Ja. Vor allen anderen. Warum? Ich kann es fühlt sich für mich am besten an, mit ihm zu spielen. Der hat halt so eine Sprache. Ich komme mit dem am besten klar. Kasse, geh drauf. Geh drauf. Wer platzt. Tu ihm weh. Haha. Oh Gott. Dieser Simulant. Unglaublich. Ja, ich glaube, ich gehe noch mit rein. Ach, der legt sich hin. Haha, das ist neu. Ich kann keine Freistöße. Das ist das Problem. Schützen. Schützen. Ja, komm. Ich glaube, ich habe recht. Haha. Wie sagst du? War knapp. So. Team herbeirufen. Aha. Team herbeirufen. Ja, kommt noch ein Meter. Bitte. Ach, der Scheiße. Warum? Mein früherer Trainer, der Dani Todic, hat gesagt, war dumm, dumm. So. Jetzt hier schicken. Und in die Mitte. Zack. Und schicken. Nein, mach doch weiter. Geh doch hin. Wer ist denn dieser 14er? Verkaufen. Der stand auch schon gestern in der Bild. Jalla, jalla. Wieso das? Der, der, meine Grätsche. Achso. Die war vorhersehbar. Aha. Bam. Boah. Gelb. Der hat schon Gelb. Ich schwöre. Nee, deine hat Gelb. Bell auf rechts wirst du gewinnen. Ah, ja. Aber ist der ja noch schnell. Zack, zack. So, macht man das hier. Und Seitenwechsel. Wahnsinn. Traumfußball. Schicken. Und verzögern. Und rein. Oh, gar nicht. Ein Torschuss. Hallo. Ein Torschuss. Mehr als Costa Rica. Oh, scheiße. Jetzt wird's. Jetzt kommt der Frechdachs. Lass ihn. Lass ihn laufen. Nein. Scheiße. Okay, das war zu viel. Oh, Gott. Mein erstes FIFA 23 Tor im fünften oder sechsten Spiel. Ach, kann ich noch einen Tricks machen? Komm, mach noch den toten Fisch. Musst du dann versuchen mit der rechten Sticke irgendwas zu machen. Viel Jubel. Mit dem rechten Nippel alles vor. Wow. Wichtig, wichtig. Kurz vor der Halbzeit. Wichtiger Moment. Das war der erste Spielabschnitt. Erstmal Selfie machen. Wer ist denn gerade auf der Bank? Oh, bei Werde. Der kommt doch rein. Hat man hier bei dem FIFA noch während Abstößen diese Schnellwechsel-Funktion? Äh, bei Absch... Ja, bei irgendwelchen Spielunterbrechungen einwirfen, dass das Spiel einem vorschlägt. Hier, den wechsel kannst du schnell machen. Ach so, ja, ja. Nö, wenn es benötigt wird, das finde ich immer alles ganz smart. Das geht ja. Jetzt habe ich den Valverde auf dem rechten Flügel. Hier, warum ist jetzt meiner nicht schneller als deiner? Weil ich mit Kappahal umgehen kann. Weil ich ihn jedes Jahr spiele. Das sage ich ihm das nächste Mal, wenn ich ihn sehe. Hey, Dani, was geht? Ich kenne jetzt auch den David noch, der kann mit dir umgehen. Das ging gut. Das ging falsch. Oh, der Powerschuss. Wollte ich zu viel. Wollte er zu viel. Der Kern. Oh, Abseits. Nein. Hä? Was will er machen? Was ist er? Wie sagt er? In eine gefährliche Position. Oh nein, Helke. Nein. Nicht schon wieder ein Eigentor. Nein. Thibaut, bleib auf der Linie. Ich klatsch dich sonst. Ja, dann mache ich ihn ganz frechen. Ja, komm nicht ins Aus, Keule. Ich wollte direkt ins Tor machen. Kann ich mit Kappahal umgehen. Hey. Ach, den macht Benzema. Wer? Auch nicht. Die gehört. Und mein würdiger Freund macht einen Dive. Fast wäre er hier gerade gefallen, der Führungstreffer für Real Madrid, aber die scheitert am Abend. Ja, siehst du wieder nicht. Das gibt es noch nicht. Dass ich nie schnell genug bin. Da ist mein Kavall. Schade. Das nennst du also umgehen können. Aha. Warte, warte. Nix. Ach, komm. Luca Modricchen faulen, das gibt es noch nicht. Luca mit Luca streiten sich. Wie dieses Spider-Man-Meme, hm? Ja, ne? Lass ihn laufen, der kann nix. Der kann nur damit umgehen, vielleicht, mit dem Menschen. Siehste, sag ich doch. Zack, jetzt schnell. Die Gefahr damit bereinigt. Ne, der sollte jetzt erst recht, nehme ich nur Kavall. Nein, ich will Kavall. Ach, bitte. Ich dachte, die Dreierplanke gibt es noch. Oh. Na. Na. Na, lass ihn machen, lass ihn machen. Da kann nix. Siehste? Der ist nur aus Butter. Zuckerwatte, Mensch. Jawohl. Schön, Thibaut. Ah. Ah. Marco Asensio. Ah. Jetzt. Oh. Du hast eigentlich schon was gegessen. Chips. Ja, das ist noch ein bisschen, das ist fahrlässig bis jetzt ja noch. Jetzt warten halt dann bitte Ernst, David. Oh, bitte. Nee. Ich will nicht hier jetzt einen Brasilien erleben. Mit 7-1 oder so. Ich bin zum Glück gut gesättigt. Ich hatte ja mein indisches Essen, was eine Stunde später kam. Ah, nicht wieder den ganzen Döner. Oh, nee. Wollte man nicht. Aber hat der dir geschmeckt? Ja, war sehr gut. Sehr gut. Das freut mich. Ja, Madrid. Ja, das ist gefährlich. Kretsch. Och, komm, Cassi. Wenn du Kretsch musst, dann haben. Och. Und jetzt vor. Da vorne ist er. Genau, der Winnie ist frei. Der Winnie ist frei. Der Winnie will den Ball. Und Rüdiger hat ihn. Rüdiger says no. Haben wir gar keine Unterbrechung hier? Dass wir mal einen schnellen Wechsel machen. Und jetzt unser Lieblingssprinter, der Toni. Hier siehst du wieder keinen Quick. Wechsel. Warum? Keine Ahnung. Da müssen wir uns mal extra einstellen vorher, oder? Mensch. Du kannst doch pausieren. Willst du auswechseln? Naja, komm, Mann. Fäde rein. Dann mach ruhig. Moritz. Ah, okay. Ah. Ich will ja ein paar Schwanz lassen. Er soll noch nicht so gekränkt werden. Vielleicht später. Vielleicht später. Ach, hier ist ja noch so ein neuer. Hat's hat. Willst du auswechseln? Wer? FIFA 23 ist der Quick Wechsel standardmäßig ausgestellt. Ach so. Ah, okay. Gut zu wissen. Da ist ein bisschen überprägen gekommen. Sagt der, der das Spiel gerade installiert hat? Wir müssen jetzt überprägen. Ja, weil. Ach, Klaus. Ach, Florian. Soll ich den direkten oder indirekten? Guck mal, mein Zibo hat meinen geboxt, Alter. Lattentrepper! Lattentrepper! Hätte ich jetzt mein 90er Turnier wäre der reingegangen. Oh! Nein, doch! Bam! Äh, geht er hin. Safe. Nein, nicht so, nicht so schnuddeln. Außen! Safe. Geht er hin, Toni. Machst deinen Job. Ja, safe. Nur nichts anpressen, die Nassen. Wir nehmen das, den Punkt mit. Außer der kriegt wieder eine Ecke. Oh, oh, oh. Nein! Auf den Siegtreffer. Flanke soll zu Vinicius Junior. Der Nacken, der. Ja, komm, Pädel. Powerschuss. Powerschuss. Aber nicht. Oh, was ist das? Da wäre ja fast eine Flanke geworden. Ach. Du musst da mit Pauschuss schon genau aufs Tor zählen. Ja. Sonst wird das nichts. Hast du mir was gezeigt? Boah, krass, wie der Rasen schon wieder mitgenommen aussieht. Ja. Jawoll, Alter. Verland. Er kann nix. Er kann nix. Da geht er vorbei. Wer ist Vinicius, der Dribbler? Kavali kann doch besser dribblen hier. Ach, schade. Nix. Nein. Nein. Ach, komm, Schiri. Was tut deine Augen, Junge? Oh. Nein. Schnell. Ach, nee, nicht schnell machen. Zeit. Schnell zur Eckfahne. Auf, scheiß. Nee, da geht's ja in Verlängerung. Oh, das war nicht schlecht. Flanke soll zuheben, Asar. Lups. Immerhin. Abschluss aufs Tor. Bin ich, damit kann ich schon geben, ne? Bin ich glücklich. Gegen hier den FIFA-Profi. Absolut Wolf. Nö. Nö. Nö, das war schlecht. Das war schlecht. Oh, da gut. Wurde ich noch vorbeigegangen, Tibor. Muss ich nicht hingehen. Guten Morgen, hier ist Pascal, ist da. Ja, servus, Kollege. Du hast vorhin den Tiki-Taka-Talk verpasst. Verpasst. Aber 36, da kann man mal aufstehen. Ja, wir sind noch wach. Wir machen gerade, äh, ja, noch zwei Stunden. Zock, wir haben eben erst angefangen. Das ist das erste Spiel. Oh, nein, doch nicht zurück. Bistu. Bistu, Barca-Spieler. Ich bin deppert. Bistu, deppert. Ja, save, Rüdi. Mein Freund Rüdi. Ach, da gibt der Verlängerung. Scheiße. Oh, ich hab den Punkt so gern mitgenommen. Äh, Moritz, ja, das tue ich. Das spielt sich super. Dadurch, dass es ja Längelflieger gibt und so, ist es top. Was? Werde ja für eine Revanche. Ach, Revanche? Es gibt hier keine Verlängerung. Den Punkt nehme ich mit. Ha, 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 ha. Den Punkt gegen jeden Turnierzocker. Ha, ha, ha. Toma. Zu, ja. Ein Punkt, das ist der Anspruch von Nils Kern. Jetzt habt ihr es gesehen. Ah, ja, beenden. Oh, was ist das denn? Wie hab ich den Trepp? Ich hab mal die drei Punkte von vorhin. Ha, 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 ha. Echt? Also, da müssen wir jetzt ein Revanche machen. Da müsste ich jetzt fast ein Foto von machen. Gegen den Turnierzocker 4 zu 4 Punkte. Komm, das gibt eine Revanche. Das mache ich ernst. Ich würde jetzt erstmal noch den Flo fragen, ob er nicht erstmal noch einen mitspielen will. Ich dachte, der muss installieren. Ja, da hat er vorhin gemeint, in 6 Minuten ist er fertig. Das ist ja schon wieder 10 Minuten her. Okay. Florian? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bitte, 1. Na gut. Perketen gezündet. Wollen wir nicht mal mit Frauenmannschaften oder so? Klar, gerne. Oh, cool. Da hab ich bestimmt mehr Chancen. Ich nehm... Ich nehm Usa. Na, ist leider noch nicht fertig. Ist installiert dann im Spiel normal. Brauch noch ein paar Minuten. Komm, ich nehm. Gut. Gut, gut, gut. Achso, hier ist England. Komm, ich nehm Bar. Na, ich nehm kein Bar. Ach, international. Och, hör, warum nicht? Dann nehm ich Spanien. Bin ja gespannt. Da hab ich auch eine, eine Living-Spielerin. Die Alex Morgan. Morgen, ja. Die gibt's ja auch noch. Die ist Jenny Hermoso vorne. Alexia Potejas da. Okay. Uihoi, das lass ich mal direkt so. Ja, Christian ist auch der guten Morgen. Schön, dass jetzt mehr und mehr Leute zukommen. Wir sind gerade bei einer kleinen Zocker-Einheit. Eine Runde hab ich eben schon gegen den David gespielt. Das ist der David, der mir hier bei den technischen Fragen hilft. Ein FIFA-Profi, will ich nicht sagen, aber... Nee, ich bin klassischer Spieler. Nur ab und zu mal ein Turnier und ein bisschen hier auch in die, was war das, Top 3 mit Leicester kommen und so. Aber ja. Nee, ich verhachte ein Finale. Ach, ach, ach. Aber es war auch 2 gegen 2. Toren tun sogar. Wie findest du das? 2 gegen 2? Also war doch immer irgendwie boh, oder? Ist okay, aber musst das echt üben. Also mit deinem Partner halt. Pff, genau. Und da wir vorher nie zusammengespielt haben... Ach so, wurde das dann zugelost, oder wie? Nee, nee, ich... Wir haben halt einfach vorher zusammen noch nie gespielt und dachten einfach, lass mal machen. Aber nee, das ist ein Einzel-Tonier. Aber die Paunen bewegen sich richtig gut, muss ich sagen. Boah, ist schlecht. Ich hab nicht gedacht, dass sie noch an den Ball rankommt. Die lassen sich grad echt gut spielen. Äh... Irgendwie wirklich. Oh, schisch. Gefährlicher Steilpass. Hat sie nicht drauf. Oh! Der Karate-Kick. Pa, pa, pao. Nice. Ob ich müde bin? Es geht. Hab jetzt zwar auch meinen zweiten Energy-Drink, aber es geht noch. Ich hätte es schlimmer erwartet, zumal ich ja seit morgens halt neun wach bin. Ich konnte nicht schlafen, als ich noch ein Nickerchen versucht habe. Hab noch viel gearbeitet und vorbereitet. Gestern. Ah, das hat er gerochen. Ich bin, glaub ich, um sieben aufgewacht. Sieben um morgens. Auch seitdem durch? Ja. Ja, gut. Aber du wachst doch frei, dann frei. Ja. Ah, hier kommt grad der Trikot-Alarm. Rekoller? Ja, ich muss die Trikot wechseln. Oder... Ja, den mach ich. Ja, den mach ich. Na komm. Zu spät. Bis gleich. Juhu. 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 Nicht über Kabel stolpern hier. Wird mal Zeit für ein richtiges Trikot, die wir sonst nur jetzt im Regal gehangen haben. Ähm, jo. 15, 16, das geile Trikot. Damals diese graue Saison. Ähm, ich hab, glaub ich, das 18, 19er Trikot? Das war doch das mit den goldenen Streifen, oder? Äh, das war 19, 20 von der Meisterschaft. Ach, 19, 20, genau. Ja. Ich hab das 19, 20er Trikot. Oh, das war noch mal hier. Puls antreiben. Gut. Weiter gehen. Jetzt hab ich nur noch eine Energy. Hier, Fairplay. Fairplay. Guck mal noch mal klatschen. Ähm, ja. Oh. Oh, wie langsam. Du nicht. Kette halten. Alex Morgan, wo bist du? Da bist du. Ah, nein. Ich glaub, äh. Ja? Ja, was sagst du? Ähm, was ist so die beste Mannschaft in FIFA, 23? Äh, kommt auch an, was du meinst, inwiefern. Die beste Mannschaft, mit der man am besten spielen kann, mit der man am gefährlichsten ist, mit der du am liebsten, naja, nicht liebsten spielst, sondern... Meinst du jetzt im Einstoß, oder Ultimate Team, oder... Wird's jetzt gefährlich? Nationalmannschaft, Verein. Fahne so oben, abseits. Wir spiel, was wir machen. Okay. Äh, dann ganz klar, Halamadid. Echt jetzt? Ja. Ich spiel immer mit denen, wenn ich anzuspiele. Und mit denen komm ich halt gut klar, weil ich die spiele immer... Und auf welche Mannschaften trifft man online am heutigsten? Äh, PSG. Ja. Äh, ja. Ah, warum? Vielleicht noch Manchester City. Seltenst vielleicht auch mal Bayern. Aber eher City und PSG. Oh! Okay. Ah, 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 goll. Oh, ich muss einen Trick machen. Oh, schade. Das nehme ich so nicht hin. Habe ich ihn schön abgelenkt. Habe ich ihn schön abgelenkt. Und jetzt das 1-1 halten. Und jetzt das eigene Tor machen. Schön, du hast ja im letzten Spiel gar nicht getroffen. Das war ja noch mit... Kannst du dich gedanken für den Punkt noch? Gern geschehen. Ich hab dir ja die Ball eingeleitet. War Zufall vom Toni Kroos. Man bringt dir ja noch eine gute Ecke. Oh, kurz, nein. Hä? Okay. Lang und weit. Ich hab auch nicht. Was? Also, seit Ramos weg ist, klappen die Ecke nicht mehr so. Und Kasimir auch weg ist. Ja, es fehlt da so ein... Wobei, Militao mittlerweile, ne? Mittlerweile, ja. Hat aber auch lange gedauert. Ja. Und da ist man sich auch noch nicht sicher. Ja, Rüdiger könnte da genauso ein Prellbox sein. Aber an sich fehlen da ein paar Abnehmer mittlerweile vorne, weil nicht mehr so... Lenz war es jetzt auch nicht das Mega-Kopfball-Monster. Der hat auch schon ein paar Kopfballtore gemacht. Aber ja, da ist hinsichtlich Standards geht's besser. Es gab ja so ein paar Experimente schon, wo man irgendwie... Auch Modric gemacht hat zum Beispiel. Auch. Alaba hat ja auch mal schon einen verwandelt. Alles gut, aber geht besser mittlerweile. Also Modric macht auch sehr gute Ecken. Hast du den Alaba-Freistoß gesehen für Österreich? Oh, nee. 25, 30 Metern gegen Italien. So richtig eine Rakete, die voll eingeschlagen ist hinter dem Zimmer. Ich weiß gar nicht. War geil. Weit so ein Testspiel zwischen den Nationalmannschaften. Wann war das? Vor... Vor einer Woche oder so. Hatten wir sogar bei Reato... Achso, nee. Das... Hab ich's nicht gesehen. War geil. Oh, da muss ich das gleich nachholen. Boah, nice. Nein. Shit. Boah, hier. Bin ich so gut oder ist Spanien so gut? Spanien. Nils, äh... Habt ihr bei WhatsApp meinen Namen geschrieben? Dann kannst du mich dann einladen. Ja. Nach dem Spiel. Okay. Flo. Ist also Update installiert. Boah, ein Schatz. Hat er mich abgelenkt, der Flo. Ich steck doch unter einer Decke. Ecke würden die Fans jetzt zu... Oh, Ecke. Ach, die kann er nicht. Die kann es nicht. Keine Sorge, das brauche ich nicht. Boah, warum ist die Anzeige hier so komisch? Gerade. Warum sind sich die... Die Spielerinnen sehen so klein aus, wenn man mal in der Ecke steht. Im Gegensatz zu den Herren, Mannschaft. Keine Lukaku vorne. Und jetzt Ney. Och, Mann, Junge. Oder Mädchen. Geh doch. War doch klar, dass er dahin kommt. Haben wir doch geübt gestern im Training, Heidi. Äh, ne. Das Lauf-Duell gewinnen wir nicht. Konzentrier dich auf die... Äh, uh. Och, Mann. Genau. Den Punkt nehmen wir mit. Erstmal in die Halbzeit retten, Mädels. Und? Sagt er. Uh, uh. Nein. Doch. Ah. Ha. Geblockt, aber weiter Gefahr. Erschuss war nicht gewundert, der geht weit vorbei. Cooles Stadion. Ich will mit Alex Morgan das Tor schießen. Hm. Oh, Junge. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Junge, der Mädchen. Schön runternehmen. Ach. Schön wegnehmen. Und das war die erste Hälfte. Halber Punkt ist schon mal sicher. Äh, Chris, äh, war die Frage, ob ich schon müde bin? Schon? Äh, nö, es geht noch. Wie gesagt, schon jetzt zweiter Energy Drink. Aber eigentlich ist noch alles im grünen Bereich. Wobei ich ja jetzt auch schon fast 24 Stunden online bin. Oder wenn was... 22 Stunden bin ich jetzt schon wach. Und es kommen ja noch ein paar Stunden. Also, hoffe ihr bleibt dabei und haltet mich auch wach. Also, schön, dass auch der Anderson ist auch dabei. Grüß dich. Uiuiui. Das war der Energy. Was hat das denn hier? Äh, das war ein Schaubsauger. Ah. Das war die Jenny Hermoso. Und die Spieße ist aber auch gut, die Smith. So, so. Da muss man mehr auf Pässe gehen. Und weniger läuft. Ich stelle dir nur zu. Kannst du deine Pässe spielen? Und dich müde machen dadurch. Abseits. Tolle Schaub. Sie machen den Ball rein, aber zählen, Buschi, zählen, wird dieser Treffer nicht. Abseits. Ist natürlich eine knallharte Entscheidung, aber die Unparteisen sind sich ihrer Sache sicher. Geht doch gleich runter. Schneller drehen. Mädels, das müssen wir im Training. Oh. Ach komm, Jenny. Da hab ich die Torhüterin gestellt. Da hatte ich jetzt R1 gedrückt. Das war falsch. Oder wie kann ich einen Flachschuss machen? Ist das doppelter Schuss? Äh, Flachschuss gibt's nicht. Was? Echt? Es gab doch früher eine Doppelschusstaste. Ne, gibt's nicht mehr. Oh. Das ist aber schade. Flachschuss war immer cool. Ja, die haben das halt durch diesen, ähm, Powerschuss ersetzt. Ja, aber Flachschuss ist schön platziert. Naja. Also wenn ich ein bisschen schlenzen will, sagst du eher L1 statt R1. R1 ist ziemlich gut. Da machst du halt diesen IFA-Schuss. Ja, also es ist mehr Innenseite. Genau. Und L2 ist halt auch so was. Okay. Noch 45 Minuten Catenaccio. Ja, so ist es. Ein Punkt gegen David. Der zweite heute ist schon 200% mehr als erwartet. Oh, ey. Aber ich spiele auch noch trotzdem. Faul mich, faul mich, faul mich. Wobei, Elfmeter kann ich doch auch nicht. X da. Ach, Mann, ich bin endlich's morgen durch. Schön hintenrum, save. Versprechen aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nix. Safe. Komm hier oben, Mädels. Safe. Der Ball ist weg. Grätschi weg. Nein, da muss die Grätschi kommen. Das Foul. So, das könnte hier was werden. Jetzt ist hier aufgerissen. Alles auf. Nein. Gehaltserhöhung. 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 Oh, doppeltes Gehalt. Och Mann, das ist so dumm. Warum? Gar kein Gehalt mehr. Tu es. Mann, da muss ich jetzt aber auch mal. Oh. Oh. Oh nee. Ja. Thomas. Thomas. Das Mikrobetto. Ganz gut. Ja, ja. Mikro ist umgefallen. Aber alles noch da, oder? Man hört mich noch. Ja, ja. Mikro leuchtet noch gut. Ja, ja. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Ich fühle mich wie Griechenland im EM-Finale. Keiner weiß so richtig wie, aber... Puh. Jetzt fragen uns die Jungen dort Griechenland im EM-Finale. Ja? Okay. Und schick sie. Haha, denkt da. Sie lassen den Ball gut laufen. Och, Mädel. Jenny. Gehalt, Kürzung. Save. Blockt die das Traumtor? Der wäre sowas von reingegangen. Junge, 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 Junge. Na gut, der Reingabe. Nix. Hier. Jetzt nur noch. Auf der Epläter gehen. Ja, ja. Bapp, bapp, bapp. Bapp, bapp. Eintana, das ist doch auf. Nein, nicht so dumm. Gehalt, Kürzung. Andere Sprache verstehen die Spiele noch nicht. Ah, ah, hui. Oh, Alex Morgan. Das muss fast für zwei gehen, das Tor. Selina ist auch da. Ja, hallo. Servus. Schön, dass wieder ein paar Leute wach werden. Wir sind immer noch da. Ja, ich muss hier den David gerade malen. Aber der ist sehr zu gut. Das kann ich nicht. Einen Punkt bin ich zufrieden. Schick, schick, lauf. Für mich, für mich. Ah, sag ich doch. Lauf, lauf. Nach rechts, nach rechts. Oh, oh. Haha. Oh, oh, hey. Paul. Haha. Oh, ich bin schnell. Oh, nee, da wollte ich gar nicht hin. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie die Warte. Ich bin zufrieden. Ich habe das toll mit Alex Morgan gemacht. So, wie ich es wollte. Mariona, geh, geh. Warum werde ich jetzt schon wieder eingeholt? Okay, du bist aber auch ein Hackstock. Hackstockin Jenny. Lindsay Oren. Sie hat den Ball. Sie rücken schön nach. Bieten Sie an. Schöne Bewegung. Schön abgeblockt. So, jetzt können Sie nochmal... Dauerpult. Haha, geller Name. Okay. Machen wir nochmal so. Ball kommt lang. Der Befreiungsschlag nach dieser Ecke. Nicht hingehen. Das will sie doch. Boah, wie schnell sie ist. Ja, und meine in der Mitte? Das ist zu unfair, ey. Wieso? Das hatte ich immer. Ich bin immer langsamer als der Ballbrenner. Dreckspiel. Dankeschön. Ja, aber guck mal, hast du das gesehen wieder? Warum kann ich... Warum ist meine Verteidigerin da nicht schneller als deine Ballführer? Das ist doch ungewöhnlich. Oder? Na, weil ich den Ball nach vorne schiebe und dann normal laufen kann. Ja, aber meine war ja nicht nur ein Vollspinnel. War meine einfach schneller. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Ach, Mann, Junge. Sagte er. Und verzweifelte. Oh, mach ich schon zwei Tore gegen. Siehst du da wieder. Ihr kommt gar nicht. Ach, schade. Jetzt wollte ich tricksen. Das war's für heute. Ja, gut. Gutes Spiel. Also am Ende nicht mehr abwenden. Hat Spaß gemacht. Nicht. Ja, Leute. Ihr seht, wir haben hier sehr viel Spaß. Es kommen immer mehr Leute dazu. Sehr gut. Come on. Ja, Kattengachi haben wir gemacht. Andere Wortsch. Oh, ich weiß nicht. So, jetzt will ich mal gucken. Er hat mich ein. Mein Name ist hier. Der Skype-Flow. Okay, ich muss jetzt mal gucken, wie das jetzt geht. Beenden. Ach, da habe ich jetzt sieben Punkte. Die haben zwar gerade relativ ausgeglichen, muss ich sagen. Bei den Grundmannschaften. Ein Spiel abgebrochen. Da habe ich mich ein bisschen schwerer getan gerade. Aber die haben sich echt gut spielen lassen. Die waren übelst beweglich. Oh, jo. So, wie mache ich das? Ich mache hier eine Spieleinladung. Du musst auf Deutschlandsspiele gehen. Ah, genau. Da. Nee, zurück. Die ist zurück. Jetzt zurück nochmal. Ja. Da, wo die Saison... Freundschaftssaison war. War schon richtig. Neue Freundschaftsspielsaison. Genau. Da steht Freundschaftsspiele. Ja, genau. Äh, das ist anklicken. Weiter. Ne, ne. Du warst schon richtig. Oder was willst du jetzt machen? Ja. Aber... Habe ich hier gar nicht in der Liste. Deswegen muss ich ihn ja erst noch adden. Achso, ja. Dann müsste ich ihn ja erst mal adden. Der Flow. DJ Skyflow. Unterstrich... Oh, haben wir hier zwei. Was ist das denn? Wahrscheinlich der gleiche. Das Sandwich. Kann ich den auch direkt in den Spieleinladen jetzt? Oder muss ich warten, bis er annimmt? Ne, man würde ja gleich machen. Ich muss das mal annähen. Okay. Welcher ist das jetzt? Das war der richtige Flow. Du kannst auch gern wieder dein Mikro direkt anmachen. Ja, ist das gut. Ah, da ist er ja. Ich habe gerade in die Freundschaftsfragen einig. Ist aber ganz schön leise. Ich glaube nicht, dass du da dabei bist. Ne. Was ist der falsche vielleicht? Anderer DJ Skyflow. Vollschatz-Anfrage. Ah, doch. Jetzt. Gemma. Annehmen. Toll. Okay. Das ist jetzt noch nicht. Dann muss man hier. Du kannst dich direkt die Spieleaktion ansehen. Kannst du mich einladen? Weißt du, wie es geht? Ich glaube nicht, aber sehen wir schon aus. David? Ja. Weil ich sehe jetzt hier in meiner Freundesnitze den Klo nicht. Du bist bei mir in der Freundesliste, aber... Ja, dann bleib du mich ein zum Freundschaftsspiel. Ach du. Ah, da Crossplay. Na, da kommen wir da. Boah, muss man denn... Du spielst du PC oder wie? Nein, ich spiel die 4er-Playstation. Achso, da geht's nicht. Glaub ich. Soll Crossplay geht schon? Ne, ich... Zwischen alter und neue Generation geht's nicht. Achso. Aber ich kann sogar Crossplay einstellen. Ja, aber das ist nur zwischen den alten... Die alten Generation von der Xbox und Playstation 4. Zwischen neue Generation und alte Generation geht nicht, weil die eine andere Engine haben. Die haben ein anderes Gameplay. Ah, okay. Dann will der nächste nochmal fertig gemacht werden. Leute, ist hier noch ein 423-Spieler dabei? Der grad startbereit ist und irgendwie Bock hat? Also an den Chat? Am besten ne... Next-Gen. Am besten ne PS4, genau. Ne, PS5. Äh, PS5 natürlich, ja klar. Ohne Xbox oder PC. Wie der David schon sagt. Ähm... Ähm... Aber nun tut sich noch nicht so viel. Ich muss ja fast schon wieder aufs Klo gehen. Dann zeig mir doch mal hier Ultimate Team, was man da so machen kann. Weil ich es noch nie gemacht habe. So viel mit dem Kader-Update dieser Fehler. Gerne. Ach ne, doch so schnell. Was man da so alles machen. Ich seh nur immer Packs und Karten, die man ziehen kann und... Ja. Ja. Keine Sorge, du musst kein Geld dafür ausgeben. Du kannst ja alles auch selbst erarbeiten. Vor allem aus Schütteln. Monatelang. Da hab ich da auch. Wochen am Ende. Warum? Ich hab immer Zeit. Ja, Moritz. Äh, Ed... Was? Ich seh, dass es nicht ist. Denn die jüngste Nachricht wird mir immer nur so halb angesehen. Ich seh nur, da steht irgendwas mit Ed und Steinherz. Steinburg. Das ist zwar nicht das stärkste Team, aber... Ed Steinberg. Du wirst diesem Team enorm helfen. Schau dir an, wer im Team steht und wähle dann weiter. Da kann ich jetzt auswechseln, oder wie? Genau, da kannst du gucken, ob du schon was im Verein hast. Ich würde den Barca-Spieler direkt rausnehmen. Ist das was? Eric? Eric Garcia? Wieso rausnehmen? Nee, also klar, es ist Eric Eric Garcia, aber... Barca-Spieler. Nicht Spaß. Ähm... Kannst du da mal kurz rausgehen? Was geht? Muss er weiter oder was? Geh mal zurück. Zurück geht nicht. Wie? Nur weiter. Ich verpflichte einen Live-Spieler, um eine Position zu verbessern. Wähle einen Spieler, um ihn durch den neuen Live-Spieler zu essen. Wie weiter? Ich sehe es halt durch den Cam nicht. Achso, füge ich... Okay. Dann, äh... Geh mal auf so ein leeres Feld. Hier hinten, äh... Unten rechts. Oder irgendwo hin. Und drück Y an. Drei. Oder X? Ja. Ich mache halt nicht hält schon. Der Platz ist leer. Ich möchte D... Ich möchte D... D63... Ah, okay. Das herrscht. Okay. Ja, okay. Für deine ESO-Partien brauchst du Trikots. Also trifft deine Auswahl. Später wirst du im Spiel weitere finden, um deine Optik anzupassen. Da würde ich direkt mal eine Abrede ihm. Das sieht doch spielbar aus. So. Oh. Oh, walt die Füge. Fans wollen dich anfeuern. Also gib ihnen ein tolles Waffen. Wähle eins aus und dann kannst du losgehen. Das war einfach. Wie es weiter geht, entscheidest du. Frankreich. Geh aufs Spielwelt, absolviere Spiele, meistere das Geschehen auf dem Transfermarkt und steck dich. Wenn du bereit für dein erstes Spiel bist, wähle jetzt spielen aus. Am besten machst du deine Cam oben rechts hin, würde ich sagen. Oder oben links. Am besten oben rechts. Einen Wunsch. Also schließe sie alle ab. Lernen und verbessern. Bisschen stressig. Oh ja. Das sind so Grundlagen-Dinge, die du machen kannst. Quasi sehr fossile, die du ein bisschen das Spiel kennenlernst. Aua. Alter. Boah. Ach Mist, da kam jetzt so einer reingehüpft, wo dann die Leute immer ausrasten, ihre Büro-Spiele zerdämmen. Da war jetzt so eine Animation, wo so ein Spieler dann reingehüpft kommt, wo man einfach nicht sieht, wer ist. Oh, er kommt aus Spanien. Oh, er ist in rechts. Ach so, ja. Das ist so. Das ist so. Das ist die Pächer-Niveau-Zellen. Kann ich hier jetzt machen? Verschieben. Die kannst du eigentlich alle annehmen. Du kannst die nicht. Die roten Karten kannst du nicht verkaufen. Das sind solche zeitbegrenzten Karten, die du während des Events hast. Was kannst du hier mit X? Du musst R2 drücken. Also Items bestätigen. Weißt du nicht, wie es weitergeht? Dann hol dir in den Zielen Boni und schau dir weitere Ultimate Team-Inhalte an. Wenn du jetzt zum Beispiel mit dem linken Joystick nach unten gehst, kommst du in dein Team. Nach unten. Und dann kannst du, wenn du auf Y drückst, Spieler hinzufügen von deinem Verein. Ist er noch da? Ja. Okay. Dann geh mal zum Beispiel auf deiner Bank und drück mal Y. Achso, bei dir ist der Dreieck. Und dann bestätigst du und dann siehst du, was in deinem Verein so ist. Und da kannst du dir wieder hinzufügen. Hier jetzt Dreieck. So, Dreieck, genau. Und jetzt einfach nochmal Dreieck. Ah, und die kann ich mir... Und die kannst du dir einfach reinziehen in dein Team. Das sind die, die du im Verein hast. Multitausch. Das ist zum Beispiel perfekt mit, weil die alle spanische Spieler sind, linken die natürlich super. Kannst du alle reinnehmen. Ja, wie denn? Und im Ultimate Team können wir auch gegeneinander oder sogar zusammenspielen, wenn du willst. Ich warte noch hier auf Moritz, bis ich seinen Namen... Ich sehe Steinburg, Steinherz. Weil wir können sogar zusammen... Wir können sogar im Koop spielen. Das ist nervig. So, jetzt tausche ich hier die hin und her. Ja. Du musst halt dein Team aufbauen. Ja, aber... Das sind ja immer die. Wie komme ich denn da jetzt zurück? Achso. Du musst R1 drücken und dann kommst du quasi auf die nächste Position. Ah. Rechts, außen. Haben wir jetzt. Ja, nicht mal fehlen. Rechts, in der Höhe... Du musst nach jedem Wechsel halt R1 drücken, genau. Genau. Moritz sagt, er heißt Steinberg. Ach, da ist Steinberg. Ähm, ich gucke mir das dann kurz an. Wo ist dein... Mein Selbstverteidiger. So. Sorry. Wenn du mit Moritz gespielt hast, können wir gerne Ultimate Team Koop spielen. Dann kannst du mit meinem Team spielen. Beziehungsweise spielen wir zusammen ein Team. Achso. Dann habe ich eigentlich eben keine Trophäe erhalten. Es gibt ja Trophäe-Spiele, ein Spiel mit einer Frauenmannschaft. Aber wir können ja mal genau gucken. Zack. Dann haben wir mal hier. Zack. Ich habe in letzter Zeit aber auch kein gutes Pecklack. Na ja. Kann ich dir noch Leute einfach so zu einem Spiel einladen, ohne hier immer noch mit Freunden eine Einladung und so weiter zu machen. Wie meinst du das denn noch? Nee, jetzt hier den Steinberg. So, nee. Du musst ihn erst mal als Freundin zuführen. Und du musst aufpassen, hier den Spiel, den du gerade reingemacht hast, der hat die falsche Position. Der ist links-Mittelfeld und nicht links-Verteidiger gewesen. Was ist Lukas Vaskis eigentlich auf? Er wurde keine SpielerInnen mit dieser ID gefunden. Was ist mit Lukas Vaskis? Er war auch Mittelfeldspieler und ist jetzt ab, ja. Der ist jetzt rechter Verteidiger, ja. Aber die Spieler haben ja ihre festen Positionen. Die du mit einer Positionswechselkarte auf bestimmte Positionen auch wechseln kannst. Ja. Weil meine Spieler haben zwei, drei Positionen. Du musst es nicht spielen können. Moritz, du musst rechts. Du siehst ja deine EA-ID. Die musst du eigentlich angeben. Und nicht deinen normalen Namen. Achso. Ich glaube, der hat einfach nur seinen Playstation-Namen drin. Du siehst ja meine EA-ID. Nein, das ist nicht... Ausgetrickst. Also Moritz, schreibe mal die... Ach, bis die herzen... Tschüss. So, wie geht's noch? So, wie geht's noch? Ah, auf jeden Fall. Na, dann geh ich mal zu meinem Team. Das braucht mich. Aber... Nichts nachhaftes, Mensch. 24-Stunden-Team ist auch nicht gesund. Aber im Gegensatz zu dir habe ich schon Indisch gegessen. Ich habe schon Currywurst gegessen. Ja, nein. Was habe ich noch gegessen? Könnte auch noch mal... Ich habe es noch nicht angemacht. Nein, dann kann ich ja gleich die Aerografie ausreißen. Das ist vielleicht besser als den Jungen. Jo. Das lasse ich mal so. Und mach dann mal, oder? Jo. Aber wenn du willst, können wir einen Code upmachen. Dann kannst du, glaube ich, auch ein paar Ziele erfüllen. Direkt. Jo, wie denn? Dann lade ich dich mal ein. Zurück. Und nehmen. So. Danke. Im AS4 ist sehr lieb von dir. Spiel aber halt. Bin ich aber mal gespannt. Oh, oh, oh. Na gut. Wenn es unbedingt sein muss. Und jetzt alle zum schnell verkaufen. Items bestätigen. Boah. Voll drin im Game. Junge. T. T. Das sind solche Leihspieler. Die hast du dann quasi für die paar Spiele. I. Der wird jetzt jetzt verpflichtet, der Zidane. Das ist ein junges Talent. Leider nicht. Bist du weg? Der ist jetzt in deinem Verein. Ach so, jetzt muss ich da oben wieder den Kack machen. Ähm. Hä? Und... Ich wechsle meine Teams hin und wieder. Gerade spiele ich zum Beispiel den neuen, äh, Flashback Messi. Äh, Eto'o, Papon, Ter... Terrior. Zidane, Junge. Äh, Kroos, Valverde. Äh, wo lädst du mich ein oder muss ich hier was machen? Ich lad dich ein. Vamos. Äh, bei mir steht ich gar nicht... Hä? Tommal. Nieskern. 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 Ach, ich glaub du hast Crossplay nicht an. Ähm. Jo, äh, geh nochmal in Ultimate-Them rein. Dann oben in der Leiste auf Verein. Ja. Und da siehst du Spielersuche-Einstellungen. Und da mal bei beidem ein Ja hin machen. Was sehe ich da? Spielersuchen. Ich sehe nur Suchen auf Dreieck. Was was anderes? Nene. Das ist was anderes. Also? Wenn du auf Einstellungen gehst. Weil im Verein. Also. In der oberen Leiste auf Verein. Dann rechts Einstellung. Ich sehe keine Einstellung. Ne, zurück, zurück, zurück. Im Hauptmenü. Hier ist Verein und da ist Einstellung. Und. Spielersuche-Einstellungen? Warte mal. Crossplay aktiviert, ja. Okay. Okay. Kann dich aber scheinbar nicht einladen. Wieso auch immer. Du wirst bei mir nicht als online angezeigt. Will ich auch. Ich weiß nicht, als ob ich. Ich glaube, du kannst noch nicht. Okay. Äh, äh, äh. Das ist seltsam. Scheint nicht zu funktionieren. Hm. Wie war es so kompliziert? Du kannst ja mal probieren, mich einzulöp... Ah, nee, warte. Ah. Da, da. Da. Hm. Leute, ich habe keine Ahnung, warum ich dich nicht einladen kann. Eigentlich müsste das gehen. Das ist sehr merkwürdig. Jetzt brauchen wir noch den ersten FC Südabrahoub. Dann gibt es das Werner, die Werner-Klassiker. Jo, ähm. Soll ich dir, ähm, viele Aktionen ansehen? Nö. Lockieren nur, wenn er mich wieder zu einem Duell herausfordert. Moritz, was meinst du mit Mid-Budget-Team? Ich glaube, ich habe kein Mid-Budget. Ich habe sieben Icons und einige SPCs. Zweimal Messi. Letztens MAP gezogen. Bei Heroes. Brauchst du noch einen Moment, dann willst du schon aus Klo gehen oder hast du es gehört? Äh, ne, ich kann dich nicht einladen, ich weiß nicht warum. Kann ich dich einladen? Also hier gibt es keine... Äh, du könntest probieren, wenn du auf Spielen gehst, im Hauptmenü, auf der Spielenleiste und dann ganz links im Hauptmenü oder hier im FUT-Menü. Ne, ne, Hauptmenü. Ah, ne, äh, FUT-Menü, meine ich. Ja, sorry. Genau, da auf Spielen und dann links, ganz links, dieses kleine Kästchen mit Coop-Lobby. Jetzt bist du aus Ultimate Team Rounds. Jetzt bin ich wieder drin. Genau, und da auch bei Mitspieler auf Plus und mich einladen. Ne, ich sehe da nur drei Freunde, da bist du nicht dabei. Das ist ähnlich. Hm, 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 hm. So, siehst du, oder? Ja, das ist belastend. Ja, es ist. Dann scheint das nicht zu funktionieren. Schade. Jo, das bringt wieder Moritz auf den Bildschirm. Steinberg, 68. Wollen wir das nochmal probieren? Zack. Freude hinzufügen. Steinberg, 68. Fertig. Tata, tata. Okay, Moritz. Du musst bestätigen und dann für die Spiele. Freundschaft spielen. Ach so. Ne, noch habe ich keinen R9. Hold'n spiele ich aber auch nicht gerne. Ich hatte in den letzten Jahren immer Zeit. Zum Ende von FIFA hatte ich immer einen R9. und quasi für Icon oder Totz-Team und sowas. Aber ja, ne, ich mache eher Spiele, die mir wirklich Spaß machen. Und das sind meistens Realspieler. Deswegen halt den 90er Tony, den POTM Valverde, den Rule Breaker Alaba, diese neue Cover-Hall-Karte. Ja. So eine Special-Karte. Oder jetzt halt Messi als Flashback rausgekommen. Seit der ersten WM. Oh, er noch schnell war. Nee. Doch. Äh. 2002 war er noch nicht dabei, glaube ich. Keine Ahnung. Ich glaube 2006, ja. Kann sein. Kann hinkommen. So. Moritz. Kannst auch gerne zu Discord mit dazukommen zu unserem Kanal und mitquatschen. Aber erstmal musst du mich hier annehmen. Dann würde ich doch nochmal schnell aufs Klo klitzen. Moritz, ich hoffe, du findest die Anfrage mittlerweile dann gleich wieder da. Ja, genau. Also Moritz, du kannst gerne schon mal in Discord kommen. Dann schiebe ich dich zu uns. Und ein Tipp macht nie diese Icon oder Hero Packs. Du ziehst nur Müll und Hast du gehört, Moritz? Du ziehst nur Müll bei Icon und Hero Packs. Ja, natürlich. Und das ist ja ganz normal. Geht das so halbwegs mit dem Sound? Probier das hier gerade mit Scheiß-Erdpost. Ja. Ist okay. Ich hab jetzt ja diese drei Icon äh Text gemacht. Ich hab dich schon lange angenommen. Ich seh dich als online. Ich hör dich ja. Sehr geil. Ja. schon angenommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Äh Ich seh's hier noch nicht. Dann geh ich jetzt nochmal ganz raus. Wenn ich auf sozial drückse, ich seh ich online Freunde. Ich weiß, warum ich nicht einladen könnte. Wenn man eine Freundschaftsanfrage macht, muss man erst mal das Spiel neu starten. Das ist ein Bug. Okay. Und dann sieht man ein. So, was spielen wir denn? Nee, egal. Such dir was aus. Aber erwarte keine Gnade. Oh nein. Noch so einer. Wie's Weekend-League? Ja, klar. Zu 51 rum so. Liverpool nimmst du. Also du machst immer einen 50-Punkt, oder? Ja, ja. Ja. Ich auch um den Dreh. Wenn ich mal wieder gute Tage hab. Ja, ich glaub der nächste Sprung der ist dann einfach ich weiß nicht wie viele Punkte sind aber das ist zu hoch das darf ich wenn's Higgs gut läuft in zwei, drei Quitten aber unter 51 gehe ich nicht raus. Ja, das Problem ist ich hab halt auch 50 Punkte da fehlt nur so einer. Ja, das ist dieser elfte Sieg der belastende. Nacho wo ich ja hier dabei bin hab ich ja hier dabei bin hab ich ihn gesehen aber vorher wir kannten uns nicht. So klein ist Mannheim auch nicht. Da glaub ich hier in Ludwigshafen ist da glaub ich da die Nachbarstadt aufgewachsen. Ja. Und ich glaub ich bin auch ein paar Jahre älter. Alter, so. Alter. Das ist schon da teile. Das ist eine gute Zahl. Mach dir keine Sorge wir sehen auch was hier auch. Ja, hey so schlimm ist es nicht. Also ich meinte ich glaub nicht dass wir zur selben Zeit in Mannheimer Diskotheken rumgeschlagen sind. Darauf fall ich hinaus. Also du vorhin noch. Nein, nein, nein. Ach was die. Da ist es rum. Seit wann bist du dabei? Hier im Street? Ich hab irgendwann Mitte zu Felgenrolle eingeschaltet. Ah, uber so. Sehr zu Beginn war ja schon um 23 Uhr. Ja. Ha. Und jetzt ziehen wir das hier halt durch, ne? Ist ja Sonntag was soll man anderes machen außer bis wir zocken und durchmachen. Und ich geh schon viel verzocken und gucken was Nils Kern heute so bietet. Und wir immer mühler und mühler werden. Ha, ha, noch geht's, noch geht's. Also ich bin noch. Ich muss sagen, sehr munter. Aber das wird nicht noch ändern. Wie gesagt, wie gesagt, halb neun morgens war so gegen eins zum eins und zwei haben meine Augen einfach nur gebrannt. Jetzt geht's wieder. Einde, ich hab ja guck' gut. Ja. Ja, gut. Du weißt, was sollte man draußen dann vielleicht da? Nein. Ja. Da hat ich schon wieder gut. Rötchen gewollt. Nee, ich hab's bestellt. Ja, die muss ich bestellt. Ja, die muss ich bestellt. Ja, die muss ich bestellt. Ja, das ist echt. Ja. 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 Hast du sehr schön gemacht. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Jetzt wurde ich gespoilert. Toll. Echt? Oh. Achso, wir sehen's ja erst dann. Hahaha. Ja, jetzt. Hahaha. Hahaha. Schöner Jubel. Schöner Jubel. Ja, und deswegen ist das Gameplay deutlich schneller und präziser. Warum sind die denn nicht einheitlich, die Stats? Also besser auch im normalen Spiel? Ja, da sind quasi im Anschluss die normalen Standardkarten, die Goldkarten quasi, wie im Ultimate Team, aber im Ultimate Team hast du ja Goldkarten und diese Specialkarten, wo die ganzen Spieler nochmal Verbesserungen haben und bessere Stats haben. Ja. Wie er eiskalt stehen bleibt. Ja, komm. Ich muss ja. Ja. Gutes Tackling. Gutes Tackling. Gutes Tackling. Gutes Tackling. Ja. Schön. Jordan Henderson. Moots? Auf welcher Konsole spießt? Ja. Auf welcher Konsole spießt? Auf welcher Konsole spießt? Der stimmt. Achso. Mach's. Hattest du schon Pecklang? Ja. Ja, irgendwie vor kurzem habe ich MWP gezogen, das war ganz nice. Nein, ich auch. Und... Aber leider noch ja. Ja, ich auch, ja. Aber gut, waren 1,3 Millionen zu dem Zeitpunkt, nehme ich gerne. Ja, ich auch. Und sonst, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch Vorlagen gezogen irgendwann. Vorlagen gibt's auch noch? Nein. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist Hero Cutter. Ah, sowas. Nein. Nein, die gibt's nicht erst normale Cutter. Das ist wie eine Icon. So ähnlich. Konter. 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 Sonst kann er nicht. Genauso wie in Castiviler, gibt's ja auch. Ja, aber der ist halt... naja. Schön den geil. Ich hab zwei, drei Spiele probiert, aber fand ich... Morientes. Ja, aber der ist halt... Morin, das wäre doch was für mich. Den habe ich auch, den, der rauskam, muss ich machen. Gibt es da immer nur so weniger, dass alle die gleichen haben bei den Heroes? Ja, es gibt irgendwie was, weiß nicht, 12 oder so, oder 20, irgendwas, irgendwie. Ich müsste eigentlich mal so ein Oldschool-Realteam machen. Was war das dann eben, was ich gezogen hatte hiermit? Zidane zur Auswahl, Krölf und Maldini waren zur Auswahl. Das waren Leihkarten, also das war ein Icons, aber eine Leihkarte. Das sind so eigentlich mit die besten Karten, die man haben kann. Wenn man die unbegrenzt hat. Oh, die sind alle so langsam, das ist ja ein Krampf. Deswegen konnte ich nicht so viele Tore schießen. Ja, ich merke das auch gerade, das ist ganz so einfach hier. Ich habe auch ein bisschen mit ihm gespielt. Ich weiß, ich habe das schon gemerkt. Das im ersten Spiel, das weiß ich am Anfang, wie er oben an der Schlafkante stand, hat ich dann zwei-, dreimal stehen lassen. Da war es schon klar, wenn er will, dann kann er auch anders. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ähm, nee, ich spiele ja immer kurz eigentlich. Echt? Echt? Das ist nicht so OP, finde ich. Ich mache fast bei jedem zweiten, jeder zweite Ecke geht ein Tor rein. Ja, ich weiß, dass es geht. Es ist auch nicht schwer, tatsächlich. Man muss nur die richtige Taktik anhaben. Beziehungsweise bei den Taktiken einfach die Ecken auf Stufe 3. Und die Flanke halt richtig machen. Ja, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Bis jetzt läuft es auch so noch ganz gut. So, jetzt muss ich hier mal eine gescheite Taktik einstellen. Ja, ich habe nur die Formation geändert. Ich habe nur die Formation geändert. Und Jan Toni Kroos spielt sich sehr gut. Ja, den habe ich auch noch im Verein rumliegen. Dann werde ich dann auf dein Geheiß hin mal ausprobieren. Ja, vor allem, was die Ecken angeht. Es geht zu langsam. Da hast du recht. Trent Alexander Arnold ist in FIFA wichtiger Schmutz. Außenverteidiger. Ja, extrem langsam. Nichts. Und da war jetzt damit der Klatschiff. Ja, das war halt so ein Standardschuss. Kann sein, das kommt einfach random dann manchmal, dass das so ein flacher Schiff wird. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht mehr geht. Ne, soweit ich weiß, geht das nicht mehr. Ich werde das bei der Gelegenheit mal ausprobieren. Ja, aber zumindest kann man es nicht mit mir selbst beeinflussen. Boah, ich bin mir da nicht sicher. Ja. Ich meine, wir machen das alle am Tag tausendmal. Aber da denkt ja keiner mehr drüber nach, was er dabei kriegt. Ja, ich mach' nie... Ich mach' nie... Ja, ich mach' nie... Ich mach' nie... Ich mach' nie... Ich mach' nie... Automatisch... Der Controller spielt allein... Oh, mach' das nicht mehr. Ich mach' wenn dann immer... Ich mach' entweder wie immer Finesse oder Außenriss. Okay. Geh mit. Ich spür' mal, der wär' weg gewesen. Etow wär' weg gewesen. Etow? Ach so, Eino-Karte oder was? Äh... Eiken, ja. Ja. Was ist mit Etow? So wär' eben weg gewesen. So konnte halt noch dazwischenlaufen. Nicht durch, Junge. Junge. Was? Zurück, der Junge. Ich hab' ja Etow Baby. Hab' ich gezogen gehabt. Welchen, die... Ja, das sind Standard-Tore. Das... Das... Da kannst du nicht stehen. In Achtung. Wo ist die Ecke? Interessant. Schau' ich mir nur noch an. Ah. Also... Das war so'n Kaka'n. Ja, das ist einfach Standard-Fiefer-Tor. Kurze Ecke von da unten mit... äh... Vinicius. Dann einfach ein Doppelpass spielen. Auf die Position laufen, rein drehen, fertigst Tor. Klappt auch. Zwei von drei Fällen. So. Entweder ich mach' die direkt, oder ich flanke die perfekt. Zum Kopfball. Oh... Ja, aber das ist auch zu langsam. Jetzt sind wir nach innen. Jetzt sind wir nach innen. Nein. Junge noch. Oh... Oh... Nein, mach weg! Tch... Ach... Oh... 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 Weiß nicht. Hat bespielt ihr irgendwelche Videos oder so? Im ersten Spiel hat der bessere Torschutz als Kane. Richtig. Da kommt der Fass. Dreh tolle Teile in der Zwischen. Sie können kontern. Bei irgendjemand hört man den Kommentator. Das bin dann wahrscheinlich ich. Ja. Oh, Junge, Junge, Junge. Das sind die aber immer da oben rein. Ja. Junge, Junge, Junge. Das ist Standard. Hahaha. Das weiß ich, ey. Immer genau. Das ist der Wahnsinn. Okay. Und mit Vollspann. Alter. Das ist Standard. Wenn du halt nur fünf Spiele gespielt hast bis jetzt, dann... Ja. Wenn's mal 500 sind, dann machst du die auch. Ganz locker. Da ist keine Zeit für, ich weiß. Immer da paar Tausend. Ich hab... Ich hab... Pro FIFA ja? Oder insgesamt? Nee, Pro FIFA ja, oder? Pro FIFA ja, klar. Ich hab, glaub ich, in jedem FIFA, äh... 1400 Stunden ungefähr. 1400 Stunden? Ja. Okay, aber ist auch viel Menüzeit mit drin. Oh, viel ganz schwer macht. Das war auch. Ja, klar. Oder wo ich halt völlig am PC gerade bin. Also das Ding ist ruhig. 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 Ich glaub da ist aber was auf der Spur, das sollte mal weiter graben. Das Ding ist ruhig. 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 Ja, guter Patz. Ja, mit vieler. Aber Harry Kane hat noch keins gemacht. Der muss eigentlich auch noch eins machen. Da ist er zur Stelle. Da wäre jetzt viel Platz abrunter. Macht Handicap und probier's mit dem Torwart. Nein, das schaffe ich nicht. So, das müssen wir auch nicht vertreiben. Mir ist eben schon aufgefallen, dass ich so hoch nicht machen wollte. Aber dann hat es mich ein bisschen geärgert, dass das alles so langsam ist und dass das am Anfang überhaupt nicht lief. Oh, schön. So, lieber Chat, wenn hier noch jemand dabei ist, der weniger aus 1000 Spielen pro Jahr im FIFA-Ball ist, gerne melden. Sonst werde ich halt weiterverblühten. Aus dem Wettbewerb. So lernst du es ja. Irgendwann. So habe ich Schieb an gelernt. Einfach auf die Bretter gestellt und in den Angriff runtergeworden. So haben wir auch so ein bisschen tiefer zu ernst. So. Ich gehe vorgemacht. Der Sack. Hätte ich den im Team, ich habe nur so einen blöden Sack. Ja, natürlich. Ja. Ja, ja. Gibt es so. Ja, ist ja auch so. Salah ist auch Krüke mit seinen drei Sterne Weakfoot. Das geht auch nicht. Ja, der ist trotzdem gut. Machen wir mal Nationalmannschaft. Deutschland-Spanien. Welchen willst du denn? Ich mache Spanien. Sehr gut. Also gewinnt Deutschland. Nee, 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 ich lasse ihn jetzt gewinnen. Ich kann dann mal das Prediction mitnehmen heute Abend. Mal schauen, mal schauen. Ey, wir spielen Werner und Müller. Ja, also... Musiala. Nee, Musiala ist nicht drin. Ich werde es nicht umstellen. Achso. Das läuft jetzt schon für ihn. Aber... Das Gute ist, Nils hat einen Kaval. Was hältst du eigentlich dazu, dass in der spanischen Nationalmannschaft ein Barca-Trader ist? Nachdem bei Barca viel mehr Spanier spielen als bei Realistisch schon, okay. Ja, ich finde, es spielen zu wenige Realspiele bei der Nationalmannschaft. Aber wer soll denn spielen? Sie haben doch keinen mehr. Ein Nacho, finde ich schon würdig. Nacho ist gut, aber auch nicht. Da hätte man auch lieber Martínez mitnehmen können und so weiter. Flößt den Ricke, stellt halt nach seiner Gruppe auf, die ihn kennen, die sein System verstehen, die sich zu wenig schwerfen. Es ist halt auch schade, dass Ramos nicht mitspielt. Ja, aber er hätte auch, wäre auch die Kabine mittlerweile. Hast du da auch. Bei Spanien hast du auch die Truppe und er will dann die Klinik zu bewegen oder verzichten. Und die Klinik da auch führen. Und der Barca-Block funktioniert halt bei Spanien. Boah, leider. Der geht rein! Die bauen halt in Katalonien auf, um kein Spanien-Spiel. Da sehen wir die Jungs, der deutsche Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer. Ja, gut, aber ich meine, da sind die anderen ja selber schuld. Da kann Barca viel vorwerfen, aber ich meine, dass sie eine gute Nachwuchsarbeit machen, ist halt einfach so. Naja, reale Ausbruch, die verkaufen sie halt direkt. Richtig. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr so viel drauf habe, die so zaubern können. Wenn sie dann noch zielstrebig können, dann wird es gefährlich, dann fallen die Tore. Ich konnte nicht gegen dich wollen. Ich weiß nicht, wie ist das eigentlich mit Paris? Verfolgt die Graf aktuell Paris ein bisschen? Ich frage mich wegen Hakimi, ob der überhaupt aktuell spielt. Ah, in letzter Zeit. Wegen Mokele, halt. Ich hab keine Ahnung. Ich verfolge die halt nicht. Und ich frage mich halt, weil die Mokele haben. Und wenn ich sehe, dass PSG spielt, spielt sie irgendwie Mokele. Hat Hakimi. Weil ich würde mich als Hakimi verarscht bekommen. Ich hab's mal angenommen, aber das ist ein Spiel. Vielleicht ein Grund zum Wechsel. Ja, ja, ja. Wir können jetzt spanische Reporter sein. Wir sind direkt hier. Hat einer mal zwei Spiele nicht gemacht? Oh, oh, oh. Und so. Wie bist du denn jetzt da durch? Junge. Was war denn da? Junge. Junge. Ja, du musst sie manuell schicken, ne? Schöner Versuch. Ich mach mittlerweile auch ein Match. Ein schönes Rivals. Was für eine Division bist du, Moles? Ich glaube im Moment noch vier. Ab der letzten Saison. Also 7-1 war ich dann bald 2. Mir ist auch aufgefallen, dass ich mehr Rivals mal spielen soll. Spiel zu sehr Rivals. Rivals ist halt auch. Ich mach's aber einfach keinen Spaß. Und es ist viel, viel schwerer als League and League. Ja, find ich auch. Ach, so viel ist krass. Vor allem je niedriger, je schlechter die Liga, desto schwerer ist es einfach. Gut. Ja, ein Stück weit schon, ja. Ich bin jetzt in Division 5 wieder. Letzte Season war ich 4. Beim letzten FIFA-Jahr zum Beispiel war ich halt am Anfang schon in Division 1. Ja, da bin ich schon mal gut dazwischen gegangen. Oh, jetzt macht er und ihr. 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 Oh, jetzt macht er wieder. Oh, jetzt macht er wieder. Boah, oh Gott. Was für eine Krücke. Oh, Leute, es ist hell draußen. Ja, gut. Darauf hört er es mir ein Ende. 2 Stunden bis halb der Pause. Buenos Dias, Nico ist da. Grüß dich, Kollege. Wir spielen gerade ein bisschen FIFA. Ach, siehste, ja. Ich habe hier den Boris bei mir im Chat aus Mannheim und den David aus Leipzig. Oh. Leipzig? Leipzig. Güter. Güter. Oh, sei noch live und da. Natürlich, Osterhase. Das läuft hier. Ich ziehe das durch. David, glaube ich, will das auch durchziehen. Mal gucken, wer möglich ist. Moritz hat auch gemeint. Das schaffen wir schon. Ich halte gar nicht mehr noch mal jetzt hier dabei, weil im Chat. Ich bin jetzt genau 24 Stunden wach. Ich werde es im halben Jahr nicht sehen. Oh. Mach es doch. Das wird er dabei. Nein. Hinten rum. Save. Und jetzt an die Eckbahn. Guck jetzt. Oh. Budenzauber. Er kann klären. Save. Flanke jetzt. Oh. Nochmal. Junge. Na. Wer ist denn dieser Tolle da? Ich. Ich. Ich, Jungs. Er wird geschickt. Siehst du? Mit dem schieße ich kein Tor. Und. Aufs Prinzip nicht. Willi Klinkspon ist auch da. Grüß dich, Kollege. Grüße die Heimat. Grüß dich doch, oder? Nein. Oh je. Nein. Nichts, 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 nichts. Du bist nur ein Elfmeter. Ich sehe es doch. Siehst du? Ja. Ich hätt' eingenommen. Ich hätt' eingenommen, stimmt's. Ich hätt' eingenommen, ich hätt' eingenommen. Und jetzt musst du ihn schickt. Ja, ja. Ja, ja. Halla, 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 halla. Der Ball zu Müller. Ja, ja. Aber was ist das? Was? Warte, Herr. Ich schliess. Ich dachte, du musst Zeit machen. Ist aber auch krass, dass der sich wieder gefangen hat. Hätten wir zwischendrin auch nicht gedacht. In der Mannschaft, in der Gruppe, wie lange es klappt. schließlich kann er ja für Harry Maguire nichts ja aber er hatte ja auch zwischendrin eine Phase wo er jetzt zweites Spiel sich einen reingelegt hat ja klar aber es haben wir jetzt nicht so viele Tore hat halt Maguire verschuldet er ist halt der dreiste Mann des Gegners alleine wie viele Memes es von ihm gibt das ist Wahnsinn das ist viel zu schlafen das sieht man halt erst recht wie viele Fehler der eigentlich macht aber er war der Kapitän von Christian das ist so traurig oder wo er einfach oder Weltenpool Maguire der Ronaldo Ansagen gibt das war nix nein 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 das war nix lässt mich immer irgendwie rankommen und dann beginnt der Zerberstungsmodus dann macht er ernst aus der langsamen Kürze beginnt wieder die Ermüdungsphase wenn es wie gemeint durch meine Augen in meine Augen fallen mal so ein bisschen so automatisch ne an sich bin ich hit aber das sind nur die Augen das nächste Mal wenn ein Stürmer vorne frei anfängt zu laufen drückt R1 L1 und Dreieck gleichzeitig dann spielt er eben einen schönen hohen Ball in den Lauf oder war das nur L1 und Dreieck? Richtig, aber jetzt ist es L1, R1 und Dreieck bitte jetzt, jetzt, jetzt oh nein, jetzt genau die will ich doch die ganze Zeit machen genau, das sind diese hohen Läufe, diese hohen Bälle in den Lauf ja, die habe ich gesucht ja was noch mal L1, R1, 3, das sind diese hohen Bälle in den Lauf, die so richtig stehen kommen ja, aber wieso R1, statt es wäre nur L1 nein, es sind beide zusammen beleacht, Jungs beleacht ja, es hilft auf jeden Fall, wenn du das weißt ja, er war zu früh äh, Junge, Junge ja, ja, wir lesen einfach Trenner, was ist das? außen, außen, ne außen, geh mit, geh mit auch mit Menü öffnen und so? nee, gerade nicht gerade nicht aber die ganze Zeit zum Torwart zu spielen warten, bis ich komme dann wieder wegspielen und immer und immer wieder und immer, wenn der nach vorne läuft, wieder zurücklaufen, warten, wegpassen und das gleiche nochmal ja, ja, deswegen halt ne, der würde mich provizieren, dass ich quitte aber das gönne ich ihm nicht wenn man so macht, dann ist es richtig das heißt, erstmal Ronaldo einwechseln die Pressingmaschine dann Toni Kroos einwechseln ja, übrigens Quadrado ist beziehungsweise sehr cool das ist mal kurz ja, da habe ich schon Flügel spielen ja, Flügel habe ich schon Winnie, Raffaleau Dembele, Iconé da ist schon alles ziemlich voll das war der Druck okay, tut mir leid aber das war jetzt wirklich das war nicht schön was soll ich machen? ach, komm, Ciri ich habe es aber eben auch nicht verstanden was da passiert ist komm, hier schieß noch eins passt da unten einfach nur querlegen das wäre ein riesen Autospiele, alles klar Hausaufgaben nein 400, 500 200 das geht schon das geht schon äh, Angst Junge 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 hauptschieß sehr schön sehr schön ja, Trophäe eine Trophäe mit Power-Schuss-Mechanik da hat es doch schon für mich gelöst das ist, äh, leicht Moritz ist wirklich sehr schön ja, natürlich wir wollen hier ja wir wollen hier ja nur ein bisschen Content für die Leute liefern und nicht dich komplett demoralisieren ja da sind ja für dich da nicht für mich mit R1 nicht lange eckdrehen dann geht er rein kann auch sein, dass er dann einfach falscher Fuß war ich weiß nicht, wer das war ja mit mir spüre ich das Koffein nicht von Red Bull ich finde das für ein Monster stark das hält einfach ey, Rockstar die Rockstar, äh, Sour Apple das hält richtig wahr sehr gut, Pekka sehr gut ich müsste auch gehen ich weiß nicht, ob zwei gegen ein oder drei gegen drei was wird er machen können ich bin, ich bin, ich bin begabt ich bin Rainer Futspieler aber ich bin mir ziemlich sicher dass sowas geht warte, ich schau mal kurz bist du schon fertig, glaube ich ne, ich hab gekürtet ah, 2-0 6. Minute ich kann mich eh nicht konzentrieren ja ich kann mich eh nicht konzentrieren so sorry wie machen wir das mit den Teams ja, ob wir vielleicht zu dritt gegen drei andere spielen können oder was wir sonst machen können macht einen Vorschlag ich hab keine Ahnung was was geht auch irgendwie warte ich glaub das war bei Seasons genau David und Nils gegen Moritz machen ihr zwei gegen mich wir auch machen oder ihr zwei gegen mich oder so kann wir auch machen juhu ich werde in den Nils gerne Spiele äh was weiß ich Cast aufgenommen juhu ganz eklosierbar kalt nur einmal in monat eine Flasche rumschicken und dann ja bleibt so kein Problem kein Problem also da bin ich am gucken ich muss nämlich mal wieder Trikot wechseln also bis gleich das ist auch ein weird das wechseln 24 Stunden Stunden Stream zu machen und alle paar Minuten sein Trikot zu wechseln nur um zu zeigen wie viele Trikots man hat das ist interessant das ist ein interessanter Fix so haben wir hier noch wer ist dann noch alles neu dazugekommen ich sehe hier Nikola hat schon wo das hier ist geschrieben genau Ostrasen Willi Sascha ist auch neu dabei ich hoffe ihr bleibt auch ich spiele noch ein bisschen wenn ihr selbst auch mit vielleicht kann man noch einen vierten Mitspieler sogar gebrauchen ich meine es ist Sonntagmorgen kurz vor acht wer hat da was besseres zu tun die Zeitung ist noch nicht ausgetragen oder na doch mittlerweile schon passen zu den 24 Stunden 24 Zuschauer achso ich hier gar nicht immer sehe ich das im OBS ich habe das über YouTube geguckt probier mal Dreieck zu drücken wenn du bei mir bei mir beitrittst ich jetzt ja hast du mir noch eine Frage geschickt dann über Spiel einladen ja aber natürlich jo um dann den Moritz einzuladen das ist so viel muss ich aber passiert auch dreieck nichts seltsam warte dann ich glaube ich erst mal dem Moritz selbst hinzufügen also wenn ich hier einfach nur auf Anstoß gehe zeigt er mir auf jeden Fall mal meinen Controller und drei andere also muss das gehen ja das wäre lokal ach Anstoß ist nur lokal ja ich habe dir eine Freundschaftsantrag geschickt oh ich habe noch mehr Freunde und direkt wieder abgenommen ich wollte nur den Nils sein ähm ja es ist ja schon gleich acht krass um neun auf jeden Fall ist der nächste wichtige nächste richtige Termin mit dem gerade Fans Talk davor wollte ich vielleicht noch ein Ranking machen aber das kann man auch verschieben lassen wir noch eine Weile zocken je nachdem auch was der Chat natürlich will moin Nils Deutschland Spanien kommt die Frage ähm ich muss dir nochmal den Punkt machen um die volle Nachricht zu nehmen was sagst du hätte ich mir denken können äh ich sage wer das Mittelfeld muss ich hier was machen David oder so ne wartet ich sage wer das Mittelfeld kontrolliert hat mehr Chancen zu gewinnen logisch weil dieser Wasserblock bei Spanien ist halt leider geil das hat sehr gut funktioniert gegen Costa Rica auch sonst generell mit der linken Seite Alba ist das sehr gefährlich der Sturm ist gar nicht so gefährlich sagt sich so einfach nach irgendwie sieben Toren und irgendeinem Sextorschützen aber wenn da nichts aus dem Mittelfeld kommt wenn da die Bälle von Busquets und Petri zugestellt werden dann hängt auch Morata vorne in der Luft der wird wahrscheinlich starten nicht Asensio deswegen kommt drauf an das Mittelfeld muss dominieren deswegen muss Busquets Petri und Co aus dem Spiel genommen werden dann ist das machbar aber Spanien ist trotzdem ein bisschen Angstgegner also ja ich weiß nicht Alex war vorhin da Alex Troika der hat gemeint weil Japan vorher spielt kommt es dann drauf an ob dann gleich dort Deutschland noch mehr auf Sieg gehen muss wenn Japan gewinnen sollte muss man ja gewinnen dann wird das ein noch offeneres Spiel dann könnte Spanien noch mehr kontern und so weiter wenn Japan jetzt passen sollte gegen Costa Rica ich glaube ich hat es sogar unentschieden gezippt wird auch Deutschland das erstmal ein bisschen lockerer angehen aber es werden Tore fallen irgendwann muss Deutschland wahrscheinlich aufmachen und dann ist Spanien genauso gefährlich also ich bin mal noch bei einem unentschieden Tipp aber es ist wirklich auch abhängig vom Japan-Spiel was da so passiert oder was sagt ihr Jungs? Hä? Zum Spanien-Durchschnitt ganz schwierig 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 zu sagen also an sich wie schon gesagt wurde ist halt die Sache Spanien mit Stürmern ja haben halt kein Tores mehr und so aber das Problem ist das gleiche ist bei Deutschland auch so bloß das spielerisch ist Deutschland schwächer und ich finde ja Deutschland aktuell in keiner guten Verfassung da fehlt der Spielspaß bei den Spielern äh ne scheinbar kann man kann ich niemanden zufügen noch extra das ist komisch bist du dir sicher ich hab jetzt nicht so zugefunden ich hab jetzt probiert und es ging nicht ja doch da steht's ja lokaler Co schade ab Nürnberg müsste kurz vorbeikommen mal gucken wer schneller ist ich glaub Mannheim vielleicht ein bisschen näher Mannheim ist näher definitiv näher ja zack 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 ich hab hier mit japan gewinnt ja die sache ist bei den letzten WM ging es schon so ähnlich leichter déjà vu also ich hoffe einfach nur dass Portugal ins finale kommt und gewinnt wild at heart ist auch da guten Morgen wenn Japan gewinnt und Deutschland den Druck hat unbedingt gewinnen muss kann sich Spanien zurücklehnen auf Contola und genau das ist das gefährliche bei dem Spiel deswegen müssen wir schon auf Costa Rica ein bisschen hoffen und so schlecht wie gegen Spanien können die ja nicht nochmal sein die hatten ja nicht einen einzigen Abschluss generell 18% Ballbesitz also die können eigentlich besser Fußball spielen und Navas kann auch normal ein paar Dinge halten Spanien hatte ja auch nur irgendwie 8 Schüsse aufs Tor Deutschland hatte 9 gegen Japan also war ein ganz kurioses Spiel zwei kuriose Spiele normal gewinnen das beide Mannschaften vom XG her mit 2-0-3-0 und fertig aber sollte halt irgendwie anders sein von dem wir mal schauen ich glaube es liegt darin dass Navas alleine gegen Spanien gespielt hat ja vom Gefühl her Team und Gameplay Update ist für du musst dich aktualisieren vornehmen was jetzt ist ein Update verfügbar in der letzten halben Stunde ach so ja deswegen nehmen Modus ach so von der Bewertung her geht's schnell möchtest du Kader speichern oh jo frelly 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 ja dann müssen wir halt eins gegen eins noch mal ok und jetzt haben alle Spieler 95er Bewertung ach so ich wollte gerade sagen hä was ist denn da los alle haben lol 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 wie geil nee das geht nicht ich mach mal so wow Lucas Perez 95 stark Victor Chus 95 stark äh er nimmt Änderungen vor natürlich ja dann kann ich auch Negredo vorne reinstellen du den nimmst doch ja geil das ist ja witziger Modus ja ja Alex Fernandes natürlich dann rein ähm boah und ansonsten oh Kamerling das sieht geil aus hat was oder mhm oh ja da ein bisschen mit der Innenseite oh das könnte witzig werden aber ist ja noch voll dass die alte Bernabeu Optik boah ja warum sollen sie jetzt auch für ein Jahr irgendwie die haben auch zum Beispiel das RB Stadion nichts dran geändert aber es komplett umgebaut ist die haben immer noch die blauen Sitze glaube ich drin obwohl RB ja rote Sitze jetzt hat ja dann müsste das doch eine einfache Änderung sein ja wenn es jetzt eine neue Tribüne ist okay aber auf allem weil man es jetzt äh bei Ultimate Team kann man es selbst ändern weil man da ja das Stadion anpassen kann ach echt ja man kann da Farben anpassen und sowas aber kein neues Stadion bauen oder nee nee aber man kann da so die ganzen Choreos und so mit rein tun so geht Real Madrid also nice aber nein fühlt sich direkt schneller an ja jetzt fühlt sich wenigstens ein bisschen an wie Ultimate Team super aber kein Tor das war technisch auch Spiele das ist halt das krasse an Bernabeu wenn du da Spieler bist du siehst einfach nur Fans nach oben das geht nicht weit nach hinten weg sondern einfach nur hoch das kann nur siehst du halt kannst halt erahnen dass da hinten auch Fans sind aber es ist so weit weg aber Bernabeu ist so krass Polizierung des Fußballs oh ja Armin well said well said Moritz schon mal da gewesen? no ach warum ich auch noch nicht keine Ahnung Spanien interessiert mich jetzt nicht groß als Urlaubsreiseziel ach und dann nur für ein Fußballspiel da runterfliegen das ist einfach nicht wert doch gerade dafür ja gut gemacht gerade für Real ja so ein Spiel einmal Bernabeu muss schon sein ja kann ja auch danach noch zum Meer fahren auf Valencia oder unten in Andalusien also ja ich sag ja auch nicht dass es ausgeflossen ist ich hab mir gesagt es muss her nicht passieren na ok na das Gute ist ich bin sowieso eher der Stadtmensch ich mach gerne Städtetrips oh reden würde sich das ey zack ey Alex Fernandez Tony Kroos geht dazwischen wer passt Tony was mach ich was mach ich da ha aber sie können nichts aus der Szene machen der Ballverlust zack zack ich hab ja vor wenn das Stadion fertig gebaut ist dann komm ich Junge jawohl oh Junge oh Junge war dumm so jetzt sprintet Valverde und sprintet und sprintet oh schade da kann er sich den Ball holen ach guck mal aber das ist ein aktuelles Kader mit Joarmini statt Casemiro siehst du hab ja gesagt du brauchst nur ein Update naja ah putz putz und naja zählt als Torschuss nein Tor aber das war mal ne gute Flanke von Cottoir ach so meinst du so muss er das in echtem Leben auch mal machen das war ein flacher Schuss das war ein flacher Schuss diesmal das war relativ super Trick und dann ist er vorbei Junge Alex Alex Bruder von Nacho Nix Colasso Colasso das kann ich nicht mehr wenn man den Rundalte jubeln macht oh da ist er da guter Zweigart ferdemal da weiß das Benavir auch nicht mehr der war hübsch der war hübsch der war hübsch der war hübsch nix 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 ach komm nur Abfall wo ist das für ein Loch hier Jungs ein Riesendoch oh 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 schön gemacht den hätte ich nicht besser hinbekommen ja klar der war der war gut aber die Verzögerung ist gerade das ist jetzt 3 Sekunden hinten dran ja scheiße oh weiter mit dem Ball tolle Szene aber dann ist der Ball weg sie machen also nichts aus dieser Szene ach nein Modric am Ball dann ah ah Modric das Flügelspieler schön durchgesetzt Windekretsch mussten haben Junge Junge nein er steht gut und holt sich den Ball save den Punkt nehmen wir mit verkürzt das wieder siehste oh oh der da war nicht vorbei der Tunnel Toni Tunnel Toni oh der ist neu ich hab noch einen der Chuchu Chuarmeni Chuchu Chuarmeni echt cool so dieser Vorschuss wie dann die Kamera ranzoomt ja kann man sich auch rausstellen ach gut der Verteidiger dachte es ist aber auch so ah daneben heute liegt soll das nochmal mit dem Punkt mitnehmen nehm naja not today ok Lucas Perez Alex Fernandes komm Alvaro ich hab mich extra aufgestellt weil du jetzt 95 hast Pauzenpfiff das war sie die erste Spielhälfte hier im Estadio Santiago Bernabeu und was auch geil wäre wäre wenn man die Kasse wenn man hier die Kasse hier mal bei FIFA hätte nehm immer auf 95 zu spielen hoho joo der zweite Spielabschnitt kann also beginnen hier im Santiago Bernabeu ich hab letztens auch bei Alte mit dem Xavi Alonso endlich mal angespielt wiegt sich ganz geil auch mhm Och komm ganz knapp da müssen sie eigentlich mehr draus machen ja ich glaube da wäre die einfache Lösung besser gewesen oh Junge oh oh na und das gibt Vorteil für Real uh Phasen kaputt gemacht der Halbstock noch mal ne Flanke nice Klasse Pass jetzt Klasse Pass jetzt Lukas Perez doch Junge mach doch was nicht so billig dumm dumm mhm mach doch erstmal ne 400 Spiele toll schade ball ist weg ich weiß nicht so wie viele Spiele schon dieses FIFA schon ein paar hundert muss ich sagen ich denke doch Junge aber 15 komm ich mach mal wieder Tiki Daka nöööö zurückziehen Jungs Safe dass sie gut aus was sie da machen der letzte zug zum tor fehlt noch im moment wasser jubel das ist ja öfter mal tiki taka spielt fröhlich fröhlich geile biest das ist aber effektiv gegen dich schade junge scheiße nein wenn wir doch den pfeil rückziehen ich glaube nicht ja ja ohne große mühe den ball abgefangen und es gibt natürlich ein wohnen aber Oh Junge, was musst du machen Junge, der Werbeprüf ist sehr gut durchgekommen 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen was sich noch tut Boah Junge, das nervt aber, die Geschwindigkeit Wie schmeißt der nicht rein Du da oben sollst laufen Junge Also Ja mit Real Madrid kann ich auch gewinnen, mussten wir mit Cardis gewinnen, nein, das machen wir nicht Ich will es ja so realistisch wie wirklich gestalten Uhhh Ach schade Super Parade erst und jetzt die Gefahr bereit ist, jetzt hat er den Ball Ja und diese Szene gerade, die war natürlich sensationell, also wie er den Ball hält, das ist Wahnsinn Ey Und Juhu Juhu Ziemlich gut, ich glaube langsam kriege ich Hunger, das könnte ein Problem werden, weil ich eigentlich gar nicht so viel Essen hier habe Aber gut, ein bisschen Chips Ach stream Und mal gucken Ein Brötchen hätte ich auch noch Da ist die Flanke Ah Beziehungsweise Ja, Cardis die macht Eigentlich ein cooler Club, weil Tradition und Gelb und wie man in Cardis ist, ist das auch eine geile Sache Der coolste Auswärtstrip, den man so machen kann in Spanien meiner Meinung nach Ah, weil der Stahl auch so nah ist, aber Ja Die Spielweise des Vereins der Mannschaft ist natürlich oft auch nur 20% Ballbesitz und so weiter Ja Aber irgendwie mag ich Cardis, also die dürfen gerne lieber in La Liga bleiben als jetzt Elche oder so Weiß ich nicht Ach, der Taff ist jetzt auch gar nicht Arthur Hehehe Die gibt es ja auch noch als Abstiegskandidaten, naja Ist ja mal schön Hm Der Liga-Dilo Oder Atletico würdest du auch mal gönnen Ja, die waren ja erst zu Anfang des Jahrtausends, ich glaube 2001 rum, waren die mal weg Ja Aber wäre auch vielleicht auch mal wieder in der Zeit, aber das wird's Und damit die mal die mitbekommen, dass Achterkette nichts bringt Ja, schön Schön Das war doch mal wieder die Locke hoch und runter Weil ich hatte mehr Ballbesitz, was? Oh Wie geht das denn? Ich hab'n Pokal bekommen Echt? Achso, ja gut Das war ja 10 Punkte wahrscheinlich Hm Hm Ich glaub'n, Moritz schläft schon Ist er noch da? Nee, nee, ich hab' mich nur stumm geschaltet Ich wollte euch hier Nicht einreden Ja, volle Konzentration Ja, 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 ich hab'n absolut ernst gemacht Konzentration Ein Tor war überragend Das eine Tor war überragend Ja, 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 ja Schön geschickt Schön geschickt, und ja Ja, jetzt wo ich weiß wie schon Den sind dann online auch wenige Mhm Naja, das konnte ich früher auch ganz gut nehmen Da war's nur diese eine Taste, eins und drei Jetzt eben beide Danke für den Tipp Jetzt hab' ich das wieder, aber reicht trotzdem noch nicht Mal schauen, 400 Spiele noch Ja Mal gucken, wie viel Spiele schon dieses Spiel verantwortet Äh Äh Ja, knapp 500 Es kam Ende September auf den Markt, oder? Äh, ja Ich hab' schon über 800 Nee, 500 Ja, ich hab' über 800 Achso, ja Wow Aber das sind jetzt auch diese ganzen Gold-Dinger, für die ist Schwopptons dabei, also Achso, okay Ja, Moritz, willst du noch eins? Eins geht noch, dann muss ich langsam mal wieder rüber ins Büro Ja, mir aus gerne Machen wir noch schnell eins Nö, nö, für die neuen Leute, die hier eingeschaltet haben Dann sehen wir uns auch mal, ja Den Meister, der ist ins lange Eck schlänzen Ja In den Winkel knallen Danke, danke Äh, muss ich dich wahrscheinlich einladen Wie viele Stunden hab' ich denn schon? Wie war das? Freundschaftsspiel Ähm Stein Einladen Gut Ach mal Machen wir nochmal Frauen? Noch Ja, gerne Ich will schon mal Chelsea Oder willst du lieber Nationalmannschaften? Nee, boah Boah, schon hell draußen Ah Rollo zuziehen Aber das hält dich doch wach I hope, freilich Deswegen wollte ich ja zuerst die Nacht rumkriegen, den schweren Part Und jetzt ist es hell, jetzt kommen mehr Leute und halten mich wach Also das ist schon, glaub' ich Man kann's so und so sehen Hat ja auch Manu Thiele vorhin gesagt Das ist auch das andere, die bessere Taktik ist Weil so hätte man nachts schon besser vorschlafen können Das ist halt tagsüber schwierig Ich hoffe, du hast dein... Ich seh das wieder nicht Mach mal wieder einen Punkt um Ich hoffe, du hast auch einen freien Montag Naja, deuner neutral Was heißt freier Montag? Ähm Ja, mehr oder weniger, aber Als Total-Chef-Redakteur ist nie ganz frei Aber man kann auch ein bisschen ruhiger machen Dank meiner Redaktion, meinen Kollegen Es ist ja aktuell eh ruhiger rund um Real Madrid geworden Und wir machen natürlich auch ein paar WM-Berichte, wenn irgendwo ein Real Madrid-Spieler spielt Nein, nicht annehmen! Nein, nehm' ihn nicht an! Nehm' ihn nicht an! Nehm' ihn nicht an! Wie vorhin mit dem Torhüter Nehm' ihn nicht hin! Geh' ihn hin! Naja... Ich werd' auf jeden Fall erstmal dann lange schlafen Und Stefanie Nures kommt dann auch erst Montag Mittag irgendwann zurück Sprich, dann kann ich schon vom Sonntag 22.30 bis... Ah! Gut darum, elf schlafen Mal schauen Aber ist noch lange hin bis dahin Nice Ich hab' eigentlich schon mal gesagt, dass ich einen bestimmten Lieferdienst sehr doll mache Lieferando? Ne, ne Paketdienst Paketdienst? Weiß nicht, was du meinst Mit einer blauen Farbe Hermes Ja Kommst denn darauf jetzt? Äh, ich hab' ja einen neuen Monitor bestellt Sollte Gestern kommen Da wären wir bei Sollte Ich sag' die ganze Tag ist in Zustellung Ich warte wie ein Verrückter den ganzen Tag Guckern zum Balkon, auf der man kommt Der ist nicht gekommen Das egal Ja Und natürlich hat man bei Hermes kein Live-Tracking oder so Und man weiß nicht, was da los ist Nix Ja Jetzt kann ich noch bis Montag warten Wenn überhaupt Ah, wie ein Schicksal Ja Äh Wusste ich doch Uuuuhh biish Das war der eine aus zehn, den er nicht macht. Krass, dieser Power-Schuss ist ja echt geil. Ja, wenn die Zeit hast du. Ah, scheiße, verdrückt. Das ist stark gemacht. Tolles Zuspiel. Mach was. Ach, immer den gleichen. Lame. Abseits. Komm, schick sie. Pause. Oh nein. Oh, der ist noch. Das war nicht gut. Nein, nein, lass dich fallen. Oh nein, 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 ich kriege sie nicht. Oh, der ist noch kein Gerät. Sibike, Nils, du siehst noch topfit aus. Ja, das geht mir auch noch echt gut. Dafür, dass ich jetzt auch schon seit, jetzt sind es fast 24 Stunden. Ich bin auch um 8.30 Uhr gestern aufgestanden. Mal gucken. Äh, ja, noch geht es mir gut. Mal gucken, wie lange das so anhält, weil langsam kommt der Hunger und ich habe eigentlich gar nichts zu mampen daheim. Komm, Elfmeter bitte. Dann zu. Ah, lalalala. Ne, noch ist alles gut. Aber wir haben auch immer noch einiges vor uns. Gleich um 9 Uhr gibt es das nächste, die nächsten Gäste. Mal gucken, wer da jetzt dabei ist. Eben hat der Anke abgesagt, aber Kevin auf jeden Fall dabei. Nicht heute rin. Haha. Weg. Nein. Ich habe doch schießen gedrückt. Keine große Möglichkeit bei diesem ungewährlichen Ball. Lalalala. In der Schlussphase dieses ersten Durchgangs haben wir hier einen knappen Rückschlag. Wir sind mit einem Tor hinten. Keine Ruhe. Nein. Sie stellen die Zeichen weiter auf Sieg. Ja, schwer zu halten, die Dinger, oder? Ja, aus der Entfernung macht dann nichts. War wie das zweite Japan-Tor. War auch so ein Gewaltschluss, glaube ich. Einfach nur rein, kurzes Eck. Keine Reaktionszeit. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Und er geht vorbei. Oh. Absatz. 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 Man sagt, die Spielen ist es gut. Ist die mehr nichts? Das kann man spielen. Äh. Nein, gebe ich hin. Abseits. Das ist wohl nicht klar. Aber lassen Sie vermeiden. Wenn der Pass einen Moment später kommt, äh, auch noch mehr Abseits, hätte sich immer wieder rausgegeben müssen. Dann haben Sie sich rumgefallen. Und dann ziehen Sie sich dabei raus. T-t-t-t-t-t-t-t. Ja. Um. Uh. Okay. Nein. Aber, na. Uh. Oh. Wenn der durchgeht, dann tschau. Och ja, der wäre noch gegangen. Ja, auf jeden Fall. Richtig, das stimmt. Alle noch fit, keine gelaufen. Na ja. Lässig, voll übergenommen. Oh, oh, oh. Das ist aber die Spitz zu tun. Ja, die Schutzhand. Oh, bitte nicht. Nicht so fest, nicht so wieder Power-Schuss. Ja, ja. Schick sie. Schick sie. Oh. Oh. Ja, das denn. Abstoß. Halbmeter vom Tor. Ja, unfassbar. Oh ja, okay, nehme ich. Oh. Ich denke, man versteigert nun mal. Nicht schlecht. Naja, na ja. Kann man so machen. Ist aber auch groß, ey. Und. Und wir haben einen neuen Spielstand. 4 zu 1. Hier ein. Oh, billig. Wer soll diesen Pass kriegen? Wer ist der Ball? Abseits. die 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 hoch kurz muss ein Kost was er nicht und schimpft Rost! Ach komm, war doch Ball! Die Spielball! Oh, komm schon, schade. ich komme noch ins tempo es ist schön ich mir noch mal gerne was speichern ich weiß nicht ob sie den hätte haben können steht ein bisschen weit vorm tor aber nehme ich moritz ist wie vier tore von moritz gegen mich die tore die sind so schön da wäre es ein schande wenn sie der tor verhindert und er war eins davon er hat auch seine abstand so hier sind ein paar neue dabei piki ist wieder da lukas ist auch da guten morgen habt da alle wieder ausgeschlafen wir sind hier wachgeblieben david moritz und ich und auch noch ein paar andere spielen noch ein das ist das letzte spiel fifa dann gehe ich wieder gehe ich zurück ins büro machen wir noch ein kleines ranking und dann geht es ja los mit dem grader fans mcf tor wobei ich gespannt bin wer da jetzt dabei sein wird angre ist krank kevin wird dabei sein vielleicht kommt noch ist wenn der wach gerüttelt werden kann von den jungs legst doch rüber ich wusste es doch wie sieht es aus mit tiki taga kommen da während der wm zwischendurch ein paar folgen oder was für die patsche und sebi einerseits alex nimmt ja alle zwei tage bei tipps talken tipps auf seinen podcast wir werden dann versuchen ist das um das achtelfinale rum da hat er mal drei tage zeit oder so dann nehmen wir was auf wir haben auch schon einen termin weiß ich jetzt nicht ganz genau aber es kommt dann noch mal was so zu beginn der ko runde viel mehr dann auch nicht wie gesagt alex hat ja seinen talken tipps nein war doch bestimmt abseits oder wieder drückt der moritz mal kurz aufs gaspedal und macht drei tore in zehn minuten naja kurz nach vorne geliehen wieder das typische vorher nach hinten geliehen ja genau das ja komm schon die hab er warm pfeift gleich ab gibt nicht 14 minuten nachspielzeit oh gott wo haut sie den dann hin fliegt ein da schon die schick ich da haben sie auch ja gut mit spekuliert 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Geht doch da raus. Geht da raus. Abseits. Haben wir uns alle hingeschmissen. Ah, wieder kurz. Ah, uh, Leo. Oh, schade. Wie heißt Tunnel bei euch? Also ein Beini? Leo? Leo ist ein Lassenball durch. Ich bin hinten dran. Tunnel ist ein Tunnel. Wir haben, glaube ich, beides dafür. Leo Lassen und Leo ist durch die Beine. Oh, da ist wieder ein Trikotwechselwecker. Wälder. Naja. Oh. Oh. Was machen Sachen? Mädel, 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 Mädel. Gnadenlos der Mose. 2 zu 8. Der andere kann nichts mehr machen. Den muss er machen. Kann er nicht. Na. Ah, sie ist nix gut hier nie lange. Wie auch immer sie heißt. Wir müssen ja, viel mehr müsste man sich mit dem Frauenfußball beschäftigen. Fort. Da war nix mehr zu machen. Die im Echtleben auch so. Klare Angelegenheit. Ich will unbedingt noch den Fallrückzieher oder so. Das wird jetzt eng. Komm, Schiri, hab einfach Angst. Gönn ihm nicht. Gönn ihm nicht, Schiri. Na ja, komm. Kein Fallrückzieher. Sehr gerne. Es war mir eine große Ehre. Mir auch, Moritz. Man hat mich gefreut. Also, ein bisschen zumindest. Immerhin hast du jetzt einen guten Pass gelernt. Ja, genau. Den nehme ich mit. Danke dafür. Jetzt habe ich meine Art und Spezialität ein bisschen zurück beenden. Jo, das war soweit die FIFA-Runde. Ich weiß nicht, ob es nochmal eine neue geben wird heute. Weil Programm ist ja voll. Vor allem mit den WM-Spielen. Aber schauen wir mal. Jo, dann geht es jetzt zurück ins Büro. Ich muss eh wieder schon wieder Trikot wechseln. Verrückt. So geht es Stunde für Stunde rum. Ich muss mir dann auch mal ein Brötchen schmieren. Jo, dann geht jetzt die Playstation wieder aus. Einer Trophäe habe ich. Jo. PS ausschalten. Dann sage ich auch mal hier im Discord erstmal wieder. Danke für die Runde. Und wir sehen, hören uns später. Dann ziehe ich mal zurück ins Büro. Kevin ist auch schon da. Ja, cool. Okay. Cool, Leute. Bis später. Hala Madrid. Ciao, ciao. Ich gehe hier rein. So. Dann mache ich euch wieder kurz Musik an. Zumindest ein bisschen leiser. Hat ja cool geklappt mit Remote Play. Da hatte ich ein bisschen Angst vor. Und gehe zurück ins Vollbild. Dann läuft ja die Sache. Jetzt muss ich wieder hier Sachen abstöpseln. Und, ähm, jo. Jetzt bau ich wieder ab. Jetzt wird das LAN-Kabel gezogen. Slip. Aber Verbindung bleibt noch bestimmt, wie die letzten Male auch. Stromkabel ziehen. Schauen wir mal aus. Stromspare, gell. Fernseher machen wir auch schon mal aus. Und dann geht's jetzt gleich rüber. Wieder ins Büro. Ne? Hm, was ist das denn hier? Hülder ins Vollbild, genau Vollbild Okay, alle Kabel dran Nichts kaputt Es ist hell draußen, Wahnsinn Wir haben fast die Halbzeit Fast die Hälfte geschafft Piki ist stolz auf mich hoffentlich, ich bin echt überrascht, dass du nicht Eingeschlafen bist, ja nö Piki Ich war auch gar nicht kurz davor Also ich merke so ein bisschen körperlich Dass ich in den Schultern Merke ich es in den Unterschenkeln Ein bisschen Aber jetzt nicht im Kopf Augen, Kopf, alles klar Bin ich auch ein bisschen überrascht Weil ich bin seit halb neun wach Mein Nickerchenversuch von 20 bis 21 Hat nicht geklappt, ich lag nur im Bett Und hatte die Augen zu Das gibt bestimmt auch nochmal ein bisschen Kraft Und lädt den Akku ein bisschen auf Aber es ist halt kein Schlafen Und dem her, ja Mal schauen wie das weitergeht Wird mich noch nicht hier In Sicherheit Bähnen Und von wegen Wir sind aus dem Gröbsten raus Weil es ist immer noch ein Stück Arbeit Liegt vor uns Ich werde mir jetzt auch mal das Mikro wieder oben dran schrauben Glaube ich Ja ich tue es auch sehr guten Morgen Lukas hat man eben schon Lukas hast du geschlafen oder Weil dann hast du ja jetzt nur Was? Drei Stunden geschlafen? Na gut dann wahrscheinlich Immerhin etwas Also weiß nicht ob ich darauf neidisch bin Aber besser als nichts ne? Was soll ich dazu sagen? Dann würde ich euch gleich nochmal Wie sieht es aus mit Tiki Taka? Hat man schon genau Solange du irgendwelche Gäste und irgendwas zu tun hast Ja genau das ist es Piki Also man braucht einfach Beschäftigung Und Action Und auch vielleicht ein bisschen Bewegung Von den Räumen hin und her Oder meine stündlichen Trikotwechsel Muss ich jetzt auch gleich wieder machen Das ist schon auch Zwischendurch Ein kleiner Sprint Und notfalls mache ich halt noch ein paar Liegestütze Dann geht das schon mal Jetzt bin ich hier wieder online Mein WhatsApp und mein anderem Laptop Und schau mal was hier alles so ist Okay Kevin ich bin gespannt Kevin schaut bestimmt zu Wen du noch hinzauberst Ob du Isidro erreicht hast Ansonsten machen wir das natürlich gleich Allein über die Primera Fans Also Moin Ich muss hier immer irgendwie Die letzte Nachricht Mir noch einen Punkt machen Damit ich die letzte Nachricht Moin jetzt Wie läuft es? Können Lader erst jetzt dazu Alles gut Football Es läuft gut Ziemlich cool Es war schon viel gutes Programm Und Action Und Gäste Und eben Vorhin FIFA-Slocken Mit David und Moritz Hat auch Spaß gemacht Auch wenn ihr jemand kassiert habt Das eine oder andere Andere Unentschieden Konnte ich ja kämpfen Das eine oder andere Tor machen Für den FIFA 23 Anfänger Ist das glaube ich ganz okay Ja Und ich freue mich auf das Was jetzt noch kommt Und ich glaube Das Schwierigste mit der Nacht Ist glaube ich schon mal geschafft Das ist mir wichtig Ich werde jetzt auch mal Hier das Rollo hoch machen Boah das ist echt Es schneidet sogar ein bisschen What the fuck Also Es ist zumindest das Dach Es war eine Mischung aus Frost Und Also alles gut Ja Also irgendwie ist gut Kann gerne so weitergehen Jetzt machen wir gleich Noch ein schnelles Ranking Wir haben ja schon Die Club Also sympathischste Und unsympathischste Club Und dann geht es um Um 9 Uhr Mit Mit den gerade Fans Ich würde nur noch mal schnell kurz los Weil wir noch ein schnelles Brötchen machen Oder so Dazu mache ich noch mal hier Meine Meine Wartemusik Baue ich euch noch mal auf Manche haben die ja schon gesehen Manche sind vielleicht noch neu Dann gehe ich da auch noch mal schnell aufs Klo Das kleine Ganz kleine Halbzeitprogramm Ja wartet So Einmal hier einklinken bitte Oh ne Jetzt will ich schon wieder auf diesen blöden Bixby Button kommen Wer braucht denn sowas So Okay Wie macht man das Bisschen so Na ja Passt schon Also bis gleich Gallery Don't let me go Don't let me go Don't let me go Oh, my God. 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 Oh, my God.